Hallo und willkommen zu Resident Evil 8, der Teil, welcher Village genannt wird, weil sieht aus wie eine römische Art. Auf jeden Fall, es ist ein gutes Spiel, habe ich mir sagen lassen und ich bin aktuell in der wahrscheinlich stärksten Resident Evil Phase meines Lebens. Damit meine ich, dass ich zwei Teile gespielt habe. Ich habe über Weihnachten das Original Resident Evil 2 gespielt und ich dachte mir, ja, das ist ziemlich cool. Und davor Resident Evil 4 auf Profi. Und viele Leute meinten, dass Teil 8 wohl ziemlich ähnlich wie Teil 4 ist und so oder so, ich bin aktuell bereit dafür. Und das wird ein super langes Video, denn ich plane mein Playtrails ein Video hochzuladen und ich denke, ich werde Timecodes machen. Ich werde hoffentlich Timecodes machen und ja, ich habe absolut nichts mit dem Spiel gesehen, außer dem ersten Trailer, weil ich üblicherweise sämtliche Trailer versuche zu meiden. Dementsprechend habe ich keine Ahnung, was mich erwartet und ich habe mich dazu entschlossen, es ohne Facecam zu machen, weil es ist ein Persons Spiel. Ich habe das Gefühl, es funktioniert besser, wenn man mich nicht sieht. Okay, fangen wir an. Ich bin kein Veteran. Ich denke, ich bin bereit für eine gute Balance zwischen Spannung und Erfolgserlebnissen. Ich mag Erfolgserlebnisse tatsächlich. Oh, aus der englischen Sprache, aus der Untertitel. Ich bin bereit für ihre Mutter zu holen, für ihren Vater, der war schwer zu arbeiten. Aber die Bäume sie mit einem dunklen, kohlen Sägen, die Bösen leerzübten. Aber sie beobachten, um die Bäume zu finden, der Rasko wurde frei von Mutter's grasp und versuchte in die Bäume. Die Mütze überraschend sind, als die Frau auf die Böse ging, über die Böse und unter Branche, und in die Bäume. Nein! And then a dark weaver appeared, and with a clip of his fingers crafted mist into a beautiful dress. Come child, warm yourself, he coaxed. So she clothes herself, and smiled with joy. Across waters deep and ominous she went, hoping a boat she found would carry her home. But hunger's grip tightened and her heart grew heavy. Das ist so ein schönes Zahnrad. The horse grew angry and summoned the other monsters. Terror filled the girl's heart as the wild wind rose around the beasts. Suddenly, a witch appeared, dark yet regal. Was ist das für ein Babyspiel? Ich dachte, das ist gruselig. Warum erzählst du mir Kindergeschichten? Das ist eine verrückte Geschichte. Sie ist nur sechs Monate alt. Eine Frau in der Karte sagte, dass es traditionell war. Eine Geschichte lokale. Außerdem, Rose scheint nicht zufrieden. Weil sie es nicht verstehen. Danke, Gott. Wir sind hier so, dass sie keine Probleme haben. Es gibt nichts mit meinem Erinnerung. Okay, müssen wir jetzt diesen weinerlichen Typen spielen? Oh, 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 oh. Ich sehe, meine Aufnahme stirbt gerade. Das ist nicht optimal. Was setzt du damit auf sich? Es ist okay, Rose. Deine Mutter will nicht ihn erinnern. Ich kann sie nicht. Aber gleichzeitig muss ich... Ich glaube, ich musste die Einstellungen umstellen. Was soll denn das? Was? Stell euch das an. Der ist nicht mal ausgereizt. Äh... Keine Ahnung. Äh... Ich habe nichts gesagt. Ich habe nur die Grafik einstellungen umgestellt. Damit das Spiel auch auf OBS flüssig aussieht. Jetzt ist ein Baby dabei. Ah, Gott. Das ist das Leben. Ich glaube, das Spiel hat Raytracing aktiviert. Kann das sein? Ich habe nicht vorhin gesehen, was es eine Option davon gibt. Und... Moment. Lass mich die rechts. Es tut mir leid. Ich muss da... Kein Controller. Ich... Ich muss dringend die... Äh... Oh, was sind das für Optionen? Ich glaube, ich brauche keine Ziele. Zum einen, ich spiele mit Maus. Zum anderen... Wo ist die... Wo mache ich die Mausempfindlichkeit? Oh. Maus-Kamera-Empfindlichkeit. Äh... Machen wir 20. Und für Zielen ebenfalls 20. Wie... Wie würde sich das anfühlen? Ja, das ist okay. Damit kann ich was anfangen. Hast du gesehen, Baby? Ich bin so schnell unterwegs. Was ist das? Eine Fernbedienung? Pass mal auf. Wir werden jetzt Fernsehen schauen. Schon ziemlich aufregend. Äh... Ich möchte übrigens anmerken, dass ich mich von dem, äh... Was der Typ gesagt hat, distanziere mit seinem... Oh, das ist viel zu gruselig für das Kind. Komm schon. Ein bisschen Grusel gehört ja immer dazu zu guten Kindergeschichten. Das ist ein sehr schickes Haus. Ich weiß nicht, ob ich einen Teppich über die Treppen verlegen würde, aber... Ich bin... Ich bin... Ich bin... Ich bin nicht Innenarchitekt an der Stelle, deswegen... Wir akzeptieren das einfach mal. Das ist so ein großes Haus. Wer kann sich das heutzutage noch leisten? Kein Wunder, dass es verflucht ist. Äh... Das ist, äh... Der Typ ist... Der Typ ist... Der Typ ist mir suspekt. Brot? Was ist das andere? Brot? Tomatensauce? Äh... Dip und Gurken? Brot, Dip und Gurken. Diese Familiengepflogenheiten sind mir sehr suspekt. Oh, wir können das Foto drehen. Vielleicht können wir dann irgendwann auf der Rückseite was machen. Ja... Ich auch nicht. Damals haben wir doch alle Resident Evil 7 gespielt. Die Musik hat definitiv verbessert über die Jahre. Du meinst meine? Äh... Misty und irgendwas... Vielleicht ist das irgendein Joke, aber ich verstehe ihn nicht. Was hat es eigentlich mit dem einzelnen isolierten Sessel auf sich? Warum sind die überall Teppiche? W-w-w... Was ist mit eurer Sucht nach Teppichen? Ist ja... Das sind doch mal zwei! Warum? Was kochst du da? Hey! Was machst du, Herr? Ich... Ich... Ich weiß es nicht. Ich will herausfinden, was du kochst und... Hier steht auch schon wieder Essen rum. Okay, wisst ihr was? Das ist einfach... Ich habe das Gefühl, sie leben ein zu gutes Leben. Hier ist alles voll mit Teppichen und Essen. Roastmenü im Februar am 6.2. Reis... Cerealien... Bananenmus... 7.2. Süßkartoffelbrei... Rabenspinat... Efen... Weh, du tust dir Zucker oder Honig ins Essen und keine Pilze. Das sehe ich schon. Das ist ein cooler Vater, der seine Tochter gerne ein bisschen verwöhnt. Und sagt, wenn du groß bist, dann werden wir ein bisschen Wein trinken. Einzelner Müllsack. Ich hoffe, da wird niemand drin landen. Mia macht alles mit Hand. Also, diese Sachen stammt auf. Ja, wenn es erstmal wärmer wird. Was ist das? Naja... Wünschenswert. Hoffentlich, äh... Gibt es keinen Fluch hier irgendwo. Hm... Ich fand es okay. Und ich bin kein Baby. Äh... Genau, bei dem Spiel gab es auch ähm... Ich glaube, es knüpft von der Story her an das Ende von Teil 7 an. Man konnte sich da so ein Flashback-Video anschauen. Und äh... Ich hab Teil 7 nicht zu Ende gespielt. Das heißt, ich hab keine Ahnung. Aber... Wird schon okay sein. In welchem Jahrhundert lebt ihr? Warum liebt ihr diesen... Okay. Ich vermute, sie leben in der... Moderne. Ich weiß nicht. Üblicherweise finden Leute sowas eher ein bisschen gruselig. Ich denke... Solche kleinen Spiele können nett sein. Aber die sollten nicht so riesig sein. Was machst du? Was war das denn? Der hat super viel Stil. Gab's von denen nicht welche, die man äh... Abgeschossen hat in Teil 7? Resident Evil 7 ist lange her für mich, müsst ihr wissen. Was genau ist das für ein Raum? Ich würde gerne fragen, ob ihr gestrichen habt, aber... Was ist dieser Raum? Die Architektur osteuropäischer Burgen und Wehrtürmer aus historischer Sicht von George Trevor. Ah. So, so. Das ist ziemlich, äh, aufregend. Ähm... Eine Zeitung. Ursache des Giftgasvorfalls in, äh... Dal-Dal-Dal-Dal-Dal-Dal-Dal geklärt. Die Ermittlungen bezüglich des Austritts von giftigem Gas in Dal-Dal-Louisiana im Jahre 2017 wurden am 18. dieses Monats offiziell für abgeschlossen erklärt. Die Kommission, äh, kam zum Ergebnis, dass natürliches Gas, welches sich im Tonstein dort gesammelt hatte, an die Oberfläche getreten war. Jack B., 57, und seine Familie, die vom Gas ausgesetzt waren, starben in der Folge. Ah, ich vermute, das war der Typ, der man in Teil 7 gespielt hat? Mit Evan und, äh, Mia W. Oh nein, Evan und Mia, das, das waren doch die, die man gespielt... Nein, warte, wir sind aktuell... Oh, wir sind aktuell die, die auch die Ereignisse aus Resident Evil 7 miterlebt haben, denke ich. Sollen sich zur Zeit des Unglücks zwei weitere Personen auf dem Anwesen aufgehalten haben. Es gibt derzeit jedoch keine Hinweise zu ihrem Verbleib. Die gesamte Umgebung wurde von offizieller Seite abgeriegelt. Es wurde, äh, verlautet, dass es mindestens zehn Jahre dauern werde, bis, äh, bis das Gebiet wieder bewohnbar wird. Ich meine, ich habe den größten Teil davon bereits vergessen, muss ich gestehen. Kann ich eigentlich rennen? Nein. Ich wusste nicht mal, wer wer du bist, ehrlich gesagt. Aber freut mich, dass das, äh, mit deiner Hand so weiter noch ganz gut geklappt hat. Okay, wir können das Kind nicht ins Klo werfen, das ist gut. Miras Medizin. Seit dem Vorfall musste sie sich an, äh, eine strikte Diät halten. Ich habe Miras sterben lassen in meinem, äh, Playthrough, deswegen, äh... Das ist ein, das ist so ein schönes Haus, das die hier haben. Ernsthaft, wie viel habt ihr dafür gezahlt? Warum, warum habt ihr alle so riesige Häuser? Das war auch schon die Familie von... Ist Miras Familie reich? Ist das der Plottwist? Wo ist überhaupt das Zimmer von dem Baby? Ah, wir sind fast da, ja. Ich habe das Gefühl, ich verbringe die Hälfte der Spielzeit einfach in diesem Haus. Okay, äh, das Baby ist doch jung und schläft doch im Elternschlafzimmer. Das war natürlich Rose. Und, äh, zu mir. Werden wir die, äh, Monster zu ihr lassen. 6.02.2021 Wir und ich haben uns mal wieder gestritten. Oh. Ich habe aus Versehen die, äh, Sache von vor drei Jahren erwähnt und sie ist wütend geworden. Wir haben uns endlich an unser neues Leben in Europa gewöhnt. Hier kann Rose in Ruhe aufwachsen wie Europa. In welchem Land? Kannst nicht einfach Europa sagen. Wahrscheinlich aber Osteuropa, gemessen an dem Buch. Aber ich werde irgendwie das Gefühl nicht los, dass ein Teil von mir immer noch in diesem, äh, beschissenen Loch in Louisiana gefangen ist. Ich weiß, Mia redet nicht gerne darüber. Aber glaubt sie wirklich, wir können alles vergessen und so tun, als wäre es nie passiert? Sollten wir nicht verarbeiten, was wir dort erlebt haben, damit wir unser Leben mit Rose leben können, ohne dass diese Erinnerung in unseren Köpfen umhergeistert? Ich finde, das, äh, sind wir ihr schuldig. Und Mia weiß das auch, da bin ich sicher. Wenn es ihr egal wäre, wäre sie im Krankenhaus niemals so nervös gewesen. Warum ist das ein Windows 98 Laptop? Zum einen. Zum anderen, warum hast du dein Tagebuch da offen? Und zum weiteren anderen, ähm... Oh mein Gott! Rose Lieblingsspielzeug. Das sind die aus dem Fernsehen. Die kenne ich aus dem Fernsehen. Ich wusste nicht, dass wir Star-Besuch hier haben. Äh... Zum anderen, yeah... So, äh... Jetzt, äh, jetzt weißt du, wie es ist, mit Frauen zu kommunizieren, Ethan. Ist, äh, nicht alles so einfach. Überlebende an der Waffe... Handhabung, schwer geschützten Kampfsituationen. Von, äh, Joseph Kendo. Aber man sieht Ethan generell nicht, äh, da ist immer ein Schleier über ihm. Soll sich wohl mit ihm identifizieren können. Oh ja, da war sie eher schwanger, könnte man sagen. Und da hat sie das Baby zur Welt gebracht. Und... Da sind, äh, mehr Bilder von dem Baby. Ja, der ist ja Lieblingsspielzeug, das kann ich soweit bestätigen. Jemand knallt dir die Wangen. Das ist nicht cool. Da würde ich sagen, wir haben alles über das Leben der beiden, äh, gelernt, was es für uns zu lernen gibt. Und... Ich gehe wieder, äh, nach unten. Kann ich die Tür schließen? Ja. Habe ich! Okay. Ich meine, soweit ist es auf jeden Fall ziemlich an dir, dem es spielt. Nicht ganz so, äh, schaurig, wie ich zunächst dachte. Aber, ist okay. Das ist so ein großer Tropf! Ja, schau mal wie ein Baby. Hm, das schmeckt gut. Was ist das? Oh, hand's off, Mister. Es ist Churba de Legum. Es ist eine Räsiäte lokale. Wow, du bist voll native, hast du? Hm. Auch ein Wiener. Aber, wenn du, 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 dann vielleicht nicht mehr hast. Äh. Du musst wirklich aufhören. Es ist nur... Es ist nur, du in Louisiana finden. Die Pregnanzung. Chris bewegt uns hier. Militärtraining. Es passiert alles so schnell. Du weißt? Geh mir von Chris Redfield. Oh, oh. Oh, Gott. Was? Ich hasse es, wenn das passiert. Ich will, ich will nur essen. Der lokale Wein. Nein. War das einer der Brüder von Mia? Ich glaube, das war ihr Bruder, oder? Wie gesagt, Teil 7 ist lange her. Was? Ja, ja, sehr gut. Ja, ja, sehr gut. All clear. Rose? What the hell are you doing with my daughter? Package secure, Sir. Take him away. Ich muss sagen, er hat ziemlich gelassen reagiert gemessen an, dass er Mia vor seinen Augen erschossen wurde. Hey, Doc. Hello, Mr. Winters. I got your daughter's results back and I'd like you to come in to talk about that. How about the next Thursday, 4 o'clock? No problem. We'll be there. That was the Doc. She'll see us next week. Hey, now. Think positively, alright? We talked about this. I know. We hardly talk about anything else. I keep telling you, it's not Rose that I'm worried about. Well, then what are you worried about? Look. She's gonna be fine. I just know it. What else matters? We matter, Ethan. You matter. You just... Mia, what are you talking about? Is there something you're not telling me? Come on, talk to me. Damn it. I have to take this. It's the work. She ruft. It was not a successful conversation, as it seems to me. I have to take this photo-modus-anzeige, if I have to take the mouse. I have to take this photo-modus-anzeige, if I have to take the mouse. What are you talking about? Where is Chris Redfield? And Rose? Who is this? This is a secure channel. You're not allowed to go. It is Chris Redfield. What the hell happened here? I have to tell you... I have to take this part. I had to. I can't. How many words are these. Okay. Eh... Can we take this? It is not necessary to use. And then, let's go all the points. We will have to take this. Bissions-Agele. The field elimination. The One safeguard. The wing of Rose Marie and Ethan Winters. The wing of Rose... The wing of Rose will probably... ...is... ...the wing of Rose Marie and Ethan Winters, it says. ...to the wing of C for further research. Mit zwei Offiziere als Begleitung während des Transports. Aber irgendwas ist hier schiefgelaufen. Kann ich da, kann ich mich ducken? Scheinbar nicht. Irgendwas ist sogar entsetzlich schiefgelaufen, aber... Vielleicht sollte ich einfach mal versuchen, in sowas wie eine verlassene, gruselige Villa zu kommen. Es sind nicht mal Straßen, hier ist eine Menge Schnee. Es kann eine Menge schiefgehen. Aber ja, vielleicht haben wir eine nicht weiter identifizierbare Villa. Die dunkel ist und vielleicht könnte ich da reingehen, um ein bisschen Schutz von der Kälte zu finden. Bin mir sicher, da spukt es nicht. Oh ja, ein bisschen Schnee. Ist ganz schön hier. Oh, ich sehe gerade, die Aufnahme stirbt schon wieder. Oh mein Gott. Dann mache ich Leistung priorisieren. Wie wäre es damit? Dann haben wir einen Grafikspeicher von 4000 von 10.000. Vielleicht funktioniert es dann eventuell, ohne dass alles stirbt. Ja, das wäre ganz cool. Nein, das sieht normal aus. Vor allem, der PC ist nicht mal übermäßig laut oder so. Ist einfach nur anstrengend. Ich hoffe, es funktioniert. Okay, wir sehen uns, nein. Mir kommt gerade eine bessere Idee. Pass mal auf. Pass mal auf. Äh... Anzeige. Pass mal auf. Wir werden einfach... Wir spielen in 480p. Okay. Okay, warte, nein. Wie würde das aussehen hier? Ja, das ist das Leben, aber nein. Äh, wir machen 1080p. Wie jeder andere auch. Äh... Komm schon. Gleich kann ich was sehen. Es tut mir leid, dass ich die Aufregung unterbrechen musste, aber... Sich scheiße um das Zeug kümmern. Gut. Jetzt sollte alles funktionieren. 4K-Aufnahmen sind immer... Es klingt immer so, als wäre es eine gute Idee, aber irgendwie... Irgendwie ist es keine. Das heißt, ich werde das Video nicht in 1000... Ich werde es 2160p rausrendern. Für die Bitrate. Aber egal. Folgen wir dem Weg. Hey, hat dir jemand die gruselige Villa gesehen? Hm. Wir dürfen nicht reingehen. Mit C gehe ich in die Hocke. Ah, ich habe SRG gedrückt. Das wäre natürlich gänzlich falsch. Okay, man muss nur einmal drücken und dann nochmal, um wieder aufzustehen. Verstanden? So weit, so gut. Versuch dein Auto hier nicht zu parken. Das ist kein guter Ort für sowas. Ich meine, eventuell deckt es die Versicherung, aber... Wer würde eine Krähe ausweiden? Und dann nicht mal essen? Die sind köstlich. Glaube ich. Habe ich gehört. Das sind eine Menge. Glaubt ihr, jemand hat die Blendgranate geworfen? Die wurden hier sogar ein bisschen aufgehängt. Das ist eher... Das ist immer... Das ist immer kein gutes Zeichen. Wenn man durch das Wald... Oh Gott! Sehr gut! Ich gehe mal unten durch. Ja, das Waldstück mit den Toten und halbtoten Krähen... Äh... Das ist ein gutes Zeichen. Glaub mir da einfach, okay? Hey! Hey, hey, hey! Junger Mann! Ich muss dich fragen, ob du irgendwo Chris Redfield gesehen hast. Nein, irgendjemand ist vorbeigelaufen. Was ist das? Campinggrill. Der noch in 480p feststeckt, aus irgendwelchen Gründen. Und, äh... Schrott. Ja, doch. Ganz hübsch. Muss man... Muss man ein bisschen zusammenräumen, aber dann ist das ein hübsches Grundstück hier. Okay. Da haben wir ja unsere Verlassene. Ist keine Villa, aber wir haben verlassenes Haus gefunden. Das ist fast genauso gut. Oh, warum ist das Werkzeug so... Oh, pass... Okay, ist ja was? Nein. Ein letztes Mal, okay? Ein letztes Mal... Werde ich hier Grafikeinstellungen tätigen. Und zwar... Es ist ja jetzt, wo ich nicht in 4K bin, eigentlich ziemlich egal. Wir können auf Grafik priorisieren gehen. Okay? Wir machen nicht Raytracing an, denn das wird schief gehen. Aber sollte passen. Ich vermute, ich bekam gerade einen Checkpoint. Ich weiß nicht ganz, was ich von den... Ach, ich bin hier? Das war nicht ganz für ein Plan. Ich weiß nicht ganz, was ich von den Checkpoints so weit halten soll, ehrlich gesagt, für Resident Evil. Ich meine, damals war es so, dass man nur begrenzt aufs Speichern konnte. Und jetzt hat man... Weißt du, Checkpoints? Komm schon. Und jetzt werde ich den ganzen Weg nochmal gehen. Wobei ich fairerweise gestehen muss, dass es nicht viele Dinge gibt, die gruseliger sind als PC Gaming. Diesmal bleibe ich unten. Ich möchte mich mit dieser Krähe nicht... Äh! Ich wollte nicht, aber ich musste. Ich kann aber die Gelegenheit direkt nutzen, um nochmal einen Blick auf den Typen zu werfen. Das ist ein nackter Mann. Bei den Temperaturen. Das muss wohl ein Skandinavier sein oder sowas. Ich meine, wir sind schließlich in Europa. Und willkommen zu Hause! Sieht das Werkzeug besser aus? Es sieht besser aus. Dankeschön. Ah, das war es auf jeden Fall wert. Uh, eingemachtes. Das können wir mitnehmen. Was haben wir hier? Bürsten und einen Strick. Was ist da? Oh, das sind Kartoffeln, aber... Oh, ich kann mich mit der Space wieder verteidigen. Das sind Kartoffeln, aber denen vertraue ich nicht. Vertrocknete Pflanzen. Mäntel. Oh! Nicht die größte Überraschung. Äh, zieh mal den Stöpsel, um zu schauen, ob das Wasser noch abläuft. Ey, ich werde auch nicht reinfassen, glaubt mir. Wenn ihr denkt, eine verstopfte Toilette ist übel, dann sollt ihr mal ein verstopftes Waschbecken mit erleben. Das war ich nicht. Das wäre irgendjemand anders. Äh... Ja, hübsch. Ähm... Wie gesagt, das war... Das war jemand anders. Ich höre Schritte von irgendwo, aber... Ich tue einfach so, als würde ich sie nicht hören. Ja, das ist ein Fuchs. Komm mal her. Auch wenn er ausgestopft ist. Ist trotzdem nett, der Fuchs. Kann trotzdem herkommen. Haben nichts dagegen. Hm. Ich glaube, das war mal... War das eine Banane? Ja, das ist eine Banane. Das war mal eine. Inzwischen wahrscheinlich nicht mehr so sehr. Aber warum ist hier alles voll mit Konserven? Was ist da drin? Ist wahrscheinlich Gurken da in der Mitte, oder? Beziehungsweise das zweite von links. Das ist wohl, äh... Unser Herr. Cool. Ah, was haben wir sonst noch? Hm. Nein, da kann ich nicht ran, auch wenn ich versuche, mich zu ducken. Aus irgendwelchen Gründen. Mehr Müllsäcke. Warte, 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 war das ich? Ist der Stuhl umgefallen? Oh. Es ist Luis Serra. Wie gesagt, eine Ratte. Ah, Gott. Das ist ein Residivel, John. Das kam von oben. Ich dachte mir noch, das war doch... Warte, warum ist die Decke nicht beschädigt? Dieses Haus funktioniert nach Regeln, die ich nicht verstehe. Ich schätze, ich gehe... ...nach oben. Oh, die Eule ist umgefallen. Alles gut, war nur die Eule. Hey. Ich meine, du hast es geschafft, den Teller nicht kaputt zu machen. Ich würde sagen, das lief soweit ganz gut. Und, äh, Moment. Okay, ich habe mich dazu entschlossen, die Aufnahme auf 1080p umzustellen. Ich nehme die neuen PC-Spiele auf, okay? Das ist quasi eine komplett neue Welt für mich. Wehe Hindernisse überwinden. Ich kann jedes Hindernis überwinden, das ich mir in den Weg stelle. Oh, das ist hell geworden inzwischen. Oh, das sieht... Das sieht hübsch aus hier. Das gefällt mir. Vielleicht, vielleicht würde ich drüber nachdenken, hier Urlaub zu machen, aber wahrscheinlich nicht. Ich weiß ja, wo, äh, verlassen. Äh, in Osteuropa oder so. Das ist nicht, äh, Urlaubsziel Nummer 1. Oh, das ist die Painted World. Das ist ein schickes Szenario, will ich einfach mal anmerken. Gut, dann, äh, schauen wir uns das Ganze mal an. Das ist mit der Painted World war eine Dark Souls-Referenz, falls ihr euch wundert. Ich dachte, es wäre lustiger, wenn ich sie kurz erklären würde. Hosen. Alte Hosen aus Kartoffelsäcken. Biotonnen. Bier. Schon wieder ein totes Pferd. Was ist das mit diesem Spiel und toten Pferden? Ja, man hat gequietscht. Eier. Ignorieren wir die Eier einfach mal. Knoblauch. Ah, vielleicht sollten wir den mitnehmen. Oh, sind wir, äh, sind wir in Rumänien zufälligerweise? Maybe, maybe they're out. Es sind Vampire hier. Dieses Schloss ließe sich leicht knacken. Wenn wir nur etwas hätten, um das Schloss zu knacken. Ob das wohl das gleiche Gericht ist, was auch, äh, Mia machen wollte? Apropos. Er hat für dich eine Sekunde sich Sorgen um Mia gemacht. Hä, da bin ich. Das ist mein Schatten zumindest. Uh. Ich will, ich will, ich will, ich will, ich will gar nicht erst, ich will gar nicht erst weiter nachfragen, was da passiert ist. Deswegen, äh, tue ich es nicht und werde stattdessen einfach weitergehen. Hallo? Waren da mal Tiere drin? Eine Katze oder so? Nein. Ich vermute, eine tote Katze zu zeigen ist auch eine Sache, die, äh, es würden die Spieler nicht mögen. Sie wollen zwar gegruselt werden, aber sie wollen nicht traurig gemacht werden. Deswegen töten wir Pferde. Ich bin interessiert, Pferde. F untersuchen. Irgendwas fehlt. Würdest du sagen, eine Kurbel? Hm. Oh, ich kann, ich wollte gerade sagen, ich würde so gerne in das Klo gehen. Das ist eine absolute Sauerei. Eine absolute Sauerei. Was haben wir hier noch alles? Äh, nichts. Was ebenfalls wieder, äh, ziemlich cool ist. Krähen. Oh, jetzt, wo ich drüber nachdenke, ich habe mich vorhin schon gehört, warum bin ich draußen unterwegs, aber ich habe gehört, dass das Spiel, äh, eher Ähnlichkeit mit Resident Evil 4 haben soll und da gibt es wahrscheinlich Sinn, dass man ein bisschen in einem Dorf, das heißt sogar Village, natürlich ist man im Dorf unterwegs und nicht nur in einem Haus. Das ist doch so geil, der Name des Spiels. Lass mich hier rein! Ja, da können wir nicht rein. Ich habe das Gefühl, das Spiel, oh, ich kann sprinten zwischen. Ich habe das Gefühl, das Spiel braucht nur ein bisschen sehr lange, bis es mal, äh, losgeht. Ich meine, ich weiß, die Atmosphäre zu schätzen und alles, aber komm schon. Ist ein bisschen, ist ein bisschen zu viel des Guten, aber es sieht sehr authentisch nachher in einem heruntergekommenen Dorf aus. Muss man ich fairerweise sagen, mit diesen ganzen Holzscheunen und Zäunen, die nicht mehr ganz so gut halten. Das Klo ist ebenfalls verschlossen. Was haben wir hier alles? Wir haben... Oh, das ist ein Fötus. Würde ich einfach mal behaupten. Sehe das? Beziehungsweise ein Baby, eher ein Fötus. Ich wundere mich, was es damit noch auf sich haben wird. Ja, wahrscheinlich irgendwas. Öffnen. Schließen. Da ist nicht allzu viel drin. Vielleicht hätte ich es nicht schließen sollen, das war sehr laut. Ein gutes Radio. Traditionelle Teller. Oh. Was hat das hier verloren? Keine Ahnung. Irgendwann haben wir auch mal Leute gelebt. Vielleicht... Vielleicht sind sie auch Fans von... Affen. Keine Ahnung. Wir haben ein bisschen Heu. Oh, der Traktor. Oh. Der ist ein gutes Gefährt. Ich hoffe, irgendwann wird uns später noch einer von den Bösen... Oh. Ziegenköpfe. Von dem Bösen in einem Traktor entgegenfahren. Dann muss man ihn runterschießen davon oder so. Das wäre nicht ziemlich cool. Die Zunge streckt sogar raus. Leck die Zunge ab. Das bringt Glück. Hab ich gehört. Vor allem der. Friedhofwerkstatt. Zeremonienplatz. Ich denke, ich folge einfach mal dem Licht soweit. Ah ja. Der Teppich. Der ist nicht in der Lage, den Fenster zu ersetzen. Da kann ich auch nicht rein. Das ist ja, muss ich sagen, das ist alles ein bisschen unübersichtlich. Aber ich denke, das ist auch die Absicht dahinter. Uh. Klo. Was haben wir denn da? Oh. Nichts. Ich dachte, da wäre irgendwas Schönes drin. Aber es war einfach nichts. Verschlossen. Wahrscheinlich brauche ich da den Schlüssel, der dieses Logo hat. Und dann können wir den Hahn den ganzen Tag begehren. Ich schätze, wir wollen hier rein, weil das Licht hier brennt. Hm. Sieht zerbrechlich aus. Ja. Ähnlich wie mein Selbstbewusstsein. Messer. Messer. Ja, doch. Es ist okay. Damit können wir zum Beispiel eine zerbrechliche Kiste. Zerstören. Oh yeah. Ich habe mir vorhin noch gedacht, gab es in dem Spiel eigentlich grünes Kraut? Aber nein, stattdessen gab es ja dieses Arzneimittelzeug. Das aufs Gleiche hinausläuft. Da ist grünes Kraut. Oh. Oh Gott. Schieß nicht einfach auf mich. Sch autos. Schuss. 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 Oh no. Schuss. Ich hab die mal schätze ich. Ich glaube, er hat gerade gefressen. Oh. Er hat dich jetzt gefressen. Verdächtig. Er war mal ein lebendiger Mensch. Was ist das nur passiert? Warum haben sie es mit was ist das für ein abgefucktes Dorf übersetzt? Hey, was ist das? Und es passiert schon wieder. Zum Glück hast du doch eine andere Hand. Das ist bloß gelöser Zombie. Deswegen spiel ich mit Maus und Tastatur, falls ihr euch wundert. Damit ich trotzdem mein Leben schieße. Gott. Nein, 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 nein. Gott, ich hasse es, wie schwach sich Pistolen in diesem Spiel anfühlen. Nachladen, nachladen, nein. Ich muss nachladen, hör auf. Hör auf. Hör auf. Das ist Spielstoff. Okay, wir haben ihn. Und wir haben keine Reserve-Magazine mehr. Das war stressig. Was haben wir denn hier? Der Bolzenschneider. Damit können wir das Plumpsklo aufschneiden. War hier nicht der Typ, der durch die Decke... Oh ja, hier wurde durch die Decke gefressen. Ich schätze, da drin gibt es nichts mehr weiter zu sehen. Gut, dann... Ja, das war nicht gut. Der Gegner hat mir ein bisschen zu viel ausgehalten. Und er hat sich ein bisschen zu viel bewegt für mich. Eine Flasche Chemikalien. Objekte herstellen. Jetzt haben wir Schießpulver und rostige Reste. Ergibt Munition und Kraut. Und Chemikalie ergibt Erste-Hilfe-Arznei. Okay. Oh, da ist ja das grüne Kraut. Königskraut? Damit füttern wir hier nur die Schweine. Nein. Wir brauchen es, um die Wunden zu versorgen. Ich habe letztens der Hobbit 2 gesehen. So ein bisschen wisst ihr wissen. Wie auch immer. Äh... Wo will ich am besten hingehen? Oh. Ich kann auch direkt... Ich ändere mich meine Waffen wechseln. Half-Life 2 Style. Okay. Können wir hier eventuell den Bolzenschneider einsetzen? Oder das Familienfoto? So. Ist das ein Shortcut? Ich glaube, ich kann auch sonst nicht weiter zurück, oder? Kann ich zurück? Ich würde nämlich gern... Na, da wiederum... Doch, ich kann das Klo bestimmt aufschneiden. Ich muss das Klo noch aufschneiden können. Ich glaube, ich kann den nicht zurück. Wahrscheinlich ist der Weg, den ich gegangen bin, der, der versperrt wurde. Ich schaue trotzdem noch mal nach. Denn ich vertraue der ganzen Sache noch nicht. Vorsicht, ich habe ein Messer. Und das ist scharf wie... ein Messer. Ich denke nicht, dass es ordentlich scharf ist, aber... Wahrscheinlich besser als eine Faust im Kampf, wenn man jemanden aufschneiden will. Scharfe Schläge sind dann nicht immer die Antwort. Ja, ich weiß, wo ich nicht entlang gehen werde. Ich werde da sowas von entlang gehen müssen, aber... Ich werde noch versuchen, mich zu drücken. Ich wünsche, ich könnte kurz speichern irgendwo. Von der anderen Seite verschlossen. Ja, das ist so ein günstiger Zufall. Würde ich einfach mal sagen. Ähm... Hallo! Scheune... Oh, Radio. Habt ihr die Hits aus den 70ern, 80ern, 90ern, 2000ern und von heute? Ich hoffe, die Antwort ist ja. Ist da hier draußen jemand gerade... Nein, ich glaube, das war mein Schatten einfach nur. Äh. Jeder hat manchmal, äh... Eingänge können blockiert werden. Ja, dann... Dann mach doch. Äh... Okay, wenn ich irgendwas sehe, das was Scabers an der Seite hat, dann kann ich damit was blockieren. Im Idealfall. So, wer hat hier runtergeblutet? Eine Flasche Chemikalien. Ich weiß nicht welche, aber... sind wirksam. Ja, der kommt jetzt von oben runtergesprungen, oder? Ich würde einfach sagen, das ist, äh... Ich würde gerade sagen, das ist für mich guter Zeitpunkt zu gehen, aber mir ist aufgefallen, ich kann nicht gehen. Ich habe auch echt nicht viel Munition. Geh mal weg. Ich habe damals den Zombie-Modus in Black Ops 1 gespielt. Geh weg. Ich weiß mich zu verteidigen. Okay. Okay. Oh Gott! Oh Gott! Ich weiß mich zu verteidigen. Geh weg! Ich ziehe es doch schon zurück. Ich traue mich nicht genauer zu zielen. Nein, 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 nein... Rostige Reste. Yes. Gebe ich mir gewünscht. Lad nach. Ich hoffe, es ist vorbei. Oh ja, sie haben das Interesse verloren. Das Radio ist wieder an. Ich hätte gerne ein paar Hits aus den 80ern. Kommt zu meinem... ...zu Luisas Haus, nahe der Pflege. Überlebende? Luisas Haus. Ich stelle mir gerade vor, wenn ich das nicht verschlossen hätte mit dem Schrank, dann wäre das äußerst ungünstig ausgegangen. Oben beim Acker. Ech. Blut. Ich muss aber sagen, ich mag es überhaupt nicht, wie sich das, äh... ...Gunplay in diesem Spiel anfühlt. Ich habe immer das Gefühl, dass man mit der Waffe einfach gar keinen Schaden ausrichtet. Sehr unbefriedigend. Das war auch schon in Teil 7 so. Ein bisschen, äh... ...nervig, dass es hier immer noch so ist, ehrlich gesagt. Ich vermute, er ruft, äh... ...Hilfe. Den Angriff überleben. Oh, 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 oh. Au! Oh Gott, nicht darunter, nicht darunter. Warte, wo gehe ich überhaupt am besten hin jetzt? Äh... Oh, oh, oh. Ich gehe da mal rein. Schließ die Tür! Geh hoch! Oh, grüß, ist Kraut. Flintenmunition! Es ist ja möglicherweise ein oder mehrere Feuersteine in der Gegend. Yes. Das war mein Plan. Lass mich nach oben gehen. Das ist eine lange Leiter. Schieß mit Brandpfeil auf mich. Ich will aber auch nicht runter, ehrlich gesagt. Das mache ich jetzt am besten. Kann ich mal sehen... Oh Gott, geh weg, geh weg! Ich muss nachladen. Nein, 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 nein. Ich habe keine Munition mehr übrig. Oh shit. Nein. Ich wünschte, ich wäre gerade nicht runtergefallen. Äh. Space Block, aber lass mich erstmal nach oben gehen. Ähm. Das ganze Dorf fängt an zu brennen. Greif an. Nein, nein, nicht so. Nein, nein. Greif so an, dass es mir nicht wehtut. Oh Gott. Oh, das ist doch einer. Das läuft nicht gut. Das läuft nicht gut. Okay, pass auf. Ich habe keine Heilung mehr. Äh. Okay. Kann ich irgendwas Schönes zaubern? Ich kann eine Heilung zaubern. Okay. Los geht's. Nein. Nein, 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 nein. Ich habe absolut keine Ahnung, wo ich hin könnte. Ich glaube, ich muss wegrennen. Oh, was ist... Nein. 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 Oh Gott. Check. Mission. Kraut. Oh Gott. Lauf. Lade nach. Sehen wir noch mehr Sprengfässer? Irgendwo. Ich hätte nämlich nichts dagegen noch, welche zu finden. Oh mein Gott. Wer hat ihn, wer hat ihn, wer hat ihn. Keine Munition, keine Munition. Shit, 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 shit. Nein. Da hinten bist du nicht im Wacken. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Hör auf. Ich habe auch keine Heilung mehr. Ich habe keine Heilung mehr, oder? Sieht schlecht aus. Okay. Ich denke, das war's. Ich dachte, kurz nach hinten weg. Au. Au. Nein. Äh, es hätte besser laufen können. Warum? Das wäre doch der Mist. Oh Gott, ich bin so dermaßen. Den Riesen habe ich vorhin schon gesehen. Ist das Triss Redfeard? Wo geht gerade jeder? Äh, wo sind die alle hin? Bingo. Nein. Okay. Ja, dann nicht. Ist okay. Wir müssen auch nicht. Au. Ja, die Hand. Äh. Ich habe das Gefühl, wir standen schon mal besser da. Ist halt schnell durchgeblutet. Hä? 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 Ist sie unser Händler? Oder ist sie der Weideler? Denn ich habe Gerüchte gehört, was der Weideler mit seiner Ziege treibt. Dementsprechend hoffe ich, dass wir es nicht mit dem Weideler zu tun haben. Und was er mit seinem Vater getan hat. Oh, hi, Keller. In life and in death, we give glory. Uh, hello? You shouldn't be out here. It's not safe. What the hell? Hey, can you hear me? It's you. The child's father. Child? Hey, wait. Do you mean Rose? Is she here? Haha, Rose. Rose, yes. She is in great danger. Since Mother Miranda brought her to the village, we have fallen into darkness. What are you talking about? The monsters? Uh-oh. Hustle Bell heralds danger. They're coming. No. Wait. Where's Rose? Who's Mother Miranda? The bell tolls for us all. They're coming again. Hahaha. Ah. Rose is here? Ah. Ich, ich, ich vertraue dieser alten Frau nicht, muss ich ehrlich gestehen. Kann man im Spiel speichern oder speichern das automatisch? Wenn es automatisch speichert, dann speichern das automatisch. Ich habe nicht das Gefühl, es wäre Zeit für einen Kontrollpunkt. Tut mir leid, Kissen. Wo ist mir im Weg? Chemikalie? In der Flasche. Äh. Nein, ich sehe keinen. Okay. Ich vermute, es ist immer, wenn Missionsziel erscheint. Und deswegen. Ich muss kurz was schauen, okay? Okay. Wir sind zurück. Hoffe ich. Äh. Chemikalien mitnehmen. Wir tun einfach mal so, als hätte ich jetzt nicht für die letzte halbe Stunde irgendwie versucht, äh. herausfinden, warum das Spiel, warum ich es nicht richtig aufnehmen kann. Und, ähm. Wir machen einfach weiter. Das Schloss lässt, ließe sich leicht knacken. Ja, aber wie ließe es sich leicht knacken? Ah, ich schätze, wir gehen wieder von hier. Ich meine, wir haben eine kleine Flasche mit Chemikalien bekommen. Das ist schon mal besser als nichts. Was haben wir hier sonst noch? Also, wir haben eine Statue. Oh, ich bin fast todsich gerade. Das ist, ähm. Das ist die Walkürenstatue. Okay. Und wir haben eine Karte. Oh. Schießpulver. Daraus können... Moment. Aus Schießpulver und... Moment. Moment. Aus Schießpulver und, äh. Rostigen Resten. Oh, ich brauche zweimal Schießpulver dafür. Oh, ich habe nur einen Schießpulver gefunden. Ich kann doch keine Munition machen. Ich habe mich wohl, äh, zu früh gefreut. Hier bräuchte ich ebenfalls irgendetwas, das noch fehlt. Ich glaube, wir haben gerade nichts. Äh, ich vermute, es wird sowas wie eine Kurbel sein, aber... Fragt euch nicht. Ich vermute einfach mal nur. Ich kann es aber auch nicht genau, äh, sagen. Also. Zeremonienplatz. Schloss, äh. Dimitrescu. Oh, da ist dann wohl die, äh... Die eine, äh, Lady, von der man so viel gehört hat. Wir opfern diese Wächterziegen zum Schutz des Dorfes und seiner Bewohner. Wer sie zerstört, den möge der... Äh, den möge der Zorn Mutter Mirandas ja ein. Wir sehen uns in der Hölle, Mutter Miranda. Wir sehen uns in der Hölle. Ich wollte gerne die Krähe erwischen, aber... Das Gefühl, sie ist nicht ganz, äh, sie ist nicht ganz, äh, sie ist nicht ganz in der Stimmung dazu. Tragischerweise. Hier müssen wir zwei Masken, äh, zwei Teile einsetzen. Wir haben aktuell nur ein Familienfoto von Mia und Rose. Sieht aus, als könnte man hier etwas einsetzen. Ich stimme dir soweit zu. Ich hatte auch das Gefühl, dass es so aussieht, als ob man was einsetzen könnte. Und wir können ein bisschen Heilung machen. Die Frage ist, will ich Heilung machen? Meine Leben sind noch nicht auf Rot. Das heißt, an sich, ja... Müssen wir uns nicht heilen. Wir können auch ein bisschen Zeit totschlagen, bis ich zur Heilung übergehe. Beziehungsweise, ich sollte noch ein, äh... Hit, äh, mitnehmen können, bevor ich mich heilen muss. Was haben wir hier sonst noch alles Schönes, äh, herumliegen? Au, eine Ziege. Oh, da ist ein... Da ist ein Spinello, ein Seidenkristall. Das sehe ich doch von hier aus. Da würde ich gerne ran. Ähm, kann ich hier rein? Ich will nämlich noch nicht in... Nein, das habe ich schon versucht. Wir können hier nicht rein. Ich könnte hier versuchen, nach oben zu gehen, aber ich schätze, ich sollte den Keller. Ja, damit die Tür wird eh verschlossen sein. Von der anderen Seite verschlossen, richtig. Gut, dann, ähm... Schauen wir in den Keller. Und sehen, was der Keller für uns zu bieten haben wird. Ich hoffe, irgendwas Gutes. Oder er ist verschlossen. Das erleichtert mein Leben dann, äh... Auch sehr schnell. Ähm... Wie bewege ich das? Ich muss die mittlere Maustaste gedrückt lassen. Das ist seltsam. Äh... Einen Weg ins Schloss finden. Okay. Zum Schloss ging es hier nach oben. Das ist ja was. Vielleicht, äh... Vielleicht wird es gar nicht mal so schwer, einen Weg ins Schloss zu finden. Lass mich mal zum Messer wechseln, sodass wir keine Munition haben. Und ich wünschte, ich hätte irgendwo Munition gefunden. Dann würde ich mich wesentlich sicherer fühlen. Aber ich wusste ja nicht, dass ich, äh... Den Angriff nicht überleben kann. Ich dachte, ich kann ihn überleben. Und ich habe meine ganze Munition verschwendet. Ich meine, das macht wahrscheinlich jeder mehr als Playthrough, aber... Komm schon. Ich vermute zumindest, man musste einfach nur sterben. Vielleicht muss man auch eine gewisse Menge von Gegnern killen, aber... Keine Ahnung. Es gibt Schreibmaschinen zum... Da ist die Flinte! Okay. Das ist eine vernünftige Waffe. Okay. Und da ist auch schon das erste... Das Jungfernfragment. Sollte Unglück über die Kirche hereinbrechen, findet ihr zwei Relieffragmente. Eins ist in der Kirche, eins ist bei... Lucias Haus. Okay. Will ich das mitnehmen? Nein. Und mir fällt gerade auf bei dem anderen... Oh. Da ist das Bild. Mir fällt gerade auf in dem anderen Haus, ähm... Da war noch ein Zettel, den ich nicht gelesen habe. Deswegen... Lass ich mal eben... Moment, da war ich noch nicht. Oh Gott. Oh Gott, da ist der Acker. Oh, ich bin noch nicht bereit zu ackern. Zettel. War der da drin? Hey, da war doch ein Zettel, oder nicht? Warte. Wo ist der Zettel hin? Da lag doch einer hier, oder so. Der Schammer gibt es keinen Zettel für uns, wie mir scheint. Warte, wo war der Acker? Wo war der Acker? Denn ich habe das Gefühl, zu dem sollte ich hingehen. Der ist der Acker. Wenn die Vogelstich mit zu nahe kommt, dann... Boom. Versteht ihr? Boom. Ich versuche ein bisschen, äh... Mich im Waffenwechseln einzuspielen. Mit dem ich für den... All der Fälle bereit bin. Mein Freund. Wo ist Schießpulver? Hä? Hab ich das Schießpulver mitgenommen? Oder oben? Oh, ich habe bestimmt so viel Zeug verloren. Eine Mine? Ach. Ich wusste nicht, dass das hier Resident Evil 5 ist. Okay, sie mögen also wirklich ihre, äh... Angriffe auf einen. Keine Sorge. Wir haben eine Mine aufgestellt. Uns kann also quasi gar nichts passieren. Ich wünsche, sie würden nicht die ganze Zeit piepen. Und ich dachte, sie würden mich jetzt angreifen. Ähm... Noch ein bisschen Schießpulver. Lass mich mal eben, äh... Pistelmunition machen. Das wäre jetzt, wo ich genau drüber nachdenke, hätte ich das Gefühl, ich bin sehr geschwächt. Wenn ich mal eben aufheilen. Es sah mir doch gerade ein bisschen mehr nach Rot aus, als nachher im Orangeton. Ach... Der ist das doch nicht... Der ist doch nicht nötig. Jetzt kommt doch mal her! Ich habe hier extra eine Mine gelegt! Was soll das denn? Oh, ich habe die Mine hier nicht gelegt, damit ihr nicht herkommt! Irgendjemand kommt jetzt zu mir her und läuft in die Mine! Sonst werde ich so stinkig sein! Ich bin... Ich bin jetzt schon so sauer! Was? Ich werde mich erst um die Kiste kümmern. Dann sehen wir weiter. Erstmal eine Überlegung, äh... Ich sollte erst mal zur Piste gehen. Denn die Shotgun sollten wir uns verstärken, die Gegner aufheben. Okay, los geht's! Darauf haben wir uns vorbereitet. Darauf haben wir gewartet! Nein! Ja! Komm schon! Die Gegner! Wollt ihr mich verarschen? Ah, ich habe so viel Munition verschwendet für nichts. Okay. Ich hasse es, wie ihr euch bewegt. Oh oh. Nein! Space-Gegner wegstoßen. Das war kein Gegner wegstoßen. Ich sollte aufhören, das mit dem Messer zu machen. Das Gefühl, da wird mir keinen gefallen. Aber... Oh Gott, eine Menge Munition... Uh, ein kristalliner Schädel! Wir haben eine Menge Munition gespart, will ich einfach nur sagen. Und ich habe jetzt schon wieder keine Munition mehr. Und das waren, äh... Maximal zwei Gegner, die ich bekämpft habe. Ich glaube, ich mag aber das Konzept, dass jeder Gegner, den man besiegt, äh... was droppt. Ich denke, das ist ganz cool. Äh... Ja, wir gehen mal außen rum. Beziehungsweise durch das Feld. Ich mag es nicht, wie stressig bereits Encounter mit nur wenigen Gegnern sind in diesem Spiel. Ich meine, ich habe jetzt schon wieder keine Ressourcen mehr. Ich meine, es ist Resident Evil Tile. Okay. Das akzeptiere ich. Es gehört dazu, keine Ressourcen zu haben, aber kommt schon. Gib mir wenigstens zwei Schüsse Munition mehr. So, wer soll nicht mehr ganz rum hinausführen, weil ich habe noch, äh... fünf Schuss mit der Shotgun und damit kann ich durchaus... Wenn mich nicht alles täuscht, sollte ich damit ungefähr fünf Gegner gekillt bekommen. Was meine Finger gesehen? Bleib zurück. Okay, dann würde ich sagen. Ja, hier raus. Yeah. Diese Kiste war mit mir schon ein Dorn im Auge. Dann würde ich sagen, wir haben ein bisschen was zu tun. Wir müssen diesen armen Dorfbewohnern hier helfen. Nur auf der Durchreise habt ihr das Tor noch nicht offen. Wer macht hier noch Geräusche? Oh. Oh, da sind mehrere da unten. Oh. Oh. Ach. Ach. Ich kann hier... Ich muss durch die... Hm. Ich kann mich, ob ich mich hier durchschleichen kann. Ich weiß nicht noch... Oh. Das hat ziemlich gut geklappt. Und hier kann man scheinbar auch entlang. Oh, jetzt geht hier runter. Vorsicht, ich habe Ersatzteile. Die sind rustig. So dermaßen rustig, ihr würdet mir nicht glauben. So, das ist jetzt erst mal ein Problem soweit. Oh, oh. Keine Sorge, ich habe noch einen Schuss übrig. Okay. Jetzt habe ich ein Problem. Ja, Gott. Nein, nein, nein. Ich will Zeug als mitnehmen. Okay. Ich wünsche das Messe, wenn ich so... Nein, nein, nein. Au, 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 au. Nein. Nein, nein, nein. Ich bin gleich tot. Auf. Ich drücke mal alle Tasten, aber ich weiß nicht, ob das irgendwas bringt. Okay, ich kann eine Heilung machen. Ich denke, ich werde da mal abhauen. Ähm. Das war nicht gut. Muss ich so weit gestehen. Ich denke, ich hätte direkt hier rüber gehen sollen. Es ist Call of Duty Zombies an dem Punkt. Warte, habe ich das alles übersehen? Ich denke, an dem Punkt habe ich es für die zu werben, dem Spiel. Ich habe mich so viel Zeug übersehen. Naja, da komme ich nicht ran. Komm her. Nein. Okay. Wer bin? Ja, ja, ja. Ich werde schon Munition herstellen. Alles gut. Und ich kann auch noch Heilung machen. Es ist wirklich alles gut. Oh, da ist eine Flasche mit Chemikalien. Gib mir das. Ja. Sehr was? Das lief okay. Ich habe das Gefühl, diese ganze sich verbunkern Sache. Das ist eine Sache, die ich öfter machen sollte. Statt dem Gegner entgegen zu rennen und zu hoffen, dass ich sie alle mit der Shotgun killen kann. Denn ich muss gestehen, das lief gut mit der Shotgun. Aber da ist Luft nach oben. Ich glaube, da ist noch Luft nach oben. Aber okay. Wir leben. Also erst mal das Wichtige an dem Punkt. Manchmal sollte man das Geschenk des Lebens nicht unterschätzen. Manchmal sollte man es unterschätzen scheinbar, nach der Logik. Und da wäre noch Munition gewesen. Uh. Das ist bitter. Wo will ich überhaupt am besten jetzt hingehen? Ja, warte. In dem einen Haus ist... Kirche. Dietrich. Oh, da brauche ich einen. Da brauche ich auch einen. Vorhängeschloss. Vorhängeschloss. Ich sollte zum Vorhängeschloss ganz gut herankommen können. Wir gehen einfach mal außenrum, würde ich sagen. War ich hier schon? Ja, das ist hier. Okay. Alles gut. Alles gut. Ich hoffe, ich werde meinen Weg zum Vorhängeschloss finden. Aber ich werde mich von nicht zu sehr drauf verlassen. Wenn ich geradeaus weitergehe, sollte ich irgendwann irgendwie rüberkommen. Und jetzt, pass mal auf. Jetzt habe ich schon die ganze Zeit einen Dorn im Auge. Ein Kristallfragment. Ich hoffe, ich kann meine Waffen upgrade dem Spiel. Naja, danke, Karte. Sehr hilfreich. Ich scherze, ich gehe einmal wieder nach oben. Und dann versuche ich von da aus, äh, außenrum zu gehen. Denn das war definitiv nicht der richtige Weg. Ganz bisschen schade, dass man kein Inventarmanagement hat im Spiel. Da wird man eigentlich nicht Inventarmanagement wie den, äh, klassischen Resident Evils, wo man ständig zu der Kiste rennen muss und nur sechs Sachen mitnehmen kann. Sondern wie Resident Evil 4. Das war, das war einfach nur, das war einfach nur spaßig. Das Inventar herumzuräumen und sowas. Warum würden Sie das wegmachen? Das ist so ein gutes Feature. Das ist keine Tür, oder? Nein. Äh, ja, da kann ich nicht durch. Kann ich durch ein Haus? Ich glaube auch nicht. Da ist noch so ein Brunnen. Dem Haus habe ich mich verteidigt. Die Kirche ist ebenfalls ein Brunnen. Oh, da ist noch ein Vorhergeschloss. Na gut, dann, äh, schau ich da mal hin. Ah, ich gehe hier rechts entlang und dann... Oh, da ist das Vorhergeschloss auf der anderen Seite. Äh, es bringt mir noch alles nichts. Ich kann eventuell, kann ich hier rüber gehen? Da bräuchte ich einen schmiedeeisernen Schlüssel. Das ist der dumme, äh, Truck da vorne. Der stört mich. Von der anderen Seite verschlossen. Natürlich ist es von der anderen Seite. Es ist immer von der anderen Seite verschlossen, oder? Es kostet gar nichts, wenn ich versuche, da durchzugehen. Okay. Ich vermute, ich muss noch mal hochgehen. Ich hoffe einfach mal, ich habe gegen die Gegner nicht umsonst gekämpft. Fangen wir mal damit an. Jungfond Fragment. Jungfond Fragment. Das ist, drehen wir noch ein Stück. Äh. Okay. Nein, Moment, das... Yeah, jetzt sieht es richtig aus. Ich wollte gerade sagen... Hey, hey! Was war das denn? Abschließen. Ich schieße doch nicht einfach... Die Pistole war noch nicht mal zu sehen. Was... Das war ein Schuss, den ich nie wieder bekomme. Okay, da bräuchte ich einen Schlüssel, um durchzukommen. Gut. Die eine Schatzkarte hat gesagt, dass das andere Teil irgendwo liegt. Ich habe vergessen, wo. Weil ich Schatz... Hier war sie. Äh... Linke Maustaste drehen. Eins der Kirche, eins bei Lucias Haus. Lucias Haus, okay. Wissen wir, wo das ist? Wahrscheinlich nicht so sehr, nehme ich an. Ich meine, ich weiß nur, wo die Kirche war. Beim Friedhof. Ich bin nicht begeistert von dieser Karte. Ich habe das Gefühl, sie gibt mir nicht so viele Informationen, wie ich gerne hätte und bräuchte. Nein, okay. Äh... Ich gehe nochmal hier entlang. Ich hoffe, dass ich hier irgendwas finde. Ich meine, vielleicht ist ganz oben noch das Teil, das ich vergessen habe. Dass wir der Klemmer umgeknackt kamen, als ich runtergegangen bin. Wo habe ich denn der Hütte drin? Oh ja. Äh... Alles gut. Ja, hier unten gab es ja noch nicht zwei. Was ist das denn? Wo ist das andere Fragment? Geh mal da raus. Oh, kann ich hier rüber? Oh, wir haben es gefunden. Da hat jemand eine Chemikalie auf dem Klo zu sich genommen. Verständlich. Mach ich ja auch öfter. Manchmal muss man sich einen guten Snack auf dem Klo genehmigen. Das kann ich leider nicht aufschließen. Aber da wäre das letzte Teil drin. Das heißt, uns fehlt nur noch der Schlüssel. Erstmal die beiden reinlassen. Ach ja. Dann komm mal rein. Hier ist niemand. Alles gut. Die Steer respawnen nicht so schnell. Was soll das denn überhaupt? Ich habe versucht, euch zu helfen. Vielleicht habe ich einen Finger verloren währenddessen. Wo soll ich wissen, ob ihr sicher seid? Es macht keinen Sinn. Mutter Miranda hat uns immer beschädigt. Kein Problem. Ich werde echt schockiert, wenn er zu einem Zombie wird. Ja, ja, das lässt mich mal... Das lässt mich mal machen. Hallo? Hallo? Anybody home? Maybe a familiar voice. Luisa! Open up, it's me, Elena! Stop shouting. You'll draw the monsters. Who's this? A friend. Stay back. Father, for God's sake, Julian, lass uns rein. Nein, nein, sie riechen das Blut. Sie werden uns alle gefährden. Mein Vater wird hier sterben. Das ist nicht mein Problem. Was ist passiert? Diese Menschen wollen einen sterben Mann in unser Haus. Komm jetzt, diese Menschen sind unsere Freunde. Geh auf, geh in den Weg. Komm jetzt. Ich möchte zustimmen, dass das ein Fehler ist. Das ist gut, Sipschia. Warte hier. Ich werde auf die anderen checken. Ihr habt so viele Teppiche wie ich bei mir auch zu Hause. Und Sessel. Oh, ne Schreibmaschine. Die haben einfach alles, was man sich nur wünschen kann. Und ein Kissen. Oh, Notizen. Luisa! Sie haben schon wieder Vieh gerissen. Wenn das so weitergeht, überleben wir diesen Winter nicht. Äh, Ernest haben wir auch noch nicht gefunden. Er ist wie vom Erdboden verschluckt. Hat Mutter Miranda sich von uns abgewandt? Ich mein... Ich bin kein Experte in dem Gebiet, aber ich würde sagen... Yeah. Yeah, das hat sie. Oh ja, schön. Ich hab auch so ein Fotoalbum. Da geht's um die Geburt von meinem, äh, Kind. Dem auserwählten bösen Dämon oder sowas. Vermutlich, äh, wichtiger Bestandteil eures Kults. Ihr habt vielleicht davon gehört. Und ihr habt, äh, ja, eure, äh, eure, eure, eure Landschaft. Das ist, ähm, vielleicht kann ich da auf irgendeine Location von irgendeinem Secret sehen, aber dafür bin ich nicht schlau genug. Ist das eine Bettpfanne? Ich mein, das sind alte Leute. Oh, die haben so viele Teppiche. Wo nehmt ihr all die Teppiche her? Da hängt sogar einer vor der Tür. Komm inside, die anderen sind wunderviert. Wo die fuck ist das? Outsiders, ihr gonna get us all killed. Right, Anton. Er hat Leonardo und Elena. Wir waren gut, bei uns selbst. Bitte, Ethan, take a seat. Ist das alles, was left ist? Von deinem Stadt? Alles, was left ist? Alles, was left ist? There ist niemand, was left ist. Ein wertvolles Invalid? Ein wundervoller, wundervoller B****? Und du? Du schraust einen blöden Mann und einen Outsider in hier, wie es nichts ist? Und du denkst, dass alles sicher sein wird? Es ist kein sicher sein. Every sorry Bastard out there hat sich in die Hälfte. Aber morgen? Tomorrow, wir'll all be dead. Just like her damn husband. Put a sock in it, Roxetta! Das ist genug! This house has protected my family for generations. Und drunk or not, you are all welcome and safe in here. Whatever. Das ist nicht so, ja. Please tell me, what the hell is going on here? We don't know. One day we were a quiet, devout village, and the next, the monsters came and attacked us. And they, they kept coming. Wait, Luisa. Where is your husband? Did they? No. No, he is out there. Somewhere. He, he went to get help. Yes, yes, that's it. He went to fetch help. Let us pray. For him. For all of us. Good idea. Come. Oh, wir machen Bildkreis. Yes. Ich dachte, schönes würde nie passieren. Great ones, hear our voice. Together as one in reverence. We call on thee within the endless dark to deliver us into fate's hands. As the midnight moon rises on black wings, so we make our sacrifice and await the light at the end. In life and in death we give you glory, Mother Miranda. Now, the tea should be ready. Come help me, Elena, please. I get beat, oh, don't tea. I've heard it before. There was an old woman near the graveyard. You mean, the hag? Oh, bitch is crazy as a bag of rats. There is wisdom in her devotion, though. And I hope it protected her as it shall protect us. What the fuck are you doing? Leonardo, what's wrong? Are you okay? No! Father! Elena, no! Stay back! No, let me go! Let him go! Let him go! Elena? I said no! Oh my God! I'm so sorry, Father. Hey, hey, that wasn't your father anymore. You did the right thing. Elena, no! There's nothing you can do! Papa! This entire place is collapsing. No! You couldn't save him. He was already gone. Leave me alone. No. We're getting out of here. Together. Hat er seine Lektion noch nicht gelernt vom letzten Mal? I gotta get out of here. Ich mein... Das ist... Das ist... Das ist... Das wird nur wieder schrecklich ausgehen. Wir sind davon wirklich nicht vertrauen. Sie hat gerade ihren Vater erschossen und zugesehen, wie er verbrennt. Und sie hat sich nicht mehr von meinen Worten, die erlauteten... Nein! Elena! Er war nicht mehr er selbst! Habe ich gerade beschlossen. Sie hat sich nicht mehr davon beeindrucken lassen. Da habe ich ihre Schulter berührt. Und sie war immer noch nicht beeindruckt. Manchen Leuten kann man es halt auch nicht... einfach nicht recht machen. Also, ich vermute, äh... Wir haben es hier eventuell mit einem gewissen, äh... G-Virus zu tun. Ich hoffe nicht mit einem T-Virus. Und, ähm... Leute gewissen wurden oder was auch immer werden nach und nach dann zu Zombies. Würde ich einfach mal behaupten. Und in der Küche hier so viel Eingemachtes. Haben die auch irgendwas in den Schubladen? Das ist nicht ihre Stärke. Die kochen alle auch dasselbe Essen. Oh! Wir haben das Ersparte gefunden! Die Dorftrötte glauben nicht an Banken. Falls nötig, nimm den Schraubenzieher aus dem Schlüsselanhänger. Aus dem Schlüsselanhänger. Der Autoschlüssel. Äh... Moment. Wir machen das. Warum dieser Sound-Effekt? Ist einfach so dramatisch. Warum haben die hier? Aber was? Habt ihr eigentlich euren eigenen Schnaps gebrannt oder was? Oh, die wissen, wie man das Leben lebt. Das ist gar nicht eine gewisse Schärfe haben sie gedacht und da Heilkräuter. So weit das Auge reicht. Pistole... Flintenmunition? Oh mein Gott! Elina? Wenn wir das hier überleben, möchte ich hier wohnen. Ich denke, dass es das wahre... Au! Ah Gott! Ich schie... Hm! Ich wollte es wie in Half-Life machen. Da muss man auch erst die linke Maustaste drücken, wenn man wechselt. Das ist nicht der größte Schocker soweit. Ähm... Ich denke, ich muss das mit dem Schraubenzieher machen, deswegen... Ich... Ich gehe mal weiter. Keine Sorge, es ist der Rauch, der einen umbringt und nicht das Feuer. Läuft ja schlecht soweit. Ich will auch nicht mit der Flinte dagegen schießen. Das Gefühl, das wäre erstmal eine... ähm... Schlechte Idee. Also die... Die Weinflaschen in diesem Dorf, die sind auch noch aus gutem Glas. Nicht dem billigen Material von heutzutage. Die halten noch einen vernünftigen Messerhieb aus. Was kann ich mit dem Schraubenzieher machen? Äh... Hier vielleicht irgendwas? Ah. Ah, wir haben Autoschlüsse hier. Ich erinnere mich daran. Aber wie wäre es, wenn wir noch ein paar Abgase reinpumpen? Setz dich. Schneid dich aber an. Das ist mit einer wilde Fahrt. Was denkst du? Ich glaube es hätte einen Einflussweg geben können die Bretter loszuwerden. Aber ich denke es ist ein spaßigerer Weg. Linke Maustaste. Um Gas zu geben. Ja, das ist eine fürchterliche Idee. Das ist eine wirklich schlechte Idee. Was macht ihr hier? Das ist ebenfalls keine gute Idee. Das ist ein guter Idee. Versuch nicht, bei lebendigen Leibe zu verbrennen. Alina, nein! Das ist nicht sie, nicht mehr. Alina! Er hat gesagt, nama ich? Vater! Warte, es ist nicht sicher! Bleib da! Komm, gib mir Hand! Ethan, geh! No, save your daughter! Alina! Don't give up! Reach for me! Goddammit! Wie ist es tot? Wie ist everyone dying on me? Das ist... Das ist zu viel. Und das war jetzt die eine Person, bei der es ihn gestört hat. Aber ich fühle mich jetzt ziemlich hier traumatisch und sowas. Gehen wir nach draußen. Und, äh, Ethan versucht diesmal auf dem Weg nach draußen, nicht wieder jemanden umzubringen. Und, äh... Und, äh... Gehen wir da rein? Ich... Ich... Ich sollte nicht. Gehen wir auch... Oh doch, da ist ein Türknauf, aber... Es wird ziemlich heiß sein. Versuch den Rauch nicht einzuatmen. Und seht ihr? Ich habe ihr gesagt, sie soll versuchen, nicht bei lebendigem Leibe zu verbrennen. Wenn sie es einfach mal getan hätte... Dann wäre auch nichts passiert. Äh... Schraubenzieher. Und da ist das zweite, äh... Das ist der Monet-Fragment. Gut, dann, ähm... Jetzt... Für das Protokoll zum Zeitpunkt, als ich das hier aufnehme, ist der 28.12. Das heißt, äh... Ich kann jetzt gerade nicht einschätzen, ob draußen jemand geböllert hat. Oder ob das aus dem Spiel kam. Äh... Ich sage einfach, es war von draußen und werde voller Vorfreude darauf, dass mir nichts passieren wird. Wer ist da? Oh, stopp! Mutter Miranda! Das Toröffnung. Wer... Was war das? Die Glocke läutet. Heißt das, sie ziehen sich jetzt wieder zurück? Oder jetzt kommen sie wieder? Ich glaube, es war Mutter, äh... Mirinda. Oh, sie hat schon Miranda. Äh... Aber wer... Wo ist die Leiche von ihm? Der Kleine, nämlich so, als ob er, äh... Ein bisschen Flinten-Munition hätte. Dementsprechend, äh... würde ich gerne noch ein paar Worte mit ihm wechseln. Aber ich, ich, ich... Ich glaube, ich finde ihn nicht. Und das ist zu schade. Na gut. Äh, bringen wir das Teil zurück. Und vielleicht werden wir die alte Frau noch irgendwo... Oh, da... Da ist sie wieder. Kaufst du eigentlich Zeug an mich, oder...? Was ist das für ein Zeichen am Boden? Hm... Ich schätze, ich gehe einfach weiter... Und werde sie nicht weiter beachten. Aber sie ist zwar ein bisschen verrückt, aber sie ist eine gute Frau. Und das ist das Einzige, was zählt, okay? Oh, das ist ein böser Dämon. Also... Ein Seil. Hängt da irgendwas dran? Kann ich damit... Ich kann damit nicht interagieren. Ich weiß, es ist gelb. Das heißt, früher, später kann ich damit interagieren. Aber zu einem kleinen Zeitpunkt ist es eher schwierig. Das ist eine schicke, feuchte Höhle. Die Fackeln sind noch an. Das bedeutet, wir... Wir können auf jeden Fall sicher sein, dass hier irgendwelche Leute ein- und ausgegangen sind. Das ist immer sehr beruhigend. Hier haben sie richtige Lampen. Wahrscheinlich Gas. Scheint mir keine Gegend zu sein, wo sie Strom haben. Och, die guten Zwiebeln! Dafür brauchen wir sowas wie einen Hebel. Und auch nicht. Oh oh. Even better. Mother Miranda is gonna love you. Die seht zwar aus wie eine gefühlslose Maschine, aber in mir drin schlägt doch noch ein Herz. Ich wünsche, ich hätte mich hier im Raum noch ein bisschen umgeschaut. Vielleicht wäre da Munition gewesen oder so. Ich frebe mich nicht. Wir sehen uns da jetzt. Ahahaha! Der Mann ist nicht wirklich mit jemandem, und meine Köhle ist so, wie ein Untertäning für uns. Vielmehr, ich kann euch zeigen, dass ihr die Mordel gebetetet habt. Meine Kinder und ich haben die Lieblingsbewegung. Gehen wir aus dem Flay, Ugliest! Ich will sie sehen! Er ist awake! Böse, shut die fuck up! Was? Wo? Du meinst, dass du mit ihm in privaten würdest? Gib ihn zu mir. Und ich werde auf eine Show, die jeder kann. Oh, so gauche! Was sind wir für Böse und Circus? Die Mann-Thinge ist sicherlich. Ja, ja, als der Manns dick ist in der Kastel. Blah, blah, blah. Ich habe alle deine Argumenten gehört. Einige von euch waren weniger Persuasiven als andere. Aber ich habe meine Entscheidung gemacht. Heisenberg. Die Manns-Fate ist in deine Hand. Mutter, Miranda, ich muss protestieren. Heisenberg ist nur ein Kind, und seine Kastelung zu dir ist verantwortlich. Gib die Manns-Fate zu mir, und ich werde sicher sein, dass er bereit ist. Shut die Manns-Fate! Und nicht so ein Verlust! Wir finden unsere Kastelung irgendwoher. Wir finden unsere Kastelung irgendwoher. Quiet jetzt, Kind. Die Manns-Fate sprechen. Ich bin Kind? Du bist der Manns-Fate mit Miranda? Sie würde nicht den chatting. Du würde nichts wissen, happiness! Wenn es nicht zu verstehen wäre. Oh, keep drawing! One day, er hat mir tatsächlich gefeucht, 뜻sinn! Fight! 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 Silence! Meine Entscheidung ist final. Da wird kein Familium schon. Erinnern Sie von wann du bist. Remember von wannst du kam. Dank. Oh nein. Ha. Lycans, and gentlemen. We thank you for waiting. And now let the games begin. Get ready. Oh, das ist ja auch ein bisschen dick. 5, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, TIME! Äh, oh, 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 ey, ich laufe auf mein Leben und es gefällt mir überhaupt. Nein! Warte, es ist kaputt! Yes! Ah, ich bin nicht begeistert davon, muss ich ehrlich gestehen. Oh Gott, der Riese! Nein, nein, wir rutschen, wir leben. Ich sag's euch, wenn das ein VR wäre, dann hätte ich meinen Damen halt gerade entleert. Oh, die, die ist von Salazar die Falle. Für den klassischen Stacheln von der Decke. Äh, wie sterbe ich jetzt nicht? Das war jetzt nicht so schwer. Äh, wir gehen weiter. Oh, oh. Das ist kaputt! Mach doch! Oh mein Gott! Oh Gott, nein, 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 nein! Äh, wir werden machen das einfach nochmal neu, okay? Wo ist was eigentlich aus der Todesanimation geworden in Resident Evil 2? Da hat man bei jedem Geht an eine spezielle Todesanimation. Möchte ich nur mal so anmerken. Jetzt müssen wir nochmal so weit laufen. Okay. Ich mein, man muss fairerweise sein, dass es gerade eben besser gelaufen ist, wenn ich, äh... Nicht echt direkt runter? Nein. Ah, das gerade eben wäre besser gelaufen. Wir überspringen das mal eben. Äh, es wäre besser gelaufen, wenn ich, äh, nicht versucht hätte, die Kiste kaputt zu machen. Okay, sonst irgendwo hin? Nein. Äh, sowas können wir da vorne am besten machen. Oh, ich kann hier rein. Oh. Oh. Es war nicht so schwer. Too close. Wait, do those freaks have rows? Cool Neuigkeit, ich lebe. 300 Lai. Und... Pistolenmunition. Oh, sie haben ja die Pistole nicht abgenommen. Das ist, äh, ein, äh, netter Zufall zu meinen Gunsten. Puh. Sind sie jetzt einfach davon ausgegangen, dass ich erwischt wurde und lassen mich in Ruhe? Wahrscheinlich nicht. Oh Gott. Hier sind noch überall weitere Stacheln. Hier wurden eine Menge Leute bereit... Schau euch die Versager an. Haben nicht mal eine Mulde gefunden, wo sie sich verstecken können im ersten Versuch, ohne auch nur einmal zu sterben. Das ist erbärmlich. Vielleicht haben sie es gar nicht anders verdient. Wisst ihr was? Vielleicht ist Lady Miranda der ganzen Sache auf der Spur. Hey, wir sind wieder hier. Und... Hier wäre nichts gewesen, was ich hätte mitnehmen können. Dann, ähm... Machen wir da weiter, wo wir aufgehört haben. Hätte ich die ganze Zeit über eine Jacke an? Oder bin ich jetzt gerade erst neu dazugekommen? Oh, frische Luft. Und eine weitere Vogelscheuche. Und Schnee. Und vertrocknete Pflanzen. Ich weiß nicht, ich werde mich hier umschauen. Denn eventuell, rüchten zufolge, hat hier irgendjemand von der Dorfjugend heimlich grünes Kraut angepflanzt. Es sieht gerade nicht so aus. Aber ich habe immer noch die Hoffnung. Ich glaube nämlich, ich hätte echt gerne Heilung. Ich habe nur das Gefühl, ich bekomme keine. Folgen wir einfach der Straße. Oh, da sehe ich mich. Wie Sie wissen, mein Name? Jemand, der irgendjemand hat gehört, von der Likes von dir gehört. Ein Hervor, der sich für seine Daughter suchen. Doch ich muss sagen, dass das Kastel räusche suspicion. Ja, und so wie du. Oh, ich bin aber ein Humblemerchant. Hier? Oh, forgive meine Manners. Ich bin der Duke. Jetzt geht's. Alles? Dann, lass mal sehen. Ich dachte nur, wie man die Zeit überprüft. Ich habe ein paar neue Etats für dich, Mr. Winters. Ich würde gerne mehr Wumms für die Bumme haben. Ich könnte die Magazin... Ich könnte... Oh, ich kann gar nichts upgraden. Alles hat seinen Preis. Oh, ich kann Zeug verkaufen. Eins? Zwei? Will ich nicht verkaufen? Will ich nicht verkaufen? Ich denke, dass da oben zu verkaufen reicht, erst mal ehrlich gesagt. Was verkauft er? Oh, man kann Munition kaufen hier. Stecher. Spezialzubehör für deine Flint erhöht die Feuerrate beträchtlich. Spezialzubehör für deine Pistole erhöht die Magazinkapazität. Okay, das ist weitere Munition. Herstellen Minen. Herstellung Scharfschutzmunition. Ich würde gerne Flint Munition herstellen, glaube ich. Ähm, ist mir das Rezept das Geld wert? Ich glaube, ja. Ich glaube, das ist der richtige Spielzug an der Stelle. Ich kann die Nachladung schwingen oder die Feuerrate erhöhen, aber das ist beides wertlos. Ähm... Ich denke, ich kaufe noch eine Erste-Hilfe-Arznei. Ich meine, ich hätte gern ein bisschen Munition, aber wir finden bestimmt welche. Wir können Munition direkt herstellen. Schießpulver, rostige Reste und Chemikalie. Okay. Seht ihr? Und schon bin ich bereit. Ich habe ganze fünf... Oh! Warte, warum war meine Pistole gerade leer? Ich habe doch Munition. Ja. Weiß nicht ganz, wie ich dazu stehe, dass man Munition kaufen kann. Das ist ja sehr untypisch für Resident Evil. Ich denke, es ist okay. Oh, wir sind in dem Schloss. Ja! Flint Munition. Schießpulver. Ich habe ja auch eine Schreibmaschine, zufälligerweise. Drei Töchter. Bella, Cassandra und Daniela. So, so. Ein Buch. 5. Januar. Redneck. Lieferung. Ein Mann, drei Frauen. 28. Januar. Miranda. Treff mit Lady... Dimitrescu. 1. Februar. Der Duke. Geschäftsgespräch. Aufregend. Oh, was haben wir hier? 500 Leih. 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 Wie, 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 wie soll man das aussprechen? Wie nenn's Leih? Was haben wir denn sonst noch alles? Wir sind auf jeden Fall erstmal in der obligatorischen Villa. Das heißt, hier sollte wahrscheinlich dann ein paar Rätsel auf mich warten, unter Umständen. Ich weiß noch nicht, was sie sich von diesem Mangel an Schreibmaschinen halten sollen im Spiel. Ich habe das Gefühl, die Schreibmaschine wäre immer ein guter Zeitpunkt für mich, um jetzt zu sagen, ja jetzt kann ich eine Pause einlegen. Aber... Willkommen keine... So... Dankeschön. Willkommen keine. Hab ich Schritte gehört? Müssten wohl meine eigenen gewesen sein. Nein. Nein. Nein, das waren nicht meine eigenen. Ich meine, das waren zum Teil meine eigenen, aber zum Teil auch nicht. Wie das Kraut? Nah. Ich kam aus der Tür, das heißt, ich werde einfach mal versuchen, ins Licht zu gehen. Ich meine, ich kam von hier. Ich kam aus dem Licht. Ähm... Da war ja nicht noch eine... Da ist eine Tür. Ich wollte gerade sagen, da war doch noch was. Oh. Oh! Oh. Da ist eine Öffnung, die wohl was Rundes gehört. Äh, das ist ziemlich schick hier drin. Was haben wir sonst noch? Geh doch da hoch. Ey, er kann ja nicht hochgehen. Wir können aber immerhin speichern. Es ist eine Schreibmaschine. Huh, seht ihr? Das habe ich mir gewünscht. Dann würde ich sagen... Ich mache eine Pause. Es ist kein Comeback, wenn ich nie weg war. Also, äh... Schauen wir uns um. Und ich habe meine, ähm, Aufnahmeoption noch ein bisschen weiter umgestellt. Ich glaube... Ich glaube, jetzt kann die Aufnahme tatsächlich die, äh, 60 Frames knacken. Ist das nicht... Ich sollte nicht zu viel sagen. Ich glaube, es läuft immer noch. Ist ja was, wir reden gar nicht erst drüber. Das hat mir viele Probleme bereitet, okay? Das frustriert mich ein bisschen. Also... Gehen wir... Gehen wir nach oben. Und schauen, was dieses Schloss... Gehen wir nicht da rein! Warte... Da war der Speicherraum. Das heißt, ich kann da drüben entlang. Und schauen, was es hier noch alles zu sehen gibt. Ich meine, wir haben ein paar Schritte gehört. Die hören wir auch immer noch. Oh, kann ich da vielleicht einfach, äh, durch... Nein, das würde mein Leben erleichtern. F untersuchen. Finde die... Was? Finder der Vierengel... Nein, das war... Das war viel zu kurz. Tatsächlich ja. Nein, denn? Mein Blut, sorry. Mother, Bruder, ich bringe dich frisch. Du bist so nett zu mir, Bruder. Jetzt, schauen wir ihn an. Well, Ethan Winters. Du hast du mein Bruder's Idiot-Games verletzt, nicht wahr? Mal schauen, wie du bist. Ja, Bruder. Ah! Hmm. Starting to go a little stay. Dann los devour his man-flesh quickly, Mother. But I am the one who captured him. Now, now, daughters. First, I must inform Mother Miranda. But later, well... There will be enough for everyone. Bude mal. Hey. Hey, we- Ah! Ah! Oh! Oh, be careful what you wish for, Ethan Winters! Sind wir uns sicher, dass das ein Horrorspiel ist noch und nicht, dass das... Ja, ich habe es für mich bekommen, andere Vibes hinter der... Hinter den Weggründen für diese Szenerie. Ist ein bisschen unangenehm. Tschüss. Ich hänge noch ein bisschen rum. Ich bin sicher, den Spruch hat noch niemand gebracht. Hätte schlimmer laufen können. Wir hätten zum Beispiel Quick-Tab-Event machen können. Ich kann mich mit der Maus umsehen. Ich hatte ja keine Ahnung. Und jetzt, ähm... Zieh mal den Haken raus. Weißt du, wie man sagt? Joho, joho. Wenn der Haken kommt, wo sind wir dann, Ethan? Wo sind wir dann? Anderswo. Wie funktionieren deine Hände noch? Das war ernsthaft. Okay. Ich habe das Gefühl, das Wunder-Elixier ist nicht so gut zur Wundheilung, wie ich mir das zunächst dachte. Es scheint mehr zu desinfizieren. Aber es ist wie mildes Kindershampoo. Denn es scheint auch zu betäuben. Denn er hat nicht geschrien vor Schmerz. Können wir die Wunde ausbrennen? Das ist eigentlich ganz nett hier. Ein kleiner Pferdeschalter. Ein Weinglas. Uh. Ich glaube, erst mal ein Blutglas. Aber ist okay. Warum sind überall leere Schublade in diesem Spiel? Das ist so frustrierend. Also nicht direkt frustrierend, aber es ist so unbefriedigend. Das ist Schublade. Man denkt sich, eventuell wird der Ammunition auf mich warten. Und es ist einfach nichts. Ich schätze ich gern. Sonst, wo kommen die Ketten her? Ja, wisst ihr, was wir gehen? Ich habe das Gefühl, das ist an dem Punkt nicht allzu jugendfrei. Oh, jemand hat auch seinen Mantel verloren. Das Schloss letztlich ließe sich leicht knacken. Ja. Wenn wir vielleicht in der Lage wären, leicht zu knackene Schlösser zu öffnen. Oh, es ist sogar offen. Oh, wir werden heute noch zum Weihnachtsmann. Aber das erst später. Lass mich vorher noch kurz ein bisschen umschauen. Von der anderen Seite verschlossen. Ist das Blut oder sind das Weintrauben? Ich habe das Gefühl, es ist an dem Punkt sehr schwer einzuschätzen, aber ich denke, es könnte eine Mischung aus beidem sein. Das lesen auch eine Menge. Okay. Gehen wir rein und schauen, was der Weihnachtsmann damit zu tun hat. Ich wünsche, ich hätte eine Taschenlampe. Aber ich schätze, man kann... Oh. Kleinen Ratten. Ich schätze, man kann nicht alles haben. Rostige Reste. Sollten sie mich nennen sollen, ehrlich gesagt, an dem Punkt statt. Uh, er ist schon abgestanden. Einfach rostige Reste. Das ist so viel eingängiger. Oh, hallo. Ring mit rosen... Mit... Mit was? Mit rosenrotem Auge? Was war das? Lass mich nachschauen. Mit rostrotem Auge. Eigentlich gibt es wahrscheinlich mehr Sinn. Ein Edelstein in Form eines Auges ist lose in diesem Ring angebracht. Lose angebracht, sagt ihr. Moment. Ich mag dieses gruselige Geräusch. Immer, wenn man irgendwas schafft. Rostrotes Auge. Ein bräunlich-roter Edelstein in Form eines Auges. Quetsch dich durch. Oh, wir sind wieder frei, wie mir scheint. Uh, Flasche Chemikalien. Hier haben wir... Kann ich bitte... Dankeschön. Das Ristral-Fakument habe ich mir nämlich verdient. Ritterrüstung. Noch mehr Ritterrüstungen. Schließt mir die Schublade. Wir wollen ja nicht zu sehr auffallen. Kann ich nicht kaputt machen? Yeah, aber da ist nichts drin. Ich vermute, die Vase in denen, was drin ist, die sollten gelb sein. Und, ähm... Ich gehe einfach mal hier entlang. So, erst nein. Nein, wir gehen noch nicht entlang. Wir schauen, ob wir noch ein bisschen... Wir können keine Erste-Hilfe-Arznei machen, aber ich bin noch okay. Äh, ich stehe noch okay da in Sachen Heilung. Hey, was soll das denn jetzt? Sehr ernsthaft. Was will ich jetzt hier? Schauen wir zur anderen Tür. Das ist ein schickes Porträt. Ist da was dahinter? Nein? Oh, sie hat ein Messer. Oh. Oder ein Dolch. Das heißt, das ist das gefährliche Adel an der Stelle. Ich weiß nicht, ob sie direkt Rose haben, aber wir werden sehen. Da kommt Batterie rein, würde ich schätzen. da ebenfalls. Da kommt vier rein. Und hier zwei. Äh. Ja, ich denke, das werden wir uns sehr später nochmal anschauen. Uh. Wir können hier hoch. Ist ein bisschen wenig los hier drin, ehrlich gesagt. Und... Generell finde ich das Spiel bisher noch ein bisschen seltsam, weil... Es gibt keine Rätsel. Aber es gibt auch nicht wirklich Kämpfe, die interessant sind. Es ist irgendwie sehr viel... Nichts. Uh, eine... Eine Teetasse. Ja, man schaut sich ein bisschen um und sowas, aber... Ich weiß ja nicht. Ähm. Irgendwo müsste da was sein. Irgendwas, das mir komisch vorkommt. Ich habe absolut keine Ahnung, aber... Ich kann mir das noch nicht grundlos anschauen. Richtig? Vielleicht kann ich es mir grundlos anschauen. Indurieren wir das Ganze. Aber ja, es ist... sehr wenig los. Es hat sehr viele Cutscenes. Das heißt, bisher... Ich weiß noch nicht ganz, wer sich davon halten soll. Aber dafür bekommen wir ein paar Leih. Und damit können wir ein bisschen was kaufen. Und es ist sehr dunkel. Was auf YouTube hervorragend aussehen wird. Ah, ich glaube, die Schublade hatten wir schon. Ich werde mir noch mal die Tasse anschauen. Und dann... werde ich... wieder nicht schlau daraus werden. Oh, ich kann zoomen. Das bringt mir noch weniger. Was könnte denn dieser Tasse sein, das ich mitnehmen könnte? Ganz recht, Tasse. Ich weiß Bescheid. Ah, von der anderen Seite. Natürlich ist von der anderen Seite... Es ist immer von der anderen Seite verschlossen. Ist das ein Brief? Nein, das sind ein paar Bücher. Und das hatten wir, glaube ich, auch schon. Okay. Entriegelt. War ich hier schon? Ich vertraue dem Typ übrigens überhaupt nicht. Er führt irgendwas zum Schilde. Ja, hier war ich ganz am Anfang. Das heißt, wenn ich da runtergehe, könnte ich da zum Speicherraum Theorie... Wisst ihr was? Wisst ihr was? Heute gönnen wir uns was. Und zwar werde ich es mir gönnen, einfach mal speichern zu gehen. Weil ich bin jetzt einfach nur am Kreis gelaufen. Oh Gott, bin ich gerade erschrocken. Duke? Warum bist du hier? Wo es gibt eine Karte zu machen. Und hast du deine Frau gefunden? Nein. Wenn sie wirklich hier ist, die Frau des Kastel hätte sie gehalten in ihre private chambers. Wollt sie nicht? Domi Tresk? Das gleiche. Warum nicht schauen? Vielleicht du wirst glücklich. Äh, ja, ja, warum nicht? Ah, ich würde erstmal gerne was verkaufen. Oh, das Weinglas kann man verkaufen. Sehr schön. Wir können ein bisschen mehr Wumms für die Wumme holen. Wenn ich die Pistole stärker machen. Weil das erhöht den Damage gerade mal um 10 Punkte. Bei der Shotgun erhöht das den Damage um 80 Punkte. Das heißt, ähm... Ich schätze, das ist ein besseres Upgrade soweit für mich. Zum nächsten Mal. Oh, und hier kann ich das rostrote Auge einsetzen. Komm schon. Also, ob ich das Auge da nicht einsetzen. Der ist doch sogar eine runde Öffnung. Warum kann ich das Auge da nicht einsetzen? Okay. Also. Äh, ich schätze, ich gehe hier einfach wieder nach oben. Und hier rechts entlang. Ich verstehe nicht ganz, warum ich... Was sollen diese komischen Wege, wo ich immer zurück kann? Gehen wir weiter nach oben. Irgendwo wird schon irgendwas sein, was... Irgendwas... Bedeutet. Und irgendwann wird bestimmt was passieren. Irgendwie. Äh... Ich meine, wir haben... Wir haben eine Menge Kerzenlicht. Uh. Ich glaube, ich hoffe, ich habe den Kronen euch da runterfallen lassen kann. Mal einen Versuch wert. Vielleicht hätte es geklappt, wenn ich die, äh... Feuerkraft von der Pistel erhöht hätte. Äh, das ist doch ein Zufall. Ich habe hier ein Auge für dich. Na, da gehe ich gleich rein. Lass mich noch kurz, äh... Hier weiter umschauen. Oh. Shotgun-Munition. Die habe ich zufälligerweise Slits abgegradet. Und auf der anderen Seite auch eine Vase. Ah, ich würde die doch schnell mitnehmen. Und dann gehen wir durch die neue Tür, die ich gerade eben geöffnet habe. Und eventuell, unter Umständen... Muss ich dann selber noch kurz, äh... Wohin verschwinden? Ich würde euch gerne sagen, wohin, aber... Es werden zu viele Details auf einmal. Ich fürchte. Ein... Lie. War es nicht zu 100% wert? Muss ich gestehen? Von der anderen Seite verschlossen. So wie üblich. Das Weinzimmer? Moment. Eine Flasche mit Chemikalien. Im Weinzimmer sind wir richtig. Und sind immer noch die stabilsten Flaschen der Welt. Hier kann ich eine besondere Blume reinlegen. Falls ich eine haben sollte. Ich glaube, ich habe aber keine. Kann ich das hier... Ja, wir können das lesen. Die Geschichte der Weinherstellung auf Schloss Dimitrescu... Er hat es irgendwie anders ausgesprochen. Ich habe es vergessen. Reicht bis ins 15. Jahrhundert zurück. Lange vor der Zeit der derzeitigen Besitzer. Als Cina Dimitrescu erweitert traditionelle Verfahren um ihre eigene Methode der Weinherstellung und verleiht ihrem Wein ein besonders reiches Bouquet. Ihrem besten Jahrgang verließe den Namen... Verließe den Namen... Zanguis Virginis. Virginis. Blut der Jungfrau. Es lagert in einer Flasche die Kunst von mit silbernen Blumenornamenten verziertes. Ich wundere mich, ob es sich dabei um die Flasche handelt. Okay, sie macht also Blutwein. Ich weiß nicht, ob das Sache werde ich gerne trinken würde. Blut hat üblicherweise nicht den angenehmsten Geschmack, aber... Ich will nicht hier, um Vampire zu kritisieren. Ich will ihr Vampir-Dasein. Das war doch gerade erst verheilt. Ich gehe mal weiter. Ah, da kann ich nicht sein. Äh, Auge. Hier geht's nicht weiter, oder? Okay, geht's weiter. Okay. Ich kann das nicht mehr halten. Ja, ja, ja. Es ist okay. Ich bin auf der Flucht. War es das? 9. Juni 1958. Heute war mein erster Arbeitstag im Schloss. Ich war schockiert zu erfahren, dass die Bediensteten allesamt Frauen sind. Oh! Das macht mich so sauer. Die Herren und ihre Töchter waren überaus erpicht darauf zu betonen, dass sie nicht beißen würden. Das war schon etwas merkwürdig. Yeah. 23. Juni 1958. Ich arbeite jetzt seit zwei Wochen im Schloss und fürchte mich ein bisschen. Adela, einer der Dienstmärkte, hat irgendetwas falsch gemacht und die Comtesse Daniela hat hier mit einem Messer das Gesicht aufgeschlitzt. Jetzt kann ich sie nachts weinen hören. Es ist, als würden die Geister durch die Gänge spuken. Ich will nach Hause. 3. Juli 1958. Ich weiß nicht mehr weiter. Die Comtesse haben sich beim Abendbrot beschwert, dass es zu heiß sei. Also habe ich das Fenster geöffnet, wirklich nur einen Spalt. Und sofort haben sie mich angeschrien. Alle drei. Ich sollte das Fenster zumachen. Jetzt habe ich Angst, dass sie mich in den Keller bringen und für immer wegsperren. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Was soll ich nur tun? So, der erste hat er auf jeden Fall nicht mehr angerührt. Und ich habe das Gefühl, er wurde in den Weinkeller gesperrt. Also muss man fairerweise sagen, das klingt jetzt erstmal eine Hartbestrafung. Aber das ist ein absoluter Hit zum einen. Zum anderen, er hätte ja auch das Fenster nicht einfach aufmachen sollen. Ich denke, das ist fair an der Stelle. Er wurde nicht eingestellt, damit er das Fenster öffnet. Oh. Ne. Sie hat überall, wo sie hingeht, Musik. Und aus irgendwelchen Gründen hat sie mich nicht gesehen. Vampire scheinen wohl nicht das beste Augenlicht der Dunkelheit zu haben. Was haben wir hier alles? Ein paar Ich vermute, es sind kleine Küken mal gewesen zu irgendeinem Zeitpunkt. Aber da fällt sich nicht mehr viel übrig. Pistel, Munition. Da kann ich nicht durch, weil es versperrt ist. Richtig. Oh Gott, ich dachte, ich habe gerade die Tür gehört. Puh. Ich muss einfach sagen, bisher ist Auch da kann ich weiter entlang gehen. Das ist ja, sind die Encounter mit den Bösewichten auch nicht so der Oberhammer, weil alles komplett geskriptet ist irgendwie. Fällt mir ein bisschen schwer, allzu viele Gruselgefühle der Hinsicht aufzubauen. Aber wir werden sehen. Vielleicht wird es sich noch ändern. Das ist ein schicker Raum. Oh, können wir Vielleicht die Teile Können wir die an der Seite hier anzünden, indem wir Das ein bisschen umherschwenken Yeah Das nenne ich ein Rätsel Und die Legion Entfernt sich Und gibt den Ausgang frei Das ist ein dunkler Ausgang Ich habe doch eine Taschenlampe Oh Oh, ich hasse es, auf diesem Stuhl zu sitzen Stroh Klippt durch das Böcklo Blut Ich wollte gerade sagen, komische schwarze Masse, aber Das ist definitiv Blut Ich wusste nicht, dass die hier mit ihrem Essen so sehr spielen Aber ich frage mich, ob dieser Stuhl wirklich Ob der wirklich gefährlich wäre Die Sache ist nämlich Es sind so viele Stacheln überall Dass ich das Gefühl habe, das Gewicht wird gleichmäßig auf ihn verteilt Und Dann wiederum, wenn sie da noch ein bisschen nachhelfen Und vielleicht ein richtig Dabei helfen, sich richtig zu setzen Dann könnten vielleicht die Stacheln durchaus Die Haut eindringen Ich bin nicht hier, um darüber zu urteilen Stattdessen würde ich sagen Ich muss kurz wohin Okay Ich musste Ich musste kurz auf den Eimer Oh, da ist ein Eimer unter den Ketten Versteht ihr? Da wird man Eingespannt Und dann Kann man sein Geschäft noch ein bisschen verrichten Es klebt übergetrocknetes Blut dran Ich glaube nicht nur Blut, ehrlich gesagt Oh, sie haben auch ein paar Zangen Das ist quasi wie eine Autowerkstatt Nur für Menschen Noch mehr Blut Ich glaube langsam Hier wurden Leute umgebracht Äh Was haben wir hier alles? Die komischen Gesichtsmasken Oh, das ist sogar Ist das eine Schweinemal Oh mein Gott Oh, ich sag's Ich werd Oh Help me, brother Ist okay, Bruder Ich werde es versuchen Oh mein Gott Ich hoffe, ich kann die Schweinemaske aufsetzen Das wär das Leben So, was haben wir hier sonst noch alles? Äh Ich mein Was ist, was ist das hier? Es sieht aus Wie das Zeug Das die Familie aus Resident Evil 7 Zu Beginn gegessen hat Und äh In meinem Headcan Weiß ich jetzt, wo sie es herhaben Uh, was ist hier? Ein verschimmeltes Stück Fleisch Und uh Schau ich das an Ich hab das Gefühl Wenn das Teil erstmal richtig zugespannt wurde Ähm Von dem Überleben Ist da nicht mehr viel übrig Ehrlich gesagt Aber sie hat eine Schraube an der Seite Das heißt Der Punkt, dass es vielleicht zu viele Stacheln sind Die nicht direkt eindringen können Das Problem war direkt beseitigt Man muss einfach nur Fest genug schrauben Ich hoffe, ich werde hier nirgendwo landen Bestanden Irina Mihaela Luis Und Ingrid Luis Abgelehnt Namen Okay Ich hoffe Ich werde nicht abgelehnt Ich kann nicht gut mit Ablehnungen umgehen Silberbesteck Beziehungsweise nicht Silberbesteck Was sag ich? Das sind welche Metallnäpfe Okay Ich würde sagen, das war Ist das das, was von ihnen übrig geblieben ist Oh ja Schau dich den an Er hat keine Maske auf Er hat einen Verband Und den Kopf Das ist halt die Sache Sie werden jetzt erstmal schlecht dargestellt Aber Würde jemand Mit dem grausamen Folterkeller In dem er Leute umbringt Und ihr Blut trinkt Würden diese Leute Ihnen den Kopf verbinden Wenn sie sich verletzt haben Ich denke nicht Das heißt Ich denke Wir haben es vielleicht Mit dem ganz klaren Image Schaden zu tun Den versucht Den irgendjemand versucht anzustellen Oh Da ist die Tür Äh Passiert hier eigentlich noch Irgendwann was? Ich habe das Gefühl In diesem Spiel ist bisher Ich weiß langsam nicht Was ich davon halte Es passiert einfach nichts Es passiert einfach nichts Irina Gesunder Appetit Mihaela Gesunder Appetit Luis Gesunder Appetit Und Ingrid Instabil Teils übertrieben Aufgeweckt Glaubt ihr Denen wurde Was ins Essen Gemischt Ich glaube Nämlich nicht Dich Unangenehm Oh 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 Da ist jemand Unterwegs Den schaffen wir Ich wünsche ich hätte Meine Piste abgegradert Ehrlich gesagt Oh 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 Die haben Schwerter Oh oh Die Schwerter Ich will ein Schwerter Nachladen Okay Soweit so gut Soweit so gut Weil jemand lebt ja noch Ich werde noch irgendwelche Geräusche Ich glaube es sind einfach nur Schritte Die man über um sich herum hört Um einen ein bisschen verrückt zu machen Lass ich mal eben nachladen Für den Fall der Fälle Falls es nicht nur Geräusche sind Dann Haben wir das Pistole Munition Das Problem ist so Dass die Pistole echt Sagenhaft Schwach ist Ich wünschte Man hätte eine Pistole Die nicht dermaßen Fürchterlich ist Das würde mein Leben Ungemein bereichern Aber mal schauen Vielleicht können wir später Noch was cooles bekommen Uh Metallreste Das sind nicht nur Rostreste Das sind Metallreste Noch nicht mal oxidiert Hey Hey Du Du hast auch so einen Haken Bekommen die alle ihre Haken her Ich habe halt nur ein dummes Messer bekommen 540 Äh Live Eine Rohrbombe Oh Oh Jetzt kommt mit der Sache langsam näher Ich glaube ich sollte es mir für den Bosskampf oder sowas aufheben Ich bin die Musik gerade von mir Das ist halt echt nicht so aufheben Okay Wisst ihr was? Nein Egal Los geht's Hey 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 Ich mein Oh Ingrids Halskette Bist du Ingrid? Ingrid hat dich mal ganz gegessen Und dann Oh Oh Oder hat er sie ihr geklaut Das könnte alles sein An dem Punkt Was ich getan habe War wahrscheinlich die Verschwendung von der Rohrbombe Zugegeben Aber komm schon Komm schon Das waren drei auf einem Haufen Wie hätte ich das nicht machen sollen Ich hätte ansonsten nichts weiterzugeben Oh Doch Ross Kann ich da rein? Nein Tragischerweise nicht Das Ganze erinnert mich an Oh Gott Das Ganze erinnert mich an Die Szenerie sehr stark an So ein Was war irgendein Dungeon Diablo 3? Beziehungsweise irgendeine Gegend In der einen Welt wo die Mauer angegriffen wird Da gab es auch so ein Gefängnis Das sehr ewig aussah Da muss ich denken Weil in der Gegend Eigentlich ein bisschen Zeit verbracht Da hat Mave meinen Hardcore Charakter mal auf Ich glaube Level 80 ist das Bis man Paragon anfängt Gelevelt Und das war indem ich einfach nur am Eingang herumstand Und er alles gemacht hat Das war ziemlich Hardcore sage ich euch Der Nervenkitze war Er war gewaltig Ich meine wenn ein Gegner aufgetaucht wäre Wäre ich gestorben Aber es ist keiner aufgetaucht Ich bin nur am Eingang herumgestanden Oh Hallo Ich kann ihm das Schwert aus der Hand schießen Das ist relativ hilfreich Und 430 Leih Ich wünschte ich könnte das Schwert mitnehmen Aber es verschwindet gerade Nein Mein Schwert So was haben wir Liegt hier sonst noch irgendwas rum Ich habe das Gefühl Es ist ein bisschen noch viel mehr Zeug Überall herumliegen Ich übersehe alles Also meine Verteidigung Es ist auch echt dunkel Ich habe langsam nicht mehr viel Pistole Objektion Aber Ah die Shotgun ist doch bereit Den ein oder anderen Gegner zu killen Hier kann ich nicht durch Weil dafür fehlt mir Der Schlüssel Richtig So wie üblich Hallo Ist hier zufälligerweise noch ein Gegner Mit einem Haken oder einem Schwert In der Hand Jetzt muss ich wieder rennen Glaube ich Das Ungeziefer Ich gehe weg Ah ja Das ist Sonnenlicht Schade Die sind Vampir Mir geht es da ähnlich Au Au Gott Oh Gott sie lebt doch Ich lebe, ich lebe nach Au Nein Au Au Okay wisst ihr was Ist an der Zeit für eine Heilung Alles gut Ich glaube wir haben sie Kristalliner Torso Oh der ist so wertvoll Oh der wird so wertvoll sein Okay Ich weiß dass ich Munition herstellen kann Okay Okay Ich mach schon Spiel Lass mich in Ruhe Ich würde die gerne herstellen Ehrlich gesagt Ich habe das Gefühl Die gute Shotgun Der Entwirksamkeit Sollte man nie unterschätzen Und Uh Hm Glaubt ihr das ist Mensch Und sie haben hier Knoblauch herumhängen Schade den Knoblauch Oder sind sie eher stärkere Vampire Die kein Problem mit Sollicht und Knoblauch haben Kann man beides vorstellen Flint Munition Kann ich noch weiter zurück Nein Warte Kann ich von Von da kam ich Natürlich Wollte ich ganz sagen Wurde die Wand hinter mir zugezogen Aber nein Und zwar würde ich doch echt gerne an die Kisten ran Ehrlich gesagt Wenn wir schon mal hier sind Dann haben wir noch ein bisschen grünes Kraut Und das heißt wir können uns eine weitere Heilung machen Ich habe bei dem kleinen Zwischenbosskampf eine aufgebraucht Lassen wir mich das direkt erledigen Okay Und wir sind heilungstechnisch wieder ganz okay dabei Oh wie komme ich da ran Ist wahrscheinlich da wo man den Schlüssel für brauchte um reinzukommen oder Nein 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 Da braucht man keinen Schiss Ich bin einfach nur Gerade vorbeigelaufen 330 Mir persönlich fehlen die Pesetas Ehrlich gesagt Generell habe ich das Gefühl Ich würde auch gerne ein paar Spinels finden Aber Sie sind wahrscheinlich an mir Man findet ähnliche Kristalle Aber es ist einfach nicht dasselbe Wenn sie schon mal dabei sind Der kristalline Torso ist ein Schatz Kristalline Überreste von einer der Töchter Lady Dimitreskus Wertvoll Ingrid Salzkette Oh die kann ich auch verkaufen Eine Kette aus Tierknochen Die das Böse fernhalten soll Wertvoll Ach komm schon Ingrid kannten sie quasi An dem Punkt Ich habe gelesen Dass sie nicht mehr so viel gegessen hat Ich kann nicht einfach ihr Zeug verkaufen Ich werde sowas von verkaufen Das ist ganz hübsch da draußen Ich vermute mal generell Wenn man ähm Uh Oh das ist ein edler Tropfen Oh das ist der edle Tropfen Von dem ich schon so viel gehört habe Das ist der edelste aller Tropfen Schon wieder wurde einer in den Keller Wurde einer in den Keller geschickt Aber hatte sie bloß die Suppe verschüttet Jeder weiß was einen da unten erwartet Man kommt nie wieder raus Sie bluten einen aus Und die Seele ist dazu verdammt Durch die Gänge zu wandern Ich war nach ihr Sehnen Sie war nur Haut und Knochen Und hat dann einen äh Rattenkadaver genagt Ich vermute Äh ich bin die Nächste Alles Gute Ingrid Dir wird schon nichts passieren Kraut Sehr schön Das heißt wir noch eine Chemikalie finden Könnte ich direkt die nächste Heilung machen Ist das gelbes Kraut? Wenn ja dann hätte ich das ganz gerne Um meine maximale Lebe etwas zu erhöhen Oh die essen hier wirklich viele Ratten Kann das sein? Siehen ein bisschen aus wie kleine Hunde Ah sie essen aber keine Hunde Keine Sorge Was würden diese Monster nicht wagen? Oh hallo Rückstoßkompensator Spezialzubehör für erhöhte Feuerkraft Äh Yeah Dankeschön Ich denke dass Das sollte das Feuerkraftproblem mit der Pistole So ein bisschen beheben Ehrlich gesagt Was leuchtet hier so? Ist das der Weih? Oh das ist die Lampe Ich weiß den Weih Da bin ich mitgenommen Aber ich dachte mir gerade Irgendwas Irgendwas stimmt da doch nicht Aber so weit so gut Dietrich Yes Ich meine ich habe keine Ahnung mehr Wo ich jetzt überall noch Schlösser mit dem Dietrich knacken kann Aber da ist auf jeden Fall eins davon Engelstatue aus Holz Ich denke wir werden noch an ein paar vorbeikommen Es sahen alle gleich aus Das war so die Problematik daran Es ist sehr schwerfällt mir das zu merken Könnte ich hier Ich frage mich ob ich hier das Fernseher kaputt Könnte ich Okay Das bedeutet Ich vermute die anderen beiden Töchter werden Jederzeit irgendwo auftauchen können Und unter Umständen muss ich sie dann ein bisschen verwundbar machen Indem ich die Fenster kaputt schieße Ich meine das ist das was wir der Katzi gesehen haben Und das scheint zu funktionieren Ist auf der Die Kanne Diese dumme Kanne Mit der Tasse war doch irgendwas Ich konnte es nicht herausfinden Hallo Ich bin zurück Zurück zur Tasse Komm schon Das ist eine dumme Tasse Nein ich verstehe es nicht Gehen wir weiter War hier irgendwo ein Regal Das verschlossen war Das auf jeden Fall nicht Ich sollte die Schubladen vielleicht offen lassen Damit ich weiß welche ich schon gemacht habe Und welche nicht Und jetzt schließe ich alle Das ist nicht der richtige Weg Ich denke ich werde mal kurz runter gehen Und speichern Wenn ich schon mal hier bin Und dann werden wir Oh ja ich kann direkt ein paar Sachen verkaufen Und sowas Ja doch Ein bisschen speichern ist die richtige Entscheidung Ja jetzt bin ich noch drauf Ah ich will das verkaufen Und Oh 5000 Die Engelstatue ist heute ebenfalls nur Schrott Ingrids Halskette Alles weg Alles weg Wir brauchen nichts mehr davon Erhöht die Anzahl Der verfügbaren Inventarplätze Yeah Vielleicht ein anderes Mal Spezialzubehör für den Flint Erhöht die Feuerrate beträchtlich Erhöht die Magazinkapazität beträchtlich Interessant Ähm Ich denke wenn ich ein Magazin upgrade Äh Warte mal warum Was ist das für ein Zeichen Wahrscheinlich bedeutet dieses Zeichen Dass ich das weiter upgraden kann Wenn ich richtiges Item habe Äh das Problem ist Ich habe das Gefühl Wenn ich ein Magazin upgrade mache Wird die Munition gratis aufgefüllt Das heißt Ich sollte das machen Wenn mein Magazin leer ist Und nicht jetzt gerade Ähm Ich würde fast sagen Wir nehmen das mal eben mit Das war das Erhöht die Feuerrate Der Flint beträchtlich Yeah Und wir haben sofort ausgerüstet Und dann Flint Munition Ich mein Wenn wir schon mal hier sind Würde ich sagen Es kann nicht schaden Oh ich habe nur einen Schuss bekommen Für 1000 Wirklich Eventuell kann es doch schaden Eventuell kann es sogar gewaltig schaden Wir können glaube ich Eine neue Erste Hilfe Arznei machen Flint Munition Okay So weit ist sie gut Lass ich mal eben speichern Und dann Trinke ich einen Schluck Und dann Werden wir sehen Was wir noch alles mit dem Dietrich Knacken können Ah Das ist ein köstlicher Wein Den ich um 11.30 Uhr zu mir nehme Hat eine gewisse Hat eine gewisse Metallische Note im Abgang Frag mich wo der herkommt Lass ich mal hier rüber gehen Ich habe halt wirklich Keine Ahnung Wo ich noch Wo ich noch Regale hatte Die man mit Dietrich Nur knacken kann Gab es hier noch irgendwas? Nichts passiert Ja Das Das hatte ich mir fast Von hier kam ich so weit Ja ansonsten habe ich keinen anderen Weg Ja Schauen wir uns rum Wahrscheinlich wirklich Gegner Warum ist meine Piste leer? Warum ist manchmal meine Magazinanzeige unten rechts leer? Was hat es damit auf sich? Also wirklich Warum stand da gerade Null von Null Das ist seltsam Habe ich vielleicht versehentlich irgendwas gedrückt Dass die Munition Äh die Munitionsart wechselt oder so Gibt es alternative Munitionsart? Na da gehen wir nicht nochmal rein Das ging beim letzten Mal schon nicht allzu gut aus Das konnte ich auch einfach so öffnen Habe ich überhaupt noch einen Dietrich? Ich habe gar keinen Dietrich mehr Sehe ich gerade Das ganze suchen ergibt gar keinen Sinn Wir hatten nur einen Dietrich Mit dem Den kann man nur jeweils einmal verwenden Schämenderweise Wo war der Wein? Das mit dem Wein war hier drüben Nein das war nicht hier drüben Ey ich finde das Ich kann mich orientieren hier in der Gegend Ich werde es herausfinden Irgendwo Wird er sich bestimmt aufhalten War das hier das Weinzimmer? Ich glaube hier bin ich ja beim letzten Mal nur durchgerannt oder? Das ist aber ziemlich schick hier Ziemlich viel Gold Vielleicht vielleicht Ich würde es fast ein bisschen kitschig nennen Ehrlich gesagt Bei genauerer Überlegung Glaubt ihr Efen ist ein Vampir? Ihr werdet jetzt denken Dass diese Frage aus dem Nichts kommt Aber folgende Sache Wisst ihr was man von Efen bisher auch noch nie gesehen hat? Sein Spiegelbild Genauso haben sie die Spiegel abgehängt Und wenn ich mich recht im Sinne habe Vampire kein Spiegelbild Oh ja hier war das Weinzimmer Ich habe das Gefühl Jemand ist hier uns hier Kleine Entschuldigung schuldig Schießpulver Oh ne Schatzruhe Der Hofschlüsse Heißt das ich kann das Schloss wieder verlassen? Ich vermute außerhalb des Schlosses Sollte ich so weiter vor den Vampirdamen etwas sicher sein Sie kommen nicht allzu gut mit dem Licht zurecht Wie ich herausgefunden habe Wir gehen hier entlang Dann finde ich irgendwann irgendwie meinen Weg nach draußen Im Idealfall Und zwar hier Nein das äh Warte Nein Das ist äh Ha Hofschluss Moment Speisekammer Da braucht man Schlüssel Oh das ist auf der Karte markiert Wo man Uh Okay Das ist generell auf der Karte markiert Wo ich welche Schlüssel einsetzen kann Gut das ähm Das sorgt dafür Dass ich mir wesentlich weniger selbst merken muss Deswegen also zurecht Ja 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 Es ist okay Auch noch Oh nö Auch nö Da kann ich die Fenster nicht kaputt schießen Wo sind Fenster die ich aufmachen kann Hallo Hat jemand ein Fenster gesehen Meine Kehle auch Aber ich bin schwer Bin im Schlafzimmer Oh Oh Gott nein warte Das war hier wo ich Oh Gott nein Ähm Warum ist das so ein Geziefer noch um mich herum Ach Gott Wo ist ein Fenster Oben vielleicht Ich glaube oben war ein okayer Raum dafür Denke ich Ach Gott wo Hier ist auch kein Fenster Ach Ich bin auf der Durchreise Ach 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 Komm schon Ich komm so nicht an dir vorbei Kann ich hier durch? Ach warte Kann ich? Nein Er passt nämlich nicht zu diesem Schloss Und von hier kann ich doch auch nicht weiter Was? Ach Ist doch dämlich Geh mal Geh mal Ja ja genau Geh hier hin Okay Okay Wie viel Leben habe ich noch? Oh Ich bin fast tot Ist keine optimale Menge an Leben Möchte ich einfach mal anmerken Ah Da war auch kein Fenster Die Tür war verschlossen oder? Ich weiß so nicht mehr wo ein Fenster ist Ich habe doch alles vergessen Aber wir haben nicht mehr viele Wege die ich entlang gehen kann Ich will mich hier vorne auf jeden Fall nicht durchlassen Geh mal weg Dann lass mich mal Okay genau Hier durch Okay Bist du da? Oh hier kommt sie nicht rein Das war Zeitverschwendung Lass ich mal eben aber eine andere Sache ausprobieren Und zwar ob ich Fenster in den Vorhängen hätte aufmachen können Naja nicht wirklich Das war eine Menge verschwendeter Heilung Muss ich leider anmerken Aber okay Einfach geradeaus Aber deswegen wollte sie mich da auch nicht reinlassen Zu meiner Verteilung Ich wusste nicht ganz wie ihr Bewegungsmuster funktioniert zu Beginn Deswegen Ich hätte die Heilung durchaus aufsparen können Indem ich einfach Nicht direkt in sie reingerannt wäre Aber für die Zukunft wissen wir es Okay Oh Fünf Flinten Munition Warte Wahrscheinlich fünf Oder Ach da war War da gemeint Wie viel ich hab Oder so Ich bekomme auf jeden Fall nicht so viel Flinten Munition Wie ich mir an sich wünsche Da geht es nicht rein Das ist wirklich ganz hübsch hier Ich würde ein bisschen mehr Zeit hier verbringen Ja man müsste vielleicht eine Bank oder so hinstellen Vielleicht will man ja mal sitzen Aber ansonsten Ah ganz hübsch Das kann ich von hier aus nicht öffnen Eine Vase Rostige Reste Wenn noch eine Vase irgendwo Weil wenn nicht Dann würde ich mal langsam versuchen In irgendeine Tür zu Oh Da ist auch einer Dann versuchen wir in irgendeine Tür zu gehen Metallreste Aus Metallresten konnte ich ja Flinten Munition machen Wenn mich ja nicht alles täuscht Ist das eine Tür? Ja es ist ein riesiges Tor Ich glaube das kann ich nicht einfach so öffnen Braucht man vielleicht ein bisschen Hilfe Ein Glück Dass sie ebenfalls taub ist Zusätzlich zu ihrer Blindheit Sonst hätte sie mich nämlich eventuell bemerkt Eine Flasche mit Chemikalien Und zwar den guten Chemikalien Schau ich das an Das ist ein prachtvoller Raum Auch wenn ich nicht ganz weiß Was weiß man Wenn da oben Spinnweben sind Hm Wahrscheinlich muss man Wahrscheinlich muss man Reinigungsteam mit Dem längsten Spinnwebenteil der Welt haben Aber jetzt haben wir Flinten Munition Wir merken uns mal diesen Raum Was hast du getan? Was hast du getan? Was hast du getan? gute karte ich habe das gefühl ich stehe kurz vor einer konfrontation blutbart das ist das leben ja ich habe das gefühl wir stehen kurz vor der konfrontation wettpfanne statuen die ich drehen kann aber ich weiß nicht ganz wie rum ich sie drehen möchte waschbecken irgendwie brauche es irgendein rätsel sollte damit verknüpft sein wenn ich auf die karte schaue dann sehe ich nichts hiervon ich denke ich verlasse den raum dann erstmal so weit es gibt wahrscheinlich an sich insgesamt nicht so viele möglichkeiten was man da machen kann aber versuchen wir das mal nicht auf gut glück ich werde mal eben auf nummer sicher gehen zuerst wollte ich das nicht machen weil ich mir dachte das ist wahrscheinlich eine dumme idee dann folgen die mir nicht mehr wenn ich in dem raum schon das licht habe aber ich weiß dass ich sie erst ein bisschen überraschen muss damit sie verschwinden aber dann wiederum ist wahrscheinlich eine ganz gute vorbereitung wenn man bereits das licht in den räumen hat das leben von denen allen wäre sehr viel einfacher wenn sie nicht ihre schränke voll mit der pistol munition hätten denn dann könnte ich nicht allzu viel machen was ist das ich vermute das ist der geheime tür hier drüben vielleicht sogar eine die ich vom badehaus aus aktivieren kann da drüben ist noch eine tür die ich nicht gesehen habe da ist nichts das war hier vorn die ist verschlossen so was mir kommt gerade sogar noch eine bessere idee was ich versuchen könnte und zwar haue ich wieder ab und dann können wir nein für den fall der fälle kann man sich auch mal vorbereiten wir schauen wie ich von hier aus vielleicht noch woanders hingehen kann nicht wirklich nein hier ist keine andere tür Kaufmann Kugel-Labyrinth Speicherpunkt mehrere Stockwerke aber ähm hm fehlt überall äh der Schlüssel oh mein Gott ok das ist ja noch ziemlich äh groß Zellen Schmiede eiserner Schlüssel den habe ich ja auch nicht ähm Schauen wir hier nochmal in Schlangen also gefühlt wir sollten das in dem Badezimmer irgendwie hinbekommen ansonsten habe ich ja aktuell nicht allzu viele Wege die ich entlang gehen kann äh ich hasse dass die Tür hier einfach verschlossen ist und die hier ist recht das ist nur eine Wand ähm ich denke wir gehen nochmal ins Badezimmer und überlegen und dann überlegen wir und dann überlegen wir habe ich irgendwelche Hinweise hier rauf ok sie können nur in zwei Positionen wir lassen sie einfach mal alle im äh Kreis schauen das ist nicht richtig das ist nicht richtig ah au au da steht was über dem Kabin Moment Moment die Frauen sind blind für die Erworsten der Männer während die Armen ihr Glück in die Hand nehmen und ihrem Herrn die Früchte ihrer Arbeit überreichen sodass schon bald der Wein fließen möge die Frauen sind blind für die Erworsten der Männer ja das heißt ja die Frauen äh schauen sich gegenseitig an oh das wars schon naja gut oh oh haha ups ok das war ähm das war ein Rätsel schätze ich nein das wollte ich nicht haha oh hallo kleiner Mann und hier wird das ganze Blut abgelassen ich habe das Gefühl ich sollte der Blut besser lagern als das hier gerade ist ein bisschen eklig ehrlich gesagt was leuchtet hier ist ihr was vielleicht sollte ich mir das genauer anschauen sind hier unsichtbare Gegner oder ist der Gegner an der Decke hallo hallo Monster seht ihr unsichtbar da wirst du nur über alles drüber hinweg gesprungen oh Gott nicht unsichtbar wie mir scheint nicht nicht unsichtbar ist einfach nur ein guter Springer ich höre schreien aber ich sehe niemanden da ist jemand da sind sogar zwei kristalliner Schäde kristalliner Schäde nehmen wir mit und er hat eine Axt ein Fort-Axt-Schwinger das ist eine ziemlich coole Waffe und auch gefährlich von so einer gewaltigen Axt wollt ihr nicht erwischt werden oh ich weiß nicht ganz was hier passieren wird aber ich denke es ist ein guter Zeitpunkt um es ein bisschen zu verbarrikadieren an dem Punkt ich habe das Gefühl das Spiel wollte ich mir damit irgendwas sagen komm mal her yeah ich habe nicht das Gefühl dass das nötig gewesen wäre in irgendeiner Hinsicht aber nein ich will das Geld aufheben weil dann werde ich auf Nummer sicher gehen kann sollte ich das machen sehe ich ganz gut dass ich Pistole erstmal gegen die schwächeren Gegner verwenden kann sollen wir dann eine Menge Flint Munition wenn wir uns einem Gegner stellen der ein bisschen problematisch ist die haben wirklich eine Menge Leichen hier rumhängen okay so weit, so gut oh ein kristalliner Schädel der ist so wertvoll hallo taucht hier zufälligerweise jemand ja das dachte ich mir das nein um auf die Flinte zu gehen die können eh nur alle mir entgegen laufen an dem Punkt ich bin aktuell nicht gut darin meine Gegner zu treffen muss ich leider zugeben noch sechs Schuss das hey sag mal hör auf ich kann dich nicht treffen wenn du vor mir wegläufst okay ich würde sagen das war äh der absolute Rest meiner Pistolen Munition oh gute Stiefel man will nicht dass die mit Blut beschmiert werden Flint Munition oh das ist so viel Flint Munition ähm werden eigentlich die Kerzen hier angezündet ist eigentlich recht romantisch ehrlich gesagt ich habe das Gefühl sie hätten ein bisschen das sagt die mich wahrscheinlich genervt würde wenn sie es getan hätten aber ich habe das Gefühl man sollte sich in dem äh wenn man im Blut unterwegs ist bisschen langsamer bewegen oder so bisschen mehr Spannung aufzubauen Kampf gegen die immer gleichen Gegner hallo das ist ja was das ist keine gute Taktik vielleicht vielleicht werde ich Pistolen Munition machen wenn wir hier keine finden wir finden keine ah was würde Pistolen Munition machen kosten ich meine komm schon die äh ich habe das Gefühl die Flint Munition wäre halt doch ein bisschen verschwendet im Kampf gegen diese kleinen Gegner uh aber schau ich die Aussicht an das ist wunderschön hier das ist keine Vogelscheuche und Krähen das sind Blätter man hört Krähen aber man sieht keine hier haben sie mal Tee getrunken mhm mh mhm mh mhm mh mhm Geht auch ein Telefon. Sie schaut mich gerade an. Ich werde dich nicht runterlassen. Auf die Hölle mit der Zeremonie. Dieser Mann wird für das, was er getan hat. Das ist nicht gut. Sie scheint gewiss Konflikt zu haben. Und sie ist ziemlich groß. Wo will ich am besten hingehen? Oh. Mit dem Schlüsse können wir das hier öffnen. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Hätte schlechter laufen können. Okay. Habe ich, ob man alle drei von den Töchtern hätte killen können. Sie redet immer von allen. Aber ich habe nur einige killt. Ich schätze, man hätte alle machen können. Aber keine Ahnung. Oh, da ist schon wieder. Das kommt mir bekannt vor. Das scheitert zumindest. Sie würden mich nochmal speichern lassen, bevor wir zu einem Bosskampf kommen. Richtig? Richtig. Ja. Alles andere wäre zu gemein. Ich habe so... Gott, was mich am meisten stört, ist, da oben werden... Wir haben jetzt zwei Räume nicht erkundet. Weil ich immer genau gezielt den... Falsch, beziehungsweise streng genommen den richtigen Raum gewählt habe. Und deswegen im Spiel weiter vorankam. Aber ich hätte ja noch das Zeug mitgenommen. Das wären wir viel lieber gewesen. Okay, Steph. 1000 Lay. Oder Lay. Ich schätze, wenn ich mir das... Was ist mit seinen Händen? Warum müssen die immer dran glauben? Oh, oh. Oh, oh, ich bin im Kreis gelaufen. Warte, wo muss ich überhaupt entlang? Habt Mitleid mit mir! Ich habe nur noch 0,5 Hände. Oh, da ist sie! Ich muss die Hand sogar noch... Oh mein Gott, das ist so dämlich. Das ist ja Zeit. Nein, 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 nein. Ich habe meine Hand dabei. Kann ich wieder anbringen? Dann... Wo ist das Nähzimmer? Abgetrennte Hand. Okay. Verwenden wir den Schlüssel. Maske der Trauer. Das ist so dämlich. Das funktioniert. Oh, okay. Jetzt hat sie meist recht die Hand abgeschnitten. In einem sauberen Zug. Äh, die Halle der Vier. Frage ist, will ich versuchen... Ich glaube, ich sollte nicht versuchen, zum Speicherzimmer zu gehen. Ach, komm schon. Bisschen, was ich mit diesen Gegnern machen werde. Bisschen, was ich mit diesen Gegnern machen werde. Ich werde sie nutzen, um Munition zu sparen. Indem ich einfach... Äh, um sie herumlaufe. Wo sind wir? Ich bin irgendwo, wo ich noch nicht war. Von der anderen Seite verschlossen. Okay. Wir haben eine Karte soweit. Das ist gut. Das Problem ist nur, dass wir noch ein bisschen gejagt werden. Das ist, äh, schlecht. Aber wir schaffen das. Ist da irgendwas drin? Da ist was drin. Der Lippenstift der Herrin ist unauffindbar. Wer ihn findet, möge ihn in ihr Badezimmer bringen. Es ist eine Spezialentfertigung und sehr wertvoll. Die Oberkammerherrin. Der Lippenstift ist im Badezimmer. Okay. Ich vermute, hier brauche ich den gusseisernen Schlüssel. Yep. Man kann nie auf... Äh, man kann da nie sicher genug gehen, was das angeht. War ich hier schon? Untersuchen. Erst einen Tag nach der Behandlung. Die drei Mädchen bewegen sich nicht mehr. Sie wirken fast wie tot. Aus dem Mund der Ältesten kam ein Inset geflogen, bei dem es sich um eine gemeine Fliege zu handeln scheint. Zwei Tage seit der Behandlung. Alle drei Körper sind von Fliegen bedeckt. Es scheint, dass sie das Fleisch der Mädchen verzerren. Als sie ein Fenster öffnete, fielen ein paar von den Fliegen tot zu Boden. Die Kälte scheint sie erstarren zu lassen. Oh, es ist die Kälte und nicht das Licht. Ich habe umgehend das Fenster geschlossen, um eine weitere Erschwächung der Insekten zu vermeiden. Vier Tage seit der Behandlung. Alle drei Körper sind fast vollständig von den Insekten aufgezehrt und lediglich dunkle, sich windende Kreaturen übrig, die entfernter menschliche Gestalten erinnern. Es ist jetzt kurz nach Mittag und die Insekten beginnen ihre Farbe zu wechseln. Die im Gesicht werden blass und um die Lippen herum werden sie tief rot. Sechs Tage seit der Behandlung. Die Masse aus Insekten hat sich in menschliche Körper zurückverwandelt. Alle drei Mädchen sind aufgewacht und haben mich wie ihr Neugeborene angesehen. Ich spüre die Verbindung zwischen uns, wie Mutter und Töchter. Ich habe bereits Namen für sie. Bella, Daniela und Cassandra. Welche von denen habe ich dann umgebracht? Ist ja sonst noch was. Ist ja wirklich nichts anderes an dem Buch. Brauchen wir mal. Ich weiß nicht, dass da noch mehr sein sollte. Oh, wir sind jetzt hier oben unterwegs. Aber warte, unten war ich noch gar nicht. Im Piano-Zimmer. Näh. Ich war schon so fokussiert auf das Fenster. Ich habe das Fenster erwischt. Gute Neuigkeiten. 570 live. Oder bin ich erstmal... Ich weiß nicht, ich schaue erstmal da drüben. Ich schaue erstmal da drüben rüber. Okay, hier waren wir. Die Fenster habe ich mich bereits gekümmert. Und dich habe ich genau gesehen. Versuch gar nicht erst, dich zu verstecken. Der ist aggressiver als die anderen. Das Schloss ließe sich leicht knacken. Das würde es, wenn wir irgendein passtes Werkzeug hätten, um das Schloss zu knacken. Was wir aber leider gerade nicht haben. So wie in Dietrich unter Umständen. Kugel, Blume und Schwert. Okay. Ah, wir haben schon gesehen, wo wir das einsetzen müssen. Ich habe es nur vergessen. Oh, das war bei diesem Teil. Ja, genau. Ich wollte gerade sagen, das war da, wo ich versucht habe, das Glasauge, beziehungsweise das Rostauge, einzusetzen. Und es dann nicht geklappt hat. Genau, das war bei dem Speicherpunkt. Dann würde ich sagen, vielleicht finden wir unseren Weg zum Speicherpunkt. Das wäre ganz cool. Um ein paar Dinge zu kaufen unter Umständen. Vase. Noch ein paar, äh, Lie. Kein Gegner in Sicht. Können wir ein bisschen was spielen? Oh Gott. Ich habe keine Ahnung. Wissenschaftlicher Name. Größe 5 bis 6 Zentimeter. Ähnliche Körperstrukturen wie die von Schmeißfliegen. Wobei sich am Kopf, äh, Unterschiede zeigen. Sie sind Fleischfresser und äußerst aggressiv in ihrem Fressverhalten. Auf Beutejagd versprühen sie Pheromone, um sich zu sammeln und die Gestalt eines Menschen zu imitieren. Sie können, äh, sich nicht selbst reproduzieren, sondern entstehen, wenn ein Kadu Eier in seinem Wirt legt. So heißt die Tiere wohl. Sie reagieren empfindlich auf plötzliche Temperaturstürze. Fällt die Temperatur unter 10 Grad, reduziert sich ihr Stoffwechsel auf das absolute Mindestmaß und ihr Körper versteift sich. Man könnte dieses Phänomen vielleicht mit der Kryptobiose bei, äh, Bärtierchen oder, äh, Polidilium, Polipedilum vergleichen. Ah ja. Ich weiß, was Bärtierchen sind. Okay. Beim Rest habe ich nur, keine Ahnung. Äh, ich habe keine Ahnung mehr, wie man Noten liest. Ich habe das Gefühl, das wird so oft im Videospiel gefragt, dass ich ab irgendeinem Punkt mir das mal wieder anschauen sollte. Beziehungsweise, ich weiß nicht mehr, was was ist, okay? Ich bin grundlegend damit, äh, vertraut. Vor vielen, vielen Jahren. Ähm. Rostige Reste. Schätze ich, geht einmal. Ah, okay, das. Äh. Äh, gehen wir nicht in den Innenhof. Gehen wir nicht in den Innenhof. Oh, ich kann aber von hier aus auch nirgendwo anders hin. Das heißt, mein, äh, brillanter Plan, Zeit zu sparen, ist, ähm, Er ist deutlich gescheitert. Äh. Sonst wollte ich nicht nur Zeit sparen, sondern auch Ressourcen. Okay, jetzt geht's weiter. Ganz ruhig, Jungs. Und wir sind weg. So, okay. Hoffe ich mal, dass wir... Ah, shit. So, we find... Haha, nein. Nein, wir treffen uns nicht. Lass mich alle mal in Ruhe. Äh. Will ich ja unten durchrennen? Ich meine, ich will nicht. Die... Das Verkostungszimmer. Oh, da ist noch ein, äh... Oh, nein. Das Schmiedeisern ist ein Schlüssel, den man da verbraucht. Okay, kann ich nicht zurück? Ich meine, ich will jetzt nicht da überall durchrennen. Nur weil sie das Bedürfnis hatte, äh, hinterher zu rennen. Oder nicht hinterher zu rennen. Ich weiß nicht mal, was sie macht, wenn man ihrem Schloss begegnet. Aber ich vermute, dass wir das, äh, Fluchtprinzip wie auch bei Mr. X. In Resident Evil 2. Und Nemesis in Resident Evil 3. Äh... Von der Plan. Nein, 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 nein. Ich bin... Ich bin gar nicht da. Ich gehe jetzt in den Speicherraum. Tschüss. Es ist froh, mich zu hören, mein Freund. Ähm... Ich würde da mal eben Kugel und Blume... Uh... Oh, das ist so cool. Schau ich das an? Oh. Hier müssen wir vorsichtig sein. Damit die Kugel nicht runterfällt. Das ist halt wirklich super cool. Hey! Oh, ich bin nur eins von den Löchern da unten gefallen. Oh, die habe ich nicht gesehen. Und wie es aussieht, kann man, ähm... Perspektive drehen. Lass ich mal eben... Mensch, das ist, äh... Das ist echt hilfreich. Was mache ich hier jetzt am besten? Oh, ich hätte ja zwischendurch, äh... Nein. Hä? Kugel, du bleibst jetzt mal da ganz rechts, okay? Ich muss mich mal umschauen. Ich kann aber auch nur einmal die Richtung drehen. Äh... Oh, ich muss an den, äh... Ich vermute, ich muss an den, äh... Löchern vorbeirollen. Ganz vorsichtig. Dann... Haben wir es. Schau euch das kleine Feuerwerk an. Roterschäde. Oh, der wird so wertvoll sein. Mein Freund. Ich möchte ein paar meiner Waren verkaufen. Vier kristalline Schäde. Achttausend. Wahrscheinlich will ich doch nicht so viel verkaufen, aber... Ist ein bisschen was. Von da drüben. Das war nicht so schwer zu finden, ehrlich gesagt. Da lernt man, wie man Minen herstellen kann und Scharfschützenmunition. Ich glaube, ich verzichte mal noch auf beides, ehrlich gesagt. Ich denke, ich würde gerne die Nachladungsschwindigkeit der beiden, äh... Waffen verbessern. Aha. Magazingröße könnte ich aber... Ich würde... Ich weiß nicht. Ich würde gerne noch ein bisschen mehr darauf verzichten. Das ist auch ein Investment, Heathen. Ich würde fast sagen, wir kaufen das, um die Magazinkapazität beträchtlich zu erhöhen. Mit einem Lemi. 16 Schuss. Oh, das habe ich ja nicht gelesen. Norstein's Labyrinthe. Norstein, ein Handwerker, ein Handwerker des späten 19. Jahrhunderts, wurde in seinem Heimatland das Ketzer gebranntmarkt. Er wanderte umher, äh... Bis er sich in einem abgelegenen Dorf niederließ. Dort schuf er vier Kugel-Labyrinthe. Das Schloss, das Haus auf dem Hügel, das Wasserrad und den Eis und den Turm. Kurz nach ihrer Fertigstellung hielt er sich eine Waffe an die Schläfer und nahm sich das Leben. Jedes Labyrinth ist einzigartig und funktioniert nur mit der jeweiligen speziell gefertigten Metallkugel. Labyrinthe enthalten kristalline Überreste, bei denen es sich um die menschlichen Überbleibsel von Norsteins vier geliebten Frauen handeln soll. Labyrinthe sind ihre Gräber. Ohohoho. Das Labyrinthe hat eine Menge Lore, wie mir scheint. Puh. Ich kann aber nicht sagen, ich speichere mal eine Runde. Und dann werde ich mal wieder eine Pause einlegen. Ich höre eine Menge Schritte. Mann, ich habe für fast, äh, 10 Minuten Pause gemacht. Ich habe was zum Trinken geholt. Dann dachte ich mir, ja, warum habe ich das Spiel überhaupt beendet? Äh. Ich bin im Speicherraum und das ist die Spielstopp-Zone. Es ist möglich. Äh. Mann, wo kann ich am besten hingehen? Aus dem Schloss entkommen ist meine aktuelle Aufgabe. Oder was hätten wir alles an der wichtigen? Maske der Trauer. Ohohoho. Die musste ich hier oben irgendwo... Ah, da oben kann ich mit dem Schlüssel noch weiter. Ah, dann würde ich sagen... Nicht im Weizimmer, sondern wir hier die Treppe hoch und dann nach rechts. Okay, dann würde ich sagen, ich weiß, wo ich hin will. Wir, wir folgen hier ganz langsam und leise. Ah, shit. Nein, 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 nein! Spielstopp-Zone! Ich kann die Tür gerade nicht aufmachen. Steht sie hinter der Tür? Ist das der Grund? Nein. Ach, komm schon! Ja, 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 ich bin, ich bin... Ich weiß, dass ich ein Außenseiter bin. Ich wünsche, sie würde entweder mal hoch oder runter gehen, damit ich mich entscheiden kann, wie ich hier am besten vorbei kann. Aber wisst ihr was? Komm runter. Komm runter. Okay. Das hätte wehtun können, aber... Die gute Sache ist, sie hat zwar große Beine, aber in ihrem prachtvollen Abendkleid... Sieht so prachtvoll. Äh, sie ist nicht ganz... Sieht okay aus, falls du es gerade gehört hast. Wollte ich dich beleidigen. Äh, in dem ist sie nicht ganz in der Lage, so schnell zu rennen, wie sie das sollte. Okay. Und dann haben wir einen Schlüssel. Ah, wo wusste die Maske nochmal hin? Oh, hier haben wir noch eine. Oh, die Maske der Verzückung. Und wir können nicht den Kamin irgendwo hin. Der Silberring. Die haben eine Menge von diesen, äh, Waschbecken hier in der Gegend. Ein paar Laie. Ist hier sonst noch was? Oh. Strahlt sanfte Zufriedenheit aus, strahlt tiefe Trauer aus. Diese Maske passt nicht. Okay, ich muss also die Masken, äh, überall hinsetzen. Relativ interessant, würde ich sagen. Ja, ist nicht so interessant, aber... Ist eine Art Rätsel. Davon hatten wir bisher nicht allzu viele. Ja, wisst ihr was? Ich muss sagen, bisher... Stellenweise hatte ich das Gefühl, in diesem Spiel macht man bisher noch nichts anderes als, äh... Im Kreis zu laufen, war es ein bisschen unange... Oh. Aber das ist nicht gut. Ähm... Ja, 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 warte mal. Ich überlege gerade, wo ich am besten... Oh. Nein. Reicht das? Reicht das als Tageslicht? Geh, geh mal zur Seite. Ich glaube, es zählt noch nicht, oder? Ich bin gerade sehr unsicher, was ich davon halten soll. Oh. Nein. Au. Oh Gott. Er lässt mich kurz mich heilen. Au. Wie wäre es, wenn du dich cursen würdest? Ah! Lauf doch! Lass mich einfach stehen! Wo ist sie hin? Da ist sie. Oh. Was ist das da oben eigentlich? Oh. Cool, Jagd-Trophäe. Ja, wir haben sie. Nein, haben wir nicht! Wir haben sie nicht! Okay. Schon. Yes! Das hätte ich schiefgehen können, aber... Äh, wir haben es geschafft. Das hätte sogar sehr schiefgehen können. Das war ziemlich knapp. Das hat mir nicht allzu sehr gefallen. Nein, nicht nachladen! Hör auf! Ah, wenn ich mit der Shotgun nachleine, verschwende ich wertvolle Munition. Ich kann das Magazin-Upgrade jetzt dann nämlich kaufen. Aber gut. Kann ich mir mal eben die Jagd-Trophäe genauer anschauen? Wir haben nicht mehr viel Heilung übrig, oder? Uh, nur noch eine Flasche. Uh, das ist nicht gut. Einer auf einer Holzplatte festigt der Tierschädel. Ah, vielleicht muss ich den hier direkt anbringen. Wie sieht's aus? Tierschädel? Nein? Okay. Okay, dann wohl nicht. Oh, ich kann ja nicht zurück. Hm. Wo kann ich den anbringen? Ich meine, da oben scheint es auch nicht wirklich weiter zu gehen. Da liegt nämlich, da liegt eine Rüstung im Weg und... Ich glaube nicht, dass wir die zur Seite räumen könnten. Ja, hier ist auch kein Weg. Oh, warte mal. Muss ich vielleicht die gleiche Maske, die ich von da geholt habe, da wieder anbringen, damit die Tür sich öffnet? Das war die Maske der Verzückung. Ja. Äh. Oh. Was halte ich denn davon? Bin mir nicht ganz sicher, ehrlich gesagt. Und, ähm... Ach Gott, wo war der Platz, wo die andere Maske hinkonnte? Ich habe doch keine Ahnung. Äh... Ist auch nicht auf der Karte markiert, oder? Nicht wirklich. Halle der Trauer. Das, wo ich hier gerade war, das ist die Halle der... Entzückung. Okay. Hm. Also die Maske aus der Halle der Trauer haben wir soweit schon. Das heißt, das wird nur bedingt viel bringen. Da kann ich nicht entlang. Hm. Muss ich die vielleicht unten bei der Halle der 4 anbringen? Könnte das unter Umständen sein. Sieh was? Führen wir es ja raus. Ist die da unten gerade unterwegs? Ebenfalls nicht. Okay. Okay, wir müssen die Maske Schemmer hier anbringen. Könnte ich mir die Maske der Trauer genauer anschauen, bitte? Zwei. Ich schätze, ich werde die andere Masken auch direkt noch mitnehmen müssen. Kann ich eigentlich was verkaufen, wenn wir schon mal hier sind? Wenn wir schon mal hier sind, möchte ich den kristallinen Toast verkaufen und, äh... Oh, den Silberring kann ich mit irgendwas kombinieren. Okay, den werden wir noch beibehalten. Und ich habe Dietrich... Warte, habe ich... Habe ich den Dietrich irgendwann wieder gefunden? Wenn wir schon mal hier sind, dann reicht nicht für höhere, äh, kürzere Magazingröße. Schade. Okay, er meinte gerade, dass er noch ein paar neue Dinge verkauft und... Verkauft er was Neues? Sieht jetzt nicht neu aus. Wir ignorieren das. Gut. Ähm... Ich werde schauen, ob ich noch ein paar Leichen für dich finde, mein Freund. Ich werde nur das Beste für dich haben. Ah, ich denke, ich gehe noch mal hoch. Und versuche, die Maske mitzunehmen. Ach, sie ist immer noch hier. Ich bin kein Fan von diesem Fluchtaspekt, das sie wieder zurückgebracht haben. Lasst mich kurz, äh... Soweit ich das weiß, eine kleine chronologische Reise durch, äh... Man wird von einem Typen verfolgt, Elemente aus Resident Evil bringen. Sie haben angefangen mit Resident Evil 7 und dann meinten alle, oh, das ist ein frisches, neues Konzept. Cool. Dann haben sie Resident Evil 2 gemacht und meinten heute, ja, okay. Oder man meinte dann, ja, okay. Ergibt Sinn. Mr. X und Resident Evil 2 hat einen auch manchmal verfolgt. Und dann in der Resident Evil 3 haben sie es wieder gemacht, weil Nemesis verfolgt einen, okay. Ergibt ebenfalls Sinn. Und jetzt das Ganze nochmal in Resident Evil 8. Und, äh... Ich habe das Gefühl, es wird langsam ein bisschen alt. Vor allem sorgt es auch dafür, dass ich weiß, dass wenn sie im Gang herumläuft, dass ich ihr keinen Schaden machen kann oder so, sondern dass ich einfach vorher weglaufe. Was generell sehr berechenbar ist. Oh, ich denke, es ist schade, dass wir das gleiche Konzept einfach zum vierten Mal jetzt bringen. Kann ich hier eigentlich runter, zufälligerweise? Nein. Ich wollte mir das hier nochmal alles genauer anschauen, aber... Kann ich hier nicht irgendwie... Ich muss hier doch irgendwie noch wegkönnen, oder nicht? Okay. Äh, pass auf. Folgende Sache. Wir haben doch die Jagdtrophäen nicht umsonst gefunden, oder? Aha! Wir haben sie in der Tat nicht umsonst gefunden. Ich wollte gerade sagen, ich bin doch nicht grundlos hier reingegangen. Wir brauchen die Teile ja da unten. Also. Und da ich gelernt habe, dass es wichtig ist, was... Wie viele von diesen, äh... Wie soll ich sagen? Rechtecken sie da unten haben. Dementsprechend, äh... Wo sind das soweit? Zwei von vier Engelsmasken gefunden. Ich weiß noch nicht ganz, wo ich die anderen herbekommen soll, aber wir bringen mal die zweite unten an, und dann... Dann sehen wir weiter. Ah. Wo ist sie gerade unterwegs? Es gefällt mir nicht, dass ich sie nicht sehen kann. Ich weiß nicht, dass sie ist unten unterwegs. Ich fordere mein Glück einfach mal spontan heraus. Ja. Scheint ganz okay zu laufen, soweit. Sie ist wohl irgendwo anders hingegangen, vermute ich. Gut. Dann bringen wir die Maske mit den vier, äh... Dingens an. Und man muss hier keine Batterie, äh... Anbringen, wie ich gelernt habe. Die Fakkels angegangen. Finde die vier Engel und dein Anlitz irgendwas. Okay. Ah. Damit haben wir zwei von, äh... Den vier Engeln abge... Äh... Bin gebracht. Ich sollte auch wieder die ganze Zeit so speichern. Das ist so verlockend. Ich kann nicht einfach aufhören. Schlaf gemacht. Na, das bringt mir auch alles nichts. Ah. Hier unten war auch keine Tür, die ich soweit mit dem Schlüssel öffnen kann, den ich aktuell habe. Ich denke, ich sollte nochmal in die Gemächer rüberschauen. Da war noch ein Weg, den ich nicht entlang gehen konnte. Yeah. Das heißt, wir werden... Wie komme ich da am besten hin? Dafür muss ich in den, äh... Innenhof und dann vom Innenhof aus nach rechts. Und für den Innenhof... Äh, für den muss ich einfach, ähm... Geradeaus durch. Okay. Und hier ist auch niemand, der mich daran hindern will. Deswegen, ähm... Will ich einfach mal weitergehen. Was seht ihr mir her? Keine Ahnung. Vielleicht. Vielleicht nicht. Oh Gott. Ich weigere mich. Oh. Oh mein Gott, warte. Sollte hier nicht noch so eine Maske sein? Okay. Jungs. Wir hatten eine gute Zeit zusammen. Aber es ist an der Zeit, bei euch zu gehen. Oh Gott. Ich hab keine Emotionen, um es mir zu leicht sein Leben zu schießen. Was hab ich gerade gesagt? Oh Gott. Okay. Das war jetzt so gut. Was dich angeht, mein Freund. Für dich hab ich was ganz Besonderes vorbereitet. Oh Gott, er lebt noch. Und wie viele von euch sind hier eigentlich noch? Das noch? Okay. Du gehst weg. Und du? Oh mein Gott. Ich glaub, hier kommen unendlich viele nachgespawnt. Oh. Hier hatte ich die erste Maske her. Natürlich. Natürlich. Die erste war von hier. Ich hab das alles heute gemacht. Aber ich hab so viel davon schon wieder vergessen. Das heißt, wir haben ein bisschen Munition verschwendet für nichts. Was unangenehm ist. Haben wir ein bisschen Geld bekommen dafür? Also... War es vielleicht fast wert? Überhauptsächlich nicht. Also. Was wär der Weg hier? Oh, da komm ich nicht ran. Dafür müsste ich... Ach, nochmal den Weg... Muss ich nochmal ganz runter gehen? Nein, die Tür ist offen diesmal. Dankeschön. Das ist eine gewaltige Badewanne, die einfach nur... Im dunklen zwischen zwei Wände eingesperrt ist. Oder eingeklemmt. Wahrscheinlich so angenehm zu sein, ehrlich gesagt. Oh Gott, bin ich gerade erschrocken. Ich dachte, sie wär wieder hier. Aber es war nur ihr Kleid. Ah, hier kann ich nicht rüber. Das Problem, denn da drüben war noch was. Äh, kann ich den Schrank aufmachen? Nein. Wie komm ich da am besten rüber? Vom Weinkeller aus? Ach. Vielleicht hat sich da hinten ein Weg geöffnet. Schauen wir da nach. Seht ihr was? Ich überlege, ob ich vielleicht ein bisschen, äh... Pistolenmunition mal eben machen will. Denn ich würde nur ungern meine Flinte opfern, äh... Meine Flintmunition verwenden, um, ähm... Gegen kleine Kirchen anzutreten. Nein, jetzt nicht... Waren denn nicht irgendwas hinter der Wand noch? Das letzte Mal? Ich schätze, da muss ich nochmal in den Klang gehen. Was war der Weg, um da ranzukommen? Was war der Weg? Ich glaube, ich musste ins, äh... Badezimmer? Und dann bin ich irgendwie runtergegangen. Versuchen wir das einfach. Versuchen dann den ganzen Weg nochmal zu gehen. Ja doch, das sollte richtig sein. Und hier war dann unten das ganze Blut. Und diesmal werde ich nicht einfach runterspringen. Wir nehmen diesmal die Leiter. Wie zivilisierte Menschen. Gut, dann, ähm... Dann gehe ich mal nochmal durch. Ich hoffe, wir sind keine Gegner gerespawned. Das wäre nämlich äußerst ungünstig für mich. Gute Neuigkeiten. Sieht nichts aus, als ob irgendjemand der gerespawned wäre. Dementsprechend! Ich fahre mir nach oben. Und werde diesmal nicht spontan den richtigen Weg gehen. Sondern hier entlang. Oh, hier wäre eine Schreibmaschine gewesen. Ah, schön. Und vielleicht auch ein, äh, anderer Raum. Ey, mal, wenn wir schon mal hier sind. Was ist hier? Ein anderer Raum? Aber das ist nur für die Schreibmaschine. Dann wiederum. Es geht hier... Ja, hier geht es nach draußen. Und ich kann hier nicht mehr zurück. Äh... Okay, wisst ihr was? War es wert. Wir haben grünes Kraut bekommen. Und dafür kann ich mir eine weitere Heilung machen. Ich denke, das war... Das war ein Abstecher wert. Die Frage ist nur... Äh, wo will ich hin? Wenn ihr mich fragt, ist das eine ziemlich gute Frage. Best wäre es, wenn ich hier irgendwo rüberkommen würde. Aber dafür fehlt mir der... Schmiede eiserne Schlüssel. Das war die falsche Taste. Mit G gehe ich weiter nach unten. Okay, pass auf. Ähm... Es scheint so zu sein, dass man in den Hallen, der irgendwas, äh, noch so eine Maske finden kann. Vielleicht habe ich die einfach übersehen. Das heißt, ich würde nochmal in die Halle des Krieges gehen. Schätze ich. Und dann, äh, hoffen, dass das den hauen wird. Okay. Und darüber gehe ich... Okay, das ist der Weg. Okay. Warte, wie komme ich... Ich habe keine Ahnung, ob ich zurückkomme am besten. Äh, 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 äh... Oh, natürlich noch eine Sache, die ich vergessen habe. Der dumme Konzertsaal. Da habe ich das, äh, da habe ich auch nie das gemacht, was ich eigentlich hätte machen sollen. Ja, hier gibt es im Konzertsaal. Ich meine... Aber was ist das für eine Tür? Oh, hier brauche ich wieder den, äh, schmiedeeisernen Schlüssel. In dem habe ich auch die so ganz... Was stand hier? Der Lippenstift der Herren. Ja, davon wurde uns auch erzählt. Weiß nicht ganz, wo ich den Lippenstift hernehmen könnte. Äh, genau, äh, Konzertsaal. Da gab es auch noch ein Rätsel, das ich nicht gelöst habe. Wahrscheinlich sollte ich das noch machen. Äh... Okay, kann ich jetzt einfach... Okay, wir sehen... Oh! Yeah! Okay, okay. Okay, wisst ihr was? Das ist nicht so schwer, wie ich das zunächst dachte. Ich denke nicht, dass ich das Lied richtig spiele, aber... Wir bekommen das hin. Noch eins höher und so. Okay! Ja, das ist ein Hit. Ich hätte vielleicht nicht so schnell aufgeben sollen. Und da ist der Schmiedeeiserne Schlüssel. Gott, schau, warum habe ich das nicht direkt gemacht? Ah, Gott! Das hätte ich früher versuchen sollen. Ich hätte mir eine Menge Ärger erspart, aber... Das ist das Problem, wenn man so was... Wenn man die Noten vor sich sieht, dann... Das ist ein bisschen... Man fühlt sich ein bisschen eingeschüchtert davon, okay? Kann ich auch nichts dafür. Ich habe lange gewartet, ja. Ähm... Ich denke, dann gehe ich erst mal hier nach draußen. Weil wenn das okay ist. Will ich vielleicht nochmal im Kreislauf unter Umständen... Ich kann doch von hier aus direkt, äh... Dann aufmachen. Ist ja Zeit. Entriegelt. Oh, und hier ist die nächste. Entschuldigung. Ich bin in den Schalter. Das war's. Ehrlich gesagt, ja. Shit, nein! Sie haben das wieder geschlossen. Das ist nicht nett. Das ist ziemlich nett. Au, ich lade gerade nach. Auf. Ist wieder geschlossen. Nein. Okay. Ich habe das Munitions-Upgrade wieder... Ich bin sick of Bugs. Und das war Tochter Nummer 3. Zum Glück hatte... Hat Mama selber nichts davon gehört, während sie im Zimmer nebenan war. Aus irgendwelchen Gründen. So, ich habe mein Leben nämlich ungemein. Äh... Lass mich mich mal eben noch kurz umschauen. Ich habe das Gefühl, da könnte eventuell noch ein bisschen was herumliegen. Ich weiß, eine Vase. Das ist quasi etwas. Ich möchte noch eine Flasche Chemikalien. Das ist ein Stuhl, der aussieht wie eine Vase. Aber er ist keine. Sollte man nicht miteinander verwechseln. Und da vorne ist die Halle der Freunde. Meine Freunde! Man hat eine Halle für uns errichtet. Oh, ich bin ziemlich verwundert. Eine Halle nur für mich und meine Freunde? Hm. Hier hat jemand das gute Papier zerknüllt. Seht ihr? So wäre mit dem Papier nicht umgegangen, wenn es ein Diddle-Block gewesen wäre. Lass mich raten. Ich nehme die. Ich gebe die auf. Und hinter mir schließt sich nichts. Okay. Wer wird zu aufregend gewesen? Ich denke, wir wollen auch ins Atelier schauen. Oh Gott! Dieses Bild! Erschreckend. Ob man wohl das Weinglas in ihrer Hand kaputt machen kann. Lass die fünf Glocken erklingen. Vielleicht machen wir das. Schildkröte. Nummer eins. Ich habe das Gefühl, hier sollten noch mehr Glocken sein. So ungefähr fünf mehr. Ja. Also, schauen wir nach oben. Zwei. Okay. Wir haben zwei von fünf. Schwingt da eine Glocke vorbei? Schwingt eine Glocke vorbei. Drei. Okay. Noch zwei weitere. Das ist ein cooler Raum. Das gefällt mir. Sollten wir solche kleinen Rätselräume machen? Zwei Glocken. Oh, 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 oh. Vier. Und wo ist die fünf? Hmm. Oh, da oben. Okay. Genießt das wunderschöne Glockenspiel. Oh, ich wollte gerade sagen, was bewegt sich hier gerade? Aber das war das Bild. Das Porträt. So, wir haben jetzt alle drei Töchter gekillt. Das bedeutet, es gibt nicht mehr so viele, äh... Ah, nicht durchbrechen. Es gibt nicht mehr so viele Gegner, die uns, äh, verwunden können. Nur noch einen. Das ist eine lange Leiter. Ich mach hier alles kaputt, wenn's da... Oh. Ich weiß, dass Munitionsverschwendung ist, aber das ist was Persönliches. Hmm. Dieser Raum wirkt so, als ob hier irgendwas... Oh. Als ob hier irgendwas mit ihm nicht stimmen würde. Du zum Beispiel. Willst du zu spontan gewendet werden? Ich glaub, ich hab ja rausgefunden, was mit diesem Raum nicht stimmt. Oh, noch ein Dietrich. Sehr schön. Hm. Ich weiß nicht, ob man irgendwas sehen kann, wenn man durch die Dachfenster schaut. Wahrscheinlich wirklich so zu sein. Naja, gut. Ich hab's versucht. Ah, die Schatzkammer war, denke ich, der eine große Raum. Äh, zu Beginn. Ich hab gehört, dass ich in diesem Schloss etwas befinden soll, dass man den Dolch der Todesblume nennt. Anscheinend handelt es sich um ein antikes Stück aus dem Mittelalter, das mit einem Gebräu aus Giften und, äh, aus allen Ecken des Kontinents überzogen ist. Er soll gefertigt worden sein, um Dämonen und Monster zu töten. Klingt alles faszinierend, aber niemand weiß, wo er ist. Ah, ich hab das Gefühl, ich hab den zu... äh, ziemlich zuverlässige Schatzkarte gefunden, die mir eventuell den Weg erebnen wird. Oh. Wie, mein Inventar ist voll. Was soll denn das jetzt? Kann ich das Zeug bewegen irgendwie? Shift bewegen. Äh. Wie lege ich's ab? Mit F? Ich mein, uns fehlt nicht viel Platz. Das ist, wie kommen wir hin? Moment. Das packe ich mal... Komm schon, geh da oben hin. Das, äh, funktioniert nicht so gut, wie ich mir das wünschen würde. Geh hoch. Und... Wir haben's. Okay. Scharfschützengewehr. Ähm. Was soll das denn jetzt? Ich hab doch... Oh, mein Gott. Dann machen wir das Ganze eben nochmal. Ich hätte schwören, dass ich das schon gerade gemacht hab, aber scheinbar nicht. Ich hätte wohl irgendwo noch bestätigen drücken müssen oder so. F, bestätigen. Uh. Ähm. Könnte ich die über die Schnellwall packen? Schnellzugriff. Vier. Ich hab das Gefühl, ich werd davon im Schnellzugriff mehr profitieren als der mit dem anderen Schrott. Das kleine bisschen Dynamit, ob was das war. Wobei ich nicht vergessen sollte, dass das kleine bisschen Dynamit noch da ist. Eventuell wird das noch hilfreich sein. Äh. Könnte ich die mit dem Scharfschutzgewehr abschießen? Ja, wahrscheinlich. Nummer eins. Nummer zwei. Drei. Und ich hab nur noch einen Schuss übrig. das war nicht gut. Okay, dann, ähm, gehen wir weiter. Und hoffen wir auf das Beste. Und ja, wenn ich, äh, beim Shop bin, werd ich mir dann das Rezept holen, damit ich, ähm, Scharfschutzmunition herstellen kann. Flasch mit Chemikalien bedeutet, wir könnten noch mehr Heilung machen, aber... Glaublich sollte ich ja einfach mal eine Heilung einsetzen. Ah, Gott! Das ist mich ziemlich erschrocken, Freund. Okay. Zwei Schüsse aus der guten Flinte reichen aus, um sie zu besiegen. Oder ein Schuss aus dem guten Scharfschützengewehr. Äh, ich denke, ich werd einfach mal eben mit dem Fahrstuhl runterfahren. Ich will das ein Shorter, den ich aktivieren will. Ah. Uh, kann ich auch? Nein, ich kann nicht nach oben fahren. Nach oben kann ich nur fahren, wenn ich unten bin. Okay. In dem Schloss scheint es also noch ein bisschen was zu erkunden zu geben. Und... Warte, war der gerade? Ich glaub, der... Hat da gerade was geglitzert? Moment. Moment. Ja. Hat das. Wird gerade sein. Das ist doch, äh... Ich hab da doch was gesehen. Jetzt Verzeihung, ich muss wieder, äh, runterfahren. Langsam, aber sicher. Okay. Ich hoffe, ihr genießt soweit den, äh, Fahrstuhl-Playthrough. Es gibt bestimmt irgendeinen Fahrstuhl-Simulator da draußen, den man einfach nur mit dem Fahrstuhl fährt. Ist ja Zeit, als, äh, Leute zu allen langweiligen Dingen, ähm, Simulatoren gemacht haben und es scheinbar lustig war. Kristallfragment. Kann ich das Kristallfragment eigentlich, ähm... Nein, ich kann das nicht, äh, reinpacken. Okay. Das heißt, den Silberring, den werden wir mal noch, ähm, beibehalten. Oh, wir sind im Empfangszimmer. Hier waren wir lange nicht mehr. Ich hoffe, hier verfolgt mich niemand. Ich höre dir direkt zur Haupthalle. Ich denke, ich werde, ähm, geradeaus gehen. Damit ich ganz geschmeidig zu unserem, äh, Speicher... Ich gehe mal zum Speicherpunkt. Okay. Dann zeig doch mal, was du alles Schönes getan hast. Kristallfragment kann weg. Salina Schädel kann weg. Und der Torso ebenfalls. Damit haben wir wieder eine Menge Bargeld. Hm, Scharfschutzmunition herstellen? Yeah. Das wäre ziemlich gut. Ich denke, ich sollte auch irgendwann die größeren Koffer kaufen. Aber ich glaube, ich werde erst mal, ähm, das machen, um zu sehen, ob ich damit gratis das Magazin auffüllen kann. Meine Zinklose hier upgraden, kostet 6.000. Hey. Ich habe den Spruch genau gehört. Okay. Munition wird aufgefüllt, wenn man das macht. Okay. So weit, so gut. Dann würde ich sagen, wir gehen wieder nach oben. Ich glaube, sie ist gerade vor der Tür. Trinke ich noch einen Schluck. Weil sie geht da rechts entlang. Hm, okay. Interessant. Wusste nicht, dass sie da entlang gehen kann. Aber es ergibt Sinn, weil da ist der Fahrstuhl gerade. Moment. Warum, warum gehe ich dann hier entgegen? Ich sollte hier nicht entgegen laufen, wenn ich schon gehört habe, dass sie da entlang geht. Was höre ich hier überhaupt gerade für andere Geräusche? Einfach weitergehen. Und nach oben fahren. Ah, einmal nach oben bitte. Wenn wir schon mal dabei sind, würde ich gerne schauen, was mache ich für Scharfschutz-Munitionen? Zweimal Schießpulver, rostige Reste und eine Flasche Chemikalien. Uch, ähm, teuer. Ich würde einfach mal sagen, wir werden nicht allzu auf der Scharfschutz-Munitionen herstellen. Wie viel Schaden macht das Scharfschutz-Gewehr eigentlich? Feuerkraft 600? Ah, okay, und das, äh, okay. 600 Feuerkraft sind nicht so viel. Ich meine, es ist viel. Aber die Shotgun macht der 640. Ist ja nicht noch einer vorbeigeflogen. Yeah. Sogar zwei. Okay. Ja, das war daneben, glaube ich. Yep. Haben wir nochmal hier oben vorbeigeflogen? Yes. Und der andere kommt ungefähr hier. Komm schon. Nein. Oh, das sind so viele. Was? Okay. Wir werden hier warten. Und das sollte der Letzte sein. Als ob das daneben ging. Ich vermute zumindest, dass es noch einer ist. Ich hoffe es. Ist ja was. Jetzt habe ich hier keine Emotionen mehr. Das heißt, wenn jetzt noch einer lebt, dann, äh, dann sei es ihm vergönnt. Kenne ich eigentlich die Waffe auch? Ich kann die Waffe auch mit dem Maus? Oh, Gott, 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 Gott. Ich habe gerade herausgefunden, dass ich die Waffe auch mit dem Mausrad wechseln kann. Ich schätze es sehr, sehr leichter. Mein Leben ein bisschen. Kristalliner Flügel? Uh. Rostige Reste. Nein. Nein. Ich habe viel daneben geschossen, aber ich glaube, es war es trotzdem wert. Ehrlich gesagt. Ich fände gerade auf, ich habe echt keine Flint-Munition mehr übrig. Das ist nicht gut. Okay, 1200. Dankeschön. Ich wünschte, diese eröffnete Inventar-Munition herzustellen. Meldung würde nicht ständig auftauchen. Das ist auch schon wieder eine ziemlich schicke Gegend hier. Ist auch ein bisschen erschreckend. Hier sind nämlich viele gemeine Gargoyles unterwegs. Und ich hatte das Gefühl, ich habe schon viele vom Himmel geholt, aber scheinbar nicht ausreichend viele. Vielleicht haben sie auch einen Schuss mit dem Scharfschützgewehr überlebt. Schweren zu schätzen. Kann ich hier rüber? Nein. Ja, ich denke, mit dem Scharfschützgewehr habe ich soweit ganz gute Vorbereitungen getroffen für dieses Gebiet. Ansonsten werden mir hier wahrscheinlich einige entgegengekommen. Und so kann ich einfach entlanglaufen, ohne mir jegliche Sorgen, um irgendwas zu machen. Oh, ich meine zu Scharfschützmunition. Würde ich trotzdem nicht Nein sagen. Flasche Chemikalien. Das heißt, wir können jetzt eine Menge herstellen. Ich glaube, wenn ich die Wahl hätte, würde ich gerne ein bisschen Flint-Munition herstellen. Okay. Ich bin mir nicht ganz sicher, wo das gerade gelandet ist, aber ihr habt das auch gesehen, oder? Warte, wo ist denn das gelandet? Das müsste links von diesem Turm... Yeah, okay. Das ist auch nur ein Kristallfragment, was man da mal runterbekommt. Das ist ein bisschen schade. Ich meine, ich habe schon so aufmerksam aufgepasst. Das hätte mir auch was Schöneres geben können. Dann wiederum das Teilfragment bringt 2000. 2000 sind okay. Ist ja was? Ist okay. Ich habe mich entschieden. Und dass nicht unsere letzte Maske ist. Hör auf. Hör auf. Hör auf. Hör auf! Dankeschön. Dass du dich dazu überreden hast, lassen aufzuhören. Ah Gott, der wollte es aber wissen. Ich glaube, er hat mir keinen Schaden gemacht. Ist das die letzte Maske? Oh mein Gott, das ist die letzte Maske. Oh oh. Oh oh. Das heißt, wir nähern uns wohl dem Ende von dem Schloss. Okay, jetzt bin ich wieder beim Fahrstuhl. Gut, dann fahren wir runter und kommt der Fahrstuhl hier oder ist der kaputt? Nein. Ich dachte kurz, er wäre nicht da. Das Spiel von mir will, dass ich zu Fuß runtergehe oder so, aber so ist das Ganze wesentlich angenehmer für mich. Ich werde auf jeden Fall noch ein Munitionsupgrade für die Shotgun holen. Dafür habe ich extra mich zusammengerissen, um mich nochmal nachzuladen. Da hat er oben links irgend so ein Du kannst was anklicken Zeichen. Oh, und von dem Boss kann ich noch gerne den Schatz mitnehmen, ehrlich gesagt. Nein, nein, nein. Ich werde lange leben, glaub mir. Ich habe sie noch nicht mal angreifen gesehen. Sie ist halt echt langsam. Das sagst du jedes Mal. Und Kristalliner Flügel 2400 wert. Verkaufen wir. Dann erhöhen wir die Magazingröße. Boom. Und ansonsten haben wir nicht genug Geld. Ich meine, ich will nicht nur die Feuerrate von dem Scharfschutzgewehr erhöhen, aber oh, wir könnten nein, noch nicht. Bitte schau an mein neues Stock. Nein, ich denke, ich bin zufrieden mit dem, was ich habe soweit. Bin ich? Jetzt bin ich mir nicht mehr so sicher, ehrlich gesagt. Also. Ich will die Schatzkarte nochmal anschauen. Dungeon Treasure Kitchen Okay, das also neben der Küche. Also, da ist die Küche. Okay. Lass ich mir nochmal einen Blick drauf werfen. Ich weiß nicht, was das für ein Raum da vorne sein soll, aber ich schätze, es gibt nicht so viele Möglichkeiten. Das würde wahrscheinlich der Raum sein oder so. Ich habe keine Ahnung. Ach, komm, schauen. von. Nein, bin ich nicht. Ich bin im Speicherraum. Ich bin gar nicht da. Kannst du eigentlich mal schnell zu mir rüberrennen, damit ich kurz an dir vorbei kann. Wie war es nicht? Vor allem meintet ihr noch, dass ich ein bisschen abgestanden schmecke. Dumm genau zu sein. Das heißt, ich weiß, wie viel ich als Wein wert bin. oder ist nicht sonderlich viel. Okay, die Küche. Scheinen auch irgendwo noch Gegner zu sein. Also, ähm, das Problem ist, jetzt bin ich da, aber ich bin nicht ganz sicher. Dungeon Treasure Fragezeichen. Nein, Karte. Ich schätze, ich will... Oh, natürlich, der Schatz ist hinter dem... verbräuchte ich meine Schatzkarte, es wird auf der Karte, auf der richtigen Karte angezeigt. Na gut. Oh, natürlich sind ein paar Gegner gerespawned. Das ist denkbar ungünstig gerade. Ich habe mich das Gefühl, dass ich mich einem Bosskampf nähre und ich habe nicht so viel Munition. Dann wiederum... Lass mich euch killen, dann kann ich das Munitionsupgrade für meine Pistole direkt kaufen. Das war so schlecht. Gegner zu treffen ist gerade nicht meine Stärke. Komm schon. Warum überlebt ihr was? Warum überlebt ihr das alles? Die Shotgun ist nicht in dem Ausmaß stark, wie ich mir das gewünscht hätte. Befürchte ich. Ich hoffe, das Messer, das man hier findet, war diese Munitionsverschwendung wert. Sonst werde ich nicht begeistert sein. Schmiede eiserner Schlüssel. Wir haben es also mit dem kleinen Rätsel zu tun. Scharfschutzmunition. Nicht ganz, was ich mir gewünscht habe, aber okay. Was haben wir hier? Feste Munition. Das ist ganz gut. Wir müssen die Teile irgendwie anzünden. Wir müssen Wie bekomme ich das da am besten raus? Muss ich vielleicht wieder Sprengstoff dagegen werfen? Ich denke, seine Zeit ist herauszufinden. Antwort ist ja. Ja, vorübergehend. Scharfschutzmunition. Und ein Kristallfragment. Kann ich das Teil umkippen zufälligerweise? Okay, warte, ich kann das eine da weit genug rüberschieben, dass es das Feuer berührt. hoff' ich. Ja, nicht ganz. Komm schon. Ah, es reicht nicht. Aber hier wäre sogar eine Rohrbombe gewesen. Okay. Nein, nicht da. Das war mein Instinkt, der mich zum Nachladen verführt hat. Ah, das war ein Zehn Schuss, die ich gerade verschwendet habe, wenn ich das Munitions-Upgrade holen will. Wahrscheinlich. Habe ich die dann zumindest verschwendet. Okay. Ich habe es geschafft. Das Messer hat uns noch den gewissen Abstand gegeben, der uns noch gefehlt hat. Jetzt, wenn das Teil zurückschwingt. Ach, komm, schauen. Das ist ein bisschen nervig. Komm schon. Ach, komm schon. Das ist doch... Oh, ich hasse dieses Rätsel. Das ist so nervig. Vor allem schwingt es nie ganz dahin, wo ich wünschen würde, dass es hinschwingt. Ähm, wie mache ich das am besten? Es sollte nicht so viele Möglichkeiten geben. Äh. Sie müssen sich in der Mitte irgendwie treffen, aber das Problem ist... Was, wenn ich dich hier hinschwingen lasse? Das Problem ist, dass die Teile jeglichen Schwung verlieren, wenn sie... Äh, es scheint halbwegs zu funktionieren. Okay. Wir gehen darüber und dann... Es ist immer noch das Problem, dass ich viel zu langsam bin dafür. Ich mache das gerade überhaupt nicht. Ich habe gerade herausgefunden, dass man mit dem Messer zustechen kann, weil man die rechte Maustaste gedrückt lässt. Das bringt mir nur nichts. Ich schaue mir jetzt ein Video an. Ja, ja, den Teil, den Teil soweit kenne ich. Okay. Man kann das auch mit der Pistole rüber verschießen. Das Problem ist nur, ich habe nicht ganz so viel Munition wie er. Das ist doch dämlich. Oh mein Gott. Wahrscheinlich hat man deswegen Pistole Munition gefunden. Na gut, das war das Rätsel. Ich habe das Gefühl, ich wäre so nicht drauf gekommen, weil ich viel zu geizig gewesen wäre, um Pistole Munition zu verwenden. Aber hey, so habe ich das geschafft, ohne zu googeln. Blaues Auge. Ich dachte, da wäre ein Messer oder so drin. Das blaue Auge wird mit dem Silberring kombiniert. Oh, das ist ein gruseliger Ring. Okay. Ich dachte, bei wenigsten Waffe drin oder so, aber scheinbar nicht. Das heißt, wir haben sehr viele Ressourcen verschwendet, um mal ein bisschen Geld zu bekommen. Ich meine, ich kann Munition kaufen, aber ich bin zu geizig dafür, okay. Zum einen, zum anderen. Komm, schau. Ich dachte, der wäre eine Waffe. Ich dachte, der wäre dieses super Giftmesser. Aber nein, stattdessen war es ein dummes blaues Auge. Aber gut, dann, ähm, uh, uh, da könnte ich noch mit meinem Dietrich ran. Okay. Wir haben noch ein bisschen was vor uns. Zum einen bin ich gern schnell und, äh, unbeschadet. Ah, Ja, ja, ja. Alles gut. Ah, wir verkaufen jetzt mal das Zeug hier drüben. Und hoffen, dass es etwas ruhiger wird. Und dann! Und dann werden wir das eine Teil mit dem Dietrich öffnen. 12.000! Vielleicht war es das doch wert, ehrlich gesagt. 12.000 sind schon eine Menge. Nein, haben wir nicht sonst noch was, dass ich mit dem Dietrich öffnen kann. Hier, das ist der falsche Knopf. Speicherpunkt. Oh, im Konzertsaal war noch was. Dann würde ich sagen, äh, ich klappe noch schnell die zwei Dietrich-Locations ab. Hier sind noch eine Menge Orte, an die ich wegrennen kann. Okay. Dietrich-Location Nummer 1. Sie folgt mir hier rein gerade, oder? Äußerst ungünstig. Okay. Aber, äh, 4-Schuss-Flint-Munition ziemlich gut. Das würde 4.000 kosten, wenn ich das im Shop kaufen würde. Okay, wir sehen, was sie ist gerade hier unten. Das heißt, wir werden die Gelegenheit einfach mal wahrnehmen und, äh, weiterrennen. Wo käme ich zum Konzertsaal am besten? Immer noch der falsche Knopf. Ich will immer mit E, äh, das wechseln. Oh, habe ich die Tür nie geöffnet? Ah ja, ich glaube, sie kam mir darüber entgegen. Das ist ein bisschen ungünstig. Oh nein, ist es nicht. Ich komme jetzt hier vielleicht zum Konzertsaal. Ich muss nur zum Innenhof oder nach links. Okay, alles gut. Hoffen wir mal, dass die Gegner hier, äh, da draußen nicht allzu nervig sein werden. Ihr seid nicht allzu nervig, oder? Naja, die sind, die sind schwer in Ordnung. Okay. Ach ja, ich konnte die Tür nicht öffnen, weil, oh, das heißt, die Tür wird wahrscheinlich da oben offen sein, wenn sie sie geöffnet hat. Das ist der falsche Weg. Der Konzertsaal war da drüben. Und das Teil mit dem Dietrich war dann, das war hier vorn. Komm schon. Sei was Gutes. Sei was Gutes. Ist okay. Ich würde nicht sagen, dass es gut ist. Es ist okay. Weil, wo war dann der eine Weg, der verschlossen ist? Oh, der war, wenn man da durchgeht. Äh, wir gehen lieber unten entlang. Scheint mir der kürzere Weg zu sein, ehrlich gesagt. ist, wenn ich überhaupt noch richtig bin. Ja, das bringt mich zum Innenhof direkt. Hallo, Innenhof. Ich bin schon wieder weg. Oh, äh, hi. Nein? Okay. Immer schön um den Tisch herum. Sie kann nicht über den Tisch drüber. Das ist, äh, das ist eine waffenfreie Zone. Da kannst du nicht einfach rein. Gut. Dann lass mich mal noch ein paar Upgrades machen. Und zwar, das Magazin-Upgrade für die, äh, der Piste. Ich will gar nichts von den, äh, Scharfschützen-Gewehr-Upgrades machen. Ich habe eigentlich gesagt, wie viel, wie viel wäre Stärke? 700? Ist aber so teuer. Ich glaube, ich kaufe hier über den Koffer, ehrlich gesagt. Congratulations. With this, you'll not worry about missing it. Thank you for your patronage. Hmm. Ich glaube, ich bin nicht ganz zufrieden mit der Menge an Munition. Wollen wir mal, ich hauptsächlich Scharfschützen-Munition habe, aber... Äh... Mal schauen, wie es laufen wird. Ich denke, ich habe soweit aber erstmal alles mitgenommen, was, äh, eventuell hilfreich sein könnte. Okay, ich glaube, sie ist erstmal weg. was das bedeutet. Äh... Hey! Ich habe nur geraten, dass hier die Maske des Zorns hinkommt und es war richtig. Okay, los geht's! Oh, wir konnten die Tür öffnen. rostige Reste. Kraut. Oh, nein. Uh, das ist ein Bosskampf, der uns bevorsteht. ist hier zufälligerweise jemand, der mich nicht umbringen will mit seinen gewaltigen Clownhänden. Ist hier das Messer drin, von dem ich so viel gehört habe? da ist das Messer. Uh. Ich schätze, mit dem Gift haben wir sie jetzt, äh, verwundbar gemacht. Mein Messer! Uh-oh. 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 Vorsicht, ich habe eine Pistole. Ich glaube, ich weiß, warum wir die Scharfschütz-Munition bekommen haben. Oh mein Gott, ich habe so viel Munition. Ah! 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 Komm schon! Nein! Habe ich getroffen? Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Ja, wir können nachladen. Oh, das ist so laut! Ah! Lauf, 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 lauf! Yes! Das war ein vernünftiger Treffer. Kann ich mich von hier anschleichen? Ich sollte nicht. Okay. Das war jetzt so gut. Nein, das war die komische Kreatur, die ich getroffen habe. Yes! Weitere Treffer. Ich wünsche, ich hätte den Schaden von dem Scharfschütz-Gewehr abgegradet. Das wäre, das wäre hilfreich gewesen, glaube ich. Welche Form von dir findet, welche Form von dir findet ihr euch sexuell anziehender? Die gerade oder, äh, die davor? Ich persönlich kann mich noch nicht ganz entscheiden. Ich denke, die haben beide ihre Vorzüge. Ich glaube, ich habe nur einmal getroffen gerade. Oh. Ich habe nicht mehr viel Munition übrig. Das ist nicht gut. Aber das war noch ein weiterer Treffer. Noch einer. Oh! Hitshot! Ja, wisst ihr was? Der ist vernünftiger Kampf. Zu weit, zu gut. Scheinbar habe ich wieder getroffen. Ich habe mich gerade genommen. Ja, bitte nicht. Oh, Gott. Weiter nach oben, weiter nach oben, weiter nach oben. Ich bin nicht schüchtern. Ich habe nur Angst. Das gefällt mir gerade überhaupt nicht. Ich weiß nämlich nicht ganz, was ich am besten machen könnte, um auszuweichen. Au. Scheinlich allzu viel. Was ist das? Das war ziemlich dramatisch. Aber ich würde sagen, der alte Ethan hat es wieder mal geschafft. Das ist so laut alles hier gerade. Habe eine Heilung gebraucht. Ich würde sagen, dass es hätte schlechter... Uh, die kristalline Lady. Es hätte schlechter laufen können. Das hätte definitiv schlechter laufen können. Puh. Okay, dann... Wir ignorieren einfach mal diesen riesigen Kadaver und wir gehen einfach mal weiter. Hallo. Ich wünschte, ich hätte den durchbehalten können übrigens. Der war ziemlich cool. Das dreckige Glasgefäß. Warum ist das mit gelber Flüssigkeit gefüllt? Äh, der Bosskampf war ganz nett fürs Protokoll. Falls ihr euch hier über meine Meinung dazu wundert. Er war ganz nett. Äh, ich glaube, ich will erst mal nichts herstellen. Ich würde mir gern das dreckige Glasgefäß anschauen. Ein Glasverhältnis mit dem Blumen- und Schwärzsiegel. Es ist hart... Es ist zu dreckig, um den Inhalt sehen zu können. Wie wäre es, wenn wir es aufmachen? Aufmachen? Oh, oh. Da ist das... Oh, nein. Oh, nein. Das ist nicht zufälligerweise Rose, was wir hier in diesem dreckigen Glasgefäß haben, oder? Und nach Rose suchst du meine Aufgabe. Okay. Ich weiß es nicht, aber... Versteht ihr? Ich weiß ja nicht. Ich traue dem Ganzen nicht so sehr. Warum kann man den Schrank überhaupt aufmachen? Na gut, dann würde ich sagen, äh, ich speichere mal. Ich habe die bestellte Arbeiter abgeschlossen. Bitte bringen Sie in das Haus mit den roten Schornsteinen. Geh durch die Höhle, dann durch die Ruinen runter ins Dorf. Na, ich würde sagen, ich werde erst mal eine Pause genehmigen, bevor ich das in den Angriff nehmen werde. Wisst ihr was? Ich denke, ich habe mich okay geschlagen bei dem Bosskampf. Auch wenn wir wahrscheinlich nicht viel hätte falsch machen können, aber dennoch. Ich habe euch gerade einigen Erledigungen für diesen Tag gestellt. Ich habe mir einen Quark gemacht mit Birne. Ich habe ein Glas mit, äh, Baby-Mais gegessen. Nein. Ich habe gerade meine Erledigungen für den Tag erledigt. Ich habe was gegessen. Ich habe das Zeug aus der Waschmaschine in den Trockner geräumt. Und ich habe Videos für heute vorbereitet. Wisst ihr, was das bedeutet? Es ist an der Zeit, zurückzukehren in das Dorf. Ich meine, es ist euch wahrscheinlich aufgefallen, ob es da anders... Es gab nicht mal eine Pause zwischen den Videos. Äh, kann ich das bitte aufknacken? Oder sollte ich sagen, aufkacken? Schießpulver? Wohl eher Scheißpulver? Oh, was ist das? Oh, das ist Schrott. Ich dachte kurz, es wäre eine Menge von Fledermausgleichen oder sowas. Uh, Bleichmittel. Hey, Bro. Disinfecting Wives. Das ist ein Desinfektionsmittel von Hey, Bro. Ich wünsche, jemand würde diese Marke machen. Einfach nur Hey, Bro. Ist mir egal, was wir kaufen. Wir könnten sie alles verkaufen, ehrlich gesagt. So, warte, von wo kamen wir? Wir kamen von hier, nehme ich an. Nein, wir kamen eher von da. Hm. Das heißt, ich werde erst mal schauen, ob ich vielleicht, das ist eine Brücke, die gerade nicht mit mir kooperieren will. Okay. Ich denke, damit haben wir bereits zwei von drei Wegen ausgeschlossen. Und es bleibt noch einer übrig. muss ich dafür jetzt einen Schutz verschwenden. Komm schon, Spiel. Wir sind wieder in einer Höhle. Glaubt ihr, wurde gemacht, um Ladezeiten zu überbrücken? Wahrscheinlich, oder? Ich schätze. Warum sollte ich sonst jetzt durch eine Höhle laufen? Uh, okay. Das gibt mir direkt Resident Evil 4 Vibes. Das ist Sache. Bisher dachte ich, ja, das Spiel ist nicht so sehr wie Resident Evil 4, wie Leute vielleicht meinten, aber ist hier was? Wenn man den guten alten Fische erfangen kann. Oh mein Gott, das ist so ein großer Koffer. Da kann ich nicht Nein sagen. Das Fischfilet ist von gewöhnlichem Fisch gewonnene Zutat. Wollte ich damit Heilung machen? Vielleicht? Wir ignorieren das einfach mal alles. Und freuen uns, dass dieser kleine Fischfleisch... die Türen nicht aufzunehmen. Mach doch die Türen nicht auf! Oh, das ist sie. Hey, remember me? I almost died over that castle. Tell me, what is going on around here? How can a man be almost dead? That's a question for the wise. You know what I mean? And I still haven't found Rose. Where did Mother Miranda take her? You're too late! Or maybe almost too late. The child will be sacrificed life for life. What kind of sick medieval shit is this? She's just a baby. The crests of the four bloodlines may open the path you seek. will you please stop talking in riddles? I just want to find my daughter. It's only a riddle if you don't know the answer. It's not so complicated. We have already the first Phytos in the glass found. Hey, wait! Hey, wait! And der hat tofälligerweise das Wappen von dort oben links. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich noch drei andere Bosskämpfe schaffen. Ich nehme mal den Schlüssel an mich. Der geflügelte Schlüssel! So nenne ich übrigens meine Harry Potter Fanfiction. Harry Potter und der geflügelte Schlüssel. Es ist klein. Ich dachte, es klingt cooler, als es letztendlich der Fall ist. Kann ich jetzt unter Umständen das Wappen von meinem etwas unsauberen Gefäß? Nein, immer noch nicht. Ich vermute, wir müssen das irgendwo reinstecken oder so, da unten. Hey, das ist das Umbrella-Logo. Ne? Das ist ja verrückter Zufall. Das sieht fast so aus, als ob irgendwas hier mit der Umbrella Corporate zu tun haben könnte. Aber dabei muss es sich wohl um einen Zufall handeln. Entriegelt. Okay. Dort werden wir auf jeden Fall noch ein, zwei Mal hin zurückkehren, nehme ich an. Hallo, Freiheit. Sind wir zurück im Dorf? Oh, wir sind nicht zurück im Dorf. Wie ist das? Wie, was ist das? Der Zeremonienplatz? Wenn du fragst, was das ist, weißt du bereits mehr über diese Situation als ich. Weißt du, was die Sache ist, die mich an dem Spiel stört? Ich habe mich viel beschwert, ich weiß, aber gibt es irgendjemand, der Ethan leiden kann? Ich fände ihn eigentlich die ganze Zeit mit allem, was er sagt, immer nur super anstrengend. Schon wieder das Umbrella-Logo. Er ist nicht der Charakter, den ich mir gewünscht hätte. Diesem Bull sieht vertraut aus. von mir ein Foto? Nein. Ich denke, ich kann gerade sonst nichts draufpacken. Schau ich diese gewaltigen Füße an. Ihhh. Oh, wer? Oh Gott, die haben eine Statue gemacht und sie haben diese widerlichen Zehennägel. Ach, das ist nicht schön. Warum sollte man das machen? Wenn man schon eine Statue macht, dann zumal wenigst ein bisschen oder auch bei der Planung hätte er vielleicht ein bisschen sein Zehne geschneiden können, wie es sich ganz so heruntergekommen aussieht. Ja, eine Kiste. Nett. Nehmen wir mit. Scharfschutzmunition. Von der haben wir nicht mehr allzu viel, aber ich würde auch fast sagen, dass ich die so weit mal ignorieren werde, denn wir können einfach das Munitions-Upgrade dann beim Shop direkt machen. was macht ihr hier? Ah, ist die Brücke. Hallo Freund. Ihr seid keine Freunde. Ihr seid Feinde. Irgendeiner von euch unter Umständen irgendwo Rose gesehen. Kleines Baby. Ihr habt wahrscheinlich vor, es zu opfern. Ihr habt es wahrscheinlich schon mal gesehen. Metallreste. Da unten müsste... Warte, wo ist der Typ hin? Hey. Da ist er hin. Darauf zu schreien. Jetzt hängt mich wieder an die Flucht aus dem ersten Dorf. Und das war ein Headshot. Und die war ziemlich unangenehm. Beziehungsweise es war nicht Flucht, es war ja der Versuch zu überleben. Aber ich vermute, da hätte ich super viel Munition einsparen können. Wenn ich da nicht tatsächlich versucht hätte zu überleben. Ich kann ja nicht wissen, dass ich sterben muss. Okay, wir brauchen dringend dieses Teil, damit wir es drehen können. Die Kurbel. Nennen wir es nicht Kurbel. Hallo? Ich 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 verträume nicht. Ich verträume nicht. Egal was du sagst ich träume nicht. Dir genauso wenig Na Na Lass mich raus. Gott man würde meinen wäre ich besser darin auf die zu schießen aber davon auszugehen wäre gänzlich falsch. Metallreste. Okay. So weit, so gut, würde ich sagen. Hier haben wir noch ein paar Leichen. Aber sonst nichts, was ich mitnehmen kann. Ich werde hier natürlich noch durchschauen. Denn wenn die hier ein bisschen Munition haben, ist das bestimmt wert, dass ich dafür... Oh. Das ist eine christliche Gemeinde ursprünglich mal gewesen. Bevor Mutter Miranda Jesus den Rang abgelaufen hat. Aber da oben ist auch nochmal das gleiche Bild, mehr oder weniger. Naja. Ich wollte es mal anschauen, wenn es nicht so erwähnenswert ist, ist aufgefallen daran. Was haben wir hier? Nein! Äh... Geflügter Schlüssel? Passt nicht zu diesem Schloss. Was ist das für ein Schloss? Ich habe nichts auf der Karte. Geschmierter Schlüssel? Ich werde einfach mal alle meine Schlüssel durchprobieren. Ich denke nicht, dass einer davon passen wird, aber... Äh... Wir merken uns aber auf jeden Fall, dass hier noch ein Kästchen ist, für das wir irgendeinen Schlüssel benötigen, den wir zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht haben. Aber... Wahrscheinlich noch finden werden. Ich frage mich gerade, wann wir zurück ins Dorf kommen, ehrlich gesagt. Ich meine, das sollte da vorne sein. Denke ich. Der Altar. Der Altar. Ich habe ein Gefühl, dass du hier aufstehen würdest. Es war alles wert. Ist das so? Ich glaube, dass du etwas von Wert hast. Ich bin nicht sicher, ob es von Wert ist. Aber... Du hast deine Frau in deine eigenen Hände. Was hast du gesagt? Geh mal etwas... Nein! Oh Gott! Ich mag so einen süffisanten Ausdruck nicht. Das ist nicht möglich, das kann nicht sein. Deine Frau ist noch nicht entdeckte. Sie sind wirklich einzigartig. Wer kann das sogar machen? Sie kann sich schrauben, du kennst. Schrauben? Von diesem? Bist du verrückt? Es ist ein Haus mit einem roten Knie auf der westlichen Seite der Stadt. Geh und suche den Mann, der dort wohnt. Dann können wir unsere Konversation fortsetzen. Zutat aufzuhalten und komm zu diesem Punkt! Du musst nicht meinen Worten vertrauen. Aber hast du noch bessere Optionen? Er genießt das ein bisschen zu sehr. Ihr habt auf jeden Fall eine Menge zum Essen, da ist mir vorhin aufgefallen. Aber ja, ähm... Ich will ehrlich sein. Nicht die größte Überraschung an der Stelle. Da ist schon wieder der Umbrella Corporation Knopf. Schauen wir aber trotzdem... Ich mein... Wir haben jetzt vielleicht ein bisschen gestritten. Zugegeben, aber... Welcome. Ich würde trotzdem ganz gern was kaufen vielleicht. Die kristalline Lady. Kristalline Überreste von Lady Dimitrescu. Schrecken erregend wie elegant. Sehr wertvoll. Schrecken erregend. Verstehe. Der Fisch ist roh, nicht genießbar. Aber wir verkaufen erst mal das. Oh, Lady Dimitrescu. Beautiful, even in death. That waistline. Yes. Oh Gott. Ähm... Ich hab die Rohrbombe gar nicht im Kampf verwendet. Fällt mir gerade auf. Äh... Zusatzkoffer erhöht die Onzeilen verfügbaren Inventarplätze. Ich glaube, darauf kann ich verzichten. Wir haben... Wir haben zweimal Zubehör für Scharfschützengewehr. Aber das ist so teuer. Ah, das unten hab ich ja trotzdem alles. Please let me know, if you'd like to strengthen your weapons. Ich hab die Magazingröße von dem Gewehr schon ausgemaxt. Ja, das ist ungünstig. Aber... Wir können... Wo können wir die Pistole... Die Pistole können wir auch stärker machen. Uh... Das heißt, wir machen das? Yeah. Das machen wir ebenfalls. Wir müssen erstmal die Stärke erhöhen. Ich mein, komm schon. Wisst ihr was? Ich denke, wenn wir erstmal genug Schaden austeilen, sollten wir okay dabei sein. Eigentlich, ich lad mal nach. Ich mein... Vielleicht sowieso nicht für das Missionsupgrade. Gut, dann, ähm... Man kann nicht auf ihn schießen. Ich ziele. Oh, der hat aufzuziehen. Ist ja enttäuschend. Man könnte ihn wahrscheinlich mit einer Rohrbombe, ähm... Etwas zu nahe rücken, aber... Wollen wir das? Bessere Frage ist, wo will ich eigentlich hingehen? Äh... Vorher geschlossen. Kaufmann. Ostteil. Oh, der Schmiedeeiserne Schlüsse ist doch für was anderes gut. Zugbrücke war da. Das heißt, ähm... Von da links kam ich. Ich weiß also nicht, was da vorne auf mich wartet. Schauen wir uns doch direkt mal hier hin. Passt nicht. Ein Ornament mit vier Flügeln. Äh... Hier war die Zugbrücke, von da kam ich. Das heißt, wir könnten da noch entlang schauen. Außerdem, ähm... Hm... Oh, da ist auch wieder vier Flügel. Okay. Vielleicht bekommen wir den Schlüsse ja ein bisschen upgrade, damit er nicht nur zwei Flügel hat, sondern vier. Ja. Das wär'n Traum. Kann ich das eigentlich mit dem Messer? Yeah. Und wir sind zurück im Dorf. Hallo, meine Freunde! Hey, ist das... ist das... ist das das Gebäude, das wir suchen? Nein, es ist das hier, oder? Hm... Oh, hab ich einen Dietrich bei mir? Nein, hab ich nicht. Aber ich glaube, er hat einen verkauft, oder? Denn ich hab' gerade gesehen, der kann was mit dem Dietrich aufmachen. Guter Mann! Ich muss doch mal zu dir zurück! Äh... ich... Nein, das ist eine Rohrbombe. Sieht nur aus wie ein Dietrich. Es ist aber keiner. Okay. Guter Mann! Ich geh' dann mal wieder weiter! Ich dachte... Es gibt hier noch etwas, das ich brauche, aber ich lag falsch. Ähm... Brunnen. Geflügelte Embryo, Schmiedeeiserner Schlüssel. Ich kann auf jeden Fall eine Menge mit dem Schmiedeeisernen Schlüssel anfangen. Da ist ein Vorhängeschloss. So, ich versuche einfach mal... Ich kann ja nicht geradeaus. Es ist immer das gleiche Problem. Ich kann... Ich kann nicht an diesem dummen LKW vorbei. Das bedeutet, wir werden mal neben der Kirche einfach, ähm... weitergehen. Fress diese Leute nicht, die habe ich bereits erschossen. Dafür will ich hier rein und hier hinten ist da eine Tür. Ah ja, da oben. Ich weiß nicht, ob die mich dahin bringen, wo ich hin will, aber... Kann nicht schaden. Habe ich den falsch angeklickt? Nein. Uh... Der ist ein schicker Friedhof, wisst ihr was? Ich würde hier beerdigt werden wollen. Dann wieder muss man fairerweise sagen, dass, äh... Sein Leichner beerdigen zu lassen, eine sehr egozentrische Sache ist. Und ich denke, äh... Einäscherung wäre sehr viel angemessener. Wobei das auch nicht optimal ist. Ah, wie auch immer. Oh, hier waren die Hühner. Vielleicht können die auch Eier legen. Wie in Resident Evil 4. Interessant, dass hier noch frische Blumen drauf liegen. Nein, das ist generell noch nicht so lange her, dass hier alles vom Bösen überrannt wurde. Der Hahn kann aber kein Ei legen. Huah! Geflügel? Wer ist der Duke? Oh, der Duke wird der Händler sein. Wo ist das Huhn? Hey, Huhn! Huah! Der Jäger ist bereit für die Jagd! Die Jagd! Ganz recht. Ich schätze, das soll soweit alles, was es hier gibt. Aber ich werde mich noch weiter umschauen. Und dann gehe ich mal eben zurück zum Duke. Denn ich habe das Gefühl, der alte Duke hat Hunger! Und wer wäre ich, wenn ich ihm das Essen verwehren würde? Ein Monster! Guter Mann! Wie kann ich ihm was geben? Das Essen ist Leben. Das Essen ist Leben. Roh nicht genießbar. Ich vermute, ich kann das Essen irgendwo zubereiten. Ich weiß beim besten Willen nicht wo. Untersuchen. Roh nicht genießbar. Ich schätze, wir müssen auch noch irgendwas anderes machen. Eventuell werden wir demnächst dazu kommen. Ich meine... Ähm... Wir haben jetzt erst überhaupt erst angefangen, Zutaten zu finden. Also... Das ist wahrscheinlich eine Mechanik, die wir erst nach und nach... ...der wir erst vertraut gemacht werden. Dieser dumme Wagen. Kann ich hier nicht irgendwie... Darüber oder so? Äh... Jemand hat hier was fallen lassen. Und dieses Mal war es nicht ich. Hallo, hat hier jemand was fallen lassen, zufälligerweise? Munition. Habe ich hier letzt mal einfach übersehen? Ich meine, wir haben ja auch recht, ehrlich gesagt. Eventuell war ich auch noch gar nicht in dem Haus hier drin. Geschnitztes Tierkörper. Sind wir jetzt auf der... Ich glaube, wir sind jetzt auf der anderen Seite von dem, äh... Truck. Ich vermute, ich konnte da vorher noch nicht rein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Uh... Lass mich erst mal aufs Klo gehen. Rostige Reste. Widerlich. Warum ist da ein Auto reif auf dem Dach? Ich meine, den muss doch irgendjemand gezielt... In die Hand genommen und hochgeschleudert haben. Der landet da nicht nur... äh... Nicht versehen. Es war nur ein Mann. Ein toter Mann. Dann wiederum, ich weiß gar nicht, ob sie heutzutage noch, äh, Hunde als Gegner in Resident Evil spielen bringen würden. Denn, äh, ich habe das Gefühl, Hunde zu erschießen. Nicht unbedingt eine Sache, die allzu viele Leute, äh, allzu gut finden. Dann wiederum, habe ich den Kopf eines, äh... Toten Babys im Glas bei mir, also... Wahrscheinlich sollte sich das so weiter ausgleichen. Ich erinnere mich noch, als wir hier waren. Irgendwas fehlt. In der Tat scheint irgendwas noch zu fehlen. Hm... Ist das eine Tür? Nein. Ah, ich denke, ich schaue mich einfach mal noch ein bisschen weiter um. Und vielleicht finden wir, was auch immer da noch fehlt. Wie kam ich von hier? Sieht alles so gleich aus. Ist ja wirklich schwer einzuschätzen, wo ich jetzt gerade schon war und wohne nicht. Das Klo voll mit Müll, daran erinnere ich mich. Auch hier muss jemand seinen Müll gezielt ins Klo geworfen haben. Äh, wohin mit dem Müll? Ich weiß nicht. Das Klo, das niemand mehr benutzt. Können wir da nicht noch ein bisschen Müll reinwerfen? Oh ja, das klingt nachher eine gute Idee. Warum eigentlich nicht? Ich schätze, ich sollte da oben rein. Auch wenn es natürlich gewisse Signale gibt, die mir anzeigen, dass ich nicht reingehen sollte. Ja, aber das wird schon. 0,7. Was genau sehe ich hier gerade vor mir? Oh nein, ist das ein Typ, der irgendwas an seinem Rücken hat? Och, muss das jetzt sein? Och, müssen... Au, dass die kommen jetzt... Oh Gott! Habt ihr mich drangekriegt? Muss ich ehrlich gestehen. Eiskalt drangekriegt. Okay. 0,7, 0,4, 0,8. Schätze ich. 0... 7... 0... Moment, 0... 0... 4... 0,8. Yes! Uh, ne neue Pistole! Warte, was? Warte, was ist mit einer neuen Pistole auf sich? Eine vollautomatische Pistole. Äh... Solange der Abzug durchgedrückt wird, gibt sie Dauerfeuer ab. Äh... Und sie hat 7 Schuss im Magazin. Nichts für ungut, aber warum sollte ich diese verwenden? Sie macht... Ich meine, sie macht ein bisschen mehr Schaden, glaube ich. Wie viel Schaden machst du? 180 und die macht... 160. Nein, sie macht auch weniger Schaden. Ähm... Ähm... Ich denke, wir werden erstmal, ähm... Die ignorieren, ehrlich gesagt. Was wir jetzt machen werden... Ich spiele jetzt ein Spiel. Ich nenne es, was glaubt ihr und wem euch hier anlegt. Oh, oh... Wir gehen hier rein. Kann ich mich irgendwo verbunkern? Oh, oh... Komm schon! Ja? Jetzt du? Yes! War es Verschwendung von meiner Scharfschutz-Munition? Eventuell! Aber komm schon! Die lagert er quasi auf dem Präsentierteller. Sie haben geradezu danach... Äh... Äh... Danach gefragt von mir erschossen zu werden. Schießpulver. Äh... Wir wollen die Wagenheberkurbel... Eine... Kurbel für den Wagenheber. Oh, das sind Wagenheber. Äh... Ich wollte gerade sagen, das würde ich nicht machen. Und genau deswegen würde ich das nicht machen. War das eigentlich ein Gegner? Oder ist das einfach so von sich aus runtergestürzt? Ich denke, wir haben beides nicht wünschenswert. Oh, oh... Da hinten ist einer. Wer sonst noch irgendwo Gegner? Wenn ich sie früh genug entdecken könnte... Dann sollten sie mir nicht allzu viel antun können. Das Problem ist nur, dass ich nicht allzu geschickt bin. Und ich habe das Gefühl, sie kennen sich in der Gegend besser aus als ich. Weil es jetzt erstmal schwer zu glauben scheint. Weil ich kenne mich wirklich gut aus. Juice. Was ist das für ein Bier? Pulverbier? Ich habe keine Ahnung. Äh... Und wir können hier auf jeden Fall erstmal nicht abhauen. Nicht, dass ich das wollen würde. Wir sind hier, um unsere Tochter zu retten. Aber... Das geht auch gar nicht. Mir gefällt es ehrlich gesagt zu Abwechslung mal hier draußen unterwegs zu sein. Das... Das kannst du jetzt ein bisschen... Bisschen die frische Luft genießen. Das hat mir gefehlt vorher im Schloss. Da war nicht allzu viel frische Luft. Es war eine Menge Luft. Aber es war keine gute Luft. Es war alte Luft. Ich habe gestunken. Was ist das Essen? Nein, das kann nicht mehr vor sich hin blubbern. Ich könnte schwören doch, wir waren schon in dem Haus. Ich wollte gerade sagen, ich könnte schwören, dass wir schon drin waren. Ah, okay. Da braucht man Dietrich dafür. Ich verstehe. Hier waren wir auch drin. Oh, von dem Haus aus haben wir uns sehr verteidigt. Aber das war in der guten alten Zeit. Wild. Wild? Was für Wild? Ich sehe hier kein Wild. Kann man hier Fleisch mitnehmen? Vielleicht kann hier Wild spawnen irgendwann oder so? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall wollen wir da hingehen. Ich schätze, mit dem da vorne werde ich mich einfach so auseinandersetzen müssen. Dem kann ich keinen Sneaky Headshot verpassen. Oh. Ich hätte dem da oben einen Sneaky Headshot verpassen können, denke ich. So in der Richtung. Komm schon. Oh Gott. Ich bin... Ich bin nicht gut darin, sie zu treffen. Es ist wirklich nicht meine Stärke. Es ist wirklich nicht meine Stärke. Ähm... Komm, lass mich nochmal Munition machen. Wir genehmigen uns heute was. Oh, hier waren die Ziegenköpfe. Ja, das waren die goldenen Zeiten, als wir noch hier waren. Ich schätze, ich will hier runter gehen. Ich schätze, ich will hier runter gehen. Das wird jetzt ein bisschen unangenehm. Nein! Oh Gott. Oh, er ist einfach im letzten Moment ausgewichen. Oh mein Gott, er macht so viel Schaden. Ich habe gerade unfassbar viel Munition verschwendet, aber ich war in Panik, okay? Ich hatte Angst um mein Überleben. Lass mich ein bisschen Munition machen. Es war wirklich nur ein bisschen. Diese Gegner mit ihren Ausweich-Moves. Rohrbombe. Ich sag's euch, die Gegner hier können viel besser ausweichen, als die aus dem Schloss. Die im Schloss waren so viel einfacher zu treffen. Und es gefällt mir nicht. Ich hab's sogar mit der... Oh shit. Was hättest du davon, mein Freund? Scheinbar genug, um noch am Leben zu sein. Okay, was bist du? Shit. Kann ich ihn töten? Okay. Äh, ja. Perfekter, kristalliner Schäde. Der Typ wollte es wissen. Ich weiß nicht ganz, ob die Rohrbombe effektiv war, aber... Ich schätze, wir haben ihn besiegt. Und das ist manchmal das Einzige, was zählt. Oh, und hier wäre der Schlüssel. Beziehungsweise hier ist das Tor, dass ich mit dem Schlüssel aufmachen kann. Hier unten ist ansonsten nichts. Hausbusiness vermisst, bis auf weiteres keinen Zutritt. Ich mein... Wenn sie schon quasi darum bitten, dass wir eintreten... Wer wäre ich da, wenn ich... Oh, der Dietrich! Ich bin... Ich bin direkt wieder auf dem Rückweg. Oh yes! Das wollte ich sehen! Okay, das war da rechts bei dem, wo äh... Wild sich herumtreibt. Angeblich. Ich mein, ich hab bisher keins gesehen, aber... Wird schon stimmen. Hat da irgendwas geglitzert, oder war das nur meine Einbildung? Das war nur der Schnee, an dem ich vorbeigerannt bin. Ich dachte, er wäre vielleicht irgendeinen kleinen Stein, den ich spontan mitnehmen kann. Also... Hier drin konnte ich was mit dem Dietrich öffnen. Und das war hier. Da. Schon. Ist er was Gutes? Is okay. Is okay. Sieben, äh... Schuss Scharfschützen, Munition. Ähm... Damit können wir's anfangen. Vor allem, wenn wir die Angriffsstärke davon noch ein bisschen upgraden können. Dann sollte das durchaus Schaden machen können. Ich denke, ich werde noch weiter das Grundstück zur Linken anschauen, bevor ich rechts durch die Tür gehe. Denn ich hab das Gefühl, da könnte es noch mehr nette Dinge geben. Und wenn das Schild schon so brav danach gefragt hat, dass wir reingehen, kann ich halt nicht Nein sagen. Ein bisschen Flint-Munition kann auch nicht schaden. Nein! Das waren zu viele Schüsse, die ich dafür verschwendet habe. Aber hey! 25 Pistolen-Munition und... Madalina-Körper. Vielleicht ist das auch zum Verkaufen. 25 Schuss Pistolen-Munition. Das ist halt, äh... Das ist ne Hausnummer, wenn ihr mich fragt. Und zwar nicht die 07 dieses Mal. Ne andere. Sehr geehrter Besucher! Aufgrund der langen Abwesenheit des Geigenbauers habe ich seinen Schlüssel in Verwahrung genommen. Wer ihn braucht, mögen Sie sich bitte bei mir melden. Grüße! Josef Simon, Gärter des Hauses Bene... 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 Beneventio. Okay. Das heißt, dieses Grundstück, da werden wir später noch mal einbrechen. Ah, Schmiede eiserner Schlüssel. Frag mich, wie viel man mit dem noch machen kann. An dem Punkt des Spiels. Und noch mehr Scharfschütz-Munition. Die Brunnenkurbel! Oh, auf die haben wir lange gewartet. Bin ich aufs Dach! Hab ich Schritte oder sind jetzt meine eigenen? Ich glaube, es waren meine eigenen. Und hier sind noch ein paar Hühner. Dann würde ich sagen... Wir sind zurück im Überlebensmodus. Im Überlebenskampf. Hoah! Hahahaha! Zwei Hühner mit einem Streich. Irgendwann wird jemand auf dem Klo sein Oh mein Gott Großer Kristall ergibt Sinn Wer so ein Klo hat, schau euch das an Erstklassige Fliesen sind hier verlegt Wir machen das zu Ich will nicht, dass das verwüstet wird oder so Das ist ein edles Wie sagt man so schön Scheißhaus Schieß rüber Biotonne Warum werfen die Reifen immer auf die Dächer Was soll das denn Von der anderen Seite Verschloss Und wieder mal geschafft Genauso wie jetzt Ist hier jemand oder etwas Ich schätze das Haus könnte ein Shortcut sein Damit man vielleicht dahin kann Wo auch immer das ist Könnte ich hier von der anderen Seite In das Haus rein Nein, das könnte ich nicht Dementsprechend Öffnen wir das Ah, die Freiheit Süße, süße Freiheit Und hier ist direkt der erste Brunnen Ich weiß noch nicht ganz, was ich da rausholen kann Aber ich bin absolut bereit, das herauszufinden Jetzt wird Gebrunnen kurbelt Hey, du geschnitzte Kopf Habe ich die Kurbel jetzt wieder Ja, okay Schnitzte Kopf Tier Kombinieren mit dem Körper Dann kann man das Ganze anschauen Aber wofür Holzziege Die Holzziege einer Ziege Wurde wohl in Ritual verwendet Sehr wertvoll Ja, von denen haben wir schon einige gesehen Aber bisher habe ich sie üblicherweise immer Kaputt gemacht Chemikalien Rostige Reste Und da vorne ist noch was im Kamin Oh, hier ist eine Menge drin Sogar ein Teddy Der Vivanit Das ist noch ein vernünftiger Edelstein Nicht sowas, was heutzutage als Edelstein bezeichnet wird Bei der Kirche ist noch ein Brunnen Da hinten wäre noch einer Oh, hier gibt es noch eine Menge Brunnen Ah, wir nehmen erstmal den bei der Kirche mit Und dann würde ich fast sagen Da ich nicht ganz weiß, was uns als nächstes erwartet Werde ich dann die Gelegenheit direkt nutzen Um nochmal schnell zum Händler zu gehen Warte, ist das der Weg zur Kirche? Ja, da vorne ist der Weg zur Kirche Ich suche nach einem Brunnen In dem irgendwas Nettes für mich drin ist Vielleicht ein Puppenkopf Unter Umständen Nach dem würde ich nämlich zufälligerweise gerade suchen Heilskette mit zwei Fassungen Schätze, da muss man auch irgendwas dranhängen Es scheinbar fehlt etwas Okay, ich habe sonst nichts da, was ich Kombinieren könnte Ein leicht versputzter Teddybär Der Duke wird ihn schon kaufen Wertvoll Sind wir uns sicher, dass er wertvoll ist? Er sieht nämlich nicht so wertvoll aus Ich frage mich, ob irgendwann mal Es auch Schätze gibt, die man sich besser genauer anschauen sollte Weil sie unter Umständen Ja, weil man da irgendwas anderes dran finden kann Nein, bestimmt Das ist von dem Zeug, dass eigentlich woher steht, das wertvoll ist zum Verkaufen Das ist übrigens eine Sache, die ich sehr zu schätzen Weiß das Spiel, das sie inzwischen machen Das bei Gegenständen spezifisch hinschreiben Dass man sie in der Tat verkaufen kann Und dass sie für sonst nichts anderes gut sind Großer Kristall Nicht so viel wert, wie erhofft Uh, der Vivanit Zwei davon Achso, das war der perfekte kristalline Schädel Was ich von dem einen bekommen habe Äh, der Teddy Und eine Holzziegel Und wir verkaufen es für Äh, der ist so von dem Teddy Die habe ich gefunden Ich stimme zu, er ist sehr edel Ja, die wird auch nicht viel stärker, wenn sie upgradet Ähm Ich glaube, ich würde viel lieber die, äh Einfach die Upgrades kaufen Ja, ja, bestimmt Und sofort ausrüsten Oh, schau ich das an Das ist ein Gewehr Ähm Was könnte ich sonst noch machen Feuerrate, Nachladegeschwindigkeit, Magazin, Größe Ich denke, wir upgraden die Feuerrate Und die Nachladegeschwindigkeit Sprich nicht wirklich was dagegen Okay Have a wonderful adventure Dir auch Hals- und Beinbruch, mein Freund Also ich denke, er ist schwer in Ordnung Fällt gerade auf, er sucht nach einem Haus mit dem roten Kamin Aber Ich würde viel lieber noch die anderen Brunnen abklappern Der andere ist irgendwo hinter dem Haus oben, wo wir Was war Elena, oder was war ihr Name? Die eine, die verbrannt ist Ich meine, sie war so heiß Sie ist verbrannt Ähm Bei ihr oben war noch ein Brunnen, wie mir scheint War das der Weg dahin? Nein Nicht direkt Nicht Actually, dass ihr eins von oben Ollie Was war absolut Issste can Mädchen Nein Der Trick war, dass man zuerst an der Kirche vorbeigehen muss, damit man rüber kann. Ansonsten versperrt ein Traktor den Weg. Das wusste ich natürlich. Und musste nicht zweimal auf der Karte nachschlagen, um das herauszufinden. Oh Gott. Lad nach. Ich will nicht gegen euch kämpfen. Oh, auf dem Dach. Ich würde sagen, das liebst du weit ganz gut. Ehrlich gesagt. Ich würde die Leiche von denen nur noch gerne finden. Damit ich den süßen, süßen Loot mitnehmen kann. Die anderen beiden waren wahrscheinlich... Oh Gott. Oh Gott. Geh weg. Die anderen beiden waren wahrscheinlich zu weit weg für mich, um noch an das zu kommen, was sie haben fallen lassen. Aber vielleicht auch nicht. Vielleicht waren sie noch in der Reichweite. Ja, da liegt was. Und... Ja, ich schätze, das ist... Das ist weg. War ich schon auf dem Klo? Das ist nämlich schon wieder so eine... Äh, so eine edle Toilette hier. Aber ja, scheinbar war ich hier schon. Ich habe hier gerade... Ich habe hier gerade... Grunzen gehört, würde ich sagen. Das habe ich nicht grundlos gehört. Mach mir Sorgen, dass das Schwein, äh... Sich zur Wehr setzen könnte. Ich habe Bloodborne gespielt. Ich weiß, wie gefährlich die sein können. Sehr. Stimmt, wie wild auf mich zu. Erlesenes Wild. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, was ich mit dem Essen anfangen kann, aber... Ich bin optimistisch, dass ich es eines Tages herausfinden werde. Eines schönen Tages. Vielleicht, wenn wir in dem Haus angekommen sind, wo der Kamin ist. Oh, vielleicht können wir doch unter dem Kamin was Schönes, äh... Leckeres zum Essen machen. Was? Drei Rohrbomben. Denn von dem, was ich gehört habe... Äh... Er wartet da ein Freund auf uns. Kein guter Freund, aber... Jemand, der uns, äh... Freundlich gesinnt ist. Davon gibt es nicht so viele Leute. So, der letzte Brunnen ist da. Und ich weiß nicht, ob ich da rüberkomme, ehrlich gesagt. Aber wir können unten noch einen Huhn mitnehmen. Ich bin bereit für diesen Kampf. Wenn es Geflügel zu holen gibt, werde ich hier sein, um es mitzunehmen. Wo willst du hin? Wo willst du hin? Du kannst nicht entkommen. Ich bin ein Mensch. Ich bin ein Jäger. Und hier kann ich nicht weiter. Da kann ich wahrscheinlich rüber, wenn ich komplett außen rumgehe und... Vielleicht ist es mir möglich inzwischen. Ich werde es versuchen. ... Ich habe absolut keine Ahnung mehr, welchen Weg ich gegangen bin, um an dem einen Truck, der am Boden liegt, vorbeizukommen. Aber ich glaube, es war hier entlang. Ja, das sieht so weit vertraut aus. Und dann lasse ich mal eben das hier öffnen. Oh, und da ist wahrscheinlich der andere Weg. Damit ich hier beim nächsten Mal direkt entlang kann. Okay. Interessant. Der ist eingeschlafen und nie mehr aufgewacht auf dem Klo. Ein glückliches Ende. Okay. Wir sind in der Nähe vom Brunnen. Der hätte mich wahrscheinlich vorbeikardieren können vor den Gegnern, die mir hier entgegen gerannt kamen, aber ich habe sie hier einfach so erledigt. Es lief okay. Aber das ist der kaputte Brunnen. Uh, da ist irgendwas Ekliges drin. Vielleicht ein Monster. Ein Dietrich? Den Dietrich nehme ich mit. Wo wurde noch ein Dietrich gebraucht? Da. Okay, das war... Okay. Okay. Dann, äh, wir geben uns zurück zum, äh, Hauptplatz. Und von dort aus... Ja, wo ist das... Wo ist die Tür, die ich suche? Alter, wo ist die blaue Tür? Ich habe die auch extra aufgemacht. Da muss ich, glaube ich, da hin. Und von da aus, äh, werden wir dann noch das letzte Teil mit dem Dietrich öffnen. Und dann... Gehe ich zum Haus mit dem roten Schornstein. Ich weiß, es wird höchste Zeit dafür, aber... Man muss sich manchmal ein bisschen Zeit nehmen. Oh, das war dieses Haus. Hier bin ich damals nach der großen Schlacht rein. Das weiß ich noch, weil ich sehr oft geladen habe, um, äh... Die Aufnahme irgendwie hinzubekommen, damit nicht alles vor sich hin ruckelt. Und das lief nur bedingt gut. Das heißt, hier bin ich oft reingelaufen. Wie gut, die Dietrich. Wie viel Flint-Munition? Sieben Schuss! Ich denke, das ist, äh... Ziemlich akzeptabel. Ja, und hier ist direkt, äh, das Haus mit dem roten Schornstein. Dann... Gehen wir mal rein. War ich hier schon mal? Oh, da war auch so ein Grill gerade. Der... Oh, das war hier. Oh. Hier war die Leiter. Von der anderen Seite verschlossen. Okay. Vielleicht kann ich hier was zum Essen machen später. Dann würde ich sagen, wir gehen hier mal eben nach oben. Ich habe mich schon gefragt, warum da eine Leiter war. Ich dachte, die bringt einen nur da hin, wo man davor war. Ich könnte ins Haus rein. Ich will ins Haus rein. Hallo? Sonst noch ein Problem? Ich hoffe, die Antwort ist nein. 15 Pistel-Position. Schließen. Ich habe nur noch nicht ganz diesen, äh, Freund gefunden, der auf mich wartet. Ja, vielleicht finden wir den noch. Oh. Der geflügte Schlüssel ist lediglich ein Teil eines Ganzen. Drei weitere Teile vervollständigen ihn. Oh, ich vermute... Eins der anderen Teile ist, äh, der Schlüssel aus dem Schloss. Oh, nein, da ist eins. Okay, Moment. Ist da jemand? Nein, es sah nur so aus. Ja, ich denke, viel mehr kann ich nicht machen. Ich dachte, dass der Schlüssel vielleicht noch dazu gehört, aber... Dem scheint nicht so zu sein. Aber, wir können oben beim Duke jetzt noch ein paar Türen öffnen. Das ist also ganz nett. Uh, die haben ja was gebacken. Mit Half-Hole, äh, Flower. Na gut, dann, äh, gehen wir zum alten Duke zurück und hoffen, dass ich, äh, nicht überfallen werde, während ich gerade hier unterwegs bin. Ja, so habe ich gehofft und... Hat sich scheinbar als, äh, richtig herausgestellt. Wie war es? Hast du nichts gelernt? Ich habe diese Feathers. Jetzt erzähle mich, wie du das sagst, wie du sagst, wie du sagst. Settle down. Erst, du musst benutzen diese Kiecke und collectieren alle deine kleine Rosesflaschen. Wo sind die resten? Es gibt vier in total. Du hast den einen, und die anderen Lörder haben den resten. Lörder? Mother Miranda is the cold-calculating ruler of this village. Four lords serve under her. Dark Souls-Reference. The first you've already met, the lady Demitresk. The second lives deep in a valley of mist, the dollmaker, Donna Benevientel. None of her playmates have ever come back from that dank old estate. The third is Moreau, a being of twisted flesh that lives in the reservoir past the windmills. It is said that he is not the only monster that lives in those waters. The fourth and most dangerous is Heisenberg. He works in his factory on the village outskirts. And the project. Let's just say parts of the human imagination are better left alone. Ich mag es, dass er in der Fabrik gearbeitet. Oh, warte, was ist das? Waffen in der Wassermühle? Meistris Sammlerstück? Was ist auf der Karte jetzt markiert? Okay. Schatzhaus beim Fluss. Warte, was? Okay. Ich vertraue ihm. Okay. Es gibt hier also noch den einen oder anderen Schatz zu holen. Aber ich sage, ich schaue mal, ob ich das Zeug abklappern kann. Denn wie es aussieht, ist da irgendein Haus, das ich noch gar nicht erst versucht habe zu betreten? Oh, da unten waren wir auch ewig nicht mehr. Wir können auch gar nicht runter. Ah, doch, ich kann runter, indem ich außen rumgehe. Ich meine, da kann ich nicht rein. Das ergibt Sinn, das ist das Geigenteil. Was ist hier das Erbstück? Moment. Gibt es da oben noch was zu holen? Oh, ist das das, was hier einfach am Boden liegt? Oh. Oh. Das sehe ich ja. Halskette, die auch, äh... Was war der Name? Barbara getragen hat. Magne Munition? Oh mein Gott, hier liegt generell so viel Zeug rum. Explosivgeschoss? Weil, habe ich einen DLC freigeschaltet oder so? Ich werde plötzlich mit Zeug überschüttert? Mein Gott. Ja, das habe ich irgendwie gezielt übersehen. Ansonsten würde ich sagen, hier im Dorf gibt es nicht mehr allzu viel für mich zu holen. Das ist gut. Ich habe aber gesehen, dass oben bei dem Schloss von, ähm... Bei dem Schloss. Dass dort noch was zu holen gibt. Und ja, ich will den Namen nicht sagen, weil ich immer noch, äh... Nicht mehr, weil ich schon wieder vergessen habe, wie man ihn ausspricht. Und ja, ich will den Namen nicht mehr, wie man ihn ausspricht. Man kann nicht zum Schloss eigentlich zurück? Oder wurde die Brücke da runtergelassen? Ich glaube nicht, da wurde die Brücke runtergelassen, weil es etwas ungünstig ist. Oder? Yeah, yeah, von hier aus kann ich hier... Wofür ist das gut? Sind so viele Fische. Aber ich kann einfach durchs Wasser. Dann würde ich sagen, äh... Wir haben hier noch ein bisschen was zu erkunden. Ich habe so viel Pistole-Munition. Hm. Ich kann aber nicht auf die andere Seite rüber. Sehe ich das richtig? Ha, das ist ein bisschen ungünstig. Denn da drüben wäre noch was. Das Schatzhaus beim Fluss. Oh, vielleicht kann ich davon mit dem Schlüssel aus da dann rüber. Yeah, okay. Jetzt aus bräuchte ich den... Sechs, äh... Flügel... Den Sechs geflügelt mit Embryo. Um wieder da rüber zu kommen. Sag mal, wo kommt ihr in der Zwischenzeit eigentlich her? Ich war gar nicht so lange weg. Ich schätze es ganz gut, dass ich ansonsten nicht, äh... Nichts mehr weiter in dem Dorf erkunden muss. Denn die wollten mich, äh, fressen. Hm. Wo will ich hin? Ich denke, wir lassen die Zugbrücke erstmal runter. Scheint da aktuell auch noch das, äh, Missionsziel zu sein. Und ich denke, das sollte ich mit der Kurbel machen können. Und wir haben einen Schlüssel gefunden, fällt mir gerade ein. Bedeutet das, dass wir eventuell das kleine Kästchen öffnen können? Ich schätze, ich werde nicht den richtigen Schlüssel dafür haben, aber komm schon. Wir werden es probieren. Nein. War ein Versuch wert. Mir egal, was ihr sagt. Ist mir egal. Deswegen sage ich, dass es mir egal ist, weil es mir so egal ist. Versteht ihr? Äh. Brunnenkurbel kann ich hier nicht verwenden. War jetzt zwar ein Versuch wert. In Resident Evil 2 konnte man mit der Kurbel nämlich so einiges anstellen. Aber ich schätze, damals waren die Kurbeln einfach aus einem besseren Material als heutzutage. Beschämend. Ah, und dann... Man hat zwei Möglichkeiten, wo man... Nein, man hat nur eine Möglichkeit. Okay, man muss da oben entlang gehen als nächstes. Das heißt, ich schätze, als nächstes geht man zu Donner. Und Blitz. Ich werde hier aber erstmal speichern. Mit V kann ich meine Karte aufrufen. Du möchtest ja was? Lass mich mal nochmal... Ah, yes. Also, Kräuterfisch wäre für die maximale Gesundheit steigt geringfügig. Der beim Block erlittene Schaden sinkt. Oh, das ist super interessant alles. Die maximale Gesundheit steigt. Uh, die maximale Gesundheit steigt beträchtlich. Ich kann nichts davon machen. Wobei Wild... Hm... Die Bewegungsgeschwindigkeit steigt, was? Okay, pass auf. Vielleicht ist das Wild inzwischen gespawnt. Und wenn das Wild inzwischen gespawnt ist, dann würde ich das sehr gerne mitnehmen. Dementsprechend würde ich sagen, ich bin dann mal unterwegs zum Wild. Ich hoffe, hier sind nicht zu viele Gegner inzwischen unterwegs, aber es sollte schon passen. Äh, für das Wild muss ich... Ach ja, da kann ich nicht einfach so vorbei, weil da dieser komische Truck im Weg ist. Was war denn der Weg doch mal, um da runter zu kommen? Ich habe es jetzt schon wieder komplett vergessen. Aber ich denke, es sollten nicht so viele Gegner hier unterwegs sein. Mit etwas Glück sind nur die beiden da oben gespawnt, aber... Irgendwerweise ist Glück nicht meine Stärke. Dementsprechend sind wahrscheinlich noch mehr Gegner irgendwo gespawnt. Äh... Wie komme ich hier raus? Hier durch? Ja, ja, ja. Hier komme ich raus. Okay. Das heißt, wir nähern uns der Stelle mit dem Wild. Das Problem ist, es wird wahrscheinlich nur eins sein. Und ich bräuchte drei insgesamt, aber... Äh. Ach, es ist auf der anderen Seite. Okay. Auf der anderen Seite? Ja. Okay. Dann, äh... Schauen wir rüber. Krieg durch. Passt auf, dass der Traktor dir nicht den Schädel einschlägt. Dann glaub mir. Er ist nicht schön. Vor allem sollte unser Schädel wenn dann von dem Gegner eingeschlagen werden und nicht von dem Traktor. Das ist einfach nur traurig. Äh... Ich sehe hier kein Wild. Ich sehe hier, um genutzt zu sein, gar nichts. Ehrlich gesagt. Äh... Kein Wild für mich, wie es aussieht. Was ein bisschen schade ist, aber... Ich hab keine Ahnung, warum es nicht da ist. Laut der Karte müsste es da sein. Aber es ist nicht da. Das lief ziemlich mies. Was könnten wir halt so schönes kochen? Das wäre halt so gut, wenn ich das dreierlei... Dreierlei mit... Was? Mit... Mit... Mit Detail? Leckere Fleischräuchchen aus Geflügelfisch und Wild. Etwas sehr opulent, aber nahrhaft. Und der Region sehr beliebt. Ein Bist und man fühlt sich dauerhaft gestärkt. Ich denke, ich werde... Äh... Zwei davon machen. Einfach, damit ich meine Gesundheit zweimal geringfügig steigen kann. Ich hoffe, es wird dann so viel sein, wie wenn ich sie normal steigen würde. Panierter Fisch mit Kräutern. Saftig und so locker, dass er auf der Zunge zergeht. Ihre Gesundheit wird es ihnen danken. Ja. Das will ich doch wohl hoffen. Äh, ja. Und wie mache ich das jetzt? F? Bestätigen. Bestätigen. Okay. Ich würde zu gerne sehen, wie er kocht, aber... Leider ist uns das nicht vergönnt. Aber man kann das immer nur einmal machen, oder? Und da stand gerade irgendwas. Das konnte ich nicht sehen. Ich habe das Gefühl, ich brauche gerade für alles weitere, was ich machen kann, ein Bild. Ja, gut. Was hast du was Neues? Was hast du Neues? Sehe ich, hast du was Neues? Du sagst nämlich immer, dass du was Neues hast. Und ich sehe nie was Neues. Ich sehe immer nur den alten Kram. Den gleichen alten Kram, wie immer. Wenn wir schon mal dabei sind. Ähm, dann hören wir die Feuerrate. Denn warum sollte ich sie nicht erhöhen? Okay. Meine Gesundheit sollte gestärgert sein. Das ist gut. Und wir wollen hier entlang laufen. Der viergeflügelte Schlüssel wird mir den Weg weisen. Und dann würde ich sagen, wir gehen mal rüber zu Donner. Und Blitz. Das ist mit dem Unwetter. Hey, ist das hier, wo ich ganz am Anfang entlang gelaufen bin, zufälligerweise? Ergibt nicht wirklich Sinn, oder? Aber es sieht so aus. Wie der Weg von ganz am Anfang. Oh, es sieht ziemlich schick aus hier. Uh, nein. Hey, Puppe. Hier sind viele Puppen. Und das gefällt mir nur mit denen. Kann ich eigentlich Kren erschießen? Ich kann. Und ich bekomme auch was dafür. Ich bekomme nur leider nicht viel dafür. Warum kann ich die Puppen nicht verkaufen? Aber wahrscheinlich kann ich hier irgendwo den Puppenkopf finden. Wolltet ihr auch schon mal einen Puppenkopf haben? Aber ich kann nicht lesen, was aus den Grabsteinen steht. Okay, und hier hätte ich einfach zurücklupen können. Oh. Das ist fast interessant. Aber hauptsächlich nicht so sehr. Ein Kinderwagen. Nehm doch den Puppenkopf mit. Da können wir den Schatz vollständigen und verkaufen. Uh, das ist eine Brücke, der ich nicht vertraue. Diese Brücke hat mich schon am Anfang von Resident Evil 4 im Stich gelassen. Was ist da? Hab ich ihn gesehen. Ja. Hier sind viele von diesen Brücken. Schein ein bisschen unnütz zu sein, aber... Ist okay. Solange eine davon noch halbwegs fest genug hält. Was? Oh, hey, Mia. Ethan. Komm mit mir. Es ist etwas, was ich dir erzähle. Mia? Was ist passiert? Ich muss dazu übrigens fairerweise sagen, Mia war eine sehr anstrengende Person soweit. Sowohl in diesem Spiel, als auch in Resident Evil 7. Und ich bin nicht allzu traurig über das, was passiert ist. Ich bin aber sehr traurig darüber und ich habe Angst davor, mit ihr weiter reden zu müssen. Recht? Ich bin nicht anders. Ethan, du musst ihn fixieren. Finde ich da durch? Was ist das? Nein. Ich denke, ich folge ihr einfach. Rose ist aktuell auf jeden Fall sehr zwischendig unterwegs. Ich vermute, die Zweige werden mit der Zeit erst verschwinden. Oh, nein. Oh, das ist ein riesiges Grab unter dem Baum. Oh, das ist ein verfluchter Ort, wenn ich jemals einen gesehen habe. Verfluchter Ort. Hallo? Bede Viento von 87 bis 96. Neun Jahre. Freue mich auch schon, wenn ich durch... Ja, ein bisschen. Das ist okay, die Situation ist nicht einfach. Gib deine Erinnerung ab. Au, deswegen haben wir das Foto dabei. Rein damit. Weg damit. Wir gründen jetzt eine neue Familie. Wir brauchen die alte nicht mehr. Wir haben bereits ein Viertel von einem Baby für die neue Familie. Kerzen. Die zeugen natürlich wieder mal davon, dass irgendjemand hier in der Gegend unterwegs war. Oh, der Fahrstuhl hat sogar Beleuchtung. Das ist ziemlich schick. Die wissen, wie man das Leben lebt. Auch wenn man gerade in einer Höhle wohnt. Das Licht wird wieder angehen. Seht ihr? Kein Grund zur Sorge. Das ist ein solide... Das ist ein solide hergestellter Fahrstuhl. Der wird uns nicht einfach im Stich lassen. Oh, wir sind da. Seht ihr? Seht ihr? Wie gesagt, der Fahrstuhl wird uns nicht im Stich lassen. Was hat er getan? Nicht im Stich gelassen. Oh, wir sind jetzt bei Donner. Oh, das ist nicht gut. Oh, das ist so eine schöne Gegend hier. Ich weiß, wenn es hier nicht verflucht wäre. Vielleicht würde ich mir hier eine Ferienwohnung zulegen. Das Haus Beneviento. Okay, ich vermute die kleine Puppe, die wir gesehen haben. In der ist die Seele von dem Kind von Beneviento. Welches mit dem Alter von neun Jahren gestorben ist. Okay, die Fenster wollen nicht einfach so kaputt gehen. Ich versuche noch ein bisschen Zeit zu schimmen, bevor ich ins Haus reingehe. Denn ich habe das Gefühl, es wird sehr unbequem da drin. Oh, hallo. Wahrscheinlich bekommt man nur... Ich glaube, es ist so, dass man nur dann was bekommt, wenn man alle von diesen Teilen erwischt. Aber das heißt nicht, dass wir nicht unser Bestes geben könnten. Ich bin mir sicher, ich habe sehr viel von diesen Ziegen schon verpasst. Es gibt viele Orte, wo man sie sehr sneaky verstecken kann. Vielleicht bekommt man eine Karte irgendwann später, wo die alle zu sehen sind. Oh, Landhausstil. Das ist eine schicke Holzvertefelung. Das Problem ist nur, dass es auch eine Brandgefahr ist. Und damit meine ich, es ist brandgefährlich. Ich möchte nicht diesem gelben Faden folgen, denn der war eine ganz offensichtliche Falle. Stabile Vase. Foto von einer Puppe und einer Person, die ein Baby hält, vermute ich. Ich werde wahrscheinlich viele von den Puppen bekämpfen müssen. Das wird unbehaglich. Das gefällt mir überhaupt nicht. Ich habe es ja gesagt, dass ich das mit dem ganzen Holz sehr cool finde, aber... Uh, eine Schatzruhe. Dem ist nicht wirklich so. Das sieht aus wie... Ich weiß auch nicht. Es gibt mir Vibes davon, dass für viele Jahrhunderte sehr viel hier drin geraucht wurde und alles ein bisschen stinkt und klebt. Das sieht wahrscheinlich nur an mir, aber gefällt mir nicht, ehrlich gesagt. Kann ich hier nicht irgendwas kaputt machen? Uh, ein Plattenspieler. Eine Tür, die aufgeht. Hallo! Ich vertraue dieser Puppe nicht. Ich vertraue dieser Puppe nicht. Ich vertraue dieser Puppe sogar überhaupt nicht. Und das war mal eine Banane. Ist es aber keine mehr. Kann ich den Schrank aufmachen? Ist da eine Puppe drin? Nein, es sind... Hut... Schachteln. Mit so einer Hutschachtel könnte ich den ganzen Tag Spaß haben. Sieht so aus, ob ich das Fenster aufmachen können sollte, um da rauszugehen, aber auch das kann ich nicht. Ich weiß nicht ganz warum, aber ich habe das Gefühl, dieses Haus finde ich gerade von der Atmosphäre her so viel guseliger als das Schloss. Denn irgendwas... Irgendwas stimmt hier nicht. Wahrscheinlich, weil ich nicht ganz weiß, wer die Bösen sind, die mich erwarten werden. Oder die Guten. Vielleicht ist sehr gut und böse auch nur eine Sache der Perspektive. Aber wir sind nicht hier, um darüber zu diskutieren. Also diese Tapeten sind geschmacklos und... Jetzt ist halt schon alles ein bisschen runtergekommen. Ich weiß, ich habe den Fahrstuhl viel gelobt, aber... Ich habe das Gefühl, der Fahrstuhl war zu gut für dieses Haus. Oh, ich wollte gerade sagen, hier kann ich nicht rein, aber doch. Dann fahren wir mal nach unten. Für Munition habe ich 7, 7, 6, 1 und 18, 55. Ja, das ist ein bisschen Pistol-Munition. Der Boden... Der ist so eklig. Er wälzt sich an den Ecken schon auf. Das gefällt mir überhaupt nicht hier. Ich höre wieder Schritte, von denen ich denke, dass es die von jemand anderem sind, aber es sind meine eigenen. Ich habe das Gefühl, jede Sekunde, wenn ich um die Ecke schaue, kommt mir irgendjemand entgegen und will mein Gesicht fressen. Was ist das? Ein Sicherungskasten? Das wird das Licht ausgehen, oder? Oh, die haben hier ein paar Filme entwickelt. Fünf Stück, aber einer fehlt. Vielleicht werden wir den irgendwo finden. Da hat jemand seinen Teller aber ganz schön voll gemacht. Bei dem Laser sind die Augen größer als der Mund. Es ist gerade auffallen, dass man Laser auch mit den Augen macht. Deswegen ergibt es nicht wirklich Sinn, aber... Ich habe immer noch die Hoffnung, dass da irgendwo was drin ist. Wir können wahrscheinlich sich die Filme dann anschauen an dem Projektor. Das Problem ist nur, dass dafür irgendwas noch zu fehlen scheint. Denn mit dem Projektor kann ich aktuell nicht interagieren. Wir hatten damals auch mal Familienfotos auf El Diaz und es war ziemlich dämlich. Und das ist das Ende der Geschichte. Denn, äh, ich bin noch in einem verfluchten Haus unterwegs. Ich denke, es ist ein dämliches Konzept, will ich einfach nur sagen. Uuh, das ist ein cooler Hund. Kann ich mir den mal ausleihen? Zum Spazieren gehen. Damit er mein bester Freund wird. Gehen wir rein. Ich fühle mich nicht wohl in diesem Raum. Oh, eine Schreibmaschine. Irgendwo muss doch der Puppenkopf sein, den wir noch brauchen, oder? Oh, das ist fake. Zidia. Oh, nein. Aber an sich hätte ich nichts dagegen. Ja, ich bin nicht gerade dabei, ich überlege eine neue Familie zu gründen. Und, ähm, mir fehlen noch drei Viertel einer Tochter. Dafür. Das heißt, an sich hätte ich nichts dagegen gehabt. Aber, ich weiß nicht, ob ich so ein Fan davon bin, dass du einfach meine Waffen versteckt hast. Ob ich diesen Schabernack gutheißen kann. Das Radio ist auch aus. Ja, hier brauche ich ganz offensichtlich einen Schlüssel, aber ich habe nichts mehr bei mir. Na gut, dann, ähm... Auf ins Abenteuer! Ich hoffe, ihr habt eure Puppen mitgebracht... Nein, da kann ich gar nicht rein. Hm. Ich hoffe trotzdem, dass ihr eure Puppen mitgebracht habt. Vielleicht solltet ihr euch ja in eure Puppen näher rankuscheln. Denn, oh... Untersucht die Puppe. Äh... Was genau suchen wir? Rechte Schulter entfernen. Hey, ein Schlüssel! Der silberne Schlüssel! Na, dann würde ich sagen... Oh, das sind Erinnerungen an Rose und unser Familienleben. Manchmal muss man ein bisschen Wasser lassen. Wir lassen das einfach mal weiterlaufen. Denn ich denke nicht, dass diese Leute sonnlich freundlich sind. Ich werde einfach versuchen, ihre Wasserrechnung etwas in die Höhe zu treiben. Vielleicht haben sie auch nur begrenzt viel Wasser und können demnächst ihr Klo nicht mehr spülen. Und dann... Ach ja, ich habe kein Messer. Und dann habe ich mein Ziel erreicht! Ich gehe hier rein. Okay, es ist also eine... Es wird also eine von diesen Stellen, wo wir uns in einem Schrank verstecken können. Das ist nicht gut. Von der anderen Seite verschlossen. Aber es ist gut zu wissen, dass dort ein Schrank wäre, in dem ich mich verstecken könnte. Wenn ich das denn wollte. Was ist mit dem Foto? Oh, ist das Mia? Oh ja, das ist Mia, als sie erschossen wurde. Ich erinnere mich, als wäre es gestern gewesen. Scheint so. Uh, da ist ein Film drin. Sehen wir da Schlüssel? Er hat wahrscheinlich den Armut zu stecken, aber mit bloßen Fingern bekommt man es nicht raus. Versuchen wir das später. Ah, ich bräuchte eine Schere, um das zu entfernen. Was haben wir hier? Oh, ein Ring? Komm schon. Der muss doch da irgendwie auch raufgegangen sein. Ein blutiger Ring. Der Unterschenkel wird entfernt. Uh. Ein Aufziehschlüssel? Oh. Mit dem anderen Bein können wir nichts machen. Mit dem Unterarm? Uh. Damit können wir aber noch was anfangen. W-Unterarm entfernen. Äh. Ja. Stehe. Ich habe es nicht wirklich verstanden. Muss ich ehrlich gestehen. Was haben wir jetzt alles? Oh mein Gott, ist bei mir gerade... Warte, haben die gerade... Ah, ich bin so verwirrt. War ja gerade die Polizei, oder? So, bei mir war gerade vom Fenster super viel Blaulicht. Das hat hier reingeleuchtet. Mein halbes Wohnzimmer war von Blau erleuchtet. Vielleicht machen die auch einfach nur eine Party. Blutiger Ring. Der Ring vom Finger einer Puppe. Er ist mit Blut überzogen. Der Aufziehschlüssel, der sich im Bein der Puppe befand, sieht vertraute aus. Wie wäre es, wenn ich hier den blutigen Ring reinlege? Und schon ist er nicht mehr blutig. Ehring. Könnte ich mir den bitte mal genauer anschauen? Ah, 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 0, 5, 2, 9, 1, 1. Die Frage ist nur, wo kann ich diese Kombination eingeben? Und wann kommt jemand, um mich zu jagen? Das wäre meine nächste Frage. Ah, hier gebe ich es ein. Okay. Lass mich nochmal nachschauen. 0, 5, 2, 9, 1, 1. Okay. 0, 5, 2, 9, 1, 1. Die Erinnerung wurde wieder hergestellt. Ich hoffe, hier ist niemand da, der mir gleich entgegengesprungen kommt und mich super erschrecken wird. Das fände ich nicht gut in so einem Hotel. Ich habe die Tür mal geschlossen für den Fall der Fälle. Oh nein. Okay. Wir werden erstmal hier drin bleiben und überlegen, ob jemand rauskommt. Es kommt niemand, mir kommt niemand entgegengelaufen. Okay. Ähm. Dann gehe ich wieder raus. Und werde noch diesen Schrank öffnen. Das gefällt mir gerade überhaupt nicht. Ein Erinnerungsstück an meiner Zeit mit Ethan. Leider spielt sie nicht mehr... Was? Leider spielt sie nicht mehr an. Oh, ich erinnere mich daran. Why is it here? Ich erinnere mich ziemlich gut. Äh. Okay. Das war nicht gut. So, ich denke... Überstimmt nicht. Ja. Ich denke, wir müssen dem Muster hier folgen. Äh. Wir machen das. Ich glaube, das sollte stimmen. Ja. Das ist wunderschön. Da kommen mir die Tränen. Eine Pinzette! Kommt jetzt jemand unter dich! Diese Schränke stören mich. Das zeugt davon, dass ich rein kann. Aber ich kann nicht. Mach die Tür zu. Jo. Schließ die Tür. Wo kann ich die Pinzette verwenden? Am Sicherungskasten? Ich meine, ich sollte nicht, aber... Vielleicht? Pinzette. Nein. Okay. Äh. Ist das hier... Uh. Wir können hier rein. Oh. Das war der Raum. Oh. Oh. Ich weiß es. Wir holen den Film aus dem Mund mit der Pinzette. Unsere glückliche Familie. Erstens. Rose bester Freund auf der ganzen Welt. Zweitens. Diese Geschichte liebt sie. Drittens. Das Wichtigste in unserem Leben. Viertens. Ein Hochzeitsgeschenk von Oma. Fünftens. Ephens Beweis für seine ewige Liebe und Treue. Keine Ahnung. Na, schauen wir, was wir finden werden. Ich gehe erstmal schnell rüber, um den Film zu holen. Ich jogge ganz langsam. Ich will nämlich nicht rennen. Alles gut. Es ist nur ein Bild, das runtergefallen ist. Okay. Mach den Mund auf. Dann brauchen wir die Pinzette. Oh, das ist von diesen kleinen Affen. Das ist richtiges Entertainment. Ich kann es nicht glauben. Ich kann es nicht glauben. Ich kann es nicht glauben. Das ist ein Raum mit einer Schreibmaschine. Der Schreibmaschinenraum sollte ziemlich sicher sein. Okay. Aber die sagen, wir gehen den Film abgeben. Meine Angst sind alte Filmstreifen. Oh. Roast bester Freund auf der Welt. Diese Geschichte liebt sie. Okay. Also wir, ähm... Wie kann ich das? F. Er ist ihr bester Freund auf der Welt. Diese Geschichte liebt sie. Das Wichtigste in unserem Leben. Hochzeitsgeschenk von Oma. Ich finde es Beweis für ewige Liebe. Ich denke, da ist das Wichtigste in ihrem Leben. Und da ist das Hochzeitsgeschenk. Und fangen wir an. Damals haben sie noch richtig... Oh, ist das der aus Resident Evil 7? Nein, oder? Nein, scheinbar nicht. Oder? Ich weiß nicht. Waren auch in so einem komischen, äh... so komischen Film unterwegs. Es gibt ein DLC für Teil 8, wo man den Filter von, äh... Kameramännern aus Teil 7 haben kann. Ist das nicht cool? Dafür würde ich gerne Geld ausgeben. Okay. Das Spiel würde mir also empfehlen, dass ich zu einem Brunnen gehen sollte. Und dann reinspringen. Das ist ein ziemlich unbehaglicher Raum. Ähm... Ich denke, ich nutze... Oh! Eine Schere. Die würde ich nur mit Vergnügen mitnehmen. Okay. Dann würde ich sagen, ich mache mich mal wieder auf den Rückweg, bevor wir hier weitergehen. Ich habe keine Ahnung, was mich da erwartet. Und ehrlich gesagt, würde ich mich auch lieber noch ein bisschen davor drücken. Ah, das ist mir, die hier unterwegs ist. Ich habe mich gerade anders entschieden. Und ich werde doch unten entlang gehen. Äh... Also. Oh, hier brauche ich irgendwas anderes. Ich habe was, damit ich das aufbekomme. Was mache ich denn da? Das sind gar keine Holzbretter. Auch wenn ich das Gefühl habe, wer sollte auch ohne, ähm... die Schere den Weg finden, da durchzukommen. Hallo? Hier bei Mögi. Mit all den neuen Pokémon spielen, denkt ihr gerne zurück an euer erstes Pokémon-Arm. Ich weiß nicht, wie oft ich mir diese Geschichte noch anhören soll. Äh... Das Medizinzimmer ist hier. Okay. Okay. Oh, kann ich das mal hier ausöffnen? Yes! Hallo, Welt! Warum ist die Tür offen? Ich gebe mich dann ein weiteres Mal zur Schreibmaschine. Nicht, weil ich Angst habe, sondern aus... Prinzip. Und die Schere. Entfernen wir die Brust? Nice. Eine Messingscheibe. Ich habe Rose bei mir. Zu 25%. Keine Sorge. Und die anderen 25% schnappe ich mir auch noch. Messingscheibe. Oh, okay. Okay, okay, okay. Dann werfen wir doch mal einen Blick auf den Arm. Das... Da erkenne ich gar nichts. Soll ich dir irgendwas erkennen? Ich bin mir wirklich nicht sicher. Das sind so viele Symbole. Äh... 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 Nein, ich... Ich habe keine Ahnung. Das ist vielleicht irgendwo ein Bild, wo mehr Informationen dazu zu sehen sind oder sowas. Die Informationen, die ich aktuell dazu habe, sind nicht ausreichend. Ich meine, die Tür ist zugefallen. Oh, hey. Hä? Hä? Steht ihr? Biohazard? Resident Evil? Äh. Ich denke, das ist lustig. Kann ich zufälligerweise in diesen Raum rein? Oh, da brauche ich, äh... Das kleine Logo eines Babys. Ich könnte hier nochmal rein, aber ich glaube nicht, dass hier sonst noch irgendwas, äh... ist, was mir weiterhilft. Ich denke, ich muss ja was mit dem Unterarm machen. Ich weiß nur noch nicht zu 100% was. Hallo? Will mir jemand die Reihenfolge sagen, zufälligerweise? Schauen wir mal zurück zu den Anfängen von Pokémon. Und wie dieses Gigantische... Man wird ja wohl noch fragen dürfen. Ich glaube, die Reihenfolge wäre auch sehr schwer mit Worten zu beschreiben, ehrlich gesagt. Äh, oben links kommt ja eine Vogel, der gerade abhebt. Und unten dann das eine Auge, bei dem zwei Augen geschlossen sind, aber das unten rechts ist noch offen. Es ist nicht so schwer, aber... Bisschen umständlich. Klemmbrett kann ich nicht mitnehmen. Es ist doch im Arm! Warum ist es auch so dunkel? Ach, das ist nicht hilfreich. Das Bild von mir ist ebenfalls nicht hilfreich. Soll ich darauf was erkennen? Ach so. Ach so, das bedeutet, das untere Logo müssen die drei geschlossenen Augen sein. Ich war zu sehr darauf fokussiert, weil ich mir dachte, aber was soll ich denn da drin erkennen, in diesen einzelnen Rundungen? dass ich das... Ich war so beschäftigt damit, dass ich das offensichtlich vergessen habe. Und jetzt würde ich sagen, wir spielen ein lustiges Spiel von... Irgendwann wird es schon richtig sein. Und es war irgendwann schon richtig. Und die Taschenabie haben sie uns nicht geklaut. Oh, seht ihr diesen Tunnel hier? Eziehungsweise diesen Weg hier runter. Das ist für mich persönlich ein absolutes Albtraum-Szenario. Einfach so ein dunkler Weg, irgend so ein steinerner Keller. Ohne Fenster oder irgendwas weit unter dem Rest der Erde. Werden da unten Kreaturen auf uns lauern und warten. Wer weiß das schon. Aber es gibt keinen Weg hier raus. Aber es gibt noch einen Weg weiter nach unten. Kerzen. Oh Gott. Eine Wiege. Dann würde ich sagen, wir gehen da mal runter. Alter. Das habe ich im Fernsehen gesehen. Ich hoffe, irgendjemand wird hier und mir helfen, falls es sich herausstellt, dass der alte Ethan in den Brunnen fällt und nicht mehr rauskommt. Oh. Sicherungskasten. Ich glaube, wir haben noch eine Mia gefunden, ehrlich gesagt. Wieder nach oben. Nicht vertrauenserweckend zugegeben. Oh, die Wiege ist umgefallen und kaputt gegangen. Mein Baby-Gehäule ist auch immer sehr unbehaglich. Sehr gut. Papa, schön auf den Weg zum Sicherungskasten. Warum ist der überhaupt abgesperrt? Ich meine, es ist ein Hotel. Der geht wohl Sinn. Das ist gerade sehr unschön. Ich speichere da mal eben nochmal. Du sagst es so oft, dass es mir schwerfällt, zu glauben, dass du selbst daran glaubst. Denn ich glaube nicht daran, dass alles gut wird. Ich glaube aber, in erster Linie brauchen wir zuallererst mal Strom! Gott! Das ist ein riesiges Baby, oder? Zum Glück habe ich das vorbereitet. Los geht's! Zum Glück habe ich die Taschenlampe noch an. Okay. Oh Gott, nein! Willst du Daddy eine Umarmung geben? Wenn nicht, dann geh bitte. Ich sehe es noch herumlaufen. Und ich höre es noch herumlaufen. Oder küfen. Äh... Was geht's? Ich habe keine Angst vor dir. Bist du ein riesiges Baby? Was willst du gegen mich ausrichten? Ich bin größer, stärker, ausgewachsener. Meine Proportionen sind die, wie sie bei einem Mensch sein sollen. Ich bin bis auf die großen Hände. Aber ansonsten... Ich kann den Strom noch nicht anmachen. Ich brauche eine Sicherung. Ich kann hier nicht einfach zurück, oder? Ah, das wird schief gehen. Achte auf die Proportionen, Baby. Ich bin groß. Der wachsen. Das Relief eines Kindes. Oh, schön Licht. Das gefällt mir doch schon wesentlich besser hier. Da unten kann ich mich nicht verstecken. Und ich kann auch nicht durch. Okay. Nicht, dass ich mich verstecken will. Aber so ist es einfach... Ich war einfach noch neugierig, ob das eine Möglichkeit wäre, wenn Feiglinge das Spiel gerade spielen. Holzbesteck. Das ist... Das ist ein ökologischer Fußabdruck von... Nicht sonderlich viel. Ich will nirgendwo hin. Ah, ich glaube, es gibt nur einen Weg. Deswegen gehe ich den... Einen... Weg. Uh, was haben wir hier unten? Oh. Oh, ich kann mich unterm Bett verstecken. Was? Nein, das mache ich nicht. Ich bin erwachsen. Ich muss mich nicht unterm Bett verstecken. Oh nein, ich muss die Sicherung hier rausnehmen. Aber wenn ich die Sicherung rausnehme, dann kommt das Baby. Uh, traditionell. Jemand hat's denn Blutkaffee nicht ausgetrunken. Aber gut, dann würde ich sagen, äh... Was geht's? Ja. Hallo? Ich meine, ich habe eine Vermutung, was ich hier gerade höre. Zum Glück ist es so dunkel, dass ich, äh... keine Angst haben muss. Ja, Gott! Ich habe aber Angst. Ich habe aber große Angst. Ich will jetzt nicht spielen. Steck dich unterm Bett! Oh mein Gott, ich bin, glaube ich, zu spät. Ich kann nichts sehen. Ich hoffe einfach, dass sie mich nicht sehen kann. Das ist gut, Baby. Vielleicht ist es besser, es nicht sehen zu können. Ja, es ist direkt in meinem Ohr. Es ist so unangenehm. Oh, okay. Okay. Das hat doch sein Mutterkuchen dabei. Oh, ich glaube, ich hätte gehen müssen, als es hier... Oh. Ich glaube, ich hätte abhauen müssen, als es da vorn gerade war. Kommt es nochmal zurück, zufälligerweise? Na, das würde mein Leben ungemein erleichtern. Okay, es kommt nicht zurück. Das Problem ist, dass er immer ein bisschen braucht, bis er sich, äh... unters Bett legen kann. Das ist die Sache, die mir am wenigsten gefällt hier ran. So, wo befindet sich unser Baby? Hey, Baby, Baby, Baby. Da oben, zufälligerweise. Das ist der falsche Weg. Das ist der falsche Weg? Nein, das ist gar nicht. Es ist nur so dunkel, dass ich nichts erkennen kann. Hahaha. Ist das nicht schön? Das ist die schwächste Taschenlampe der Welt, die ich hier gerade verwende. Warte, ich bin hier. Wie kam ich hier raus? Äh. Ich speichere dann mal eben nochmal. Hier wollte ich ja nicht rauskommen. Ich schätze, ich hoffe mal, dass das... Oh, ich muss hier entlang. Der andere Rückweg ist nämlich blockiert. Das heißt, ich vermute, ich muss mich in einem anderen Raum, den wir gesehen haben, dann, äh... Das Nächste, das Verstecken. Nein, Moment, das ist... Warte, was für Wege gehe ich hier gerade? Ich habe keine Ahnung mehr, wo ich bin. Nice. Ich würde, ich sehe schwanger, ist ein bisschen seltsam. Ich meine, da vorne ist vielleicht der Sicherungskasten, richtig? Das kommt mir nicht jetzt direkt entgegen. Kommt es wirklich nicht? Na gut, dann, äh... Ja, mit der Sicherung. Oh Gott, nein, 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 nein. Wo geht es hier weiter? Oh mein Gott, nein. Lauf. Ich hätte mir in den Fahrstuhl fahren müssen, oder? Kann ich an dir vorbei? Nein. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Okay. Wie lock ich das da am besten weg? Wir setzen die Sicherung ein und dann... Was mache ich dann jetzt? Warte, was soll ich jetzt überhaupt am besten machen? Jetzt, wo die Sicherung eingesetzt ist. Alles gut, Baby. Oh, jetzt ist der Fahrstuhl da. Ich musste nur einmal im Kreis laufen. Huch. Wie auch immer man das machen soll, wenn man... Ah, Gott. Ich glaube, ein Viertel von dem Baby ist... Das ist schon genug Verpflichtungen, die ich damit eingehe. Okay. Okay. Das war gar nicht lustig. Oh, nicht schon wieder. Lass nicht schon wieder das Licht ausgehen. Oh. Die sind neu. Komme ich eigentlich meine Waffen wieder? Ich bin stärker als eine Puppe. Ich habe immer noch keine Waffen. Ah, dann... Dann suchen wir sie, schätze ich. Folgen wir dem Weg nach oben. Bin mir sicher, da wird nichts schief gehen oder so. Äh... Hallo. Nette Puppen. Vielleicht werde ich mit euch mal spielen, wenn ihr... ...nächstes Mittwoch noch nichts vorhabt. Das gefällt mir auch nicht hier drin. Glaube ich, jeder mal wieder. Oh, Gott. Aber ich kann mich nicht heilen. Sie greifen mal an, wenn zu viel Zeit vergangen ist, oder? Aber ich muss jetzt herausfinden, welchem Schrank sie sich befindet. Deswegen kann man also die Schränke öffnen. Äh, ist hier irgendwo noch ein Schrank, zufälligerweise. Da hinten war einer. Da habe ich aber auch schon nachgeschaut. Im Schrank oben habe ich auch geschaut. Irgendwo muss doch einer sein. Greif dich bitte nicht an. Ich suche nach einem Schrank. Da kann ich nicht rein. Nein. Kann ich raus? Natürlich nicht. Ist da irgendwo noch ein Schrank? Das Lachen wird auf jeden Fall lauter. Steckt sie sich unterm Bett? Nein. Nein. Okay, ich lebe noch. Ich bin sehr geschwächt. Und ich habe sie gerade aus dem Zimmer rausfliegen gesehen. Ich meine, da ist auf jeden Fall ein Bild von ihr. Aber das zählt scheinbar nicht. Okay, ich habe das Lachen von ihr links gehört. Oh, kann ich mit dem Fahrstuhl fahren? Nein. Schließen. Äh. Hier irgendwo? Ich habe keine Ahnung, wo sie sein könnte. Da ist sie nicht. Ich schätze, sie versteckt sich hier irgendwo bei den anderen Puppen. Aber da ist sie. Hey. Hey, du. Ich muss jetzt noch mal finden. Oh, das ist ungünstig. Ich habe auch keine Heilung fürs Protokoll. Da ist sie. Hey. Hey. Nein. Nein. Falls das Jugendamt gerade zuhört. Nein, tue ich nicht. Äh. Wahrscheinlich wird sie als nächstes oben sein. Sie scheint immer mehr oder weniger in der Location von den Schränken sich aufzuhalten. Das Problem ist, wenn ich noch zu lange brauche, sie zu finden, werde ich ein Problem haben. Das Licht wird auch langsam ein bisschen rot. Oh, sie ist nicht hier oben. Ich glaube, ich bin tot. Ich glaube, ich bin sehr tot. Sie lacht lauter. Oh, oh. Äh. Da ist sie. Da ist sie. Ich habe sie. Das war wohl Donner. Wo ist Blitz? Ich würde sagen, das war ein Abenteuer. Kann man nicht anders sagen. Und jetzt komm mit dir. Und ich habe meine Habseligkeiten wieder. Ah, ich bin aber sehr, 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 sehr geschwächt. Hey, Angie, die werde ich verkaufen. Ich kenne jemanden, der einen stolzen Preis dafür zahlen wird. Aber es müsste ja noch irgendwo einen Schatz zu holen geben, oder? Die eine Schatztruhe. Ich hoffe, ich kann noch zurück in das Haus. Ich meine, da war doch noch eine Schatztruhe. Was ist mit diesem Raum hier? Aber gut, gehen wir zurück. Ich habe das Gefühl, wir haben eine kleine Puppe bei uns, die schon immer mal wissen wollte, wie es ist, wenn man... verkauft wird, wie ein Produkt. Das ist keine lustige Geschichte, die darin schlummert, hatte ich das Gefühl. Okay. Das ist eine dumme Schatztruhe. Ich bin mir so sicher, dass man da irgendwie ran kann. Wahrscheinlich muss man aber von draußen über ein Fenster reinspringen oder so, aber... Ich weiß beim besten Willen nicht, wie. Und sind wir langsam unten angekommen? Die Fahrstuhlfahrt ist sehr viel langweiliger, wenn nicht spontan das Licht ausgeht. Okay. Hallo, Freiheit! So, und hier gab es noch einen Schatz mitzunehmen. Oh. Huh. Ich bin mir sicher, das, was uns hier fehlt, der Vorname steht auf dieser Schatztruhe. Okay, hier, ich gehe jetzt hoch und ich schaue nach. Ich kann nicht mehr hoch. Okay. Da würde ich sagen, das hat sich so weit erledigt. Das sieht nicht so aus, als ob ich hier gerade noch viel machen könnte. Das ist schade. Das ist sehr, sehr schade. Den Puppenkopf habe ich auch nicht gefunden. Was ist das eigentlich für ein Haus? Haben wir hier vorhin auch? Nein, weil wir nicht. Das Haus ist neu, oder? Oh Gott. Oh nein, ich hätte reingehen sollen, um mich zu verbarrikadieren. Noch ist nicht zu spät dafür. Richtig? Oh Gott, nicht richtig. Nachladen. Die Köste leistet nicht so gute Arbeit, wie ich mir wünschen würde. Okay, pass auf. Wer von euch will noch aufstehen? Kann ich auch hoffen. Oh, hier wäre eine neue Shotgun gewesen. Ach, mein Deventar ist voll. Warte, ist es voll? Nein, es ist nicht so voll. Explosives Geschoss, das zweiträumig viel Schaden anrichtet. Aber wie verwende ich es am besten? Wie drehe ich das? Mit Space. Erlesenes Wild. Okay. Oh Gott, man muss F drücken. Komm schon. Ich habe doch gerade alles so schön sortiert. So fein säuberlich. Dann würden wir das Spiel sagen, ich habe den falschen Knopf gedrückt. Erneut. Eventuell ist das eine Shotgun, die ich hätte mich hier verbarrikadieren können. Äh, egal. Also, unsere aktuelle Shotgun macht 720 Schaden bei einer Magazingröße von sieben. Das gute Gerät macht 760. Okay, ich würde sagen, wir haben uns, äh... War nett, mit dir zu reden, andere Shotgun, aber... Ich habe mich bereits entschieden. Vor allem sieht sie doch viel cooler aus. Oh, sieh mal Flint-Munition. Die ist der Stoff, für den wir hier sind. Das war übrigens eine gut platzierte Rohrbombe, wenn ihr mich fragt. Oh, jetzt bin ich da, wo vorhin die Ranken gewachsen sind. Ah, genau. Sag mal, wie viel Leben hast du? Ja, der hat zwei Headshots überlebt. Das war ziemlich, äh, unangenehm. Liegt hier vielleicht sowas wie zufälligerweise eine halbe... Nein, Kugel, Sonne und Mond. Ich hätte gehofft, dass hier vielleicht, äh, die halbe Tafel liegt, aber... Das war falsch. Äh, okay. Dann gehe ich wohl zurück, äh, schätze ich. Und ich werde ab jetzt akzeptieren, dass ich mit dem Fahrstuhl nicht mehr zurück kann... ...und die Schatzruhe niemals wieder bekommen werde. Uh, ich kann ja noch nach oben gehen. Ich meine, wenn wir schon mal hier sind... Wenn wir schon mal hier sind... Vielleicht bekomme ich die Tafel hier noch irgendwo. Das würde mir sehr viel bedeuten. Aus dem Brunnen unter Umständen. Die gute Brunnenkurbel macht sich auch immer wieder bezahlt. Oh, da ist der Kopf der Puppe. Ich meine, nicht ganz so nah ich gesucht habe, aber... Hm, hm, hm... Hm, hm, hm? Warum nicht? Schätze. Kombinieren. Yes. Die werden wir für ein gutes bisschen Geld verkaufen. Ich hoffe, der Typ freut sich schon, dass ich jetzt, äh, diverse alte Puppen beim Abladen werde. Foto eines seltsamen Vogels. Oh. Oh. Äußerst interessant. Ich weiß immer noch nicht ganz so viel, dass das explosive Geschoss da ist. Oh, hier können wir das andere Teil reinwerfen. Das Sonne und Mond der Dingens. Oh, das Schlüssel zum Geigenhaus. Wir haben einfach alles. Da würde ich sagen. Äh, wir beginnen mit der Kugel Sonne und Mond. Oh. Die Seitenteile, äh, klappen runter. Das ist nicht gut. Müssen wir uns die Geschwindigkeit etwas zügeln. Die Seitenteile werden mich nicht schützen. Oh Gott, das ist viel zu schnell. Hör auf. Das war viel einfacher als das Erste. Der Onyx-Schädel. Die Überreste seiner zweiten Frau. Äh, ansonsten haben wir leider nicht, ähm, die eine Tafel bekommen, die ich mir so sehr gewünscht hätte. Das ist ein bisschen schade. Aber ich denke, ich kann es akzeptieren. Denn, äh, ich bin auf der Suche nach einem goldenen Vogel unter Umständen. Äh, einem blauen Vogel. Ich hoffe, er hat eine blaue Münze, die ich mir dann, äh, Schein-Spray holen kann. Ja. Äh, das ist... Das ist auf jeden Fall im Dorf. Denke ich. Ist irgendwo da, wo so ein, ähm, kleiner Schrein ist. Man kann ranzoomen. Irgendwo da, wo so ein kleiner Schrein ist. Ich schätze, das sollte im Dorf sein. Beziehungsweise da, da habe ich, glaube ich, mal einen Schlüssel bekommen, den ganzen Beginn des Spiels. Ich denke, da wird es irgendwo sein. Ähm. Fliegen nicht zu mir rüber, oder? Okay. Cool. Danke, Jungs. Vielleicht hätte ich ein paar versuchen sollen, runterzuschießen, aber... Vielleicht hätte ich dann angefangen, mich anzugreifen. Und das wäre nicht so gut gewesen. Oh Gott. Nein! Warum kann ich nicht einfach an dir vorbei? Ja. Lass mich direkt mit der Gegend hier in Ruhe. Ich habe nicht vor, mit Terroristen zu verhandeln. Hallo, mein Freund. Äh. Okay. Äh, ja. Hier hast du noch eine Angie. Und eine Fräulein, äh, Madalina. Und eine Onyx-Schäde. Oh mein Gott, das ist so viel Geld. Ich gebe dir einfach mal alles. Ah, Miss Angie. Just adorable. Porcelain Dolls are very popular, you know. Please do take a look at my new stock. Ja, Miss Angie ist auf jeden Fall sehr, äh, liebenswert. Das erhöht den Schaden auf 840 und das würde ich nur auf 800 erhöhen. Ich denke, ich will ehrlich gesagt auf die Shotgun gehen. What? Ah, it's fine. All finished. Oh, ich wollte gerade sagen, vorbeiziehe eine höhere Feuerrate, aber hat sie nicht. Sie hat eine langsamere. Dann können wir die Pistole noch upgraden. Ein Magazin-Upgrade kann nicht schaden. Äh. Ich meine, wir müssen ein Schadens-Upgrade machen. Was verkaufst du sonst noch alles? Den größeren Koffer. Blendgeschoss. Lernen Sie, wie Sie unter Herstellen Blendgeschosse herstellen können. Ich meine, warum nicht? Nehmen wir das Zeug mal mit, damit ich hier ein paar Dinge herstellen kann. Uh. Mit dem Rückstoß beträchtlich einer Pistole. Verbesserter Kolben. Spezial Zubehör für eine Flinte. Vermindert den Rückstoß beträchtlich. Ich will, ich sage, gerne noch was verkaufen. Und zwar würde ich gerne was von meinen Waffen verkaufen. Ah, das ist die vollautomatische Pistole. Die benötigen wir nicht. Und ehrlich gesagt, auch wenn ich ein bisschen Geld in Form von Updates reingesteckt habe. Ich habe vor, auf die andere Shotgun zu wechseln. Dementsprechend. Zu hungern heißt zu leben. Yeah. Aber ich könnte die direkt zurückkaufen. Aber nein. Dann hätte ich noch gerne den Griff für die... Oh, das ist für die falsche Pistole. Den hätte ich gerne nicht. Wollte ich natürlich sagen. Hm. Man, ja, komm. Bisschen mehr Kapazität. Höre Feuerrate. Gönnen wir uns alles an dem Punkt. Bisschen auch noch eine höhere Feuerrate. Okay. Ich würde sagen, ich habe mir... Ich habe mir ein paar nette Dinge gegönnt soweit. Dankeschön. Das werde ich. Ich speichere mal eben ab. Und dann suche ich nach dem blauen Vogel. Der sich hier irgendwo befinden sollte. Und zwar irgendwo bei dem... Hier irgendwo, oder? Ach, muss das jetzt sein? Ich suche gerade nach dem blauen Vogel. Okay, sind nicht so stark, wie ich zunächst dachte. Oh. Ich habe fast die Ruhe verloren. Also. Oh, ich bin so geschwächt. Ich habe auch gar keine Arznei mehr. Lass mich mal ein bisschen Heilung machen. Äh. Foto eines seltsamen Vogels. Okay, müsste... Okay, das, was ich gesehen habe, war das. Und da drüben war dann noch zusätzlich... Oh. Okay, da steht noch was. Äh. Dieses kleine Mausoleum zu sehen. Das bedeutet, der blaue Vogel müsste hier irgendwo sein. Oh, da ist er. Hallo. Mein kleiner Freund. Ist nichts Persönliches. Ich will sehen, was du Schönes für mich hast. Saftiges Geflügel. Oh, das ist saftig. Nein! Nein! Wir haben die zerbrochte Steinplatte! Das heißt, ich muss durch diesen Friedhof voll mit der dummen Gegnern gehen. Das ist schlecht, weil ich nicht viel Munition habe. Aber okay. Willkommen, Ethan. Äh. Können wir vielleicht was machen mit dem einen Geflügel? Ich bräuchte Wild. Ich bräuchte Wild. Are you sure you have everything? Nein, ich habe nicht alles. Ich habe gerade eine Tafel gefunden. Dafür kann ich einen großen Schatz holen. Und ich will nicht wirklich, aber ich muss. Beziehungsweise ich sollte. Ah. Dann können wir doch zum Geigenspieler. Warum bin ich hier auch einfach weggerannt? Ja, wo hier überall Gegner sein werden. Aber wenn ich schon mal dabei bin, wie funktionieren diese ganzen, äh, Brandgeschosse und sowas? Granatwerfergeschoss. Oh, Granatwerfer. Okay. Okay. Okay, wie ging das dann? Oh, ich muss den einfach nur mitnehmen. So ging das daneben. Bisher ist noch niemand zu sehen. So, die vielleicht wirklich einfach nur da oben. Und ich wurde bestraft dafür, dass ich diesen Rückweg genommen habe. Das fände ich nicht cool. Das fände ich überhaupt nicht cool, ehrlich gesagt. Was soll das denn? Ich dachte, das wäre der clevere Rückweg. Und dann ist es der, wo die Gegner sind. Ich wurde durchschaut von diesem Spiel. Äh, wie komme ich am besten zum Friedhof? Ich denke, ich werde einfach geradeaus weiterlaufen. Oh, kann ich nicht? Da ist ein Baum eingesch... Hallo, mein Freund! Zweimal wild. Oh, yes! Weil, kann ich überhaupt zurück? Ja, okay. Hier entlang. Das war es absolut wert, hier nochmal zurückzugehen, ehrlich gesagt. Das Problem ist nur, dass wir... Dreimal wild bräuchten um. Oh, mein Gott! Dreimal wild bräuchten um. Ja! Oh, Gott! Er kann nicht hier hochlaufen, nehme ich an. Ich habe den Baum jetzt drauf. Oh, oh. Lass mich mal eben eine Rohrbombe werfen. Oh, Gott. Gott, nein! Ow. Das Spiel mit der Feste wäre ich nicht so ähnlich viel, äh... Oh, mein Gott! Das Spiel mit der Feste wäre ich nicht so ähnlich viel, äh... Oh, mein Gott! Oh, mein Gott! Oh, mein Gott! Nein! Nachladen, 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 nachladen! Ich habe vielleicht keine Munition mehr. Gau! Weil es ging daneben? Dummkopf. Okay, was mache ich, wenn ich keine Munition mehr habe? Äh, was mache ich jetzt? Hm... Ich denke, die Scharfschütz-Munition ist am sinnvollsten im Kampf gegen ihn. Einfach, weil ich wirklich effiziente Treffer gegen ihn austeilen kann. Vor allem treffe ich auch. Ich glaube, das war's. Wie lebt der noch? Oh, mein Gott! Die kristalline Riesen-Axt. Ich habe gar nicht erst vor, mich mit denen auseinanderzusetzen, ehrlich gesagt. Bisschen schneller, bitte! Okay. Der Kelch! Au! Geh weg! Oh, eine Chemikalie. Ah! Lauf! Lauf! Okay, ich habe alle meine Munition verschwendet. War es das wert? Ich habe starke Zweifel daran, aber wir werden sehen. Puh! Ich wünsche übrigens, ich hätte Achievement dafür bekommen, dass ich den Typen erschossen habe. Ich habe das Gefühl, das war eine große Leistung. Hauptsache, ich wünsche ich, aber ich hätte vielleicht meine Munitions-Upgrades ein bisschen später gemacht. Dann wiederum, ich kann mit der Pistole Munitions-Upgrade machen. Das heißt, das sind direkt 22 Schuss mit der Pistole. Äh, auf Resident Evil 8 Snacken. Direkt gratis. Okay, hier scheint niemand mehr zu kommen. Puh! Der ist erleichtert mein Leben ungemein. Ich bin mir immer noch nicht ganz sicher, ob das gerade gut gelaufen ist oder nicht, aber es ist auf jeden Fall gelaufen. Und das ist das Wichtige soweit. Oh, ist das einer der Kelche, die hier raufkommt? Hallo! Ah, ich hätte was zu verkaufen, mein Freund. Und zwar das. 30.000 und der Kelch. Ein antiker Kelch aus dem Besitz der, äh, Berengarius, einem der vier Gründer. Sehr wertvoll. Ja, dann, äh, verkauf mir das. Keine Ahnung, hab's gefunden. Gehne ich gar nichts an. Ich hinterfrage auch nicht, wo du deinen ganzen Schrott her hast. Nach der Geschwindigkeit ist mir halt so egal, aber wir erhöhen es trotzdem mal ein bisschen. Dann kaufe ich das. Und ehrlich gesagt, ähm, würde ich gerne auch die Flint-Munition mitnehmen. Wenn wir schon dabei sind. Zehn Schuss vom Scharfschützen-Dingens. Und Pistole-Munition kostet eh nichts. Nehmen wir erst recht mit. Ja, ich kann sehen, warum du dich interessiert in das. Bis zum nächsten Mal treffen wir uns. Okay. Und. Nachladen. Yeah. Dann würde ich sagen, ich speichere mal eben ab. Und dann. Puh. Äh. Bin ich als nächstes wohl bereit. Ja, wobei. Ist ja was. Nein, ich speichere. Nein, nein, nein. Moment. Wollte sagen, ich bin dann erstmal fertig für heute. Für mich selbst. Aber. Ich könnte natürlich noch zum, äh, Geigenspieler. Ich glaube, das werde ich nochmal eben machen. Ich meine, wenn ich. Wenn ich aber den Schlüssel habe. Ich kann ja nicht einfach so aufhören. Dafür muss ich wieder diesen komischen Weg gehen, den ich immer wieder vergesse. Äh, also wie man den Weg geht. Ich glaube, es war hier geradeaus. Nein. Nein. Nein, das war es nicht. Hier war der rote Schornstein. Das bringt mir aber so nichts. Äh. Muss ich da durch? Gehe ich auch nicht durch. Warte, was war der Weg? Äh. Äh. Was war denn der Weg, um zu dem dummen Haus zu kommen? Also zu dem da hinten. Oh, ich muss hier links entlang. Oh ja, genau. Und dann, äh, Treppen hoch und dann einfach geradeaus. Mehr oder weniger. Hier hin. Ja, hier ist das blaue Tor. Hier muss ich dann einfach geradeaus. Okay. Seht ihr? Ich, ich, ich kenne mich aus. Ich weiß, wo ich hin muss. Ich weiß Bescheid. Dann kriege ich mir mal eben hier durch. Und ich bin, äh, so gut wie da, würde ich sagen. Äh. Ah, das war auf der anderen Seite. Ja? Ja, okay. Ich wollte gerade sagen, es war auch nicht da hinten. Aber da hinten ist immer Wild auf der Karte markiert. Das heißt, unter Umständen. Wenn wir ganz viel Glück haben. Treibt sich hier immer noch kein, äh, Wild herum. Vielleicht war hier mal eins. Aber ist irgendwie versehentlich gestorben. Habe ich hier zufälligerweise mit Rohrbomben um mich geworfen. Denn das ist üblicherweise eine schlechte Idee. Zumindest dann, wenn man vorhat, nicht, äh, irgendwelche Unbeteiligten in die Luft zu sprengen. Genau. Und hier muss ich dann links entlang. Um da reingehen zu können. Schlüssel des Geigenbauers. Wohnt hier der Herr Geigenbauer? Am 27.09.17. Ist das ein Release-Datum von Resident Evil 7, zufälligerweise? Ist das eins von diesen Easter Eggs? Uh, Kraut. Wir haben lange kein grünes Kraut mehr gesehen. Hier ist definitiv... Der hat Geigen gebaut. Steht irgendwas? Kann ich das bitte... Lesen? Ich werde ihren fünften Geburtstag nie vergessen. Und eine Flasche Chemikalien. Oh. Moment. Moment, Moment, Moment. 27.09.17. Falsche Richtung. 27.09.17. Dieser Geigenbauer... Ist nicht gut darin, Stecke zu finden. Erweitertes Magazin für die F2-Rifle. Das müsste ein Gratis-Munitions... Müsste auch wieder Gratis-Munitionen auffüllen sein. Deswegen werde ich das mal... Ich hoffe, ich werde es nicht vergessen, aber... Wir machen das ein anderes Mal. Sterne, Statue eines Wesens aus der Nordischen Mythologie. Sehr wertvoll. Es ist der Stahl... Rissewilger. Da würde ich sagen, das war ein guter Ausflug. Hauen wir ab. Und keine Gegner spawnen, die mich daran hindern wollen, richtig? Ja, richtig. Das ist ein nettes Dorf hier. Bis auf die Ziegenköpfe. Wo ist eigentlich der Körper von den Ziegen? Ich bräuchte nämlich noch ein bisschen Wild. Nein, nicht mild. Wild. Hä? Äh. Äh. Hallo, guter Mann! Ich hab da was, dass ich dir 14.000... Äh. Nicht so weit, was ich gehofft hatte. Ehrlich gesagt will ich noch gerne eine Sache überprüfen. Sollen wir mich gerne schauen, ob wir nicht vielleicht noch irgendwas machen könnten. Äh... 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 Der beim Block erlitt, der Schaden sinkt. Ich glaube, darauf kann ich verzichten, ehrlich gesagt. Ich block halt eh nur so selten. Puh, aber gut. Dann würde ich sagen, ich bin erstmal fertig für heute. Ich hab mir fast in die Hose gemacht, als ich vor dem Säugling... ...vor dem Embryo weggerannt bin, aber... ...ich hab's überstanden. Ich bin übrigens sehr verwirrt, was die Achievements von diesem Spiel angeht. Ähm... Auf der Steam-Seite kann ich immer einsehen, wie selten welche Achievements sind. Und... Es gibt eins, das ist das Achievement dafür, dass man den Gegner aus weiter Entfernung ausschaltet. Und das haben irgendwie nur 50% aller Leute geholt. Und ich glaub, den blauen Vogel haben 70% gefunden. Das heißt, äh... Ich bin sehr verwirrt, wie... ...viele Leute schlicht und ergreifend... ...scheinbar im Schloss mit dem... äh... ...mit der Sniper-Rifle nicht... ...Gegner abgeschossen haben, die weiter entfernt sind. Das ist sehr verwirrt. Oh, und was ich gerade sehe. Was wir uns mal eben anschauen könnten... ...sind, äh... ...die Beine. Die sehen genauso aus wie der Rest. Ich erkenne keine Beine da drin. Aber okay. Ja, würde ich sagen... ...es ist an der Zeit... ...für unseren neuen Moment. Gab es nicht noch was, was ich mit dem Schlüssel öffnen konnte? Moment. Ja, das ist ja oben. Hm. Ähm... Ich würde fast sagen... ...ich werde erstmal hier hingehen, ehrlich gesagt. Darfnach, dass wir dann vielleicht zum Schloss und dann zum Schatzhaus... ...im Fluss gehen können. Dementsprechend... ...ähl ich hier mal wieder rüber. Ich habe übrigens auch mal gegoogelt, was es mit der einen Kiste in, äh... ...Donners Haus auf sich hatte. Und... ...ich konnte nichts finden. Beziehungsweise habe ich auch auf YouTube gesucht. Deswegen... ...vermute ich mal, dass es damit nichts auf sich hat. Passt nicht. Oh, hier brauche ich sechs flügeligen Schlüsse. Oh... Okay. Und ich habe ja auch herausgefunden, dass ich wahrscheinlich ziemlich langsam im Spiel unterwegs bin. Und ich hoffe, ich werde es noch in... Hat er was geglitzert? Nein. Ich hoffe, ich werde es noch in unter zwölf Stunden durchgespielt bekommen. Denn man kann inzwischen keine YouTube-Videos mehr hochladen, die länger als zwölf Stunden gehen. Das heißt, ich bin ein bisschen im Zugzwang an dem Punkt. Ja, ich bin jetzt schon bei über sieben Stunden. Und ich habe noch nicht so viel geschärft, glaube ich. Ich habe keine Ahnung. Gehen wir hier runter. Und ignorieren einfach alles andere. Vor allem, wenn ich nicht nochmal nach dem Wild schaue. Denn das Wild... ...das ist mir zu wild. Zum einen. Zum anderen... Ich weiß nicht, wo es sich hier in sich befindet. Oh Gott. Mein Bein. Au. Ich war nicht in die Tal. Soweit ziemlich gut gelaufen, würde ich sagen. Au. Auf. Auf. Was soll das denn jetzt? Ich gehe aufs Dach. Wir gehen hoch. Oh mein Gott. Das war nicht cool. Wo ist Wolfgang? Da ist Wolfgang. Ich werde ihm Headshot verpassen. Pass auf. Soweit ich seinen Kopf sehen kann. Da. Ich habe da Leben geschossen. Oh Gott. Auf der Leiter bin ich sicher. Auf der Leiter bin ich sicher. Auf der Leiter bin ich sicher. Wo ist er hin? Oh, da drüben ist er. Auf der Leiter bin ich sicher. Zeug, Wolfgang. Ist nichts Persönliches, aber du machst mir ein bisschen Probleme. Deswegen werde ich einfach dich versuchen zu cheesen, soweit es mir möglich ist. Indem ich einfach genau das weiter wiederhole, was ich gerade mache. Wer hält so viel aus? Wo ist er jetzt hin? Wo bist du hin? Da. Komm schon. Sprich dir hoch? Wahrscheinlich, oder? Au. Okay, er macht mehr Schaden, als ich mir gehofft hatte. Wo bin ich? Oh Gott. Wir gehen wieder hoch. Und wir hoffen, dass er wieder katrouilliert währenddessen. Das Problem ist, dass er irgendwo in der Gegend ist. Aber er wird irgendwann gehen, richtig? Ich glaube, im Haus bin ich soweit sicher. Wo ist das? Was dachte ich das? Ja, hallo. Äh. Liebeshündchen. Okay. An dem Punkt habe ich schon so viel Munition verschwendet. Wir müssen weitermachen. Wir können jetzt nicht einfach aufhören. Oh, das war der Schuss. Der Schuss, auf den wir gewartet haben. Oh, ich muss sagen, diese größeren Gegner in dem Spiel, die kristalline Bestie. Diese größeren Gegner haben große Leben. Und das ist ein bisschen problematisch. Immerhin kann man, könnte man bisher immer leicht vor ihnen wegrennen. Das hat mein Leben ungemein erleichtert. Ich bin schwer verletzt. Lange halte ich nicht mehr durch. Ich höre ihn draußen auf und abgehen. Er hat nicht mal gezuckt, als ich auf ihn geschossen habe. Und jetzt spielt er mit mir. Das ist kein normaler Wolf. Aber ich verkrieche mich nicht wie ein feiger Hund. Wenn ich jetzt so alt Wassermühle schaffe, kann ich ihn stoppen. Ich kann dich beschützen. Er ist ja nicht weit. Verdammt, mir ist so kalt. Ich kann mein Bein nicht bewegen. Tut mir leid. Luisa, bitte vergib mir. Scheinbar hätte ich irgendwas an der Wassermühle gegen ihn machen können, aber ich war einfach mal so froh und habe ihn hier besiegt. Dementsprechend sollte mir der weitere Weg durch das Dorf eventuell ein bisschen erleichtert werden. Ich meine, ich muss mich nicht verstecken oder so. Wir können einfach ganz gemütlich durchlaufen. Seht ihr das? Vorratkiste? Nehmen wir mit. Freischusspistolen, Munition. Was soll denn der Schwachsinn? Damit kann ich nicht interagieren. Dafür bräuchte ich nämlich wieder dieses mysteriöse andere Rad. Uh. Es gibt jetzt sogar Geheimgänge, wo man sich verstecken hätte können. Oh, das ist ziemlich cool. Ich habe das Gefühl, dieser Kampf hätte aufregender laufen können oder diese Stelle generell. Schießpulver. Aber ist okay. Ich meine, wenn ich noch ein bisschen Munition mitnehmen kann, hätte ich auch nichts dagegen einzuwenden. Ein Zug. Wir sagen, der Zug ist lange abgefahren. Ich finde hauptsächlich Pistolen, Munition. Kraut. Farbe. Grün. Oh, und hier wäre sogar noch so ein Schrank gewesen, den ich hier vorerschieben hätte können. Mann. Ich stelle mir gerade vor, was all diese Kampf-Szenarien wären, die einen hier erwarten könnten. aber nicht für mich. Nimmst du mir die Munition mit? Ich glaube, ich finde noch so wenig Munition, weil ich aktuell so viel bei mir habe. Vielleicht hast du gesagt, dass das Spiel das ungefähr angleicht, nachdem wie viel man hat. Oh, wir bekommen es also doch noch mit Gegnern zu tun. Hallo. Komm her. Nein, bleib da drin, ehrlich gesagt. Komm nicht her. Okay. Oh, das ist noch einer. Nein! Bleib, wo du bist. Dankeschön. Huh. Ich wollte es aber plötzlich wissen. Ich habe das Gefühl, wenn die beiden aufgetaucht werden, während ich von der Bestie weglaufe. Jetzt werde ich gut gelaufen. Oh, hier war ich ganz am Anfang, wo von oben die Leiche durchgetropft hat. Oh, das waren die guten alten Zeiten. Hier habe ich mich zum ersten Mal von dem anderen verteidigt. Und dann ist alles entsetzlich schief gelaufen. Ich glaube, den Riesen mit der Keule haben wir inzwischen auch schon besiegt. Das müsste wahrscheinlich der Friedhof unten gewesen sein, oder? Richtig. Richtig, ja. Das sollte ja gewesen sein. So, hier war doch noch irgendwo ein Schatz. Er ist da drüben in dem Haus. Was ist das? Es pulsiert ein bisschen. Und es blutet. Wir lassen es einfach mal so stehen und tun, so als hätten wir nichts gesehen, okay? Okay. Denn es bereitet mir eigentlich gesagt ein bisschen Sorgen, wenn ich drüber nachdenke. Es hätte nicht... Warum hat es geblutet? Das war nicht nötig. Kann ich hier irgendwo anders hin? Sieht nicht so aus, als ob ich hier weiter könnte. Das bedeutet, wir können uns eventuell hier vorbeischleichen, indem ich dem Bach einfach folge. Und dann sollte ich zu der kleinen Hütte hier vorne kommen. Ja. Das habe ich mir so ungefähr vorgestellt. Oh, der Schmiede eiserne Schlüssel. Er ist uns wieder mal zur Stelle. Stets zu Diensten. Oh, ist das der Granatwerfer, von dem ich schon so viel gehört habe? Ich hoffe, die Antwort ist ja. Denn ich habe eine Menge davon gehört. Ach komm, warum kann ich das Zeug nicht einfach... Warum kann ich das nicht so verschieben, dass es beziehungsweise übereinander liegen und dann beziehungsweise ersetzt. Beziehungsweise ausgetauscht. Er versteht, was ich meine. Ein Kipplauf Granatwerfer. Nein, nicht Inventar schließen, F drücken. Nein. Ich glaube nicht, dass ich die Granatwerfer allzu oft spontan auspacken werde. Oh, das ist eine Mühle. Ich wollte gerade sagen, wer läuft hier gerade vorbei? Und Dietrich, für umsonst? Die haben einfach an alles gedacht. Aber ich kann die Tür wieder öffnen. Ich dachte, die hätte sich hinter mir geschlossen oder so. Warum ist die Tür eigentlich noch abgeschlossen? Aber okay, so weit, so gut, würde ich sagen. Wenn uns ein großer, böser Gegner entgegenkommt, dann werden wir mal versuchen... Nein, von da oben kam ich. Dann werden wir versuchen, mit dem Granatwerfer etwas zu nahe zu rücken. Ich denke, das wird gut ausgehen. Könnte ich größeren Koffer kaufen? Wie viel Geld habe ich? 26.000. Habe ich irgendwas gefunden, das ich verkaufen könnte? Kristallinebestie. Okay, pass auf. Wir verkaufen die Kristallinebestie. Die Kristallinebestie. Mein Mund ist gerade während dem Reden eingeschlafen. Und kaufen dafür den größeren Koffer. Okay. Dann würde ich sagen, wir haben wieder jede mit geplatzt im Inventar. Und schon können wir weitergehen. War ich hier drin? Yeah, das war das Anfangshaus. Oh yeah, das Radio war hier an. Da kam dann der Hilferuf. Treff uns oben bei der Kirche oder was auch immer. Und dann sind alle verbrannt. Das war ein bisschen deprimierend, aber ich habe es überstanden. Mir geht es gut. Ich habe eine gesunde Bräune angenommen. Ich komme doch nicht von der Sonne, sondern weil ich einfach verbrannt bin. Uh. Eine schleimige Substanz sieht nicht sehr stabil aus. Habe ich zufälligweise noch eine Rohrbombe bei mir? Nicht, dass ich eine sehen würde. Na gut, dann so weit, so gut. So weit, so gut würde ich sagen. Uh, und wir kommen jetzt in so ein Schleimgebiet, oder? Uh, das gefällt mir nicht. Oh, es ist die Windmühle. Das gefällt mir überhaupt nicht. Ich habe das Gefühl, ich sollte schon wieder was wegsprengen. Eventuell möchte ich sogar, okay, wisst ihr was? Wir machen das. Ich weiß nicht, wann ich das Messer zuletzt eingesetzt habe. Ich glaube, ich brauche es nicht wirklich auf der Schnellwahl. Nein! Die Leiter! Okay, er kann springen. Wille Neuigkeiten. Wir können springen. Oh. Sauerei ist das, sage ich euch. Aber ich bin nicht hier, um mit solchen Schweinen zu verhandeln. Oh, das zählt als wild. Oh, okay. Das bedeutet, ähm, wenn ich das hier öffnen kann, könnte ich ganz spontan das Gericht zubereiten, welches meine maximale Gesundheit weiter steigern wird. Ja. Nein, mir fehlt Fisch. Nein! Oh, ich sehe gerade auf der Karte, hier ist was markiert, aber ich bin schon viel zu weit gegangen. Ich glaube, ich werde da mal eben hinschauen. Oh, das war, ach ja, das war die Tür hier. Hier kann ich nicht durch. Okay. Dann schauen wir uns mal die Mühle weiter an, würde ich sagen. Aber hier bekommen wir auf jeden Fall dieses Teil zum Drehen. Zumindest ist ja noch eine Tür, wo ich drehen müsste. Oh! Hier ist unser nächstes, äh, kleines Ballspiel. Ich bin auf jeden Fall dafür bereit. Jetzt fehlt allerdings noch das kleine Emblem, das wir reinwerfen müssen. Foto eines seltenen Tieres. Ich meine, das seltene Tier habe ich bereits erlegt. Aber, äh, danke für das Foto. Wisst ihr, was auch eine Sache sich herausgefunden hat? Die Spielzeit, die im Spiel, die hier angezeigt wird, ist komplett falsch. Ich weiß nicht ganz warum, aber ich bin eher bei ungefähr acht Stunden als bei sechs Stunden. Ich weiß nicht, wo die ganze Spielzeit hin verschwindet. Es gibt auch nicht Sinn, dass es wegen Ladezeiten weg ist oder so. Ich habe keine Ahnung. Aufzug zum Stausee. Uh, ich hoffe, da ist kein großes Monster im See. Ich werde einfach mal ins Wasser schießen, um auf Nummer sicher zu gehen. Gut, dann, ähm, los geht's. Fahren wir runter zum Stausee. Ist ganz nett hier. Ist ein guter Fahrstuhl. Gut ausgeleuchtet. Ist immer eine Sache, die ich an Fahrstuhlen sehr anzuschätzen, weil es ehrlich gesagt. Es geht weit runter. Sehr viel weiter, als ich mir wünschen würde. Das ist ein tiefer Schacht hier. Okay, und das Licht wurde eher abläulich. Jemand hat an den Weißabgleich herumgespielt. Wie auch immer es war, er hat schlechte Arbeit geleistet. Oder Farbtemperatur, je nachdem. Ich weiß nicht, ob da welche als viel Unterschied ist. Aber es ist nicht der Punkt. Hallo. Kristallfragment. War das ein Schuss wert? So halbwegs. Ich glaube hauptsächlich nicht. Kann ich da zur Seite? Nein. Okay. Das heißt, ich muss mir keine Sorgen machen, dass mir irgendwelche Luren entgegenkommen und ich mich dann an der Seite verstecken muss. Das weiß ich sehr zu schätzen. Das ist super. Das sieht super cool aus hier drin gerade. Vom Szenario her. Und sind wieder überall Teppiche. Das war eine Sache, die sie in diesem Spiel schlicht und greifen nicht loswerden können. Quetsch dich durch, mein Alter. Ja. Oh. Oh, das nehme ich dann mal eben an mich, wenn das okay ist. Greif doch rein. Nimm es doch in die Hand. Oh. I'll just be taking this. Wait, wait, wait. What are you doing with Mother's special child? She's not hers. Oh, you have something to say. What do you mean Mother's special child? Mother wants her baby back. Don't screw with me. Wait, wait, wait. Please, please. If you take it, the others will laugh at me. But if I do better than them, what do I care? Wait, just a little longer. Please. What's so funny? You're stupid. You talk too much. It's all over. I plug the way in. What do you... This is my territory. And I won't let you leave. Mensch, das ist ja eine Überraschung. Vielleicht hättest du nicht ewig dastehen sollen. Aber, was ich ja gerade gesagt habe, mit dem geliebten Kind, das ist eine Sache, die mir gestern aufgefallen ist. Ich habe meine... Aus irgendwelchen Gründen habe ich... Sorry, aber auch als ich nach den Achievements geschaut habe, ich aus irgendwelchen Gründen das Bedürfnis, die Sammelkarten anzuschauen. Und ich habe die von Mutter Miranda gesehen und ich habe sie in Größer gesehen. Und ich dachte mir, das ist eine gewisse Ähnlichkeit zu einer gewissen Person. Deswegen... Und dann habe ich es direkt bereut, nachgeschaut zu haben. Außerdem wird jetzt... Hier wird alles noch ein bisschen zugeschleimt. Aber ist okay. In der Wintersaison haben wir alle oftmals ein bisschen mehr Schleim im Rachen, als wir uns wünschen würden. Das gefällt beim Szenario. Einfach alles voll mit widerlichem Schleim. Wir haben einen Sprengstoff und wir sind in der Mine. Wir finden den Weg nach draußen. Oh, ja. Gut. So weit, so gut. Dann können wir direkt zum vierten rüber gehen, oder nicht? Ich meine... Komm schon. Das lief ziemlich gut. Erzählen wir noch nichts. Und da haben wir ein kleines Fass, das ich hier mal eben mitnehmen werde. Explosivgeschoss. Kann ich da rüber? Nein. Das ist ja Schatztruhe da drüben. Schatztruhe nehme ich immer besonders gerne mit. Ich lebe es übrigens, dass ich einfach das Teil mitgenommen habe, weil er zu beschäftigt damit war, seinen rauschenden Fernseher anzustarren. Sei so gut und bringe er den Bootsschlüssel zurück zur Hütte in der Mine. Hans ist tot. Also ist er Schluss mit dem Fischfang. Ich meine, wir wissen auch alle, dass der Tod kein Unfall war. Er wurde samt Boot von dem riesigen Fisch gefressen. Du meinst ein Wal. Uh, würde ich jetzt gerne nicht mit dem Boot fahren, aber... Oh, der Schlüssel fehlt. Beim Haus an der Mine. Ist das Haus gemeint? Das, was auch immer davon übrig ist. Kann ich hier runter? Nein. Kugel-Labyrinth, mechanische Tür, Speicherpunkt. Moment. Lass mich das mal eben nochmal lesen. Ist der Schlüssel wichtig? Hier muss ich zurück? Bring den Bootsschlüssel zurück in der Hütte in die Mine. Ist das die Hütte an der Mine? Nein, das ist ja doch eine Hütte. Wir sind doch relativ an der Mine, oder nicht? Aber es ist eine Hütte in der Mine. Okay. Wir müssen zurück. Ich habe es oft genug durchgelesen. Ich denke, ich kann alle eventuell Szenarien ausschließen. Wir müssen in die Hütte. Äh, in die Mine. Und da ist eine Hütte. Das heißt, die Freude, draußen zu sein, sie war nur von sehr kurzer Dauer. Was zu schade ist. Pistole Munition. Ah, was, 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 was jetzt damit auf sich? Untersuchen. Sieht zerbrechlich aus. Haha. Perfekt runtergefallen. Okay. So weit, so gut. So weit, so gut. Gehen wir ein bisschen runter. Ja. Und irgendwo, ich vermute, die Hütte war, ähm, das, wo der Speicherpunkt war. Ne. Die Jungs sind wieder hier. Und sie vertegen ihr Fleisch. Gehen wir nicht zu nahe, mein Freund. Ich habe eine Schusswaffe und manchmal treffe ich damit auch. Nicht oft, aber manchmal. Oh nein. Gute Neuigkeiten. Ich habe die Bootschlüsse. Schlechte Neuigkeiten. Der Rest in dieser Situation gerade. Oh, das ist so einer wieder. Das ist nicht gut. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Raus. 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 Nein, 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 nein. Oh Gott. Ich muss nachladen. Ich kann nicht weg. Ich kann nicht weg. Nein, ich kann nicht weg. Du musst meine Wunten versorgen. Bin ich tot? Nein, ich lebe noch, aber... Das ist deutlich schief gelaufen. Möchte ich einfach mal zu dem Raum werfen. Ähm. Schauen wir mal, ob ich einen erwischt. Oh mein Gott, er ist im Weg. Ich glaube, das war nicht gut. Warum lebt ihr? Warum leben sie? Nein, Herzen. Warum haben sie das überlebt? Vor allem du. Oh Gott, ich habe keine Munition. Nein, geh weg. Oh Gott. Komm schon. Komm schon. Okay. Wir haben sie überstanden. Oh mein Gott. Ähm. Lief nicht gut. Lief nicht gut. Ich denke, ich denke, viel mehr kann ich dazu nicht sagen. Oh mein Gott. Okay. Ähm. Von all den Ressourcen, die ich ursprünglich mal hatte, ist an dem Punkt nicht mehr viel übrig. Wir haben aber den Bootschlüssel. Und ich glaube, ich hätte diese Stelle nicht überstehen sollen. An einigen Stellen. Aber okay. Spiel hat sich, ja, Spiel hat es gut mit mir gemeint. Aber was soll das auch, dass der eine Typ plötzlich die Barrikade kaputt gemacht und reingesprungen ist. Das war nicht gut. Wahrscheinlich hätte ich einfach wegrennen sollen. Ich hätte einfach den Schlüssel nehmen und abhauen sollen, glaube ich. Ich meine, ich spreche nicht wirklich was dagegen, einfach abzuhauen. Oh, was haben wir hier? Strollenmunizieren. Haben wir hinzufügigerweise auch Fische? Ach, den suche ich nämlich gerade. Ja, ich denke, ich hätte definitiv den Schlüssel mitnehmen und wegrennen können. Kraut. Uh, heißt das, dass ich mir mal eben noch mal, es heißt, dass ich mir mal eben noch eine Heilung machen kann. Uh. Oh, da kann ich nicht rein. Hätte ich überhaupt zurückgehen können? Das wäre der Rückweg gewesen. Oh, hier durch und dann. Okay. Es wäre möglich gewesen, aber ich hätte ein bisschen besser mit dem Weg vertraut sein müssen. Sofern, äh, die Leiter auch tatsächlich unten gewesen wäre. Weil es nicht so garantiert ist, würde ich sagen. Aber gut, dieser Typ mit ihrer festen Rüstung, die sind ein Problem und, äh, von denen sollten wir uns in Zukunft fernhalten, okay? Puh. Dann gehe ich mal wieder nach draußen, denn, äh, der andere Typ scheint nicht weiter das Zeug zuwachsen lassen zu wollen und das erleichtert mein Leben ungemein. Schon wieder. Geh weg. Du auch. Das ist jetzt mein, äh, Bootshaus. Deswegen würde ich das sehr zu schätzen wissen, wenn ihr euch einfach fernhalten würdet. Äh, ich mache mir noch eine Heilung, denn man kann nie genug Heilungen haben und ehrlich gesagt mache ich noch Scharfschützposition, denn von der kann man ebenfalls nie genug haben. Von der mussten wir leider super viel aufbrauchen, als ich gegen, ich hätte gegen die beiden Schweine nicht zwei Schuss davon verwenden sollen. Ich denke, das war so das Hauptproblem. Und hey, seit dem Motor zu starten und dann knattern wir los. Ich bin erstaunt, dass er weiß, wo man den Zündschlüssel an dem Motor von dem Motorboot anbringen muss. Denn ich für meinen Teil hätte absolut keine Ahnung gehabt. Äh. Ha. Vielleicht komme ich da irgendwie von außen rum ran. Das Gefühl von hier aus ist das keine Option, die Schatztrutz erwischen. Äh. Das ist schleimig. Aber da ist ein, das ist ziemlich, das ist eine coole Gegend hier. Fällt mir. Ich sehe das schon wie eine Gegend, wo man, oh nein. Wo man sich denkt, dass man gerne Urlaub machen würde. Zumindest dachte ich das zuerst, dass ich das denken würde, aber. Oh nein. Oh nein. Ich, ich, ich erlebe diese Stelle hier gerade nicht zum ersten Mal in meinem Leben. Ah. Okay. Der große Fisch wird also, äh, wird ein Abenteuer, nehme ich an. Könnte man ihn, äh, auch einen De Lago nennen. Was ist das? Oh. Chris Redfield? Was ist das? Ich wollte dir sagen, du kümmerst dich besser um deinen eigenen Kram, denn das wird gleich spukig. Ich könnte nicht reden, ich war gerade unter Wasser, Entschuldigung. Okay, da würde ich sagen, es ist an der Zeit den großen Fisch zu... Oh. Ihhh. Bring ihn um! Schieß ihm ins Auge, in eins davon. Oh Gott, nicht auf meine Hose. Oh, das ist, das ist so widerlich. Ich glaube, ich hasse ihn. Ich muss gar nicht erst hinterschauen, um zu wissen, dass ich mich besser beeilen sollte. Äh, ey, immer in Bewegung bleiben. Ist gut für die Figur. Wo ist eigentlich Chris Redfield? Äh, Resident Evil Superstar. Bekannt aus Teil 1, Teil 5 und vielleicht sogar Teil 3. Das Pörtnerhaus. Das war wohl die Station von vorhin. Ein mysteriöser Code. Oh. Shit, there's no power. Das Wasser ablassen wird ziemlich hilfreich. Betriebsanweisung Stausee Pörtnerhaus. Starkregen kann, äh, kann den hiesigen Wasserlebewesen schaden. Okay. Zur Vorkehr sollte daher auf folgende Weise überschlüssiges Wasser aus dem Becken abgelassen werden. Erstens. Setze die Windmühlen mit einer Kurbel in Gang, um das Pörtnerhaus mit Strom zu versorgen. Mit einer Kurbel. Yeah. Bedienen Sie den Hebel im Pörtnerhaus, um das Schleusentor zu öffnen. Wir brauchen also eine Kurbel. Verstehe ich das soweit richtig? Oh, hallo. Naturally. Lange nicht mehr gesehen, mein Freund, aber keine Sorge. Jetzt. Nein, mir fehlt immer noch der Fisch. Mir fehlt der Fisch. Nein. Ah, das ist doch dumm. Sollen wir die Lebenskraft stärken? Ist ja was? Wir machen das. Jetzt wird gekocht, mein Freund. Ich weiß nicht ganz, was Lebenskraft stärken bedeutet, aber... Uh, das klingt, das klingt köstlich. Hier ist es. Bitte, join mich. Ich vermute, es bedeutet, dass ich hier insgesamt mehr aushalten werde. Es stand gerade, glaube ich, wieder dran und ich habe es wieder versehentlich weggekriegt. Ah, ich meine, machen wir das, wenn wir schon mal dabei sind. Warum denn nicht? Oh, ich habe zu wenig Geflüge. Deswegen nicht. Ich kann es auch gar nicht erwarten. Oh, und ja, ich werde mal eben die Schreibmaschine betätigen, wenn das okay ist für dich. Denn eh, ich habe eine Menge niederzuschreiben gerade. Und hierher kann ich auch nicht auf ihn zielen. Schade. Ich glaube, ich glaube, es ist irgendwo eine Stelle, wo man ihn killen kann. Wahrscheinlich, wenn man eine Explosion in seine Richtung abfeuert oder eine Rohrbombe oder sowas. Was eine Explosion ist. Ich habe irgendein Achievement bekommen, aber ich kann es nicht lesen. Es ist zu winzig unten rechts in der Ecke. Ich weiß nicht, ich kann einfach nachschauen. Ich habe keine Ahnung. Lassen wir das. Also. Oh, kann ich mich ins Auto setzen? Nein, da steht was. Ich glaube, die Kurbel macht es nicht mehr lang. Schon ewig alt und entsprechend ramponiert. Im Fall, dass sie bricht, gehe rüber und hole die von der Windmühle 2. Das ist der einzige Ersatz, den wir haben. Oh nein, die Windmühle 2. Immerhin kann der Fisch nicht so springen, bis er hier landen würde. Nicht recht. Das wäre sonst, äh, bemerkenswert ungünstig für mich. Aber, er kann, er kann das nicht. Dementsprechend habe ich soweit kein Problem. Und ich, werde jetzt kurbeln. Zum Glück wird sie nicht brechen. Zum Glück wird sie nicht brechen. Oh, seriously? Ich meine, es stand bereits, wir haben das Skript bereits gelesen des Spiels. Es stand, es stand schwarz auf eis da. Warum bist du überrascht? Jetzt sind wir aber auf der Höhe des Fischs. Was bedenklich ist. Ähm, wir konnten im Endeffekt speichern. Uh, wir müssen zur anderen Bühne rüber. Oh, schön. Müssen wir hier rüber hüpfen, irgendwie? Nein, ich... Oh, Gott. Oh, oh, das ist nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Das wird schief gehen. Ah, Gott. Das geht jetzt schon schief. Ich bin kein Fischfutter. Ich bin ein Mensch. Menschen essen Fische. Und Fische nicht Menschen. Bin ich tot? Yeah. So wurde ich also vom Mensch zum Fischfutter. Was für ein Lebensweg. So, wir sind jetzt ganz normal. Dieses Mal werde ich etwas aufpassen, bevor ich losrenne. Das sind gewaltige Augen, die er da auf seinem Rücken hat. Hat er die schon vorhin, oder kommen die, weil er den, äh... Weil er den einen Versager gefressen hat? Ich glaube, hier oben bin ich halbwegs sicher. Das Problem ist nur, ich bin hier oben nur halbwegs sicher. Oh, Gott. Ich vermute, ich muss hier rüber. Nein, muss ich nicht. Oh, Gott. Also, das machen wir jetzt am besten. Ja, was auch immer. Wir gehen hier vor. Oh, da ist ein Teil. Alles gut. Ich habe es nur komplett übersehen. Gute Neuigkeiten. Die Verwirrung ist vorerst zu Ende. Ich dachte mir schon, dass es da sein wird, aber... Ah, ich weiß auch nicht. Wo ist er hin? Er wird mich jetzt nicht fressen, oder? Alles gut. Alles gut. Er scheint hier in dem Bereich erstmal so weit besiegt zu sein. Zumindest gerade eben. Oh, raus. Uh, das ist jetzt Bloodborne DLC. Schieb mal los, mein Burser. Ich wünsche, es hätte mir eben auf den Kopf geschleudert. Uh, da brauchen wir noch ein zweites, oder? Oh, nein. Oh, nein. Ähm. Scharfschutzmunition. Da drüben wäre noch so eins, aber... Ich glaube nicht, dass ich da schon rüber kann. Ehrlich gesagt. Was ist das? Ja. Stinks. Es, es sieht auch widerlich... Oh, oh Gott. Ja. Oh, ich würde das... Ich fasse das doch nicht an. Ah, jetzt muss ich da aber irgendwie nach oben. Oh Gott. Ich fühle mich nicht so sicher, wie ich mir das wünschen würde. Komm schon. Okay. So weit, so gut. So weit, so gut. Magnum-Munitium. Wir haben auch keine Magnum gefunden bisher. Ah, okay. Sind beide, äh... Reihenfolge... Äh, vom Timing jetzt ziemlich fürchterlich. Zuerst alle von diesen Teilen. Nein. Nein. Der Fisch wird mich fressen. Vielleicht solltest du versuchen abzuhauen, wenn du ins Wasser fällst. Nicht einfach nur deine Arme wild hin und her wirbeln. Von wegen, hey. Schau mal, ich bin ein riesiger Wurm. Würdest du mich nicht gerne vertilgen? Das wäre doch mal eine Überlegung wert. Okay, wie es aussieht, sind alle von diesen Teilen nur, äh... Ich bin ganz lange oben. Das ist die Sache, die ich gerade gelernt habe. Das... Oh, das war... Ach, ja, das hat das da hinten... Sinkt das auch runter oder bleibt das? Scheint erst mal, äh, zu bleiben. Oh, 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 oh. Bleibt da, blau. Bleibt da. Oh Gott. Oh, ich muss hier auch noch rüber. Oh, das... Oh Gott, das gefällt mir überhaupt nicht. Ich fühle mich nicht sicher hier. Ich fühle mich überhaupt nicht sicher. Das ist überhaupt nicht der Beste. Das ist der Schlechteste von allen bisher. Ja, auch wenn er mich öfter gekillt hat als alle anderen, also... Vielleicht ist er der Beste. Mindestens Top 3. Von allen drei, die wir bisher gesehen haben. Taucht er nochmal auf? Er taucht nochmal auf, er taucht nochmal auf. Ganz toll. Das hast du ganz toll gemacht. Du bist ein guter Fisch. War mal stolz auf dich. Okay. So weit, so gut. Ich habe vergessen, wo die andere Mühle überhaupt noch ist an dem Punkt, aber... Ich denke, wir sind unterwegs. Mutter wird stolz sein, dass du dich besserst, mein Freund. So wie auch ich stolz auf dich bin. Oh, iiih, da sind auch nur diese Würmer. Oh Gott. Das ist kein schöner Anblick. Was geht's? Oh nein. Oh nein. Ähm. Muss ich das wegsprengen? Das war mein letzter Schuss von dem Sprengstoff. Das ist ziemlich cool. Irgendwann hätte ich dafür wahrscheinlich Munition finden müssen, aber ich habe sie nicht ganz gefunden. Das ist nicht gut. Ich habe keine Ahnung, wo. Was macht dieser Schalter? Das ist ein großer Fang. Äh, ich kann ja jetzt schon sagen, diese Algen sind dermaßen glitschig. Ich kann ja nicht raus. Hier ist Schleim. Dieser Verschwung, weil ich dagegen geschossen habe. Kann man ihn auch ohne Sprengstoff beseitigen? Oh, ich habe keine Ahnung an dem Punkt. Ja, da sollte eine Leiter sein. Da ist auch eine. Okay, los geht's. Puh. Die längste Leiter der Welt. Okay. Das Problem ist, wenn ich jetzt oben... Wenn ich jetzt alles habe, was wir brauchen, dann muss ich noch irgendwie zurücklaufen. Und dann mache ich die Kurbel. Nee, ist das, was wir brauchen. Dann kommt hier, dann fehlt jetzt nur noch der Rückweg. So kann ich hier nicht hochklettern. Ja, das ist, äh... Richtig. Kann ich hier kurbeln? Kurbel. Kurbel mal los, mein Freund. Ich stelle mir nicht ganz, warum man hier... sich drehen kann mit dem Kurbel. Aber er wird schon den Zweck haben. Kurbel ist noch oben, lässt sich nicht öffnen. Äh, kann ich jetzt zufälligerweise? Jetzt kann ich nach oben. Okay. Uh. So weit, so gut. Heute wird... Heute wird geangelt, meine Freunde. Und zwar jede Sekunde. Und zwar jede Sekunde. Gott, der wird genau das machen. Oh Gott. Der hat mir fast die Füße abgeschleckt. Und ich bin da sehr kitzelig. Äh, wo war... Uh. Es war in der Zeit, zum Messer zurückzukehren. Huah. Bevor wir uns um... Hey. Hey. Bevor wir uns, äh, um den Fisch kümmern, gibt es ja erstmal Geflügel. Und hier sind rostige Reste. Warum ist hier eigentlich generell so ein kleiner, äh... So ein kleiner, äh, Sicherheits-Unterschlupf? Wow. Ein Kristallfragment. Zum Glück haben sie sich dafür eine Schatzruhe gemacht. Oh ja, das war hier. Ah, ich erinnere mich hier dran. Habe ich das vorhin einfach übersehen? Mit den Hühnern und dem... Oh, ich glaube, es war vorhin einfach nur übersehen. Irgendwie. War wahrscheinlich vom Fisch ein bisschen abgelenkt. Also. Äh, wo wurde gekurbelt? Da unten irgendwo, oder? Kaufmann, Speicherpunkt. Schleusensteuerung. Nein, warte. Wo war... Wo kann ich denn Strom aktivieren mit meiner Kurbel? Irgendwo? Äh, sieht nicht ganz danach aus. Ich denke, wir müssen nochmal nach unten. In die Richtung vom guten alten Fisch. Aber gut, dann, ähm... Machen wir das mal. Ich vermute zumindest, dass da noch was war. Aber hier habe ich gesagt, keine Ahnung mehr an dem Punkt. Es ist so viel passiert in der Zwischenzeit. Nein, hier komme ich nicht weiter. Hier komme ich nicht zurück. Äh... Wo wird gekurbelt? Ich meine, hier ganz offensichtlich nicht. Im Speicherpunkt drin zufälligerweise. Oh, er schläft. Dann wollen wir ihn mal nicht wecken. Oh. Wir wollen ihn nicht wecken. Verzeihung. War nicht meine Absicht. Okay, Kurbel. Oh, die muss ich vielleicht auf der ersten, äh... Muss ich die auf der ersten Windmühle oben aktivieren? Und habe sie irgendwie einfach nur verpeilt? Ich meine, da haben wir gekurbelt. Dann ist das Teil abgebrochen. Bevor unser wilder Verfolgungsteakt losging. Ich habe die Kurbel auch vorhin wieder mitgenommen, oder? Ich habe... Okay, ich habe die Kurbel wieder mitgenommen. Okay. Ich war mir da gerade nicht so sicher, wie ich mir das wünschen würde. Scheinbar, dass die Windmühle wieder in Gang gebracht. Okay. Dann... Lassen wir das Wasser ab. Warum bin ich überhaupt genervt? Das Wasser abzulassen ist... Das ist genau der Schritt, für den wir hier sind. Das wird ein Fest. Auch wenn ich das Gefühl habe, der Fisch wird auch da noch nicht ganz aufgeben. Und das wird schrecklich, weil ich absolut keine Munition habe. Okay. Blau. Weiß. Oh, das ist gedreht. Okay, 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 okay. Ähm. Moment. Wir machen das zu weiß und das zu blau. Stimmt immer noch nicht ganz. Moment. Äh. Lass mich... Nein. Lass mich drehen. Okay, so, dass ich es verstehe. Von links nach rechts und... Okay. Okay, ich verstehe. Äh. Dann ist das blau. Und hier unten waren die, äh... Kompelblauen Teile. Moment. Die Ecke wird dann noch blau. Okay. Ich hab's hinbekommen. Moment. So clever. Mein Gott. Oh. Jetzt wird ein See abgelassen. Jetzt muss ich nur noch einen Weg rausfinden. Aber bevor ich das mache, würde ich ganz gerne noch, äh... Sehen, wie noch mehr Wasser abläuft. Und ehrlich gesagt, würde ich da noch mal kurz speichern gehen. Und in Ventuelch... ...würde ich noch ein bisschen Munition kaufen. Was ist das, ne Magnum? Nein, ist die, äh, andere Pistole. Erschneidung Rohrbombenmine? Nein, das brauchen wir alles nicht. Aber ich kann keine Munition mehr kaufen. Oh, wir können nur noch Pistolen-Munition kaufen. Uh, das ist nicht gut. Er hat beide. Und das ist nicht gut für mich. Ähm... Ich meine, das war's. Das ist soweit abgelassen. Ich hatte das Gefühl, die Kreatur ist noch nicht ganz besiegt. Und irgendjemand wird sie besiegen müssen. Dieser jemand bin ich. Das ist nicht schön. Ich brauche kein Geld. Ich brauche Munition. Oder irgendwas, woraus ich Munition machen kann. Auf jeden Fall kein Geld. 1. Oktober, ein sonniger Tag. Mutter Miranda hat mir 5 Leute aus dem Dorf gebracht, wie ich sie gebeten hatte. Ich habe sie mit einer Flüssigkeit einschlafen lassen und ihnen dann das, äh, Kadu in ihre Bäuche getan. Ich freue mich schon darauf, wie es in ihnen heranwächst. 2. Oktober, ein wolkiger Tag. 4 von den Leuten aus dem Dorf waren heute Morgen tot. Einer ist fast eine Lykan. Ich habe ihnen mein Labor, äh, den Berg geschickt. Ich habe schon wieder versagt. Mutter will starke Höhlen, aber ich kriege keine hin. Ich brauche mehr Leute aus dem Dorf. Hollos wollt ihr also machen. Das ist... Die Axios Referenzen schreiben sich quasi von selbst. Erweitertes Magazin für die Pistole, die ich nicht, äh... bei mir habe. Ja. Das heißt, das können wir verkaufen. Oh Gott, es ist gerade sehr viel dunkler geworden. Oh Gott. Kann ich hier hoch? Ich meine, wenigstens finden wir ein bisschen Zeug. Oh Gott. Das ist doch nicht schön. Bin ich hier sicher? Ich habe absolut keine Ahnung. Ich bin so verwirrt. Ich bin nicht sicher. Aber ich weiß auch nicht ganz, wie ich weg soll. Äh... Ich kann nicht weg. Ähm... Oh oh, oh oh, oh oh. Oh oh, ein Schuss. Ein Schuss war gut. Wo ist der? Oh, er ist da hinten. Oh Gott. Zeig dir mal ein großer. Nein. Ich habe gesehen, dass da gerade ein Sprengpass war, aber ich fürchte, ich war zu langsam. Um davon gebraucht zu machen. Okay. Das war gut. Das war gut. Aber ich kann nicht mehr nachladen mit dem... Äh, mit der Sniper Rifle. Das ist nicht gut. Oh oh. Oh oh, oh oh, wir brauchen Daff. Oh, das ist nicht gut. Zeig dich. Zeig deinen Kopf. Komm schon. Zeig dir deinen richtigen Kopf. Den dir nicht angreifen kann. Ach auch. Nicht heilen. Nein. Ich habe den falschen Knopf gedrückt. Wo ist der hin? Ich weiß nicht, wo er hin... Oh, da ist er. Oh Gott, da ist er. Nein, 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 nein. Lass mich durch. Lass mich durch. Ich weiß nicht ganz, wie ich ihm jetzt so schade machen soll, ehrlich gesagt. Oh Gott, der macht es schon wieder. Nein. Nein. Oh Gott. Hier ist ein Dach. Oh Gott. Oh. Oh, ich sehe nichts. Äh, ich weiß nicht ganz, wann ich ihm jetzt Schaden machen kann am besten. Ich sage, es ist halt wirklich nicht meine Schuld. Muss ich halt ganz klar sagen an dem Punkt. Es ist die Schuld von vielen Leuten, aber nicht von mir. Oh. Komm schon. Oh, das war gut. Oh. Er legt noch ein bisschen am Boden und bemitleidet sich. Komm schon. Mach irgendwas. Oh. Nein. So, wenn er mich damit erwischt hat. Komm schon. Komm schon. Was? Er lebt doch. Warum lebt er noch? Warum hältst du so viel aus? Ich hoffe, so viel auszuhalten. Komm schon. Ich habe echt nicht mehr so viel Munition übrig. Ich weiß nicht, wie meine Leben aussehen gerade. Komm schon. Oh, das war gut. Das war gut. Ah. Immer schön hinter der Ecke bleiben. Es kann nicht viel passieren. Ich lag falsch. Es kann eine Menge passieren. Ich habe keine Heilung mehr. Wir können genau eine Heilung machen. Abstand, Abstand, Abstand. Zu spät. Komm schon. Komm schon. Okay, ist wieder umgefallen. Okay, wir können... Ich kann... Nein. Ich sehe... Ich sehe nichts. Oh Gott. Ich glaube, ich bin tot. Ehrlich gesagt. Er hält einfach so viel aus. Okay. Ich kann keine Ressourcen mehr machen. Ich bin tot. Ich weiß nicht, wo ich hin könnte. Okay. Mensch, das ist ja ein spaßiger Kampf. Okay. Immer schön weiterlaufen. Er ist unterwegs zu uns. Er ist zu nah. Er ist zu nah. Weißt du was? Komm näher. Komm näher. Was hältst du da von meinem Freund? Das war gut. Das war gut, oder? Das war gut. Das war gut. Das war gut. Er ist jetzt schon in der roten Phase? Oh, er ist schon in der roten Phase. Oh, oh. Wo ist ein Dach, wo ich mich unterstellen kann? Ernsthaft? Wo ist ein Dach, wo ich mich unterstellen kann? Okay. Gott. Er ist überhaupt nicht cool. Das weiß ich überhaupt nicht zu schätzen, dein Verhalten hier gerade. Oh, ich kann ja nicht abhauen. Oh, das weiß ich auch überhaupt nicht zu schätzen. Okay, er ist zurück. Gute Neuigkeiten. Ich kann aber noch nicht abhauen. Schlechte Neuigkeiten. Ich versuche abzuhauen. Okay. Wo ist noch ein Sprengfass gewesen? Ich habe das Gefühl, ich will neben so einem nochmal stehen, aber... Oh, da ist was. Eine Mine? Oh, eine Mine. Natürlich, Minen existieren in dem Spiel. Oh Gott. Abstand. 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 Oh, oh. Komm her. Yes. Ich glaube schon. Das war gut. Das war gut. Und jetzt locken wir ihn hier rüber. Oh, das ist nicht gut. Nein. Nein, 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 nein. Bin ich tot? Nein, ich lebe. Ich dachte, das wäre es gewesen gerade. Komm schon. Komm schon. Oh, wir haben ihn. Oh, die Explosionen. Oh mein Gott. Ja, das ist gut, mein Großer. Du wirst jetzt, du hast jetzt keine Schmerzen mehr. Das ist halt wahr. Oh, wir hatten ja noch mehr Minen. Erste Hilfe hat es einfach hier gewesen. Hier gab es also noch ein paar Dinge mitzunehmen. Also ich für meinen Teil muss gestehen. Der erste Versuch, okay. Lief ziemlich mies, zugegeben. Ah, der zweite Versuch. Ich meine, komm schon. Schauen wir mal, wie viel Munition ich noch übrig habe mit allem. Wenn wir es auf den Granat werfen, aber der zählt nicht. Ja, ich bin sehr zufrieden. Und dann würde ich sagen, ich suche mal den Ausweg und dann gehen wir weiter. Wo ist denn der Ausweg? Das Gebiet ist doch unerwartet groß. Wenn ich es mir so nochmal anschaue, aber... Ja, da vorne ist der Ausgang. Okay. Er hat es gesagt. Ich glaube, es gibt keinen Grund. Ich habe keinen Grund, ihm nicht zu glauben, dass da vorne der Ausgang ist. Pistole, Munition. Puh, so weit, so gut. Ist das was? Oh, da brauche ich den sechsflügeligen Schlüssel, den ich aktuell noch nicht habe. Uh. Die Filme... Dieses Spiel läuft gerade mit der richtigen... Mit dem richtigen Shutter-Speed, damit man den Fernseher vernünftig filmen kann. Mutter Miranda hat mir ein Gefäß mit einer Rose gegeben. Niemand mag mich. Deswegen habe ich gedacht, sie würde mich wieder vergessen. Aber Heisenberg hat gesagt, dass wir alle was von Rose bekommen haben. Wenn nicht alle da sind, kann die Zeremonie nicht stattfinden. Mutter scheint es aber nicht zu kümmern. Mutter hat gesagt, Rose ist eine Höhle. Mit einer Höhle bekommt Mutter ihr wahres Kind zurück. Auch wenn sie schon ganz lange tot ist. Aber wenn Mutter das tut, dann... Was passiert denn mit mir? Bin ich nicht ihr Kind? Wird es mich verlassen? Nein, das will ich nicht. Nein, 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 nein. Uh. Er hat gelebt wie ein König. Ja, dann muss ich ihn anschauen, damit du herausfindest, dass du ihn kombinieren kannst. So weit, so gut. Du bist besser als ich dachte. Wer ist das? Oh, komm mal. Wir haben ein paar Jahre später, nicht wahr? Das ist das, was wirklich wichtig. Du bist der letzte Arzt in meinem Weg, nicht wahr? Du hast Kampf. Ich gebe dir das, Ethan. Aber was ist der Plan, wenn du alle vier Flaske hast? Was? Okay. Oh, das ist Cadu. Nicht mehr lange. Ich habe mein Messer gar nicht mehr griffbereit. Ignorieren wir das. Ja, da ist es angefangen. Und da würde ich sagen, wir hauen ab. Und dann fehlt nur noch der eine Typ, der super Anti-Schwerkraft-Fähigkeiten hat. Die bestimmt abenteuerlich werden. Und sollen wir wirklich zurück zum Friedhof? Ich weiß nicht, ob es da wirklich noch allzu interessante Dinge zu sehen gibt. Hm. Rose versteckte Waffe. Wo ist die versteckte Waffe? Ist sie wirklich so versteckt, wie man sich das erzählt? Und jetzt, wo das Wasser hier überall abgelassen ist, sollte ich doch zu der Schatzruhe rüberlaufen können, oder? Oder? Ich meine, hier ist auf jeden Fall irgendwas. Ich bin mir nicht mal sicher, ob das der richtige Weg ist. Komm schon. Blendgeschoss für den Granatwerfer. Interessant. Da ist es. Und es ist Engelstatue aus Silber. Ich werde das Gefühl nicht los, dass das... Oh, hier sind Fische. Hier gibt es irgendwo Fische. Ich werde das Gefühl nicht los, dass das noch nicht die versteckte Waffe ist, die ich auf der Karte gesehen habe. Hey. Oh, da. Moment. Ja, ich habe auf die Blase geschossen, aber ich habe den Fisch nicht gesehen. Okay. Ich höre die Blubberblasen. Wenn ich sie sehe, können wir jetzt den Fisch holen. Ich weiß jetzt, wo er sich versteckt. Irgendwo hier. Okay, das ist ja was. Das ist dämlich. Komm raus. Wie? Komm schon. Dankeschön. Zweimal Fisch. Wie viel Munition habe ich dafür jetzt gerade verschwendet? Oh, der Fisch ist nur grob in der Umgebung von den Blasen. Deswegen habe ich so sehr daneben geschossen. Bisschen demütigend da. Wir haben meine Bosskampfmission gespart, also ist das schwer in Ordnung. Das war fürchterlich. Gut, dann, ähm, ich will wirklich gerne diese versteckte Waffe finden. Mal schauen, ob ich irgendeinen Weg finde. Ich halte dich auf dem Lauf dann, wenn mir irgendwas verdächtig vorkommt. Oh, natürlich. Natürlich. Am Eingang. Am Eingang war doch noch die eine mechanische Tür, die ich nicht öffnen konnte. Das ist wahrscheinlich der Weg. Und wir haben noch nicht das Teil gefunden, mit dem ich, ähm, das Kugellabyrinth machen kann. Was ein bisschen schade ist. Das heißt, wir fahren erstmal nach draußen. Im zweitlängsten Fahrstuhl der Welt. Und dann gehe ich durch hier eine Tür und dann sollte ich in der Region von der Waffe sein. Ja, ich habe auf jeden Fall auch Platz im Koffer dafür. Munitionsart wechseln. Wechselst du bitte Munitionsart? Wechsel doch. Geh. Äh. Ländgeschosse. Ich weiß nicht, wie ich zu ihnen hin wechsle. Da steht F, aber wenn ich F drücke, passiert nichts. Ich habe gerade herausgefunden, dass wenn man Q drückt, man sich um 180 Grad drehen kann. Äh, ich habe das Gefühl, das ist eine Option, äh, eine Sache, die mir Menge gebracht hätte, wenn ich es früher bemerkt hätte. Ich weiß immer noch nicht ganz, wie ich, äh, die Munition wechsle. Aber, unter 80 Grad drehen ist eine Möglichkeit. Besser später als nie. Dann würde ich sagen, wir, äh, kurbeln mal eine Runde los. Ist das vielleicht auch der Britop, zu dem ich direkt hin muss? Nein, Moment, ich kann die eine Tür, äh, ich kann jetzt die andere Tür öffnen. Wir haben ja nachher jetzt ein paar Wege, die offen stehen. Es ist relativ interessant, dass, äh, Resident Evil 8 speziell relativ viele Metroidvania Elemente hat, würde ich es fast nennen. Nein, man kann ja eher oft zurückgehen und, ähm, neue Dinge dafür finden. Ah, wegen diesmal hier oben entlang. Oh, wir bleiben hier oben, wie mir scheint. Die ganze Brücke. Das gefällt mir nicht. Ich vermute, hier sind die alle hingeflogen. Oh, das war keiner von denen. Das war, oh, das war eine Flagge, die ich erwischt habe. Oh, das ist, das wird unbehaglich hier. Nein! Oh, meinst du auch versucht? Komm schon. Wo, wo ist er hingeflogen? Kommt einer noch vorbeigeflogen? Da ist er. Okay. So weit, so gut, würde ich sagen. So weit, so gut. Und da ist die Kugel. Gut. Damit können wir dann, äh, an dem anderen, äh, Labyrinth spielen. Magnum-Munition schon wieder. Irgendwann würde ich mit dieser Magnum-Munition gerne was anfangen können. Sind das Pferde? Butterblume. Was ist mit dir passiert? Der hat mir gerade... Was liegt da unten? Wie es so aussieht, war es ein Typ, der nicht weiß, wann er besser die, äh, wenn er sich besser zurückhalten sollte. Ich habe trotzdem viel Munition verschwendet, mal wieder. Okay. Ich höre hier einen. Aber ich sehe ihn nicht. Oh, da oben. Ganz ruhig, mein Großer. Ganz ruhig. Du hast kein Schmerz mehr, wo du jetzt bist. So, dann höre ich ansonsten gerade nichts mehr. Das ist gut. Das macht mir auch ein bisschen Angst, weil ich schwören könnte, dass noch, äh, sehr viel mehr von diesen Fliegenden unterwegs sein sollten. Wir haben ein bisschen noch, wie viele unter der Brücke da vorbeigeflogen sind. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die spontan eigentlich verschwunden sind. Komm schon. Okay. Schießpulver und Lai. 25 Schuss Pistel-Munition. Oh, mein Gott. Das ist eine stolze Menge, will ich einfach nur sagen. Ist er ein Fliegerich? Irgendjemand ist ja noch. Aber wer? Wer möchte sich mit Ethan, dem Mörder, der, des Übernatürlichen, anlegen? Keiner von euch, oder? Ihr wollt doch nicht euer Glückversuch im Kampf gegen diese Legende. Lass mich mal raus. Ganz ruhig bleiben. Scheinbar war es nur der Typ. Er hat fast seinen Weg nach draußen gefunden. Aber hauptsächlich nicht. Oh, Wolfsbane. Okay. Wir packen das hier oben hin. Dann machen wir das. Ja, erfüllt sein Zweck. Wir haben unsere Magnum gefunden. Da würde ich fast sagen, wir haben direkt schon eine gute Wahl für den Schnellzugriff gefunden. Den Granatwerfer brauchen wir dann nicht mehr. Wie viel Schaden macht diese Waffe? 1700. Ein Revolver, der mit Magnum Munition geladen wird. Dein Chorfeuer und Durchschlagskraft ist ja angeblich sogar effektiv gegen Werwölfe. Also will ich hoffen. Diese Waffe werden wir nur dann einsetzen, wenn wir sie wirklich brauchen. Mutter Miranda hat mir einen Berg geschenkt. Hier kann ich ganz viele Experimente mit dem Cadou machen. Das ist mein geheimes Labor. Heute habe ich drei Exemplare mit dem Cadou gemacht. Aber es sind alle geplatzt und haben alles dreckig gemacht. Ich habe das Cadou eingepflanzt und dann habe ich mit einer Nadel Wolfsblut ins Rückgrat gespritzt. Das Versuchsobjekt hat sich stark bewegt und dann meinen Assistenten getötet. Ich konnte es nicht in den Griff kriegen. Deshalb habe ich es in einen Käfig getan. Jetzt muss ich es füttern. Was? Der, der uns vorhin schon mal angegriffen hat? Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Immerseit mir ist aus dem Käfig entkommen. Ähm. Was mache ich jetzt am besten? Das Hauptproblem ist, dass ich mich an sich in der Gegend noch ein bisschen umschauen will. Weil es gibt ja noch diesen Teil der Karte, wo ich nicht war. Ich würde sagen, wir, äh, wir gehen los. Wir sehen, was dort ist. Auch wenn da, wie zu erwarten, oh, da ist ein Brunnen. Ich hoffe, mich hat niemand gehört gerade. Nicht die Kurbel. Das Rad. Äh, die Brunnen, doch, die Brunnenkurbel, die andere Kurbel. Ah, ich denke, ich werde einfach, wie sagt man so schön, die Füße, okay, wie setzt ich das Blendgeschoss ein? Wenn ich das Blendgeschoss einsetzen kann, haben wir kein Problem. Dummes Spiel. Ich brauche keine Controller einstecken, ich brauche eine Tastenbelegung. Wo sehe ich das? Steuerung. Tastenbelegung. Nachladen, blocken, heilendes Objekt verwenden. Ja, 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 ja. Das suche ich alles nicht. Äh, suche ich immer noch alles nicht. Objekt, Stapel, Inventar. Ich brauche nichts im Inventar. Wie kann ich meine Munitionsart wechseln? Das steht nichts davon. Also, ich übersehe das alles, aber ich habe keine Ahnung. Zielfernrohr plus Scharfschützgebirge mit Alt? Ungünstig. Komm schon. Du musst doch irgendwie das wechseln können. Was soll das denn? Ich, 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 ich verstehe nicht, wie ich die Munition wechseln kann. Okay, ich mache jetzt den Controller an und werde damit meine gesamte Steuerung ruinieren. Okay? L, T und A. Scheinbar muss man gleichzeitig noch zielen. Das ist wohl eine Option, die mir an der Tastatur nicht mitgeteilt werden muss, wie es aussieht. Wenn ich ihm begegne, werde ich ihn blenden. Und dann hauen wir ab. Lad nach. Okay. Er ist noch hinter mir her. Oh! Gott! Aber ich würde sagen, er kann diese Türe nicht öffnen. Okay. Er hätte schlechter laufen können. Hätte ich vielleicht irgendwas Cooles bekommen, wenn ich ihn gekillt hätte. Vielleicht. Ist mir egal. Wir haben ihn jetzt ab. Ich meine, ich hätte mit dem Revolver auf ihn schießen können, aber komm schon. Wir alle wissen, dass wir die Munition noch für den Bosskampf benötigen. Zwar alles, was ich davon haben kann. Oh, das war knapp. Und entweder die mechanische Tür, die ich jetzt öffnen kann. Dann lass mich dort doch mal eben hinschauen. Ich meine, sie war sogar als Ziel auf der Karte markiert und ist doch nicht grundlos auf der Karte markiert. Warte, wo ist die Tür? War die hier? Nein. Nein, weiß ich nicht. Sie war ein bisschen, ich bin zu früh abgebogen. Sie war, glaube ich, hinter diesem Haus. Yeah. Und dann kurbeln wir los. Und wir finden einen Huhn. Also ich würde ich da so nach gesucht habe, aber okay. Ich meine, vielleicht ist es Edelgeflüge oder sowas. Man kann ja nie wissen. Nein! Ich wollte mich ducken und ich habe STRG gedrückt und STRG ist der Knopf, um sich zu heilen. Och, das war so schlecht. Das war so schlecht. Oh Gott. Komplett verschwendet. Aber okay. Ich schätze, so ist manchmal das Leben. So, warte, kann ich hier oben jetzt irgendwo, es muss hier irgendwas geben, oder? Geht auf das da. Oh. Ein Taubenblutrubin. Nicht darüber. Nein. Okay. Äh, ist der Taubenblutrubin eigentlich irgendwas, das ich miteinander kombinieren kann? Kombinieren mit... Yeah. Da kommt aber noch was rein. Irgendwas scheint noch zu fehlen. Okay. So weit, so gut würde ich sagen. So weit, so gut. Ähm, generell würde ich mal eben zurück zu unserem, äh, guten Händlerfreund gehen. Ein paar Dinge verkaufen. Ein paar Dinge kaufen. Oh, der... Der... Dubios. Irgendjemand will mir, glaube ich, sagen, dass ich da entlang gehen... Oh, war das ganz... Hätte ich das auch ganz am Anfang... Ist das für ganz am Anfang des Spiels oder so gedacht? Das ist ein bisschen seltsam. Den Pfeil habe ich bisher noch nicht gesehen. Hallo! Guter Mann! Oh, du hast auch so ein, äh, Kadeau? Ich habe gehört, die sind jetzt sehr, sehr im Trend. Oh, das ist so wertvoll. Oh mein Gott! Ja, alles weg. Das ist Lord Moreau's? Ich glaube, das ist, was sie nennen, die Schönheit der Groteske. Ja, wahrscheinlich. Also, ich meine, ich muss es kaufen. Ich habe es verschwendet vorhin. Ansonsten können wir... Das sind Upgrades für meine Waffe, die mir nichts bringen. Minen will ich nicht wirklich kaufen. Äh, ich will aber noch was verkaufen, ehrlich gesagt. Nicht der Dietrich, sondern, ähm... Zubehör für Waffen. Oh ja, ich hatte das für Scharfschütze das habe ich komplett vergessen. Nein. Ich hatte es komplett, äh, vergessen. Das wird das noch ketten. Ja, wahrscheinlich irgendwann mal hilfreich gewesen. Aber gut. 48.000. Klingt jetzt erstmal teuer. Aber wird es wert sein. Uh, 27.000. Uh, das ist alles so teuer. Aber das ist es mir wert. Ja, größere, größere Magazin wird uns auch hilfreich sein. So, können wir irgendwas anderes fertigstellen? Wir können das fertigstellen. Aber ich würde viel lieber, äh, das fertig machen. Oh, mir fehlt einmal Bild. Okay. Ich wollte jetzt sagen, irgendwas scheint mir zu fehlen. Das, weil ich mein Bild woanders investiert hab. Okay, diesmal werde ich warten und nicht wegklicken, was gleich da stehen wird, okay? Dieses Mal werde ich es nicht wegklicken. Oh, das ist einfach nur das Rezept selber. Ja, mein Block erlitten, Schaden wurde reduziert. Okay. Niemand würde das, mein Freund. Okay. Dann speichle ich mal eben ab und dann würde ich sagen, wir gehen zu der Schatzruhe, welche mir schon, äh, sehr lange Zeit an Dorn im Auge war. Da wir die Schlüsse dafür jetzt haben, können wir direkt, oh, hier ist wild. Hier ist wild. Rose is waiting for you. Nein, das ist okay. Das ist definitiv neu. Das ist wild, wenn ihr mich fragt. Okay, oh, ja, das ist, okay, die Teile sind definitiv neu. Die sind nicht von, äh, Beginn. Okay, ihr haltet nicht viel aus. Erbärmlich. Erbärmliches Wild. Wahrscheinlich ist der Friedhof das, wo ich zuerst hingehen muss, also hier. Ich meine, der Pfeil zeigt auf jeden Fall hier hin. Ich meine, ich habe gerade sonst sowieso nichts anderes vor. Viel Glück. Dankeschön. Man braucht kein Glück, wenn man so geskillt und, äh, gut ist wie ich. Ah, da will ich nicht hin. Ähm, könnten wir nicht erst mal hier entlang gehen. Ach Gott, es sind hängende Kadaver. Ich dachte, mir kommt jemand entgegen. hängende Kadaver. Niemann ist ja unterwegs. Das gefällt mir noch weniger. Der verbotene Wald. Verbotene Wälder sind nie eine gute Sache. Ich habe die Früchte des Waldes an mich genommen. Okay. Ich glaube, sie hat mich gesehen. Warum hat der Typ überhaupt gebrannt? Ich sitze damit auf sich, dass du gebrannt hast, mein Alter. Okay, sie haben generell Fackeln bei sich, wie es aussieht. Komm schon. Okay. Vorauswunders mit der Pistole an sich auch ganz gut sein kann, wenn man nicht Rechtsklick macht. Das kann gut sein. Das heißt nicht, dass auf Distanz nicht besser ist, Rechtsklick zu machen. Sonst war sie über Kimme und Korn zu zielen. Ich habe das Gefühl, dass hier hätte echt nervig werden können, wenn man nichtsahrend durchgerannt wäre. Und nicht so vorbereitet wäre wie ich. Und ich meine, ich bin absolut vorbereitet. Irgendjemand lebt aber noch. Was ist noch so eine Fackel? Vielleicht hätte ich mit den Fackeln beworfen oder sowas. Okay, es scheint ja noch mehr zu sein. Okay. So weit, so gut. So weit, so gut. Ich glaube, das war der Verbot der Wald, so weit. Hoffe ich. Das war es noch nicht wirklich, oder? Oh, der hat einen Bogen. Hör auf. Nein. Oh, oh. Oh, oh. Wir haben ein paar Bogenschützen. Das ist nicht so gut. Für mich. Ihr Problem ist aber, dass ich auf größere Distanz schießen kann. Ich höre ja noch so viele. Ich weiß nicht ganz von wo. Wahrscheinlich von da, wo ich am wenigsten hin will. Was da ist, von wo aus ich gerade angeschossen wurde. Hallo. Hallo. Eine Mine. Okay, eine Mine zu finden, ist bedenklich. Oh. Oh, hier sind eine Menge Krähen unterwegs. Oh, nein. Oh, mich erwartet irgendwas wirklich Unschönes. Kann es sein? Oh. 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 Kannst du ruhig bleiben. Nein. Okay. Oh, oh. Nein. 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 Ich wollte es zu sehr. So, pass auf. Wir nehmen jetzt den Magazin-Clip. Und hoffen. Yeah. Munition wurde gratis aufgefüllt. Nein. Das ist die Falschwaffe. Die will ich. Seht ihr? Genau das wollte ich sehen. Oh, oh. Okay. Ich glaube, sie wurden beide besiegt. Puh. Sehe ich hier noch irgendwas Verdächtiges? Ich höre noch eine Menge von den Krähen, aber ich sehe nicht direkt was Verdächtiges. Das könnte also entweder gut oder schlecht sein. Bis dahin, dass hier überall noch diese Sprengfässer sind, würde ich behaupten. Schlecht. Die Musik ist auch noch ein bisschen... Die ist noch nicht ganz... Die beruhigt sich noch nicht so ganz. Einfach ganz ruhig bleiben. Im Hebel wahrscheinlich. So wie jedes Mal. Außer diesmal wird es anders sein. Diesmal wird es bestimmt anders sein. Scharfschutz-Munition und 25-Pistol-Munition. Hier sind so viele Sprengfässer. Da kommt irgendwas echt Unschönes auf mich zu, oder? Und so viel Scharfschutz-Munition. Oh. Da sind einfach noch wirklich viele Gegner. Komm schon. Stirb. Okay. Haben noch 800 Mal öfter geschossen, als er eigentlich überlebt hat, aber das ist okay. Das gehört manchmal mit dazu. Was ist das? Nein, das ist noch einer. Das war noch einer. Ich glaube schon. Nein! Ich habe keine Munition mehr. Oh nein. Oh oh. Oh oh. Oh, das ist eine so unschöne Situation gerade. Ich muss nur ein bisschen Quickscopen. Das kann nichts passieren. Was ist jetzt? Okay, pass auf. Egal, ob es das jetzt war oder nicht. Wir müssen ein bisschen Shotgun-Munition machen. Ah, ich glaube, das waren alle. Huh. Ich muss sagen, es war nicht so übel, wie ich dachte. Aber es war auch ein bisschen unangenehm. Ich denke, ich habe die... So viele Flaschen mit Chemikalien. Ich denke, ich habe die Sprengfässer ganz akzeptabel zu meinem Vorteil eingesetzt. Ich denke, es lief okay. Das Problem war nur, dass dann meine Shotgun plötzlich leer war und darauf war ich nicht ganz vorbereitet. Das war so das Problem an der ganzen Sache. Hallo, zweiter Schalter. Bei dem kommt nicht nochmal eine Welle von Gegnern, richtig? Ja, da kommt nicht noch eine Welle. Das wäre... Das wäre nicht gut. Das wäre überhaupt nicht gut. An dem Punkt könnte ich auch einfach wegrennen, bei genauer Überlegung. Ich denke, ich werde, wenn wir demnächst beim Händler sind, wieder ein bisschen Shotgun-Munition kaufen. Ich meine, natürlich Flint-Munition. Ich habe das Gefühl, mir fehlt da ein bisschen was. Das öffnet sich sehr langsam. Wahrscheinlich, damit man nicht direkt wegrennt, wenn man beide aktiviert hat. Warte, Festung? Hey, warte, warte, warte. Wo ist... Was ist mit der Schatzruhe da hinten? Warte, warte... Festung? Schatz unter der Festung? Okay, Moment. Unter der Festung. Ist irgendwo ein Loch, in das ich reinfallen kann oder so? Von hier komme ich nirgendwo runter. Oh, da ist noch was. Flint-Munition für Schuss. Yes. Dankeschön. Ich fürchte, es wird ein Schatz sein, den ich nicht bergen kann. Ich weiß nämlich nicht, wie ich rankomme. Aber in der Hütte da hinten, da ist auch noch irgendwas. Und das würde ich auch noch nur zu gerne mitnehmen. Ist wahrscheinlich sowieso nur irgendwas, das 15.000 wert ist oder so. Irgendso ein Schrott. Und man hat nicht mal mit dem Vollmagazin gestartet, mit dem Teil. Das ist schwach. Hm. Da ist noch ein Sprengfass. Hier sind generell aktuell eine Menge Sprengfässer überall. Okay, was ist das hier alles? Von der anderen Seite verschlossen. Was sind das hier gerade alles für Wege? Warum hat man so viele optionale Wege vor sich? Ah, ich vermute, wir müssen hier eine kleine Brücke machen. Bisschen Uncharted-Style. Nein, müssen wir nicht. Ich habe einfach nur die Sprengfässer, die mir vielleicht im Kampf geholfen hätten, verschwendet. Oh, ich wünsche, ich hätte es nicht getan. Ich wünsche, ich hätte das nicht getan. Was auch immer. Okay, Schwein. Vielleicht werde ich mich später noch um dich kümmern. Aber jetzt erstmal nicht. Aber ich habe zwei Mienen noch. Das heißt, wenn mir was Großes hinterherlaufen will. Habe ich ein bisschen Sprengkraft wenigstens. Der ist sauber abgenagt. Pferd oder was auch immer das war. Ich hoffe, dass er hier nicht durch kann. Aber er kann ja wahrscheinlich durch, oder? Hauen wir mal nach draußen ab. Oder kann man den Guten wieder cheesen, so wie den anderen auch? Ich meine, er scheint die Pferde von mir verloren zu haben. Im Vergleich zum Schwein. Er würde nie die Pferde verlieren. Keine Ahnung, wo er ist. Aber. Er war da drüben gerade, oder? Oh, er ist da oben. Okay, mein Freund. Zeig, was du drauf hast. Oh, shit. Ich dachte, er würde ein bisschen, äh... Ich dachte, er würde eine kleine Reaktion darauf zeigen. Von der Mine erfasst zu werden. Ich lag denkbar falsch. Komm schon. Oh, oh. Oh, oh. Hier wollte ich nicht runter. Ich wollte nicht runter. Ich wollte nicht runter. Geht weg. Geht alle weg. Ist er oben? Er ist oben. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Ganz ruhig bleiben. Folge mir, mein Großer. Okay. So weit, so gut. So weit, so gut. Wir landen ein paar Headshots. Blind Punition. Oh nein, sie kommen wieder. Er hat wieder seine Gehilfen eingeladen. Das ist nicht gut. Wo ist irgendjemand? Ich sehe, ich sehe nichts mehr. Okay, wir haben ihn erwischt. Ich hoffe, er weiß, dass du schätzt, dass seine fliegenden Kreaturen sich mal den Kugeln in den Weg stellen, um ihn zu beschützen. Solche Lakaien findet man nicht an jeder Ecke. Glaubt mir das? Ich habe nach denen gesucht. Man findet die nicht so einfach. Ich habe jetzt gesehen. Ich habe mich daran erinnert, dass wenn man Kug drückt, dass man sich dann schnell dreht. Geh weg. Du auch. Was ist denn auf, äh, Menschen sehe ich gerade? Was haltet ihr davon, dass wir den Großen besiegt haben? Was sagt ihr dazu? Die kristalline Riesen-Axt. Erneut. Ich würde sagen, das wäre gut. Vor allem, äh, könnte ich das Ganze machen und dabei noch meine Magnum-Munition sparen. Denn, äh, ich weiß nicht, ob ich das für wusst ist, aber die Sache mit, äh, ich will die Magnum-Munition, äh, für Bosse aufbewahren. Das habe ich nicht nur so gesagt. Und dieser Typ ist kein Bosskampf für mich. War aber ganz cool von der Arena her, muss ich sagen. Bin zufrieden. War ein guter Kampf. Oh, und hier hätte man direkt durchgehen können, wenn man die drei, äh, Schlösser öffnet. Aber komm schon, wer will sich den Kampf so entgehen lassen? Oh, die haben ja eine Menge Fleisch. Oh, edelstes Wild. Ist nicht wirklich edles Wild, aber ist auf jeden Fall wild. Oh, daraus können wir was Feines kochen. Eine feine Suppe. Und hier ist, äh, das Fegefeuer. Vater Nikolas Engel. Da ist der Embryo wieder und da ist, äh, das bestimmte Mutter Dingens. Ich habe den Namen vergessen. Miranda. Bless Miranda, denn sie fängt. Nein, ist okay. Äh, warte, sie hieß Miranda, oder? Ich habe die ganze Zeit immer nur an Mirinda gedacht, aber... Eventuell war der offensichtlichere Joke. Der Lasse Miranda, denn sie will ja. Jetzt weiß ich wenigstens, warum hier draußen noch Spankfässer war. Okay, was ist das? Kann ich gehen? Oder wollt ihr noch Ärger mit mir? Ich hoffe, die Antwort ist nein. Denn ich würde kein Ärger mit mir wollen. Ich hätte Angst vor mir an eurer Stelle. Wenn wir schon mal da sind, können wir auch, ähm... Können wir uns diese Sauerei nochmal eben genehmigen. Das Schwein sollte nicht ganz so viel aushalten, wie das, äh... Bosa, ne? Zweimal wild. Auch wenn ich das Gefühl habe, dass ich ungefähr fünfmal so viel wild habe, wie wir für dieses Spiel noch brauchen können, aber... Äh... Kann nicht schaden. Ähm... Ich würde fast sagen, ich werde mal eben nochmal zurückgehen. Dann werde ich ein bisschen Zeug verkaufen und dann nehme ich mal kurz eine Pause ein. Aber ich denke einfach mal, wir haben soweit gute Fortschritte an den Tag gelegt. Wenn ich das so von mir behaupten darf. Äh... Der Weg war... Da vorn und dann nach rechts. Ja, genau. Ich mag diese großen Schäden. Die sind sehr, äh... Sehr dezent und nicht allzu aufdringlich. Hätte ich hier nicht auch noch einen Weg nach oben gehen können oder so? Nein, hier bin ich schon alle Wege gegangen. Okay. Ich dachte... Ich dachte die ganze Zeit über, dass hier noch ein Weg wäre, den ich entlang gehen kann. Oh, kann ich jetzt die Brücke eigentlich runterkurbeln? Okay. Wir müssen noch kurz zur Brücke rüber. Deswegen nehme ich noch wirklich gerne nachschauen. Und natürlich die Schatztruhe noch anschauen. Der Schlüssel passt nicht. Der Schmiedeiserne Schlüssel passt ebenfalls nicht. Äh... Ich habe das Gefühl, sonst habe ich keinen anderen Schlüssel. Äh... Ja. Ich meine, ich habe Lucias Halskette. Wofür ist die eigentlich gut? Haben die jemals für irgendwas gebraucht? Ich glaube nicht, oder? Ich kann mich zumindest nicht daran erinnern. Äh... Die Brücke war hier. Und... Jetzt wird gekurbelt. Das ist ziemlich passend, dass es gewisse Kurbelstandards in der Welt zu geben scheint. Wenn man eine Kurbel hat und die dann, ähm... Bei möglichst vielen anderen Kurbeln passen kann. Z.B. 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 Kurbelbehältnissen. Und hier drüben war ich auch noch gar nicht. Das ist sogar ein neues Gebiet. Ist es ein neues Gebiet? Ich kann mit dem Boot fahren. Na, ich gehe jetzt speichern. Ich habe das Gefühl, hier wartet viel Abenteuer auf mich. Und, äh... Jetzt werde ich... Ich werde die Pause einlegen. Und dann werde ich mich dem Abenteuer stellen. Ah, lass mich aber vorher noch schnell ein bisschen Zeug verkaufen. Diese komischen Zusatzschätze sind irgendwie nie allzu wertvoll. So weit, so gut. Dann speichere ich und... Oh Gott, ich bin schon bei viel zu viel Spielzeit. Ich werde das Spiel nie unter 12 Stunden fertig bekommen. Ich dachte, ich will eine Pause einlegen. Aber diese Pause, die ich eingelegt habe gegen, äh... Warte, was war der Weg? Genau, da muss ich... Unten muss ich hinladen. Äh, die Pause, die ich gemacht habe gegen, äh... Fünf Minuten. Ich habe kurz was zum Trinken geholt. Und dann dachte ich mir, nein, ich muss... Ich muss zurück ins Dorf. Und dann ist es mir gerade auffällig, dass ich den falschen Weg gehe. Denn ich will mit dem Boot fahren als nächstes. Und Munition kaufen. Dringend Munition kaufen. Wir haben sowieso so viel Geld übrig. Äh, dass wir sonst für nichts brauchen. Also... Gib mir alles, was du an Schocker-Munition hast. Was scheinbar nicht allzu viel ist. Und dann... Ja, Scharfschutz-Munition nehme ich auch gerne mit. Ich meine... Lass mich noch das für die Herstellung von Mine- und Rohrbomben holen. Man kann nie wissen. Wenn wir schon dabei sind... Eine Mine, äh... Gerade dabei zu haben, kann auch nie schaden. Bitte! Wir sehen uns wieder, mein Freund. Und, äh... Pistolen-Munition würde ich wahrscheinlich einfach so herstellen. Ich hab das Gefühl, das, äh... Lohnt sich mehr, als sie zu kaufen. Also... Mit dem Boot fahren. Fahren wir mit dem Boot. Keine Ahnung, wo mich das, äh... Hinbringen wird, aber... Finden wir es heraus. Oh, hier waren die Brücken. Hier sind die ganzen, äh... Fliegenden Jungs vorbeigeflogen. Was ist das da vorn? Ah, das ist eine Höhle. Ha! Ich dachte, da hängt ein riesiges, leuchtendes, pulsierendes Herz oder so. Und ich dachte mir, uh... Das ist kein gutes Zeichen. Aber, wisst ihr was? Eine Höhle? Ist okay. Da haben wir alle mal drin gelebt. Bevor wir zu modernen Menschen wurden. Schätze ich. Oh, hier können wir noch, äh... Lassen wir die Brücke direkt runter. Es wird gekurbelt. Und eventuell sollten wir bei dem, äh... Schloss wieder zurück sein. Oder? Ich kann es so schwer einschätzen, wo wir gerade sind. Nein, wir sind... Das ist ein Brunnen und ein Speicher... Okay, ich habe keine Ahnung, wo wir sind. Aber da oben war ich schon mal. Wann war ich hier? Oh, ging es hier zum Schloss dann? Oder war das hier, wo wir geleitet sind, als wir aus dem Schloss raus sind? Sollte eins von beiden sein, oder? Ich habe mich schnell abgeschlossen. Bitte bringen wir das Gericht. Ja, okay. Doch, doch, doch. Das war hier, als wir aus dem Schloss raus kamen. Ah, dann brauchen wir die Brunnenkurbel und können direkt aus dem Brunnen was rauskurbeln, denn ich vermute, die hatten wir an dem Punkt noch nicht. Danach konnten wir nicht mehr ganz zurück. Äußerst interessant. Ähm. Ich denke, ich werde direkt runtergehen. Ich habe überlegt, ob ich zuerst hier hingehen will oder den anderen Weg. Also auf der anderen Seite der Brücke. Das war nämlich auch neu, aber... Ich glaube, ich will mich heute Nacht brunnen. Denn wenn der kleine Tim in den Brunnen fällt, dann hört ihn hoffentlich jemand schreien. Oh, was ist das hier? Hm. Hm. Ja, das dachte ich mir fast. Das sieht gefährlich aus. Eine Rohrbombe. Hm. Oh Gott, das verstehe ich jetzt schon nicht. Ich verstehe jetzt schon nicht, was ich hier machen muss. Ich dachte, ich kann den... Kann ich den Wagen irgendwie verschieben? Yeah. Pass mal auf. Wir schieben den erstmal runter. Ich vermute, ich werde ihn runterschieben. Ich habe ihn hier vorgeschoben. Bringt mir das was? Kann ich hier noch weiter vorschieben? Äh... Um entfernt ist ein sinnvolles Wort. Das hat jetzt wahrscheinlich irgendwas gebracht, aber... Hauptsächlich nicht. Okay, jetzt ist das wieder oben, aber das bringt mir doch auch nichts. Oh, kann ich jetzt den... Oh, ich kann den Wagen jetzt wegschieben. Oh. Oh. Und jetzt können wir hier einfach rüber. Hey. Dankeschön. Okay. Was seid ihr davon? Rätsel gelöst. Rätsel gelöst. Explosivgeschoss. Sehr schön. Großer Taubenblutrubin. Und ich habe das... Oh. Und noch ein bisschen andere Munition. Ich habe ja gesagt das Gefühl, dass der große Taubenblutrubin war das Letzte, was wir brauchen, um die beiden miteinander zu kombinieren. Oh. Yes. Schau euch das an. Prachtvoll. Und wisst ihr was? Prachtvoll und wertvoll. Ich dachte kurz für einen Fahrstuhl. Ah, ich sollte besser durchrennen. Denn ich vertraue den Teilen nicht, solange sie oben sind. Ich habe das Gefühl, die werden nicht für immer oben bleiben. Aber ja, sehr schön. Dann haben wir das heute abgeschlossen. Und ich knatter dann mit dem... Nein, warte. Wir knattern überhaupt nicht mit dem Boot zurück. Ich muss doch auf der anderen Seite der Brücke nachschauen. Wir sind doch nicht fertig. Wir haben noch ein bisschen was zu erkunden. Und dann können wir zu dem einen Schloss gehen, welches, wie ich vermute, der... Warte, durchs Fenster muss ich. Welches, wie ich vermute, der richtige Weg sein wird. Ach ja, auf der Seite wird wahrscheinlich auch nur diese verschlossene Tür sein, oder? Durch die kann ich nicht mehr, richtig? Doch, ich kann hier durch. Oh, war das nicht hier, wo die eine alte Frau uns erzählt hat, was wir machen müssen? Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Facke-Rätsel. Facke-Rätsel sind die schlimmsten. Aber okay. Scharfschutzmunition? Da kann ich nicht rein. Drüben auch nicht. Okay, versuchen wir es. Ich glaube, ich bin ziemlich gut zentriert. Das war nicht so schwer. Das war ebenfalls nicht so schwer. Ich habe das Gefühl, wenn man erstmal weiß, dass man die Pistole dafür verwenden muss, dann... ... ist er nicht so... ...bild. Du bist so ein random Typ mit einem Schwert. Gegen euch Schwertkämpfer haben wir lange nicht mehr gekämpft. Ja, die Schwertkämpfer waren definitiv leichter zu treffen als die Wehrwolfsmenschen. Weil du droppst nichts. Was ist das für der Armut hier? Ganz vorsichtig. Ich habe die Headshots gesehen. Das war prachtvoll. Bis ich aufgehört habe, Headshots zu landen. Das war nicht mehr ganz so prachtvoll. Aber bis dahin... Ziemlich beeindruckend, wenn ihr mich fragt. Müssen wir eine menschliche Fackel machen? Komm mal her! Mein Alter! Komm zu mir rüber. Umarme die Fackel. Beziehungsweise das Holz. Umarme es! Das gefällt mir. Das ist ein lustiges Rätsel. Uh! Das ist ein edler Schatz. Und merkt nur Munition. Nehme ich auch sehr gerne mit. Okay. Die goldene Lady Dimitres. Wann war das ihr Name? Die wird eine Menge wert sein. Okay. Und dann... Können wir so weit abhauen von hier. So weit, so gut. Und ich habe das Gefühl, wir haben eine Menge Geld gerade verdient. Jedoch frage ich mich gerade, ob ich hier nicht weiter entlang fahren könnte. Ich glaube nämlich die Antwort ist ja. Aber wo komme ich dann raus? Und die beste Frage ist, ist es ein Fehler mit dem Boot noch weiter zu fahren? Warte, wo ist das hier? Oh! 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 Oh, ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Okay. Ich dachte, ich habe kurz mehr an Bären fallen im Boden. Hallo? Ugh. Eine enge Höhle. Hm. Können wir nicht hier irgendwo hin, wo es weniger unangenehm ist? Das ist ein seltener Fisch Kommt zu mir, mein Freund Feinster Fisch Ihr seid nicht ganz so feine Fische, aber Ich nehme euch trotzdem mit Glaubt ihr den feinsten Fisch hat man gebraucht, um das letzte Gesundheitsupgrade zu machen? Das war also Definitiv ein absolut lohnenswerter Abstecher, schon jetzt Ich hätte mir nur gewünscht, dass der Seltener Fisch vielleicht ein bisschen Widerstand leistet, aber das ist okay Wo sind wir hier? Hallo? Leben Leben hier die Baummenschen? Oh, hier ist so viel Sprengstoff Und so viel generelle Munition Was ist die W-78? Ist das unsere Shotgun? Yeah Wo ist der Griff dafür? Für erhöhte Feuerrate Antike Münze Das gefällt mir gerade überhaupt nicht, dass wir so viel Zeug gefunden haben Lass mich ja kurz die Weißt du was? Nein Nein, ich will keine Explosions Munition Wir nehmen die Blend- äh Granaten DNA-Sequenzierung abgeschlossen 99,95%ig Übereinstimmung mit dem Dalvei Mutamizet Die Abwechung ist mutmaßlich Resultat künstlicher Veränderungen durch den Menschen Was bedeutet, dass sich hier vermutlich um die Quelle handelt Weite Untersuchungen notwendig Wie die Connections den Pilz Wie die Connections den Pilz finden und extrahieren konnten Die Pilzkolonie erstreckt sich unter dem gesamten Dorf Im Falle Baker hat sich gezeigt, dass die Wirte Des Mutamizets Teil des Bewusstseinsnetzwerks sind Wenn dieses Netzwerk hier eingebunden ist Können wir davon ausgehen Dass dem Organismus hier die Rolle des Datenspeichers zukommt Und wenn das der Fall ist Auf welche Daten hat Miranda es abgesehen? Oh Okay Wir hauen dann mal ab Würde ich sagen Immer schön weiterlaufen Immer schön weiterlaufen Nicht zurückblicken War es das? Ja, okay Wir sehen uns, meine Freunde Habe ich jetzt echt so viel Muition bekommen für nichts Und ein kleines bisschen Lore Nämlich die Lore, dass da unten aus irgendwelchen Gründen Ein riesiges Pilznetzwerk ist Was seltsam ist Aber okay So weit, so gut Ich bin sehr froh, dass ich einfach durchgerannt bin So, dass die Gegner Noch nicht in der Lage waren Irgendwas gegen mich zu machen Weil ehe sie mich sahen War ich schon lange weg Guter Mann Ich würde gerne etwas verkaufen Und zwar eine antike Münze Eine aufwendig gestaltete Münze Sieht aus wie bei Bei den Bakers Verstehe Verstehe es nicht Aber das ist Die Halskette Sehr wertvoll Die Statue von ihr selbst Ebenfalls sehr wertvoll 78.000 78.000 Bewegungsgeschwindigkeit steigt Schaden Erlittene Schaden Mein Blocken sinkt Ah Ich denke wir erhöhen Erstmal unsere Bewegungsgeschwindigkeit Ehrlich gesagt Ehmann Wie soll ich dazu Nein sagen Ich würde das auch gerne genießen Wir müssen die Geschwindigkeit erhöhen Ähm Maximale Gesundheit steigt Okay Dafür fehlt uns sowieso nur noch einmal Bild Und wir haben fast alles fertig gekocht So weit Ich glaube wir sind langsam bereit Uns dem Finale des Spiels zu nähern Glaubt ihr das auch? Ich habe da nämlich so ein Gefühl Drei allein mit Ei Mit Titei Mir würde drei allein mit Ei besser gefallen Aber Meiner Meinung hat ja niemand gefragt Wie es aussieht Wisst ihr was wir schonmal hier sind? Komm Aha Nehmen wir noch die Pistol Munition mit Und ansonsten Ich meine wir können noch Upgrades machen schätze ich Ich denke nicht dass Ladegeschwindigkeit für das Scharfschützgewehr wirklich sinnvoll oder nötig ist Aber Ich meine Ja Für den Schottkern definitiv Ich weiß nicht was ich sonst mit dem Geld machen soll Also Geben wir es alles aus Und haben trotzdem noch eine Menge übrig Bis zum nächsten Mal mein Freund Und ich Muss jetzt zurück zum Schloss Wie schnell ich sprinten kann Yeah Ich bin so dermaßen schnell Bin ich schneller geworden? Ich meine ich muss schneller als Freund sein Aber Mir würde es ehrlich gesagt nicht auffallen Wenn ich es nicht wüsste Okay Und willkommen im neuen Gebiet Denn der Typ meinte dass wir zuerst zum Dass wir zuerst zum Friedhof sollen Bin mir noch nicht ganz sicher was es damit auf sich hat Aber das finden wir noch heraus Wisst ihr was? Mir ist gerade eine Sache aufgefallen Und zwar ergibt diese Waffe in der Schnellwahl aktuell mehr Sinn für mich als Die Magnum Einfach weil wir die Waffe tatsächlich einsetzen werden Wohingegen die Magnum ich wirklich Für die Wirklich schweren Encounter haben will Vor allem die Blendgranate sollte ganz hilfreich sein Um aus ein paar brenzligen Situationen schnell zu entkommen Was ist da? Nichts Ich höre eine Menge Monster Kann ich da rüberspringen? Nein Dann schauen wir mal rüber Das gefällt mir überhaupt nicht Das wäre nämlich sehr ein Szenario aus Uncharted oder Shadow of War Ihr Nest Ich will mir noch kurz einprägen wo die Sprengfässer sind Denn wir werden einige benötigen War es clever hier runter zu springern? Wahrscheinlich nicht Oh oh Zu weit zu gut Nachladen Ist immer noch so weit zu gut Hey 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 Nein Nein Das finde ich überhaupt nicht nett was ihr hier macht Also wirklich überhaupt nicht nett Bin ich tot? Nein ich lebe Sollte wahrscheinlich aufhören sie mit der Pistole einfach bekämpfen zu wollen Ich unterschätze sie zu sehr Au Gott Ich sollte Oh mein Gott Kann ich einfach sterben an dem Punkt Es sind so viele Was soll ich hier am besten machen überhaupt? Darüber? Das war keine gute Idee Hier sind noch mehr Ich habe keine Munition mehr Nein Gott Ich hasse diesen Nahkampfangriff von ihnen Er ist der schlimmste Angriff von allen Und wo kommen sie jetzt? Oh mein Gott es sind noch so viele Okay Seid ihr davon Da ist noch einer Komm her Komm hoch Wenn jemand sagt komm hoch Dann solltest du nicht machen Was er tut Das bedeutet er ist bereit Für diese Konfrontation Aber ja ich würde sagen Ich habe mich ziemlich mies angestellt So weit Keine Ahnung ob noch einer lebt Aber das war Das war zu miserabel Aber immerhin Lebe ich noch Das ist also ganz cool Und ich brauche ganz dringend Ein bisschen Flint Munition Leider können wir nicht allzu viel machen Aber wir können auch ein bisschen Heilung Oh mein Gott Ich habe mir fünf Heilungen geholt Ich meine damit sollte ich erstmal was anfangen Können wir nicht behaupten Oh da sind noch welche Ah Gott kein guter Treffer Kein guter Treffer Ist okay Okay Wir haben sie Oh fantastisch Er hat abgewährt Er hat abgewährt Okay Folgende Sache Funktion wechseln Das Gefühl hier runter zu gehen Ist der größte Fehler Und hier unten ist man taktisch Absolut im Nachteil Oh ne Chemikalie Das ist kein Helm mehr Der dich schützt Ich habe keine Munition Nein Heilung Wo sind sie Da Da geht es nicht weiter Nein Gott Ich hasse es hier unten Hier unten ist das Schlimmste Kann ich nicht irgendwie weg von hier Doch über die Über die Treppe Oh Gott Ich habe auch keine Munition mehr übrig Ich glaube ich muss mit der Piste jetzt ein bisschen arbeiten Erstmal Und ihr glaubt gar nicht Wie sehr ich nicht mit der Piste arbeiten will Okay Ich habe wild die Luft gefeuert Und ich glaube es hat gereicht Das lief mies Aber irgendwie lief es auch nicht so schlecht Das Gefühl es lief immer dann schlecht Als ich der Meinung war Ich sollte einfach nur hier unten stehen bleiben Denn hier unten stehen zu bleiben Keine gute Idee Und da wäre Schärmer eine Rohrbombe gewesen Aber hey Ich bleibe Nein Ich wollte die Munitionsart wechseln Warum drücke ich immer versehentlich STRG Sobald ich eine Erste Hilfe Arznei irgendwo finde Oh mein Gott Wollte ich darüber mich lustig machen an dem Punkt Sind sie tot? Sind sie gestorben beim Runterfallen? Wenn ja würde ich gerne Das Ja Okay Drei Flaschen mit Chemikalien Ähm Ich würde sagen Das ist ein leichter Meile ebenso weit Ungemein Puh Ähm Wie komme ich hier raus? Ist eine gute Frage Die ich aktuell noch nicht beantworten kann Ähm Ich denke Ich muss nochmal mit dem Teil mich rüber schwingen Und dann irgendwie oben entlang gehen Ich hoffe mal Spawn nicht noch mehr von diesen Gegnern Das wäre ganz cool Hier haben wir noch ein bisschen was Ja genau Hier kam dann auch der ganze Äh der große von denen her Der äh Ein großes Problem Im Vergleich zu den kleinen Die Allesamt für sich Äh Ein gleichmäßig Aufgeteiltes Kleines Problem waren Hallo Ritter Merk eine Munition Immer wieder eine Freude mehr davon zu finden Denn ich weiß wie viel Sie wird mit dem einen oder anderen Bossgegner Kurzen Prozess machen Das wird das Leben So hier scheint es erstmal ein bisschen ruhiger zu sein Das ist ganz angenehm Ich wünsche ich würde auch wenn so viel Piste Munition Zu finden Oh ja Komischen Lämmer haben existiert Davon habe ich auch seit Ewigkeiten keins mehr gesehen Oh 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 was ist hier unterwegs Oh das ist äh Widerlich Ehrlich gesagt Oh Gott Ähm Äh Müssen wir da rüber? Wir müssen da nicht wirklich rüber oder? Die Order des Königs hat uns endlich erreicht Rückzug Es ist äußerst ärgerlich Dass wir den Ketzern Die Festung an der Grenze überlassen mussten Wenn nur etwas mehr Zeit wäre Könnte ich das Platz sicher zu uns ins Gunsten wenden Nein Das ist bloß ein vornehmes Getue In Wahrheit ist es meine Neugier Die mich an diesem Ort hält In der Gegend gibt es ein paar Ruinen Die laut dem Wohnen schon sehr alt sind Den Zeremonienplatz mit vier übermächtigen Statuen Die Höhle mit Wandmalereien Und einen steinenden Sockel Und äh Den sie den Kelch der Giganten nennen Wer hat all das erschaffen? Wo kamen Was? Wo kamen der oder die Erbauer her? Und wo sind sie hin? Es wohnt mich Dass wir diesen Ort ohne dieses Wissen hinter uns lassen müssen Aber ich wünschte Ich könnte den Ort ohne dieses Wissen hinter mich lassen Ehrlich gesagt Das fände ich ziemlich cool Aber es sieht nicht so aus Als ob das eine Option wäre Okay Noch eine Heilung kann nicht schaden So wir haben ein bisschen Scharf jetzt Munition Die wird wichtig Bisschen Flint Munition Wird ebenfalls wichtig werden Und viel mehr Pistomunition Als ich mir wünschen würde Okay Dann schauen wir Was hier noch auf mich wartet Ich bin nicht allzu scharf darauf Ehrlich gesagt Ich weiß okay Ich hab das Oh Gott Dieses Lied Das gerade abgespielt wird Ja das ist nicht gut Okay Wir genehmigen uns ein paar Schüsse Habe ich beschlossen Mach auf Ich erinnere mich an ihn Den haben wir lange nicht mehr gesehen Mein Freund Das hätte gefährlich werden können Was du da versucht hast Ja Okay Hat nicht viel Schaden gemacht Hat nicht viel Schaden gemacht Alles gut Oh Gott Was hältst du davon Mein Alter Komm schon Ich hab dir eine Bombe Ins Gesicht geschossen Ist das ja nicht sogar die Ruine Wo ich ganz am Anfang war Verzeihung Oh er ist auf mich runtergesprungen Ich hab keine Ahnung Was ich machen soll Oh ich konnte das Teil nicht mal wechseln Au au Lauf 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 Oh mein Gott Nein Lauf Lauf Oh 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 Ich sehe nichts Das gefällt mir nicht Das gefällt mir noch viel weniger Ich muss nur leider jetzt mit der Pistole ein bisschen schießen Das gefühl ich hab sonst nicht genug Munition Geht der wieder nach oben Nein wir haben ihn besiegt Oh mein Gott Ich denke die Kristalliner Hammer Ich würde einfach mal sagen Oh hier wäre noch eine Menge Zeug gewesen Ein paar Rohrbomben Äh ich würde sagen Äh ich würde sagen die paar Magnum Schüsse zu Beginn Die waren absolut wichtig für diesen Kampf Lassen Sie mich die gute Magnum noch direkt mal nachladen Oh das war leider viel Schuss die ich hier aufgegeben hab davon aber Ah was soll man machen Was soll man machen Dann noch eine Erste Hilfe Arznei Puh Okay Genau hab ich das gesagt und das ist im Kampf untergegangen Aber Kann das sein dass wir hier gerade in der Höhle unterwegs sind Wo wir auch ganz zu Beginn geflüchtet sind Von dem einen Typen Denn das würde dann eher dafür sprechen Dass wir richtig sind Das sieht ziemlich cool aus hier Und wir können eine Menge Cash mitnehmen Okay Das Zeug das an der Seite ist Das kann man nicht hier runterschießen War hier nicht was Gelb Quarz Okay Ich würde sagen das war äh Gute investierte Pistolen Munition an der Stelle Oh es geht weiter runter Oh Gott nein Bitte nicht Oh nein Oh nein Oh nein You're the real deal Ethan Well done Quit hiding asshole I'm not letting you get out of this Cool your jets Just a little bit more And you're all wrapped up I'll lend you a hand So in exchange In exchange what First of all come to me Put all the flasks in the altar And I'm sure you'll figure the rest out See you Ethan Okay Er will also nicht gegen mich kämpfen Noch nicht Oh Das gefällt mir überhaupt nicht Okay Dann Ähm Oh mir fällt gerade auf Ich hab das eine Oh wir müssen noch zurück Und wir müssen Wir müssen doch das Labyrinth machen Wir haben das Labyrinth gar nicht gemacht Das dritte Ist mir gerade aufgefallen Komm schon Das können wir nicht einfach Äh Ignorieren Das heißt wir müssen wohl Kann ich da nochmal zurück? Patrouilliert da der Wolf? Ich glaube da patrouilliert der Wolf so ein bisschen Aber Äh Wird schon gut gehen Ich meine Dafür bekommen wir Geld Und Das werden wir wohl absolut benötigen Aber interessant Dass das der richtige Weg war Es hat sich ganz ein bisschen so angefühlt Als ob das irgendwie optional wäre Für mich Aus irgendwelchen Gründen Oh Wir sind hier Aber warte mal Der andere Weg da unten Wo würde der mich hinbringen? Also der hier Ist da noch irgendwas? Oder Da ist noch irgendwas Ein paar Kisten auf jeden Fall Ein paar Leih Denn wir brauchen nach wie vor immer noch mehr Geld Ich meine Wir haben einfach viel zu wenig Aber da war ich gerade eben Ich wollte gerade sagen Hier war ich schon einmal Flasche Chemikalien Foto eines Geisterfischs Ja den haben wir schon gefunden Notizen zur Kado Implantation Proband 174 bis 981 Proband 174 Mihai M Merkmale 21 Männlich Silberschmied Narben von einer Lungenentzündung Ergebnisse Geringe Kompatibilität Kado konnte nicht wachsen Transformation des Körpers Beeinträchtigung der Wahrnehmung Typische Anzeichen eines Likans Auf die Weide geschickt Proband 177 Bernadette B Merkmale 21 Weiblich Keine Beschäftigung Keine Vorerkrankung Ergebnis Tod Proband 181 Alszina D Merkmale 44 Weiblich Nachkomme eines Adelsgeschlecht Nicht aus dem Dorf Vererbte Blutkrankheit Ergebnisse Sehr gute Kompatibilität Kein Wahrnehmungsverlust Kann ihren Körper nach Belieben verändern Maßnahmen zur Wahrnehmungskontrolle Implementieren und zur Beobachtung entsandt Okay Sie haben also so ein Wunderzeug Dass sie irgendwie den einpflanzen Und dann Montieren sie nach Belieben Mal mehr und mal weniger stark Ach komm schon Muss das jetzt sein Ich dachte ich war gerade so schön dabei Einfach abzuhauen Und zu sagen Oh ja das waren ein paar nette Informationen Das waren nicht wirklich neue Informationen Muss ich dazu sagen Beziehungsweise ich habe nicht das Gefühl Bis ich was Neues gelernt habe Das Gefühl Was auch immer sie hier gerade machen Scheint die gleichen Eigenschaften zu haben Wie auch das T-Virus Das G-Virus Oder die Las Plagas Scheint irgendwie Um aufs selbe hinaus zu laufen Aber okay Wir mögen ja unsere Resident Evil Mutanten So und jetzt können wir nach oben Oder war hier unten noch ein Schatz Nein Nachgeladen Kann ich nicht nachladen Kann ich nicht nachladen Ah ich kann aber Und F Okay Ich kann aber die Munitionsart wechseln Damit wir vielleicht Dann noch ein paar Gegner blenden können Und dann Sind wir hier raus Oh bei der Kirche Ich werde meinen Vaterunser später machen Ist da wieder so ein Wolf in der Gegend? Oh ja Äh gut Ähm Yeah Warum sollte ich? Warum sollte ich mich diesem Kampf stellen? Vor allem habe ich den Schatz von der Villa schon geholt Und ne Ne Das ist es fühle ich nicht Dahin zu gehen Oh Gott Apropos Ihr könnt jetzt schon Uh Die Teile wegbringen Aber Hallo Mein Freund Ah wir könnt jetzt schon das Hauptquestzeug machen Aber Ich würde sagen Wir gehen noch schnell rüber Uh Gelbquass war wertvoll Der Kristallinehammer ist auch so wertvoll Und der Teller Den haben wir mitgenommen 96.000 Gibt es etwas Neues zu kaufen? Es gibt nichts mehr zu kaufen, oder? Ich weiß nicht, was ich mit dem Geld machen soll an dem Punkt I'm skilled at all sorts of weapons modification Have a wonderful adventure Ja Ja Hals und Beinbruch auch dir, mein Freund Hals und Beinbruch auch dir Äh Oh ja, das war da unten Genau Ich war gerade unsicher Wo ich überhaupt hingehen muss Damit ich nochmal zu dem Teilsuche kann Aber Es war hier bei dem ganzen Schleim Fällt gerade eine Sache auf War nicht die Rede davon Dass der letzte Typ in der Fabrik Arbeitet Ich habe das Gefühl Wir waren nicht bei einer Fabrik Kann das sein? Äh Wo ist denn unsere Kugel? Kugel Bemeldung, Frau Dann holen wir mal unser Bargeld ab Ich bin natürlich die, äh Gebeine seiner Anderen Ex-Frau Das ist die, die er nicht so sehr mochte Kann man hier überhaupt runterfallen? Oh, hier muss man sich ein bisschen rechts halten Oh, das ist natürlich gefährlich Wahrscheinlich fahre ich hier irgendwo runter Wo ich nichts sehen kann Wenn ich einfach mal raten müsste Und ich kann hier gerade absolut nichts sehen Okay, es war wirklich nur diese eine Hindernis Warum sind sie sich schnell überhaupt im Spiel? Hellgrüner Schäde Uh Gut Und dann Hauen wir ab Ich meine, die Ruine gerade eben zählt doch nicht als die Fabrik, oder? Also Hellgrüner Schädel Kristalline Meldschke Überreste aus dem Kugel Labyrinth bei den Windmühlen Sehr wertvoll Sehr, sehr wertvoll Aha Können wir euch das letzte noch Zeug zubereiten? Nein, dafür fehlt mir ein Fisch Schade Nicht so, dass es einen Unterschied für mich macht, aber Dennoch ein bisschen schade Äh, glaubt der Plotfest wird ungefähr sowas sein wie Oh, Ethan, du hast mir die Teile von dir aus selbst rübergebracht Du dumm Kopf Und dann wird er sagen Oh, nein Ich hab euch direkt in die Hände gespielt Oh, nein Hey, jeder mich hier ran Was war das? Das war ein kleiner Flashback, mein Freund Dann die Arme Oh, nichts dieses Mal Okay Beine Und der Kopf natürlich zuletzt Und der Kopf Der Kech, der Giganten Heisenberg aufsuchen Das gefällt mir nicht Noch ein bisschen Flint Munition Okay Okay Dann suchen wir den Gurten mal auf Er kann Steine fliegen lassen Und sowas Es ist, äh Wir gehen hier gerade in großen Fehler Das geht hier vor sich Dann, äh Stell ich mal den Kelch neben den Statuen Mit den ungepflegten, äh Zehennägeln ab, würde ich sagen Der Kelch, der Giganten Wahrscheinlich ist der Plotwist Das nur Ethan irgendwie das Zeug Das nur der Vater des Kindes Das Zeug wegbringen kann Oder so Das ist eine vernünftige Brücke Oh Äh Äh Okay Wir fahren ein bisschen runter Okay Ich schätze Es gibt kein Zurück mehr Ich weiß noch nicht ganz Was mit dem Umbrella-Logo Überall auf sich hat Warum sie mit irgendwelchen Okkulten Ritualen Aus, äh Irgendwelchen Dörfern zu tun haben Ok Oh, da ist die Fabrik Die Frage bezüglich der Fabrik Hat sich damit offiziell Erledigt Oh Gott Das ist, äh Das sieht nach Spaß aus Da drüben Das wird absolut fürchterlich Ethan Winters Willkommen Ich dachte, du würdest es über die Frau Oder Moreau Aber ich glaube, du hast es überwärts In Amerika Hm? Ich liebe dich Ich würde gerne mit dir sprechen Ich würde gerne mit dir über Rose Und Miranda Oh, komm mal Dann Hätten mich die ganze Zeit Darüber schon umbringen können Ich habe das Gefühl Heisenberg kann man vertrauen Ehrlich gesagt Ich meine Er hat mich nicht umgebracht Das weiß ich soweit sehr zu schätzen So Steht ein Ölwechsel Bevor Wenn die einen Würde ich gerne Handschuhe anziehen Aus irgendwelchen Gründen Oh Gott Das gefällt mir gar nicht Hier drin Erinnert mich sehr an das Ende Mit der Insel aus Resident Evil 4 Ehrlich gesagt Das war auch ein sehr ähnliches Szenario Beziehungsweise optisch sehr ähnlich Oh Ich habe hier ein paar Bilder gesehen Hey, ist das Evan da Oder ist das der Chris Redfield da weg? Hallo Sehr, ich vertraue ihm So, jetzt wird uns erst mal ein bisschen von der Lore erklärt What are you talking about? You think this is a game? I said shift Lady Super-sized Bitch Ugly Psycho doll An emoranic freak Don't you get it? It's a test To see if you're strong enough to be a part of Miranda's fell I don't want to be a part of Miranda's family Neither did I But here we are And I'm next in line, right? Kill me Move up the chain Well, fuck that I don't give a damn About your personal issues I just want to fix my daughter So do I Do you have any idea How powerful a kid is? Even Miranda's scared of her Last time, you freak I swear to God You and me Together, we go save Rose And we can use her To grind Miranda into paste My daughter is not a weapon Fuck you Last chance You don't want to find out what's in that hole I'll take my chances Nein Er spricht dich im Namen von uns beiden Ich möchte, ich möchte Ja Nein Ja, der Propellermann Schau dir an, was der Propellermann kann Nein Mach das weg Krieg drunter durch Oh Gott Wir gehen hier rein Ich meine, hier solltet der Propellermann nicht hinterher können, oder? Warum musstest du mich gegen Heisenberg aufspielen? Wir hätten jetzt schon Wir hätten jetzt schon den letzten Bus direkt besiegen können, aber nein Du weißt es natürlich besser Das ist kritisch hier unten Man kann hier erstaunlich viele Wege gehen Und man findet nur rostige Reste Hm Metallreste Ist das eine Schrottpresse hier unten? Das klingt so, als ob da irgendwas gepresst werden würde Oh Gott, nein Wo sind die Schatten? Okay, das ist nur die Klaue Aber hier ist definitiv auch ein Gegner Oh Gott Okay, pass auf Ich habe nur eine Rohrbombe Oh nein, ich habe sechs Stück Das ist nur die eine, die auf dem Stack war Lebt ihr noch? Okay Hier werde ich fertig Oh, die haben eine Rüstung Oh, das ist ziemlich cool Okay, das ist ja was Ich glaube, ich werde mal die Rohrbombe auf schnell Zugriff packen Ich habe das Gefühl, ich werde eventuell noch mehr davon brauchen Oh, Scharfschutzmunition, sehr schön Okay Ihr habt Batman Arkham Asylum gespielt Dementsprechend wisst ihr, wie das hier ab jetzt funktioniert Gehen da raus Und dann werden wir die Wachen ausschalten Ohne gesehen zu werden, richtig? Da habe ich bestimmt so hinhauen Ich bin ziemlich gut darin, nicht gesehen zu werden In diesem Spiel Oh mein Gott, was ist das? Nein, was? Was ist das? Das ist riesig Oh, hallo Ja, was Neues wäre ganz nett Ehrlich gesagt Wir nehmen das mit Wir holen den Koffer Nehmen wir mit Wir sehen Flint Munition Nehmen wir mit Scharfschutz Munition Mitgenommen Oh, da wäre eine neue Waffe gewesen Eine halbautomatische Flintin, mit der sich zielgenau einzig Gegner ausschalten lassen Erweiterbar für noch bessere Feuerkraft Oh mein Gott Oh, wir können den Schaden noch weiter erhöhen Okay, wir haben hier gerade noch eine Menge Upgrades Ich bereue es gerade, dass ich so viel von meinem Äh Sich den Koffer geholt habe Wir brauchen erstmal das Wir bleiben bei der Shotgun, habe ich beschlossen Feuerkraft um 200 erhöhen oder um 150 Ich glaube, ich mache auch 150 für das ist ein Gewehr Oh mein Gott Scharfschützengewehr auf 1200 Schaden Damit kann man ordentlich Damage machen Ah, ich will da nicht runter Ist ja auch eine Schreibmaschine irgendwo Da ist eine Okay, ich denke, wir sind Wir sind quick lebendig in der Fabrik angekommen Und ich bin nicht begeistert Ich wünschte, er hätte einfach mit Heisenberg kooperiert Dann wäre das alles hier nicht passiert Aber nein Evan muss wieder alles besser wissen Eine Steuernheit, die leicht zerstörbar aussieht Ich mag, dass sie VR-Brillen auch haben Jungs, spielt ihr da Resident Evil 4 VR? Ich meine, wenn ihr spielt, dann braucht ihr eine Oculus Quest 2 Und eine super kristalliner Schäde Es fühlt sich ziemlich gut an, auf die Gegenteil zu schießen Und dann fliegen ihre Metallschrottteile weg Da ist das Gegenteil von dem Problem, das ich am Anfang zu beklagen hatte Und zwar sich die Schüsse so schwach anfühlen Jetzt habe ich das Gefühl Ja doch, wenn ich Metallteile wegschießen kann Fühlt sich ganz okay stark an Und wir haben natürlich auch schlechte Waffen als die Pistole gefunden Was ebenfalls hilft Ach, die hat noch so viel Munition Ich muss wirklich dringend die Munition noch mehr im Kampf verwenden Ganz ruhig, Jungs Wo ist eure Cyberspace-Ausrüstung hin? Schulterschuss zählt scheinbar so halbwegs als Headshot Um vom Schaden her zu urteilen, den ich gerade gemacht habe 3000 Lai 2100 Ich denke, ich gehe einfach mal weiter Ich frage mich, ob es irgendein Ich meine, das Gimmick von dem Gebiet wird wahrscheinlich sein Dass ich nach und nach den Strom überwahl einschalten muss Und damit der neue Schalter aktivieren kann Sehe ich irgendwo, wo ihr Schwachpunkt ist? Nicht wirklich, oder? Oh, hey! Haben sie... Haben sie... Was ist das in der Brust? Das hat mich erstmal an die Regenerators aus Resident Evil 4 erinnert Die dann eine gewisse Schwachstelle haben Aber das will nicht wirklich Sinn ergeben Sie können ja nicht alle Teile von dem Baby in der Brust haben, richtig? Denke ich Und wir müssen auch ein bisschen schmieden Okay, das ist ja was Schenke ich euch Und wer überlebt Kann doch einen Headshot haben Aber niemand überlebt Das können wir hier nicht verwenden Was? Äh, Mine? Oh, und Dietrich Es ist so lange her, dass wir es letztendlich verwendet haben Dass ich nicht mal mehr wusste, dass der eine Sache ist Gelb Quarz Gelb Quarz ist, äh, ordentlich viel wert Da muss man sogar 30.000 wert Oder war es 10.000? Äh 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 Kann ich den Knopf drücken? Nein, da ist kein Knopf Äh 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 Ist das der Propeller-Mann? Äh 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 Ähm Das ist der liebe Zahnarzt Für große Jungs Und jetzt wird er warm Das ist mein Zeichen zu gehen Muss ich ehrlich gestehen Dann wiederum Kommen wir hier raus Lad nach Oh oh Ich will das sein Ich will das in seiner Brust erwischen Was ist das? Scheint noch zu leben Okay, er hat eine Menge ausgehalten Aber Das kristalline Herz Oh, das ist ja super cool Können wir es doch mal anschauen Er hat eine Menge ausgehalten Ich habe das Gefühl Unser Scharfschützengewehr An dem Punkt Ist ziemlich kräftig Oh, ich schau euch das kristalline Herz an Oh mein Gott Das ist super cool Das gefällt mir Ich hätte übrigens nichts dagegen Wenn die, äh Pistole unter Umständen Noch ein Damage Upgrade Hätte bekommen können Aber Das ist ja mal eine Sache Die uns nicht ganz vergönnt ist Aber Wenn wir schon mal hier sind Dann würde ich hier an meine Das Teil reinlegen Und dann wird geschmiedet Versuch es aber nicht sofort anzufassen Ethan Dann Das ist heiß Und du wirst dir die Finger verbrennen Und zwar gewaltig Das Pferde-Ridier Sehen Sie es vor Ja, ich denke auch Okay Hallo dunkle Fabrikhalle Das ist wirklich eine Hallesman Gang Aber Es ist ziemlich dunkel Auf jeden Fall Warum habe ich nicht abgewehrt Okay Fairweise muss man sagen Ich wollte noch weiter nach hinten abhauen Das Problem war aber Dass ich ja In der Ecke stand Und von der Ecke aus Kann man nicht so weit nach hinten gehen Ich dachte Das wären nämlich die Gegner da unten Aber wenn ich noch weiter runter gehe Dann Oh, ich kann jetzt schon nicht mehr zurück Cool Ich wollte es jetzt Aber wenn ich noch weiter runter gehe Kann ich nicht mehr zurück Und dann war es bereits zu spät Okay Kein weiter scharfes Munition Ich kann die Teile anschießen Okay Ich schätze Das ist meine Aufgabe Hier soweit Okay Warum haben die BR Headset Sieht so dumm aus Und warum haltet ihr so viel aus? Nein Ich setze die Rohrbomben eh nie gegen Bosse ein Ich denke gegen so eine Masse von Gegnern Nicht der verkehrteste Einsatzort Vielleicht wäre das ein bisschen Overkill zugegeben Oh Oh, das Teil ist gefährlich Wie mir scheint Okay Okay, 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 okay Ich bin sehr froh So, dass der Red im Gegner Da gerade Schaden genommen hat Wenn er das nicht hätte Dann wäre ich reingelaufen Und wäre gestorben Oder so Oh, so hätte ich beide von denen Killen lassen können Oh Hm Okay Wollte gerade sagen Wie komme ich da am besten ran? Aber Ich habe einen Weg gefunden Okay So weit, so gut So weit, so gut Das sage ich jetzt zum fünften Mal Aber Ist es wie es ist? Ist es weit? Ist es gut? Ich kann mich nicht beklagen Rostige Reste Und weg mit dem Gitter Ich würde ehrlich gesagt Ganz gerne zum Äh Händler mal wieder zurück loopen Damit ich ein paar Dinge kaufen kann Aber Ich befürchte Es wird mir nicht vergönnt sein Nicht in absehbarer Zeit Oh nein Wer von euch wird lebendig? Oh Gott Das sind alle solche mit Bohrer Wenn wir schon mal hier sind Das X markiert die Stelle Ich will den Knopf wirklich nicht drücken Ist hier unten noch irgendwas? Hier ist überall noch was Aber Äh Fällt mir alles überhaupt nicht Vor allem weil oben Tausende von diesen Typen Mit ihrer Säge sind Aber jetzt können wir zurück loopen Dann äh Entschuldigt mich Ich muss Was war der Weg zum Händler? Der war hier Das bedeutet ich muss Da entlang Glaube ich Wer war jetzt hier wo ich runtergesprungen bin? Ich habe absolut keine Ahnung Ich würde aber echt gerne zum Händler zurück Schon allein um meine Waffen weiter abzugraden Äh Hallo Bin ich hier? Bin ich hier richtig? Ich habe absolut keine Ahnung wo ich gerade entlang laufe Das ist nicht wirklich richtig oder? Doch es war richtig Okay Angenehm Hallo mein Freund Ich würde gerne ein paar erstklassige Waren verkaufen Ich will ehrlich sein Sie sind mittelmäßig Ja es ist nicht so gut heute Äh Magazingröße upgraden Das wären alles relativ interessante Ähm Upgrades soweit Ich denke ich werde auf jeden Fall die Magazingröße von der Shotgun vergrößern Einfach weil Wenn sie erstmal nachladen muss Dann Ich kann die im Kampf eigentlich nicht nachladen Jetzt entschuldigt mich Ich muss kurz eine Pause machen Ich bin zurück War ich auf dem Klo? Vielleicht Gibt es ein Problem damit Ich kann mich nicht erinnern dass es nicht was angeht Und äh Ja Zurück Zu dem Raum wo wir stehen geblieben sind Äh Anschließend Und welche Tür habe ich vorhin dann geöffnet Ich denke ich kann hier einfach nochmal entlang Ich meine Das war hier wo ich das Reliefteil eingelegt habe War ich da eigentlich jemals drin? Wann brauche ich einen Schlüssel? Okay Das heißt hätte ich ja nicht reingehen können Und als ich hier runtergesprungen bin War die absolut richtige Entscheidung Also hier nochmal entlang Ich habe das Gefühl Dieser Raum ist ja Wesentlich weniger aufregend Wenn man ihn bereits gelöst hat Aber das ist okay Fahne ich übrigens zwischen auch gerade Ob es nicht sinnvoll gewesen wäre Die automatische Pistole zu behalten Nachdem die reguläre Pistole so Schlecht wurde inzwischen Aber Ich habe das Gefühl Die gezielten Headshots mit ihr zu machen Ist auch Vor allem gegen die kleinen Gegner Ich denke sie ist dagegen ganz gut Aber ich kann mir gut vorstellen Dass die automatische Pistole Die bessere ist ehrlich gesagt Jetzt wo ich so drüber nachdenke Aus heutiger Oh das war der Weg Okay Ich wusste nicht mehr was der Weg war Okay Oh hallo Mechanisches Teil Zylinder Wo können wir das einlegen Absolut keine Ahnung Hier fehlt ein Zahnrad Okay Ich denke ich folge einfach weiter dem Weg Und hoffe dass wir irgendwas finden Und weiterhin hoffe ich dass die Armee da oben Dass sie schön brav versteinert bleibt Eine Mine Die Mine weiß ich natürlich sehr zu schätzen Minen sind unerwartet hilfreich In manchen Situationen in diesem Spiel Warte Kann ich hier unten Nein Bitte schauen ich mich vielleicht unten noch irgendwo entlang Kann Erwarte mal Was ist mit dem Zeug Oh das Tor öffnet sich Wenn ich oben das Zahnrad eingelegt habe Nehme ich an Okay Alles gut Alles gut Wir können weiter Machen wir das Und das Das ist MetroPrem 3 Tier Rätsel Mechanischer Soldat Modell Soldat Version 1.00 Leiche eines ausgewachsenen Mannes benutzt Habe Herz entfernt Und Cadu eingepflanzt Muskelstimulation Mit Elektroschocks erfolgreich Hirn tot Daher kaum kognitive Fähigkeiten Bewegung nur nicht Zerstörungswillen induziert Danach Stillstand Version 1.01 Kopfstück an Schädel angebracht Elektroden melden stabile Gehirnströme Experiment 1 Kampf gegen Lycans Wurde nach 3 Minuten demontiert und gefressen Fähigkeiten hinsichtlich Zerstörung und Tötung mangelhaft Version 1.10 Halbe Unterarm mit Bohrer ersetzt Bewegungsfähigkeit aufgrund von mangelnden Outputs unzureicht Mit lebenden Körperversuchen Version 1.1.5 Das ist das finale Update Cadu Reaktor in Brust implantiert Deutlich verbesserter Output Experiment 2 Kampf gegen Lycans Innerhalb einer Minute 3 Lycans zerstört Gute Ergebnisse Aber Probleme mit der Durabilität des Reaktors Könnte bei Zerstörung des Reaktors Unmittelbar Funktionen einstellen Ich frage mich was der ein Schwachpunkt sein könnte Oh hey hier können wir ein Zahnrad machen Oh nein Oh nein Ah Gott ich wusste es Oh oh An wen Okay wisst ihr was Die sind nicht so schwer zu bekämpfen wie ich das zunächst dachte Aber Äh ich würde trotzdem mich gerne von ihnen fernhalten Äh Moment Da oben war die Tür die ich noch entlang gehen wollte Hier rein Puh Und dann gießen wir uns ein nettes Zahnrad würde ich sagen Zahnrad Eine Kokelle Aber wie der Efen Sei vorsichtig mit dem Anfassen Das ist nämlich äh Das ist glühend heiß Ich muss auch sagen Äh optisch und von allem was man hier so sieht Ähm Finde ich die Fabrik gerade super cool als Gebiet Nachdem das letzte Gebiet gefühlt ein bisschen ähm Es war nicht langweilig Aber es war Äh war okay Denke ich Das gibt's selber nicht so aufregend Aber da ist sie gerade Das ist ziemlich stark Ja Ich wusste es Ich wusste dass sich dieses Gitter öffnen wird Oh Gott Äh Nein Wie war ich denn aus wenn er das macht? Ich kann mir gar nichts vorstellen gerade Ich hab dir nur so halb zugehört Weil ich gerade Damit beschäftigt war Ich stimme zu Ich stimme nicht zu Äh Mir ist gerade nicht zumute Nach dieser Konfrontation Deswegen bleibe ich einfach mal hier hinten Geh weiter Okay Okay Ich würde sagen Das Ist nicht gut Ach shit Ich kann Ich kann nirgendwo hin Ich glaube ich bin so gut wie tot Ehrlich gesagt Okay Wir leben So halbwegs Okay Au Nein Okay Wir haben ihn Wir haben ihn Oh mein Gott Das gefällt mir überhaupt nicht Aber der da unten Scheint uns nicht gehört zu haben Das weiß ich soweit auch sehr zu schätzen Puh Diese Bohrer Typen Die sind ein Problem Vielleicht sollte ich Minen anfangen zu legen Ich glaube ich muss sie dazu bringen Da er drauf zu schlagen Schon Nicht aufstehen Bleib liegen Tut mir den gefallen Oh Wollte mir den Fall nicht tun Ah okay Die machen eine kleine Elektrox-Messung Wenn man drauf schießt Das ist soweit Gut zu wissen Oh Gott Wir finden zu viele Minen Ich denke Damit ich nicht vergesse Dass wir Minen haben Wenn ich sie auf die Schnellweil Auf die Schnellweil mal packen Denn Ich finde nicht so viele Damit das Spiel mir sagen will Hey setz die Minen besser nicht ein Oh nein Das Spiel will mir sagen Dass ich die Minen besser einsetzen sollte Okay Mir gefällt es sich Dass ich nur bedingt für Munition habe Aber Könnte ich vielleicht noch ein bisschen Ja Oh mein Gott Oh mein Gott Wir können sogar eine Menge Scharfschutz-Munition machen Okay Damit fühle ich mich direkt Ein gutes Stück sicherer Als davor Nicht zu sicher Aber Ein bisschen sicherer Zwei Bohrer Dieser Typ ist ein Monster Willst du ihn noch in eine Mine reintrampeln Oh Dann lass mich die direkt mal wieder mitnehmen Ich habe das Gefühl Ich sollte die Minen öfter einsetzen Denn das hat mein Leben gerade Ungemein erleichtert Hier ein bisschen Flinten Munition Nehme ich auch gerne mit Machen wir das 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 Okay Falls keine Pistel Munition mehr Aber das ist okay Vielleicht stelle ich welche her Wenn mir danach zumute ist Vielleicht auch nicht Ich glaube ich werde versuchen Hier auf den Knopf zu drücken Oh wahrscheinlich lege ich damit Irgendeinen Shortcut frei Ich weiß noch nicht ganz wohin Aber Warum nicht Gehen wir den Shortcut Hallo Ist hier irgendjemand Oder ist hier irgendetwas Aus einer Kiste Hier schon mal Hör auf Hör auf Alles gut Oh Gott Dieser Typ Der ist clever Naja ein bisschen Er ist nicht zu clever Aber er ist gerade so Diesen gewissen Ausmaß An clever Das reichen könnte Um mir Schaden zuzufügen Wüsste ich ganz Nicht mit diesen Typen Fertig werden sollte Wenn ich nicht Die Minen gerade hätte Ich würde so viel Munition verschwenden Aber das wäre Das wäre nicht schön Vielleicht sogar Magnum Munition Und das wage ich mir Gar nicht erst vorzustellen Okay Ich denke es ist eine Zeit Ich kann nicht mal Piss mit zu machen Wir haben keinen Schieß rüber Oh Gott Nein Oh nein Ich habe das Gefühl Gegen den Hilft mir meine Miene nicht weiter Ich wollte fragen Ist er noch hinter mir Antwort ist ja Ja das ist er Also gerade Es passiert nichts Weil ich Da irgendwas anderes Hätte machen müssen Nein es ist was passiert Aber was ist passiert Das Tor öffnet sich Oh Ich werde mich mit Vergnügen Umschauen mein Freund Ich habe halt der Propeller Mann äh Zwischenzeitlich direkt Das Interesse an mir verloren Was Gutes Oh der Zylinder ist Oh Der Zylinder ist gar nicht Für ähm Uuuuh Oh das wäre so cool Oh das wäre so eine coole Pistole Wie viel Schaden macht meine Pistole 1,6 Alter 1,6 Und dieses Teil macht direkt Basic Schaden 200 Gibt es Upgrades Für unsere Pistole Die Pistole heißt Das ist die Lemi Es gibt nicht mal ein Upgrade Für die Lemi Jemals wieder Oh Gott Ähm Sagen wir Ich würde meine Pistole Verkaufen wollen Wie viel würde ich dafür bekommen 76.000 Lemi Du und ich Wir hatten gute Zeiten Muss man ganz klar sagen Aber Auf jeden Auf jedes Kennenlernen Folgt ein Abschied Schnell Zugriff auf die 1 Yes Oh das wird eine vernünftige Waffe Ähm Ich glaube ich nehme die Gelegenheit Bar und kaufe direkt noch ein bisschen Pistolen Munition Und dann habe ich leider kein Geld Dann wiederum Gleich da habe ich genug Geld für ein Upgrade Oh das habe ich nicht Nicht sicher Ob ich überhaupt ein Abbild bei der machen sollte Ehrlich gesagt Ich meine sie ist auf jeden Fall besser Als meine andere Pistole Aber Wenn die 10 Punkte mehr ist Für ich wert Oh Gott Das ist nicht gut Das ist nicht gut Das ist überhaupt nicht gut Dass hier eine Eine riesige Armee rüber gefahren wird Aber optisch ist das Das ist ein Wallpaper an der Stelle Wenn ihr mich fragt Und sind sogar Oh Gott das ist im Rad Das ist lustig Okay Dann Gehe ich mal eben hier runter Wir Nehmen Äh Bisschen Geld mit Und Oh Wo bringt mich das jetzt hin Hier geht's weiter Verständlich Jao Abstand halten Okay Ich glaube die spüren Minecraft Über ihr VR Headset An dem Punkt Ich glaube nämlich ja Das war so viel Schock Der Munition für nichts Äh Das war nicht gut Aber hey Bisschen Schießpulver Das kann nie schaden Folgen wir den Weg weiter Vielleicht hätte ich die einfach mit der Pistole machen sollen Warum eigentlich nicht Worauf spare ich die Pistole Wenn nicht für schwache Gegner Oh 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 Ich hoffe damit wir haben den Stammpunkt soweit klar gemacht Es gibt keine weiteren Fragen mehr Das waren auf einmal mehr Gegner als ich erwartet hätte Ein Dietrich Ich habe das Gefühl ich habe vorhin in der Fabrik irgendwie viel übersehen aber Ich will auch wirklich nicht zurück Es war nämlich sehr groß und unübersichtlich Ähnlich wie der Bauch von dem Händler Sehr groß Sehr unübersichtlich Ich würde sagen Nach wie vor markiert das X die Stelle Ja leider war das aber ein Schuss mit der Blendgranate Habe ich noch eine Rohrbombe? Ich habe noch eine Gelbquartz Großer Kristall Viviant Großer Kristall Äh Ehrlich gesagt Würde ich mal eben zurück gehen Und das Zeug verkaufen Und vielleicht noch ein Upgrade mitnehmen Ich meine das war jetzt so viel Geld was ich gefunden habe Und hier liegt auch noch was Großer Kristall Und ein Kristallfragment Sehr schön Also wir verkaufen das Drei davon Eins davon Gelbquartz Einer von den Schädeln Und den Zylinder verkaufen wir noch nicht Das heißt wir haben 40.000 Ähm Wie viel Schuss habe ich gerade mit meiner Die ist gerade voll Wenn sie gerade voll ist Dann sollte ich nicht ein Munitionsupgrade dafür machen Habe ich das Gefühl Bei der Pistalsmache Es ist so teuer Es gibt so wenig Bonus Damage Dass es das glaube ich auch echt nicht wert ist Ich denke Feuerrate Upzugraden wäre sehr hilfreich Leider kann ich aber nur das eine machen Wobei ich noch ein bisschen was Das kann ich verkaufen Verkaufen wir Zweimal Wild Und ich äh Behaupte einfach Dass ich es nicht brauchen werde Okay Feuerrate Boom Okay Dankeschön mein Freund Ich werde ein wunderschönes Abenteuer haben Also gut Wir sind wieder hier Das sind gleich mitgenommen Das bedeutet Wir gehen hier vorn mal durch Und Sehen was auf uns wartet Hallo Oh hier fallen irgendwelche Teile runter Ich hoffe keine die mir wehtun werden Also ernsthaft Das wäre echt uncool Wenn mir einfach irgendwas auf den Kopf fällt Und ich dann super viel Schaden nehme Oder so Oh mein Gott So viel Scharfschättsmunition Wir können auch noch zweimal welche machen Das ist so gut Schatten und Pistole haben Nur leider wirklich wenig Okay was ist das? Kommen die runter? Stellen die sich dumm an Nein 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 Okay Treffer Nummer 1 ist besiegt Besiegen wir Nummer 2 Keine Ahnung Nein Oh Gott so nicht Was? Das hätte nicht mal so ähnlich viel Schaden gemacht Habe ich noch eine Mine zufälligerweise Oh 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 Das hat weh getan Komm schon Nein Oh Gott Warum versuche ich hier mal rückwärts zu laufen? Das ist immer zu langsam Okay wir haben ihn Jetzt haben wir ihn Okay Puh Das hätte Unangenehm werden können Was ich weiß Ich ziehe Dieses Statement zurück Das war sehr unangenehm Gott Diese Typen wurden Im Laufe Dieses Gebiets Immer stärker Habe ich das Gefühl Mein Gott Und wir haben leider Keine Minen mehr Das heißt Ich denke Ich werde mal Zwei Schaumig Minen herstellen kann Rostige Reste Und Metallreste Ich meine Komm schon Wenn die so günstig sind Dann machen wir uns direkt Vier Stück davon Ich hatte Angst Dass es vielleicht Schießpulver kostet Aber Ich weiß nicht Was Schießpulver kostet Wer wäre ich Wenn ich das nicht mitnehmen würde Das Gefühl Man kann Den Kampf Gegen die beiden Ist das auch Ausblick Dass man für ihn Auch Wahrscheinlich Soll man für ihn Auch flüchten können Oder so Ich bin einfach So hoch Also wir machen Das war eben kaputt Ich werde zuerst Ich wollte eigentlich Zuerst versuchen So direkt hoch zu gehen Aber Dann habe ich gesehen Dass da was nicht Irgendwas nicht ganz Mit stimmt Beziehungsweise Ich habe das rote Leuchten gesehen Also ich weiß Je mehr ich mir das rote Leuchten anschaut Je mehr muss ich sagen Ja Wahrscheinlich ist es doch Eher Schwierig hier hoch zu gehen Ohne die beiden Besiegt zu haben Schöpfen wir gerade Ein schwarzes Loch Nein Okay Gut Das heißt Unsere Erde Darf noch einen weiteren Tag weiter existieren Ich habe so wenig Munition Ich glaube ich wäre Einfach gestorben Wenn ich versucht hätte So die Leiter Hoch zu klettern Okay Lief okay soweit Bin zufrieden Puh Haben wir noch ein paar Kisten Liegt hier noch irgendwas Nicht wirklich Also ich raten Der Propeller Mann Kommt gleich wieder Und jagt mich Irgendwo hin Eigentlich gesagt Hätte ich da nichts dagegen Lüftungskanal Denn die Sache wäre Moment Wenn er einen jagt Dann weiß ich wenigstens Dass ich nicht gegen ihn kämpfen Muss Modell Soldat Jet Habe ein Jetpack und Kopfstabilisator An ein Soldatmodell angebracht Mobilität deutlich verbessert Experimente zeigen eingeschränkte Flugfähigkeit Langstreckenflüge nicht möglich Aber bereits erfolgreicher Flug Durch zerklüftetes Gelände Modellverbesserung Modell Soldatpanzer Habe eine Schutzhülle aus Aluminiumligierung An ein Soldatmodell angebracht Um Brustreaktor und freiliegendes Gewebe zu schützen Experimente haben ergeben Dass er regulären Feuerwaffen standhalten kann Panzerung zu schwach Gegen stärke Einschläge Weiterentwicklung nötig Okay Das heißt Die muss man dann erst In die Luft sprengern Das ist auf jeden Fall äußerst bedenklich Oh Wenn wir von äußerst bedenklich sprechen Hey 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 Was soll das denn jetzt Gehe ich da nicht rüber Oh Okay Lassen wir gelten Ausnahmsweise lasse ich das mal durchgehen Schießpulver Eine Kugelkukille Und Pistol Munition 30 Schuss Ich bin übrigens nicht allzu scharf Darauf auf dieses Aluminium Modell zu treffen Von dem ich so viel gehört habe Ich hoffe einfach mal Das waren die beiden Die wir schon gesehen haben Ansonsten wäre das etwas unangenehm Wenn noch welche kommen Die noch mehr Verteidigung haben Ja dann wiederum Setze ich sowieso die ganze Zeit Minen ein Oh 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 Alles gut. War jetzt unter Kontrolle, Evan. Mach dir keine Sorgen. Wie gesagt, mach dir keine Sorgen. Alles unter Kontrolle. Er ist gerade fast dein Leben verloren. Das war knapp, yeah. Aber, wie gesagt. Alles unter Kontrolle. Geldquartz. Oh, und da vorn... Warte, ich dachte, er wäre Pistol-Munition. Hey! Hallo, kleiner Freund. So mal. Dankeschön. Ich weiß, ich hätte ihn auch einfach mit der Pistol... Hätte ich einfach draufschießen können, aber... Ehrlich gesagt, ist mir an dem Punkt die Munition ein bisschen zu wichtig dafür. Deswegen habe ich Angst, sie einfach so zu verschwenden. Das ist aber so ein spaßiges Gebiet hier gerade. Es passieren einfach Dinge. Ständig. Pausenlos. Was könnte ich hier machen? Kann ich da rechts entlang laufen irgendwie? Oh, okay. Ich habe es auf der Karte gesehen. Ziemlich dicke Luft hier unten. Unangenehm. Da tut das Atmen noch richtig weh. Ich bin sehr bewundernswert, dass er direkt weiß, in welche Richtung er drehen muss. Das ist eine Sache, die ich gerade mal so mit meinem Haustürschlüssel hinbekomme. Flasche Chemikalien. Und ein... Schalter, der nicht gedrückt werden will. Aber der will gedrückt werden. Ich weiß. Deswegen bin ich unterwegs. Das Dorf ist mir egal. Ist sowieso tot. Er versucht es die ganze Zeit. Und ich habe das Gefühl, bisher ist er ziemlich gut dabei an der Front. Und eine Schlüssel-Killer. Damit sollten wir erstmal alles haben, was wir soweit brauchen, glaube ich. Ich weiß noch nicht ganz, ob ich das Zeug dann einsetzen muss, aber... Scheinbar. Das ist eine große Fabrik, mein Freund. Oh. Ich weiß, wo wir sind. Okay. Alles gut. Ich weiß genau, wo wir sind. Und jetzt können wir überall hinfahren. Dann noch den Rest soweit abklappern. Wir hatten auf jeden Fall noch so eine andere Tür, für die man den Schlüssel braucht. Moment, warte. Was ist... Was ist damit? Der Leiter hier. Ist das ein Raum, wo ich... Wahrscheinlich werde ich da nicht mehr hinkönnen. Wir sind ziemlich weit oben, habe ich das Gefühl. Okay. Ja, ich dachte mir auch an, wie ich am besten Zeit totschlagen kann. Ich dachte mir... Zeug verkaufen. Zeug verkaufen. Und das wäre die Beschäftigung, nach der ich mich sehne. Ich glaube, ich will nichts davon kaufen, ehrlich gesagt. Vor allem die Sniper-Rifles. Ja, hier ist auch noch voll nachgeladen. Wir fahren ganz runter. Denn ganz unten war, wenn mich dich alles täuscht, die Schmiede. Und wir müssen noch ein, zwei Dinge schmieden. Ich frage mich, ob die eine Sache, die wir schmieden werden, ob das nicht Teil von dem Schatz wird. Das wäre nämlich ziemlich cool, ehrlich gesagt. Aber mal schauen. So, und zwar gehen wir... Warum ist es hier so dunkel? War es hier die ganze Zeit über so dunkel? Ich habe keine Ahnung. Es war nicht die ganze Zeit über so dunkel, oder? Es wurde gerade erst dunkel. Das war der Typ, den ich vorhin ignoriert habe. Der mich nicht alles täuscht. Die Schmiede ist... Wo ist denn die Schmiede hier? Ah, warte mal. Die Gießerei ist da unten. Komme ich da von hier aus? Doch, ich komme da hin, wenn ich hier entlang gehe. Alles gut. Ich habe einen Weg gefunden, um rüber zu kommen. Gott, ich wünschte, es wäre nicht so dunkel. Oh, das ist nicht gut. Die gute alte Mine. Auf die sie immer verlassen. Okay. Das hätte schief gehen können. Warte, wo war das andere? Habe ich nicht noch so ein anderes Teil gefunden? Moment. Machen wir erst mal einen Schlüssel. Da gehe ich zu den Schätzen rüber. Na warte, hatte ich nicht... Die Kugelkukille. Ja, doch. Ich habe noch was anderes gefunden. Und schon haben wir einen perfekten Schlüssel. Aber wir sind noch nicht fertig. Die Kugelkukille. Da ist sie. Zum Gießen von Kugeln. Oh, natürlich. Die Kugel ist für das vierte von diesen Labyrinthen. Ah, das ergibt Sinn. Ich dachte mir gerade, wofür könnte die Kugel gut sein? Ich dachte kurz, kann ich Munition hier einschmelzen? Nicht, dass das Sinn ergibt, aber ich habe darüber nachgedacht. Aber nein. Das ergibt sehr viel mehr Sinn. Ah, okay. Hier war die Tür, nach der ich suche. Die war doch hier, oder? War hier die Tür? Oder die war da ganz hinten? Wir folgen einfach mal dem Weg. Der wird schon richtig sein. Für den Fall der Fälle. Da habe ich mich mal vorbereitet. Genau deswegen. Genau deswegen. Okay. Aber was? Du lebst noch? Nein. Nicht mal die zweite Mine verschwenden, mein Freund. Bist du es doch gar nicht wert? Und wir haben noch einen Dietrich. Das ist super spukig hier. Wir gehen einfach mal weiter. Ich glaube, wenn ich schon mal dabei bin, würde ich ganz gerne noch ein paar Minen machen. Wie viele habe ich dann? Drei Stück. Okay. Okay. Er ist ziemlich schnell in seiner Arbeit. Excellent. Kadoa hat angefangen zu adheren zu dem nervischen System. Es ist weitergegangen, sogar schneller als vorher. Es ist, dass die Rationen von Meta-Albumen in der Artificial-Bloge war die richtige Wahl. Jetzt, um ein Wärme durch die Brünsteine mit 6,600 Volt. Komm schon. Es muss das sein. Ah, ich vermute, dass, äh, was er da gemacht hat, aber das war dieser eine, ähm, der Propeller-Mann. Und jetzt haben wir die Wolf-Spell noch ein bisschen verstärkt. 2.300, beziehungsweise 2.200 Damage, oder? 2.300? Keine Ahnung. Ziemlich viel auf jeden Fall. Und damit werden wir den bösen Jungs etwas Feuer unterm Gesäß machen. Also wir müssen da auf jeden Fall noch hin. Und dafür muss ich von der Gießerei aus den anderen Weg gehen. Sind halt ein Gegner gespawnt oder so? Sie klingt nämlich so, als ob, äh, irgendwo was wäre. Okay. Dafür muss ich hier nach oben gehen. Dann können wir den, äh, können wir das noch öffnen. Und dann würde ich sagen, wir können mit dem Fahrt schon noch fahren. Und ich glaube, dann sollten wir mit diesem Gebiet soweit fertig sein. Der Heisenberg-Schlüssel. Ich hoffe, hier bekommen wir noch ein paar Ressourcen. Idioten. Haltet euch fern von mir. Ich habe da vollautomatische Pistole. Die sich übrigens im Kampf gegen diese kleinen Gegner wirklich gut schlägt. Bin sehr zufrieden soweit. Auch wenn ich das Gefühl habe, wir werden nicht mehr als viel von diesen kleinen Gegnern antreffen. Aber dennoch. Rostige Reste. Eine Menge rostige Reste. Oh, und natürlich noch dieser Koffer. Mechanisches Teil. Welle. Ich vermute, damit kann ich dann den Schatz kompletieren. Und dann haben wir ab von hier. Ist das hier der richtige Weg, wenn ich hier links entlang gehe? Ah ja, scheint so. Oh, oh. Ich kann mich nur nicht mehr an den Weg erinnern. So, und jetzt lassen wir die gute Medien mal noch ein bisschen Arbeit leisten. Komm hier rein. Okay. Ich hatte kurz große Angst. Und dann nicht mehr so sehr. Puh. Okay. Ich habe noch Ressourcen, um ein paar Minen herzustellen, wenn es sein muss. Okay, wir sind zurück. Warte, warum ist das Teil nicht hier? Ich bin so verwirrt. Okay, wir sind in der Mitte gerade. Lass mich erst mal den Schatz zusammensetzen. Kombinieren. Das ist ein schicker. Das ist Heisenbergs Hammer. Ein riesiger Hammer aus tollen schweren Maschinenteilen. Sehr wertvoll. Dann werden wir mal sehen, wie wertvoll er ist. Okay, das ist eine Menge Geld. Ich denke, es ist Zeit für das Munitions-Upgrade. Und dann... Ja, erhöhen wir die Feuerkraft. Ich wünsche, ich könnte sie nochmal erhöhen, aber ich kann nicht. Nachlade-Schwierigkeit ist so oder so super gering, aber... Hören wir noch ein bisschen die Feuerrate. Dann schauen wir, ob ich vielleicht noch Munition kaufen kann. Kann ich nicht. Eine Mine kann nicht Schaden zu kaufen. Aber warte, gab es ja nicht noch... Es gab doch noch einen Upgrade für die Pistole zu kaufen. Fällt mir gerade auf. Genau, für die V61. Und für Wolfsbane... Uh, mehr Magazin. Ich kann mir aber... Nein, ich kann es nicht kaufen. Verminderat-Rückschluss beträgt. Das ist sowieso egal, aber... Okay. Für 100.000 können wir das Magazin nochmal komplett auffüllen. Während wir in einem Kampf sind. Das ist mächtig. Das heißt, das werden wir früher oder später wahrscheinlich im Idealfall noch holen können. Kann ich hier nicht woanders hinfahren. Was soll denn das jetzt? Oh, hier kann ich das einstellen, wo ich hinfahren will. So, hat das funktioniert. Okay, und dann... Stellen wir uns in den Bosskampf, vermute ich. Bin ich begeistert davon. Ich bin überhaupt nicht begeistert davon. Wollte ich überhaupt ganz hoch fahren? Dann bin ich ja ganz runter. Nein, ganz hoch war richtig. Okay. Der Heisenberg-Schlüssel. Ich bin mir übrigens so sicher inzwischen, dass ich das Spiel nicht unter, ähm... ...zwölf Stunden noch fertig bekommen werde. Das wird äußerst ungünstig für das Video. Oh, oh. Prototyp-Modell-Sturm. Haben wir eine billige Propeller-Turbine verbaut, aber möglicherweise den Reaktor-Output zu hoch eingestellt. Das Modell stimmt fortwärm und vorwärts. Das ist unmöglich zu kontrollieren. Von vorne durch nichts zu beschädigen. Allerdings hat der Deppes fertig... äh... ...fertig gebracht, sich am Propeller seine eigenen Arme abzusägen. Außer mit Überhitzung bei zu langer Laufzeit. Fazit. Auf ganzer Linie ein Misserfolg. Am Propeller seine eigenen Arme abzusägen. Ah Gott. Ähm... Das wird ein Abenteuer. Vermute ich. Das wird ein Abenteuer. Okay. Oh Gott. Er muss hier irgendwo sein, oder? Ist ja was. Machen wir uns direkt fünf Minen. Machen wir uns nicht zwei an der Stelle. Oh Gott. Oh oh. Was ist das? Das war nicht gut, glaube ich. Feste Munition. Wie fühl ich dem Schaden zu? Ich meine, wenn das mit den Minen nichts bringt, dann bin ich mir nicht ganz sicher, was ich am besten machen soll. Oh oh. Ist das die Überhitzung, von der ich so viel gehört habe? Nein! Nicht ins Feuer! Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Was mache ich da am besten? Ich habe keine Minen mehr, oder? Ich habe keine Minen mehr. Wir haben noch Rohrbomben. Ich weiß nicht, wo er ist und ich weiß nicht, was ich machen soll. Okay, das war, äh... Er hat einen Flambeer verangrifft. Ich stehe. Er hat einen Flambeer verangrifft. Au. Oh Gott. Ich muss weg. Ich muss weg. Wie füge ich ihm Schaden zu? Ich bin so verwirrt. Ich meine, er hat einen Propeller ziemlich gut damit überhitzen, aber... Ah, was bringt mir das? Nein! Au. Au. Oh, ich muss seinen Rücken angreifen. Ich glaube, ob ich Schaden zu machen, muss ich seinen Rücken erwischen. Und das habe ich erfolgreich, äh, nicht hinbekommen bisher. Ja, da... Ich habe es gerade gesehen. Oh mein Gott. Nein! Au. Au. Er muss so schnell sein, um seinen dummen Rücken zu erwischen. Weiß ich mal, wie ich das am besten anstellen soll. Jetzt sprintet er los. Oh mein Gott. Ein Treffer am Rücken. Ein Treffer am Rücken soweit. Noch einer. Nein, 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 nein. Huh. Wo ist er, wo ist er hin? Oh Gott. Nein. Warte, ich habe ihn. Ich habe ihn gekillt. Okay. Oh, das ist ein sehr komplexes Herz. Äh, ja, wir, 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 was? Okay. Ich habe das Gefühl, der Sprengstoff hat die ganze Arbeit für mich erledigt. Puh. Was haben wir hier sonst noch? Eine Zigarre. Miranda ist einfach widerlich. Ihre Falschheit kennt keine Grenzen. Für sie sind wir nichts als ein paar missglückte Kado-Experimente. Wenigstens hatte ich etwas mehr Glück mit meiner Kompatibilität als die anderen Deppen im Dorf. Deshalb darf ich mich auch Sohn von ihr nennen lassen. Was für ein Witz. Ich werde ihr nie vergeben, was sie mir angetan hat. Das kranke Mischstück hat sie doch nicht mehr alle. Sie sieht keinen Unterschied zwischen Experiment und Familie. Sie hat nicht nur meinen Körper verändert, sie hat auch meine Würde genommen. Wenn ich sie nicht vernichte, wird mein Leben niemals mir gehören. Aber so gestört es auch sein mag, sie ist stark. Dank des Megamyceten kann sie jede Gestalt annehmen. Meine einzige Chance ist dieses Blark, Rose. Wenn ich mir ihre Macht zu eigen mache, könnte ich vielleicht... Wo wir schon dabei sind. Ihr Vater, Ethan, hat interessante körperliche Eigenschaften. Vielleicht kann ich ihn dazu bringen, mir zu helfen. Ich meine, ich hätte ihm geholfen. Wenn er das Spiel Rücksicht auf das nehmen würde, was ich möchte. Da ist ein Raum da hinten. Ja, komm mal. Gehen wir mal nach draußen. Und schauen, was uns hier noch alles erwartet. Vor allem stelle ich mir die Frage, muss ich doch gegen Heisenberg kämpfen oder eher nicht? Ach, wie komme ich da ran? Ich muss das von innen irgendwie machen, oder? Oh. Ich habe es herausgefunden. Wie gesagt, ich würde gerne einfach draufschießen, aber... Mission ist wertvoll an diesem Punkt des Spiels. Und Flint-Munitionen. Nicht die, die ich mir gewünscht habe, aber... Okay. Ich persönlich hätte mir Scharfschutz-Munitionen gewünscht. Aber die gute Sache ist, ich kann bei der Sniper-Rival noch Munitions-Upgrade machen. Das heißt, das könnte noch ganz hilfreich werden. Kommt jetzt noch ein Bosskampf. Sieht alles so verdächtig aus. Du wüsstest, als ob es eine Boss-Arena sein könnte. Echt, ich weiß nicht. Ich bin auf jeden Fall ein bisschen nervös gerade. Und das liegt nicht daran, dass ich mich hier befinde. Das hilft aber auf jeden Fall nicht. Okay. Nach oben! Das ist nicht so weit nach oben, wie ich mir gewünscht hätte. Oh Gott. Oh nein. Ich muss durch die Tür. Hallo? Ist hier zufälligerweise jemand? Ich meine, wenn ein Bosskampf noch kommen würde, dann würde ich doch Munition hier finden, oder? Oder? Ja! Yeah. Das würde ich. Oh nein. Sind das die heißen Bergschirm-Superkräfte? Ah, das wird, glaube ich, nicht viel Träger. Ah, das wird, glaube ich, nicht viel Träger. Oh Gott. Oh Gott. Das lief nicht gut. Das lief überhaupt nicht gut. Yeah. Das gefällt mir überhaupt nicht. Oh Gott. Oh Gott. Ich meine, eben bei dir sind mir nicht hinterher, aber... In dem Fall stelle ich inzwischen, wo ich das Gefühl hatte, dass dieser Propellermann, dass der ein ziemlich lahmer Bosskampf ist. Das liegt daran, weil nicht wirklich der Boss ist. Denke ich. Ja, ich hab dir gesagt, dass du es allein bist, Ethan. Du bist auf der Weg. Was wirst du interessiert, Chris? Du hast meine Frau, du sonnige B****. Du denkst, dass ich mich tönt habe? Das war nicht sie. Das war Miranda. Was? Warum sagt er es nicht gleich? Sie hat ihre Appearance verwendet und versuchte, dass sie Mia zu sein. Sie hat auch überlebt, dass wir getötet haben, und jetzt bin ich hier, um den Job zu enden. Bullshit! Warum sagst du mir sofort? Weil ich wusste, dass du mitbekommen würdest. Und dieser Job ist hart genug, ohne die Zivilisation zu kommen. Warum, du hast, Chris? Zieh mir das Teil nicht über den Schädel, bitte. Ich bin ganz klar, Miranda ist ein bisschen verrückt. In dieser Stadt, alle diese Monster und Freaks, das ist ihre Leben. Ein bisschen wie ein Verbrechen mit dem Mold. The Mold. Wie in Louisiana. Gott, verdammt. All this time, ich dachte, dass ich mich schützen kann. Ich kann nicht weg von hier. Ich kann gar nicht machen. Was ist das? Ich bin Gefährt mit der riesigen Kettensäge. Ich werde hier unterhalten und beendet mit dem Explosiven. Du hast den Elevator, ich werde dich auf dem Topside treffen. Ich versuche, wir werden die Mutter zurückkommen. Mit zusammen. Das ist ein Schatz, Will. Ich habe mir an Miranda. Sie ist eine Frau zu sterben. Ich soll mit diesem Gefährten nicht den Helden spielen. Wie genau soll das funktionieren? An Hound Wolf Squad. Durch Suchen der Fabrik abgeschlossen. Kein Beweis für Verbindung mit der Organisation. War wohl nicht unser Glückstag. Ich habe ein paar Dokumente mit Informationen über Mirandas Experimente gefunden, die unsere Vermutungen bestätigen. Sie scheint sich selbst mit dem Mutamizet infiziert zu haben, was ihr eine Reihe von Fähigkeiten gab. Darunter Mimikry. Sie kann also ihre Zellen kontrollieren und jede beliebige Gestalter nehmen. Sei es jemand oder etwas. Sie hat sich als Mia ausgegeben und ist in Eve ins Haus eingedrungen. Ihr Ziel war eindeutig die Entführung von Rose. Vielleicht dachte sie, es wäre leichter, die Kontrolle über Rose zu erlagern, wenn sie wie ihre Mutter aussieht. Mit unserem Angriff haben sie wohl nicht gerechnet, deshalb musste sie ihren Tod vortäuschen. Später im Transporter hat sie sich selbst wiederbelebt, alle Mitfahrenden getötet und ist dann mit Rose verschwunden. Für sie lief es nicht ganz wie geplant, aber letztendlich hat sie bekommen, was sie wollte. Doch damit ist jetzt Schluss. Zum Beispiel, weil ich die Fabrik gesprengt habe, stoße ich zu euch. Ein Kampf gegen Heisenberg ist wahrscheinlich, aber ich habe hier etwas gefunden, das mir nützlich sein könnte. Ein Kampffahrzeug, das aus dem Metall-Polymer-Verbund zu bestehen scheint. Und das kann man mit seinen Kräften nicht kontrollieren. Mal sehen, wie ihm das schmeckt. Yeah! Mal sehen, wie ihm das schmeckt. Ich dachte übrigens schon, dass Miranda Mia ist, aber ich dachte, dass sie Mia die ganze Zeit überhandert kam, wenn Miranda war. Und nicht, dass sie die eine, die Gestalt der anderen übernommen hat. Weil ich hatte die Steam-Sammel-Card vorbeigesehen, ich dachte mir, die sehen ziemlich ähnlich aus. Aber ja, der Grund dafür erscheint, ich meine, es ist wahrscheinlich nur Einbildung an dem Punkt. Okay, wisst ihr was? Wir speichern erst noch. Und dann geht's richtig los. Jede Sekunde geht's los. Gleich ist es soweit. Oh, ich bin so gespannt auf diese Stelle. Okay, das Geschütz muss erstmal ein bisschen, äh, Ewigkeiten laden. Wie mir scheint. Warte, wie lange muss es laden? Oh, es muss wirklich lange laden. Okay, unauffällig bleiben. Mit Space blocken? Okay. So weit, so gut. Ich glaube, wir sind bereit für einen kleinen Kampf. Ich gehe nicht raus, bevor das nachgeladen hat, okay? Ist mir egal. Ich werde nicht ohne mein großes Geschoss in diesen Kampf gehen. Okay. Okay. You're like a goddamn cockroach. You think you can take me on? Fine. This will be my war before a kill. Bitch. Let's say this. Man. Amen. Two codes. We'll be another efficient to learn. Yeah. Weiß nicht ganz, was ich machen soll, aber ich schieße einfach auf ihn. Okay, ich muss die roten Schwachpunkte von ihm erwischen. Habe ich seinen Arm weggesprengt? Oh je. Nein, habe ich nicht. Nein, 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 nein Dieser Kampf ist so cool, aber ich weiß nicht, was ich gerade mache. Aber es ist so cool, dass ich seit der A-Wer einfach abschießen kann. Ja, immer schön das Geschütz abfeuern. Ich denke, das ist meine eigentliche Aufgabe soweit. Lebt der echt noch? Er wirkt nämlich nicht mehr so lebendig an sich. Oh, 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 oh. Auf seinen Kopf schießen, auf seinen Kopf schießen. Oh nein, darauf schießen. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, Lenin. Was, 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 was? Das ist wie ich verarsche. Weil, wieso? Oh Gott. Äh... Er scheint Schaden davon zu nehmen irgendwie. Glaube ich. Oder? Glaubst du, willst du noch mehr? Da ist es ja, kann ich jetzt noch mehr, mein Freund. Vielleicht wurde ich zu übermütig. Vielleicht wurde ich zu übermütig. Ich wollte den Deal annehmen. Oh, wir sind zurück im Panzer. Oh mein Gott. Was war dieser Kampf überhaupt? Der kristalline Heisenberg. Der kristalline Heisenberg. Oh, oh. Oh nein. Nein, 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 nein. Fall nicht drauf rein. Fall nicht drauf rein. Mit Heisenberg. Du hast verloren. Du hast verloren. Du hast verloren. Was sollst du tun? Ich weiß nicht, aber ich schütze Rose. Du wirst nie wissen, oder? Selbst wenn ich mich als Platz in deinem Zuhause... Schade, Ethan. Wer bist du? Wo ist Rose? Brenda... Enough. Erinnerst du Evelyn und ihre Kraft über dem Mall? Rose ist sie sie. Sie ist sie. Rose ist Evelyn's true, complete form. Sie werden sie vollständig kontrollieren. Und ich muss sie haben. F*** Sie, du verrückst du bist! Zitzen Sie sich. Rose wird uns geholfen. Die Mega Mycete wird alle von uns verabschieden. Aber... Sie wird sie als meine Tochter geboren. Sie ist mein Kind, nicht dir. Klar nicht, mein Kind! Wo bist du? Wo bist du? Schau dich! Warum kam Rose hier? War es wegen ihrer Eltern? Und du bist wirklich ein Besonderes Fall. Aber ich habe alles gelernt von dir. Ja... Warte... Mo... I'm a bad, Ethan! Wo ist dein Geier? Warte! Gute Arbeit, Ethan! Nein! Das brauche ich, um zu leben! Gib es mir wieder zurück! Oh! Oh, sie war auch die Krähen überall. Ist das das Ende? Sie sind zurück in Heisenbergs, was ist gerade passiert? Oh! 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 The last time I was able to contact Ethan, I heard Miranda's voice. She murdered him. And she is not gonna get away with it. Goddammit, when does it end? What's that, sir? The mission? All of it. Three years trying to put this thing in the ground. Three years too long. One for allemal. Was ist das das Stars Team? I hope the SAA is doing here. Find out what you can. Roger that, I'm on it. Been a while since we fought together, Captain. When was the last? The desert? Doing nothing but Recon's gotten me out of shape. But thanks to your Recon, we know Miranda's plan. Couldn't quite believe it when I heard you turn yourself in the mirror though. Taking five shots to the head's nothing to sneeze at either. Spooky. Okay, wie's ausseht. Äh, haben wir noch einen kleinen Militärgroßeinsatz vor uns? Oh Gott. Das sieht nicht gut aus. Hey, Alpha. Look at this. Yes, AA. We've gone too far. Christ. Looks pretty rough down there. How are you planning on reaching the objective? First we're gonna have to take that thing out. I've got your back, Boss. Let's get to work. Everyone watch for hostile Bioweapons. Roger. Okay. Kann man nicht sagen. We're in contact with a group of hostile Bioweapons. There's more than we fall. Watch out. Los geht's. Wir sind hier, um das ein für einmal zu Ende zu bringen. Ich versuche jetzt die schlechte Waffe, äh, loszuwerden fürs Protokoll. Bevor wir, äh, zu der guten, ähm, automatischen gehen. Ich hab das Gefühl, die will ich für einen Bosskampf haben. Apropos. Ich kann mit Ethan nicht wirklich dazu, meine Mega mit irgendeinem Kampf vernünftig einzusetzen. Ich wollte sie unbedingt für den letzten Kampf aufheben. Aber der kam nicht so ganz. Außer Ethan wird wiederbelebt irgendwie. Oh oh. Nein! Ach Gott! Bleib da unten. Okay, das lief soweit, äh, ziemlich unterdurchschnittlich. Haben wir den Nachschub? Okay. Ich würde sagen, es ist Zeit für die richtige Waffe. Hallo! Oh nein, das schöne Dorf! Meinst du, da wird der Miranda sein? 고 장난. Oh Gott. Oh Gott! Lat nach! Mhet! kann ich ja ich sehe wie viel schaden diese waffen machen nein und die reden die ganze zeit noch weiter ich weiß nicht ganz über was aber wenn schon über irgendwas reden ich bin sehr zu sehr damit beschäftigt nicht zu sterben unterstützung würde ich sehr zu schätzen wissen so weit so gut das war das haus mit der 07 das waren zeiten dass nicht alles komplett ruiniert war das waren gute zeiten damals okay hier können wir nicht weiter so einen kleinen umweg zu gehen durch ein haus mit dem nacht sich gerät und das ist so cool das wild ist immer noch nicht hier ok die waffe ist so viel stärker als diese dumme vermeintliche piste ich werde sie trotzdem einsetzen oh 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 rückzug rückzug ok so weit so gut so weit so gut sind wir auf dem einsatz sollen wir nicht vergessen das zeichnet auch ziemlich stark sollte man auch nicht unterschätzen gott gebackt weiß nicht ob ich mich heilen kann okay weint es nachladen vielleicht sollte ich irgendwann auch meine granaten einsetzen aber ich vertraue dem ganzen nicht ich versuche ja weiter zu gehen aber es ist wirklich schwer okay seid ihr von dem granaten einsatz ziemlich gut oder da rechts ist noch munition ich wünsche diese war mit ein kleines bisschen mehr munition im magazin ist halt so schnell nachladen ein bisschen anstrengend ja gott nein 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 au weg oh shit nein 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 okay wir haben ihn wir haben ihn hier sind viele böse jungs unterwegs muss man sagen weg sind wir mit der piste soweit durch würde ich sagen sie hat kaum mehr munition übrig ich sehe dich da oben wir sind am ziel ich werde doch kurz hier reingehen und das alles mitnehmen aus diversen gründen das ist das nachtsicht gerät wofür ist das gut an dem punkt warte was muss ich markieren ich markiere mal das schätze ich ich weiß nicht wer das seht aber das war eine ziemlich gute granate soll ich mit dem teil denn schießen können ich habe schon ich habe nicht viel zeit sie kommen gleich wieder zurück oh mein gott warte was okay ich wünschte ein bisschen ich hätte nicht meine ganze granaten aufgebraucht ehrlich gesagt aber jetzt verstehe ich warum das sprengfass hier ist nein 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 ich kann ich kann noch ich kann weiter weg oh mein gott ich kann noch weiter abhauen ich bin gleich tot ich bin gleich tot kann ich mich heilen oh mein gott nein 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 okay ich kann mich heilen oh mein gott da sind noch mehr okay ich glaube einer ich glaube einer ist tot ich glaube noch einer ist tot ich werde den laser sofort auf das ziel richten wenn ich mir mit joden gehe ich versuche mich umzubringen okay komm schon komm schon komm schon komm schon okay los geht's das ist ein seltsames ende möchte ich mal eben anmerken kann ich da hoch wo muss ich entlang muss ich irgendwo entlang müssen wir abhauen hier entlang oh nein habe ich unendlich viel heilung eigentlich ich habe absolut keine Ahnung wovon sie reden übrigens ich habe das gefühl es geht hier um irgendwelches zeug das ich äh wahrscheinlich aus dem ende von resident evil 7 ich hätte das video vielleicht anschauen sollen aber okay ich weiß nicht wie viel heilung ich habe ich gehe mal davon aus ich habe unendlich viel aber ich habe absolut keine ahnung ja 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 ich gehe mit dem äh kein zugriff okay 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 sein rück ist verbundbar wie es aussieht ist einfach nur ein bisschen zeit schinden komm schon viel länger kannst du nicht mehr überleben schau ich habe es ja für eine riesige keule er hat wer schmiedet sowas gut gut ich hoffe mal dann endlich heilung mit dem nachteil dass die heilung ein bisschen langsamer ist als sie sein sollte nicht vert потому komm schon okay okay wir haben irgendwie ein laser inzwischen ... ... Das kam so knapp. Was, der lebt doch? Wie der lebt noch? Muss ich verarschen? Wie weiche ich aus? Wie weiche ich aus? Ich weiß es nicht. Okay, wir haben ihn geschwächt. Durch genügend Schüsse auf den Rücken. Was geht's? Wie lebt der noch? Warum lebt der noch? Oh Gott. Ich glaube nicht, dass er noch leben sollte. Oh Gott. Nein, 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 nein. Gut, 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 gut. Komm schon. Nein. Au. Ja, ich muss ihn erst, ich glaube, ich muss ihn erst erwischen. Nein. Oh Gott. Bevor wir das nochmal versuchen können, auf ihn zu schießen. Komm schon. Sei doch nochmal gestunnt, bitte. Ey, ich glaube nicht, dass ich genug Zeit haben werde, wenn ich ihn nicht gestunnt bekomme. Oh mein Gott. Weißt du ja was? Vielleicht bekomme ich ihn nicht mal mehr nochmal gestunnt. Vielleicht aber auch doch. Ich glaube, das wäre nicht nötig. Dann wiederum ergreif ich echt viel an. Ich habe keine Ahnung. Was geht's? Der dritte Schlag war der letzte, oder? Oh Gott, der kämpft doch weiter. Das ist ein kleiner Riesenstreit, Kolben. Okay. Wo ist denn jetzt nächstes? Oh, es geht weiter. Der Kampf war, äh, ziemliche Zeitverschwendung, ehrlich gesagt. Oh. Oh. Oh, nein. Oh, das sieht so aus wie der, äh, M-D-O. Oh, nein. Das ist ja der, ja. Ich stimme dem zu. Okay, ähm, ich, ich würde mir wünschen, dass wir noch Munition her mitkommen, irgendwo. Oh, Gott. Oh, das, okay. Das ist jetzt wie, ähm, ihre vier, nennen wir es, Kinder darauf reagiert haben. Das ist Salvatore M-Mur-Row. Cadeau-Kompatibilität schlecht. Hirnfunktion, nein, äh, Funktion und unerwartet schlecht. Das Cadeau hat beim Probanden drastische Veränderungen an inneren Organen hervorgerufen. Es haben sich ähnlich wie bei Fischen kiemen und eine Schwimmblase ausgebildet. Aufgrund seiner irregulären Zellteilung verwandelt er sich von Zeit zu Zeit in einen riesigen Fisch. Proband ist nicht in der Lage, diese Mutation zu kontrollieren. Zu viele Mängel. Als Hülle für Eva nicht geeignet. Oh, okay. Relativ interessant. Er war also der Fisch. Proband Alsina Dimitres. Keine Ahnung, wie man sie ausspricht. Kompatibilität äußerst gut Hirnfunktion in normal. Äußerst hohe Regenerationsrate. Probanden heilt äußere Wunde in Sekunden und kann ihre Nägel ebenso schnell zu Klauen verlängern. Die rasche Regeneration geht außerdem mit einer größeren Körpergröße einher. Hinweis. Wegen einer vererbten Blutkrankheit muss die Proband in ihrem Körper regelmäßig menschliche Fleisch und Blut zuführen, um ihre Regenerationsfähigkeit aufrecht zu erhalten. Ich vermute, dass ein gestörter Regenerationsprozess eine unkontrollierbare Mutation zur Folge haben könnte. Als Hülle für Eva nicht geeignet. Oh, das war die, bei der wir... Oh, das haben wir in meinem Keller davon gelesen. Das eine, die, ähm... Die sie mutieren wollten, dass das eine vom Adel war. Das war also sie. Karl Heisenberg. Kardonkompatibilität außerordentlich gut. Hirnfunktion in normal. Besitzt elektrische Organe, wie die eines Zitterrochens. Die Organe sind an das Nervensystem des Probanden angeschlossen, wodurch in der Lage ist, Elektrizität durch seinen gesamten Körper zu leiten. Kann so Magnetfelder kontrollieren und Metall beliebig umherbewegen. Herausragendes Exemplar, aber als Hülle für Eva nicht geeignet. Ach so. Und warum nicht? Oh, das war die Puppe. Donner hat man gar nicht gesehen. Donner Beneviento. Kardonkompatibilität gut. Hirnfunktion in normal, aber schwere Geisteserkrankungen. Ja, das ist ein Problem. Körperlich nicht von Menschen unterscheidbar. Sie kann allerdings eine signaltragende Substanz ausscheiden, mit der muttermizierte Pflanzen kontrolliert werden können. Ist außerdem in der Lage, bei Menschen, die eine bestimmte Sorte Pollen anatmen, Halluzinationen auszulösen. Oh, okay. Probanden ist jedoch geistig unterentwickelt und hat ihr Kado an ihre Puppen verteilt, um sie aus der Ferne kontrollieren zu können. Als Hülle für Eva nicht geeignet. Das war also eine Halluzination, okay. Kado, schön. Das scheint so. Äh, Foto, ja. Und hier ist noch ein Foto. Miranda, ich bedauere zutiefst, sie auf so unpersönliche Weise kontaktieren zu müssen. Leider habe ich im Moment sehr beschäftigt, aber ich hoffe, dass ich irgendwo, irgendwann noch einmal die Gelegenheit bekomme, in ihrem reizenden Dorf einen Besuch abzustatten. Wobei ich mir nicht anmaßen möchte, zu behaupten, eine Unsterbliche wie sie würde sich überhaupt an einen halb im Schnee verreckten... Ich habe die Offenbarung, die mir während meines Besuchs in ihrem Dorf zuteil wurde, immer an Ehren gehalten. Ihre Forschungen waren sehr inspirierend für mich. Ich halte es für visionär, dass man einen Menschen mit einem Organismus infizieren und so verwandeln kann. Ich wusste, dass ich mit diesem Wissen meine eigene Vision für die nächsten Schritte in eine menschliche Evolution würde verwirklichen können. Zu sehen, wie die Menschheit selbst nach zwei Weltkriegen sich auch heute noch wieder und wieder in Zwistigkeiten verrennt, bestärkt mich nur um meine Bestrebungen. In den vielen hochinteressanten Gesprächen, die wir Abend für Abend führten, wurde mir jedoch auch bewusst, dass sich ihre Überzeugungen von dem Meiner unterscheidet. Sie wollten eine einzelne verstorbene Person zurückholen. Ich wollte die Welt verändern. Ihre Experimente mit dem Pilz erfüllten nicht die Anforderungen, für die sich exponentiell ausbreitende Infektionen, die ich anstrebte. Ein Virus war dafür besser geeignet. Oh. Ich hoffe, dass auch Sie eines Tages Ihr Ziel erreichen werden. Sie haben mich so viel gelehrt. Dafür stehe ich auf ewig in Ihrer Schuld. Herzlichst auf ewig, Ihr Schüler Oswell E. Spencer. Hier. Keine Chance. Ja, das ist ein Plottwist. Das ist also das originale Ding in Zwirus. Und das war wahrscheinlich Miranda, bevor sie böse wurde. Oh, wir haben so viel Lore hier gerade. Meine geliebte Eva. Es ist jetzt 100 Jahre her, seit die spanische Grippe, die ich mir wegnahm. Ich war hilflos damals. Aber jetzt kann ich mit Hilfe des Megamyceten wieder zu mir holen. Ich musste die regenerativen Fähigkeiten an der neuen Hülle testen. Dazu habe ich sie zerteilt und sie dann dem Kerch des Giganten, dem Regler des Megamyceten, wiederbelebt. Was jetzt noch fehlt, ist sie mit dem Megamyceten zu vereinen. Endlich kann ich die Zeremonie beginnen. Nachdem du von mir gegangen warst, war ich von solcher Trauer erfüllt, dass ich in einer Höhle wanderte, um zu sterben. So sehr wollte ich wieder bei dir sein. Und da habe ich ihn gefunden. Den Megamyceten. Es war reiner Zufall. Ich berührte ihn und mein Geist wurde über und über mit Wissen erfüllt. Der Megamycet spaltet das Bewusstsein der Person der Verstorbenen auf und absorbiert es. Ich wusste, dass auch dein Bewusstsein darin sein musste und dass es bedeutete, dass ich dich wieder zurückholen könnte. Ich brauche nur eine geeignete Hülle. Nachdem ich ins Dorf zurückgekehrt war, pflanze ich den Dorfbewohnern den Pilz aus den Megamyceten ein. So konnte ich sie kontrollieren und sie für Experimente nutzen. Ich habe es an Hunderten ausprobiert, nur um die perfekte Hülle für dich zu finden. Ich habe sogar versucht, die Suche zu beschleunigen, indem ich einen Parasiten namens Cadot erschuf. Aber keines meiner Experimente war von Erfolg gekrönt. Es gab ein paar VLCler, die nahezu perfekt waren, aber die meisten verwandelt sich in Leukens. Einmal wurde ich von einer Organisation kontaktiert. Sie sagte, sie würden mir helfen. Sie sagt, sie würden mir helfen. Also gab ich ihnen etwas von Pilz und deine DNA. Aber auch sie haben nur einen weiteren Misserfolg in die Welt gesetzt. Evelyn. Ich weiß nicht, wer das ist. Doch die Zusammenarbeit hat ja auch ihr Gutes. Danke ihnen erfuhr ich von Rose. Ich wusste, sie wäre die perfekte Hülle. Mein Plan verlief nicht ohne Zwischenfälle. Aber ich konnte mich von ihrer Tauglichkeit überzeugen. Jetzt ist meine Forschung endlich abgeschlossen. Ich habe so lange darauf gewartet, dich wiederzusehen, Eva. Okay, sie will also ihre verstorbene Tochter wieder zurückholen oder was auch immer. Dann würde ich sagen, wir wissen Bescheid. Ihre Beweggründe sind bestimmt auch tragisch und alles. Aber ich habe das Gefühl, der Zweck heiligt nicht die Mitte. Das war ein Bild von ihr, wo sie Eva gehalten hat. Hey, das ist Mia. Du hast den Teil, mit dem das die Experimente hier gemacht haben, ignoriert. Mach das nicht. Oh. Oh Gott. Oh, das ist nicht gut. Ich kann sie nicht wegschrauben, aber ich kann sie wegschrauben, Rose. Komm mal. Es ist nicht sicher hier, nachher. Was heißt, er ist weg? Er ist tot. Ich bin sorry, Mia, aber wir müssen weg. Wir müssen uns hier wegschrauben. Oh. Warte, was? Okay. Was ist dieses Ende? Oh ja, er konnte seine Hand auch einfach so wieder nachwachsen lassen und scheinbar auch... ...seine Finger. Der Grund dafür ist, dass er in der Tat, äh, übernatürliches Wesen ist. Hallo? Ist ein bisschen nebelig hier. Ich bin ein bisschen nebel. Oh Gott, es ist f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f. Du bist so dum. Evelyn, wie bist du hier? Du bist tot. Mord? Ich meine, Miranda. Sie... Nein. Ich muss noch die Rose retten. Wrong! Es war nicht Miranda. Du war immer mord. Was sagst du? Ich kann noch nicht... Oh, ich erinnere mich. Three years ago. The Baker House. Du warst von Jack. Du warst da. Three years ago. Das ist... Das ist... Das ist... Das ist... Das ist... Das ist... Wunderbar. Du musst nennen einen Rangieren gehen. Der muss nicht sogar gehen. Du bist zu meinen Hohen... Du musst zu gehen. Du musst zu gehen. Du musst dich... Du bist zu sein. Rose, Mia, ich... Das ist so eklig. Die Familie. Die Familie. Nein! Rose, ich muss meine Frau wegschrauben. Du bist bereits tot. Tot! Ich werde... retten! Rose! Er ist also selber irgendwie mit diesen Pilzteilen in Berührung gekommen? Auf irgendeinen Punkt? Ich bin so verwirrt. Vor allem, weil ich das Ende von Resident Evil 7 nicht kenne. Ich weiß nicht, wer Evelyn ist und was mir das sagen soll. Wo bin ich jetzt? Wer und wo bin ich? Oh. Ich weiß, bei wem ich bin. Ich bin so, Ethan. Du warst ein Nachtmärchen. Duke? Dein Kampf mit Heisenberg war eine Worte zu sehen. Aber zu denken, dass Miranda sich selbst zeigen würde. Wie lange bin ich raus? Ich bin so lange, bis zur Nacht. Duke, ich brauche ein Worte. Ich nehme mir an, Miranda. Ich habe so viel zu tun, und bin bereits auf der Weg. Wir sollten bald kommen. Danke. Aber Ethan, bist du sicher von dem? Oh. Ich verstehe. Da gibt es Sinn. Ja. Wir sind hier. Ich verbringte dich. Ah, wir sind wieder hier. Okay, kann ich noch Zeug kaufen? Hallo? Nein? Ich habe noch die gute alte Sniper-Rifle. Und die werden mich nicht im Stich lassen. Los geht's! Vorbei an den Bäumen. Ich will nicht auf sie schießen. Denn ich weiß nicht, ob ich meine Munition noch brauchen werde. Kann man sich eine Menge Munition übrig? Moment. Erlass mich noch ein letztes Mal... Nein! Ah, ich werde nie herausfinden, was in dieser Kiste war. Das ist... Geringe Framerate da oben. Geh weg! Keine Zeit zu verlieren. Oh, ich habe wirklich keine Zeit zu verlieren. Ich werde mich in Ruhe. Au! Oh! Oh Gott! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Ich habe mich nicht vergesst! Ich habe mich in Ruhe. Ich habe mich in Ruhe. Der ist mich verlassen! Rose! Miranda! Interessant. Ihr Körper ist sicher normal. Give Rose zu mir! Jetzt! Du wirst sehen. Als ich dich richtig verletze... Get her, jetzt! Hahaha! Oh Gott! I've spent a lifetime creating this moment. And you try to take it away from me. I will take what is due. Zeit gott zu dir. My desires will be fulfilled! Rose is mine! What the fuck? Uh oh! You fulfilled your purpose, Mr. Winters. You disposed of my false children and awakened the glorious Megamycet. Now, please do not worry for little Rose. Oh! I assure you, I'll provide her with truth. Okay, so I snipe. Es ist an der Zeit. Du skitzt! Ow! What the hell? minils 없어! I'm not letting you get away. How about this? How about this? You understand that that of the parent and child is true. How can you deny me? Why the hell can't you realize, Rose? is my goddamn king! Not yours? Edison, let's deposit, resident evil 4. This is... I've never seen a human Yes, Lisa Paza Oh, oh Gott, was passiert hier? Oh, 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 das gefällt mir überhaupt nicht Oh, ne Liquidition Keine gute, äh, eingesetzte Heilung An dem Punkt ist er übrigens wirklich einfach nur ein Dark Souls Boss Es ist nicht mal, äh, ein dummer Vergleich oder so Es ist einfach das, was hier an dem Punkt noch ist Oh, wenn du mal ständig Pistolen verziehst Oh, oh Komm schon Oh, 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 was passiert hier? Ich weiß nicht, ob wir die Schüsse an dem Punkt noch was bringen Okay Oh, 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 ich habe nur noch einen Schuss damit Now, Mr. Winters, I think it's time you let things in my house Oh, rest now The hell I will Die, 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 die I, ich sehe nichts Ich habe das Gefühl, es ist egal, mit welcher Waffe man sie trifft Man muss sie nur einmal treffen Oh, mein Gott Komm schon Ah, 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 oh Gott Komm schon Au Oh Gott Oh, das hat so viel Schaden gemacht gerade Ich frage mich wirklich, ob sie So viele Angriffe von ihr erinnern mich so sehr irgendwie an Dark Souls oder Bloodborne Ich frage mich wirklich, ob sie die Spiele ein bisschen gespielt haben, bevor sie, oh Gott Boah, sie das Spiel gemacht haben Ah, oh Gott Nein Nein, 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 nein Wie viel Heilung habe ich eigentlich noch Oh Eine Menge Wie lange lebt sie eigentlich noch? Was? Was ist? Nein Wir sind wieder in der Phase Die Phase ist ein Problem Okay Erschönen sicher bleiben Ich habe keine Ahnung, ob ich irgendwas im Kampf richtig mache, aber ich weiß so nicht, was ich machen soll Weiter auf sie schießen das war die zahl lange ich hab mich nicht heilen ich glaube ich hab gewonnen da ist Rose glaube ich oder ist das Eva an dem Punkt scheint Rose zu sein oh oh Ethan! Ethan! Komm schon, Ethan. Komm schon, Ethan, warte. Oh, nein. Chris. Ethan. Ihr solltet schnell gehen. Oh ja, klebt doch nicht noch der Sprengsatz dran? Sollt sie nicht langsam zünden? Hey, hey. Und du sagst dir selbst, jetzt komm, es ist nicht so weit. Oh, er hat den alten Baby-Zündertausch-Trick gemacht. So, drück bitte den Auslöser. Es ist Zeit. Worauf wartest du? Er hat nicht mehr viel länger gewartet. Rose! Go, go, take us up now! Wait, where is Ethan? Get moving, we have to get clear. No, we can't go, not without my husband. Mia, sit down and strap in. Not before you tell me where Ethan is. I know he wouldn't abandon us. Chris. Tell me what's going on. Where? I told you to sit down. Where is he? Chris. What have you done? He's gone. I tried. He stayed so we could all escape. I'm sorry. Captain, you need to see this. B.S.A.A. didn't send soldiers. This is a bio weapon. What the hell were they thinking? What the hell were they thinking? Orders, Captain. Pick up the rest of the squad. Pick up the course for B.S.A.A. Europe HQ. Ich bin so verwirrt. Ich bin so dermaßen verwirrt. In jeder nur denklichen Hinsicht. Okay, Ethan war irgendwie so eine Schimmelgestalt. Er gammelt ein bisschen vor sich hin. Und am Ende hat er sich herausgestellt, dass B.S.A.A. diese andere Geheimdienst der Soldaten losschickt. Er hat dann auch Bio-Mutanten... Ich bin so verwirrt. Ich bin so verwirrt. Ich verstehe nichts davon. Lass mich die Credits mal eben skippen. Und schau, ob danach noch was kommt. Denn wir haben absolut keine Zeit mehr. Ich werde sowieso schon Zeug rausschneiden müssen, damit dieses Video noch unter 12 Stunden bleibt. Ich kann dich über 12 Stunden hochladen. Wir müssen zum Ende kommen. Das ist Rose. Ich bin so schlimm. Ich bin so schlimm. Ich bin so schlimm. Ich bin so schlimm. Das ist vor allem. Ich bin so schlimm. Sorry, I missed last week. I have a lot of tests coming up. You know how it is. Talk of the goddamn devil. Duty calls. I love you. Yeah, I found her. Where else? Today of all days. We have a situation. You're needed. Evelyn. Don't you ever call me that again. Whoa, whoa. It's just a joke, Rose. I can show you things even Chris doesn't know I can do. We have a clear shot. Stand down. I can handle it. She's just a kid. We need to keep it together, Rose. You're a lot like him, you know? I know. Ich habe noch so viel mehr Fragen. Ich habe nichts verstanden. Und scheinbar ist sie jetzt in einem speziellen Schutzprogramm von Chris' Soldatenzeug, weil sie irgendwie was Besonderes ist. schätze ich. Da ist ein Fußgänger. Hier erinnert die Geschichte des Vaters. Ja, das habe ich mitbekommen. Es war kurz traurig, als sie am Grab stand und dann kam die komische andere Situation. Oh, 10 Stunden. Schwierigkeitsgrad Standard. Lief okay, würde ich sagen. Neu Schwierigkeitsgrad ist verfügbar. Yeah. Bonus Shop, Concept Art, Modell Herausforderungen. Okay. 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 Äh. Äh. Speichern, schätze ich. Ich speichere mal hier. Äh. Okay. Und dann könnte ich nur gern Plus machen, theoretisch. Ich würde aber sagen, ich habe das Ende nicht verstanden. Ich habe nichts davon verstanden. Wahrscheinlich hätte ich die Zusammenfassung von Teil 7 spielen müssen, aber mein Gott. Das war so viel... Ach, das war so seltsam, das Spiel. Ich habe das Gefühl, ich mag den Abschluss nicht. Ich habe das Gefühl, das Spiel war... Es hatte seinen Peak nach der Fabrik und das danach war... Ich denke, es war interessant, storytechnisch. Aber ich habe nichts verstanden. Und dann, dass man Chris gespielt hat. Und dann... Haben die Kämpfe irgendwie sich alle viel zu lange gezogen und nicht wirklich Spaß gemacht. Es war ein bisschen seltsam. Aber Resident Evil 8... Äh, gutes Spiel. Ich denke, es hat sehr... Es hat anfangs ein bisschen sehr simpel angefangen. Aber ich denke, es hat gute, ähm... Starke Stellen. Vor allem die Fabrik war wirklich spaßig. Das Ende mochte ich nicht allzu sehr, wie gesagt. Aber ansonsten... Gutes Spiel. Und ich hoffe, ich bekomme das Video irgendwie unter 12 Stunden. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Das war Resident Evil 8. Bis zum nächsten Mal. Und, äh... Tschüss.